Lena Christ, Erinnerungen einer Überflüssigen. Ein Bookstream-Hörbuch. Gelesen von Claudia Ronefeld. Oft habe ich versucht, mir meine früheste Kindheit ins Gedächtnis zurückzurufen, doch reicht meine Erinnerung nur bis zu meinem fünften Lebensjahr und ist auch da schon teilweise ausgelöscht. Mit voller Klarheit aber steht noch ein Sonntagvormittag im Winter desselben Jahres vor mir, als ich an Scharnach erkrankt, auf dem Kanapé in der Wohnstube lag. Es war dies der einzige Raum, der geheizt wurde. Der Großvater war in seinem geblumten Samtschilie, dem braunen Rock mit den silbernen Knöpfen und dem blauen, faltigen Tuchmantel in die Kirche vorausgegangen, während die Großmutter in dem schönen Kleide, das bald bläulich, bald rötlich schillerte, noch vor mir stand und mich ansah, wobei sie immer wieder das schwarze, seidene Kopftuch zurechtrückte. Neben der Tür aber stand in Hemdsärmeln der alte Hausl und wollte eben den Sonntagsrock vom Nagel nehmen, als sich die Großmutter umdrehte und zu ihm sagte »Geh, Hausl, bleib du heimt daheim und gib aufs Kindobacht und du's Haus hüten. Ich möchte auch mal wieder in die Kirche gehen.« Darauf ließ sich der Hausl seinen Rock hängen und zog wieder seinen blauen, gestrickten Janker an. Und die Großmutter ging zu dem Wandschränklein, das in die Mauer eingelassen war, nahm daraus das Weihbrunnenkrügel und wollte gehen. In der Tür aber wandte sie sich noch einmal um und sagte zu mir »Also, dass du liegen bleibst dir, ne? Ich bete schon für die, dass du wieder gesund wirst.« Als sie fort war, ging der alte Hausl in seine Kammer, sich zu rasieren. Da fiel mir ein, ich könnte wieder einmal zu unserer Nachbarin, der alten Seiler-Grossmutter, gehen. Geschwind stand ich auf und lief hinaus in den Schnee und vor ihr Haus. Ich fand aber die Tür zugesperrt und niemanden daheim, denn sie waren alle in der Kirche. Und da ich nun lange im Hemd und dem roten Flanell unter Röckel barfuß im Schnee gestanden war und vergebens gewartet hatte, schlich ich wieder heim. Denn es war bitterkalt. Als der Hausl mich kommen sah, machte er ein ganz entsetztes Gesicht und kopfschüttelnd nahm er mich auf den Arm und legte mich wieder nieder. Alsbald fiel ich in ein heftiges Fieber und soll darauf viele Wochen krank gelegen sein und man hat geglaubt, dass ich sterben müsste. Aber der Großvater hat mich gepflegt und so bin ich wieder gesund geworden. Der Großvater nämlich verstand sich auf alles und wo man im Dorf eine Hilfe brauchte, da wurde er geholt. Er war Schreiner, Maurer, Maler, Zimmermann und Kuhdoktor und manchmal hat er auch dem Totengräber ausgeholfen. Und weil er so überall zur Hand war, hieß man ihn den Handschuster und der Name wurde der Hausname und ich war die Handschuster Leni. Der Großvater war bartlos und groß und gerade gewachsen und hatte trotz der mannigfachen schweren Arbeit schlanke, schöne Hände. Die habe ich in späterer Zeit oft betrachtet, wenn er am Abend auf der Hausbank saß und über irgendetwas nachdachte. Er war überhaupt anders als die Leute im Dorfe, denn er sprach wenig, ging nicht ins Wirtshaus und war bei keiner Wahl, wie er auch sonst allem öffentlichen Wesen fernblieb. Stattdessen erzählte man, dass er oft im Verborgenen geholfen habe und wo einem Armen das Haus abgebrannt war, da habe er beim Aufbau mit zugegriffen, ohne lang nach dem Lohn zu fragen. Damals im Frühjahr, nach meiner Krankheit, war es nun mein größtes Vergnügen, mit ihm auf dem Wagen, vor dem unser Ochs gespannt war, aufs Feld hinaus zu fahren. Von den Eckern, die auf den Höhen rings um das Dorf lagen, konnte man die fernen Berge sehen und der Großvater sagte mir, von dem Höchsten, dass es der Wendelstein sei. Während er nun pflügte oder säete, brockte ich Blumen und betrachtete sie und die Welt dahinter durch bunte Scherben, die ich vor dem Hause des Glasers aufgelesen hatte, oder ich lief mit dem Sturm über die Wiesen und suchte ihn zu überschreien. Abends auf dem Rückweg setzte mich dann der Großvater Rittlings auf den Ochsen, und so sah ich schon von Weitem die bläulichen Rauchwölklein über unserem Dache, die uns anzeigten, dass die Abendsuppe schon auf dem Feuer stand. Waren wir daheim angekommen, so sprang ich rasch in die Küche, steckte, wenn die Großmutter in der Speis war, die Nase in alle Harfen und Tiegel, zu sehen, was es Gutes gebe, und lief dann hinter dem Großvater drein, der vom Hausflötz durch den Stall in die Scheune ging, dort die Ackergeräte verwahrte und hierauf in dem Schuppenholz für den Herd herrichtete. Ich tummelte mich derweilen in der Tenne, die wie der Stall und Schuppen an das kleine, freundlich mit bläulicher Farbe getünchte Wohnhaus angebaut war, und mit ihm unter einem Dache stand, das sauber mit Holzschindeln eingedeckt und mit Felsblöcken beschwert war. Rings um das Häuschen zog sich ein saftiger Grasgrund und von den Fenstern der Wohnstube, an denen reich blühende Geranien und Menschenleben standen, sah man im Sommer ein zierliches Gemüsegärtlein, dessen Beete mit feurigen Nelken, Dahlien, fliegenden Herzlein und buschigen Rosensträuchen eingefasst waren. Am Eingang des Gärtleins stand ein großer Rosmarinstrauch, den der Großvater bei seiner Heirat selbst gepflanzt hatte. Von der Tenne nun schlüpfte ich des Öfteren in den Hühnerstall und durchsuchte ihn nach Eiern. Besonders als Oster nicht mehr fern war, trieb es mich immer wieder dahin, denn um diese Zeit gab es unter uns ein großes Vergnügen, das Ohrscheiben. Da zogen alle Kinder des Dorfes zu den großen Bauernhöfen und dort wurden wir bewirtet und bekamen Gselchtes, Osterbrot und bunte Eier. Diese aber wurden nicht gegessen, sondern zum Ohrscheiben aufgehoben. Dabei teilten wir uns in zwei Parteien und die einen standen hüben, die anderen trüben. Dazwischen aber waren in schräger Lage zwei Rechen aneinandergelegt und auf dieser Bahn ließen wir unsere Eier hinunterrollen. Die Partei nun, auf deren Seite das Ei fiel, hatte es gewonnen und wo am Schluss die meisten Eier lagen, war der Sieg. Freilich begann dann oft erst der eigentliche Kampf und die Eier, die zuvor gerollt waren, flogen jetzt. Während aber die anderen sich noch rauften, sammelte ich, ohne mich besonders sichtbar zu machen, mit flinker Hand die also zu Waffen gebrauchten Eier und lief als dann mit meinem vollen Schürzlein heim, wo ich dem Großvater die Beute vor die Füße kugeln ließ. Da gab's dann anderen Tags ein gutes Gericht, den Orselot, zu dessen Bereitung ich schon am frühen Morgen mit der Großmutter den wild wachsenden Feldsalat von einer nahen Anhöhe brocken musste, während der Großvater derweil daheim die Eier fein zerhackt und zerrührt hatte, was er alle Ostern selber tat, da keins ihm dies Geschäft recht machen konnte. Auch sonst war er oft in der Küche draussen und half der Großmutter Rüben schälen oder Semmeln schneiden für die Alltagskost, die Knödel, denn diese durften keinen Tag fehlen. Auch am Sonntag kamen sie, freilich viel größer und schwärzer, als Leberknödel auf den Tisch. Das Wasser, in dem die Knödel, die neben ihrer Schmackhaftigkeit auch noch den Vorzug der Billigkeit hatten, gesotten wurden, wurde bei uns nie weggeschüttet, sondern in einer großen, bemalten Schüssel aufgetragen. Dazu stellte die Großmutter ein Pfännlein mit heißem Schmalz und braunen Zwiebeln und im Sommer auch ein Schüsselchen voll Schnittlauch. Der Großvater langte dann den von der Mutter selbst gebackenen Brotlaib, der mittels unseres großen Hausschlüssels ringsum mit einem Kranz von ringförmigen Eindrücken verziert war, aus dem Wandschränklein und begann langsam und bedächtig, Schnittlaien um Schnittlaien in die Brühe zu schneiden. Danach goss er die Schmelz darüber, würzte gut mit Salz und Pfeffer und rührte mit seinem Löffel etliche Male um. Als dann sagte er, So Mutter, jetzt kost beten. Fleisch kam bei uns nur zu ganz besonderen Gelegenheiten auf den Tisch und selbst am Sonntag genügten meinen Großeltern die Leberknödel mit dem Tauch, einem Gemüse von Dotschen, Rüben oder Kolraben. Nur der Großvater erhielt als Feiertagsmahl ein Stück gesottenes Rindsfett, das er gesalzen und gepfeffert nur mit einem Stücklein Brote aß. An Ostern aber ließen sich's die Großeltern nicht nehmen, ein ordentliches Stück geselchtes und dazu noch einen Tiegel voll von unserem selbstgemachten Kraut aufzustellen, nebst einem Körblein Eier, die samt dem mit viel Zyperben und Weinberlen gebackenen Osterbrot schon in der Früh des Ostertags vom Großvater zur Weihe getragen wurden. Auch sonst gab's allerlei Vergnügen und Kurzweil für die Großen und die Kleinen und es war auch um die Osterzeit, dass die Kinder, die ungefähr in meinem Alter waren, anfingen, etwas Heimliches untereinander zu treiben. Der Schlosser Florian und die Robfer-Zenzi hatten im Stall bei der Wagnerin die Zicklein angeschaut und hierbei hatte der Florian der Zenzi, die vor ihm hockte, unter den Rock gesehen und hatte ihr darauf auch etwas gewiesen. Dabei überraschte sie die Wagnerin und alsbald wusste es das ganze Dorf. Die Kinder aber, die Fünf- und Sechsjährigen, hatten nichts anderes zu tun, als dies sofort nachzuahmen und alsbald saßen auf den Heuböden oder hinter der Planke vom Huberwirt die Pärlein im Gras und betrachteten einander. Diese Vorfälle wurden nun von einem alten, frommen Fräulein, dem Herrn Pfarrer hinterbracht, der dann, am darauffolgenden Sonntag von der Kanzel herabwetterte, über die Zuchtlosigkeit der Eltern, die nicht Acht gehabt hätten auf das Heiligste der Kinder, auf ihre Unschuld. Viele von den Eltern hatten es aber in der Sorge um das ihre Übersehen, manche wohl auch übersehen wollen. Mit dem beginnenden Sommer fingen wir an zu fischen. Da suchte man sich einen Stecken, daran wurde eine alte Gabel gebunden und mit ihr nach den Dollen oder Mühlkoppen, die sich im Bach unter Steinen, Scherben oder alten Häfen verborgen hielten, gestochen. Mit dem Stecken wurde der Stein zur Seite geschoben und wenn der Fisch hervorschoss, wurde er angespießt. Ich war nun so geschickt, dass ich sie auch mit der Hand fangen konnte. Dann nahm ich den Rock auf, stieg in den Bach hinein, bückte mich, tauchte vorsichtig den rechten Arm ins Wasser und näherte mich mit der Hand dem Fisch, bis er zwischen meinen Fingern stand. Dann griff ich rasch zu. Gegen Abend trugen wir dann in einem alten Hafen den ganzen Fangheim. War die Großmutter im Stall, so schlug ich in der Küche die Fische mit einem Stein auf den Kopf, nahm heimlich Schmalz aus der Speisekammer und warf die Fische, nachdem ich noch schnell Salz, Mehl und ein paar Eier daran getan, in eine Pfanne. Die gebratenen Dollen brachte ich dann hinaus vors Haus, wo die anderen Kinder im Gras saßen und warteten. Unter dem Essen wurde nun erst die Schwimmblase und was sonst noch im Inneren des Fisches war, mit dem Finger herausgeholt. Einmal freilich wäre ich beim Fischen beinahe ertrunken und das kam so. Da hat die Großmutter mit unserer Nachbarin, der alten Seilerin, die sehr schwerhörig war, waschgeschwabt, das heißt, Wäsche im Bach gespült. Als sie beide mit dem schweren Zuber davongingen, rief mir die Großmutter zu, Lena, dass du fei, du daheim bleibst und ja nicht oben gehst am Bach. Nicht, dass du eine fährst und das saufst. Ich aber nahm dem Verbot zu trotz meinen Stecken mit der Gabel und einen großen Hafen und schlich leise hintendrein. Die Großmutter und die Seilerin hatten sich auf die große Waschbank, die in den Bach hineingebaut war, gekniet und wuschen und hörten bei dem Rauschen des Wassers nicht, wie ich mich hinter ihrem Rücken auf die Waschbank legte. Kaum hatte ich mit meinem Stecken einen Stein zur Seite gerückt, als schon ein großer Dollen herausfuhr. Ich ziele und steche mit der Gabel zu, aber die war nicht festgebunden und rutscht ab. Inzwischen war der Fisch zur Seite geschnellt und blieb nahe dem Ufer über dem Sand stehen. Mir schien die Stelle seicht genug, um ihn jetzt mit der Hand fangen zu können. Ich stülpe also meinen Ärmel auf, strecke den Arm aus und will den Fisch fassen, versinke aber mit der Hand tief in den weichen Ufersand. Dabei verliere ich das Gleichgewicht und stürze in den Bach, jedoch so, dass die Füße noch auf der Waschbank blieben. Den Kopf unter Wasser zerre und zapple ich so lange, bis ich die Füße nachziehen konnte. Derweilen hatte mir aber das Wasser schon alle Kraft genommen und trieb mich nun unter der Waschbrücke hindurch, gerade unter die Hände meiner Großmutter. Yes, Maria und Josef, in Salenai, schrie sie und ließ das Wäschestück fahren, packte die alte Seilerin am Arm, schüttelte sie heftig und schrie ihr ins Ohr, Hey, Soilerin, hilf, inser Lenai da trinkt. Darauf zogen sie mich heraus und führten mich heim. Als der Großvater mich sah, meinte er, aber Lenai, geh, jetzt haust es, wie leicht kunst das Sufa sei. Der Hausl aber, der auf dem Kanapé saß, spottete, geh, bist im Bach reinig, fein, du Schliefi. Der Hausl, Balthasar Hauser, wie er eigentlich hieß, war im Übrigen mein guter Freund. Im Dorf war er freilich wenig beliebt, weil er recht barsch war und ein großer Geizhals. Ging er umher, so streckte er die Arme weit hinter sich hinaus, denn er war schon ganz krumm und alt. Er lebte bei den Großeltern im Austrag und bewohnte die an unsere Wohnstube anstoßende Kammer. Darin hatte er aus der Mauer ein paar Ziegelsteine herausgebrochen, das Loch ausgemauert und vor die Öffnung als Tür ein dickes Brettlein gemacht, das in Scharnieren hing und an das der Schlosser ein Schloss hatte anbringen müssen. In diesen Behälter tat er sein Geld und seine Kostbarkeiten, schmierte das Türlein mit Kalk zu und machte mit einem Farbstift einen winzigen Punkt an die Stelle, wo sich das Schlüsselloch befand. So glaubte er, seine Habe erst sicher vor den Menschen, denn außer mir wusste niemand um diesen geheimen Ort. Wenn er nun einige Pfennige brauchte, wie an den Sonntagen zum Bier, so ging er in seine Kammer, zog die Vorhänge zu, kratzte mit einem Messer den Kalk vom Schlüsselloch und sobald er das Wenige, das er jeweils brauchte, herausgenommen hatte, strich er alles wieder zu und machte einen neuen Punkt. Das Häflein mit dem Kalk bewahrte er unter dem Bett auf, das Nachtgeschirr darüber gestürzt. Damit nun nicht etwa jemand diese Dinge fände, putzte er selbst seine Kammer und machte sein Bett. Auch wusch er selber seine Wäsche, denn er fürchtete, der Großmutter etwas zahlen zu müssen. Und zwar wusch er immer nur ein Stück, hängte es darauf in die Sonne und setzte sich dazu, damit es ihm nicht etwa gestohlen wurde. Kam ich an solchen Tagen und sagte, Hausl, geh mit mir fort. So zeigte er auf seinen Sacktüchel und sagte, Warte ein bisschen, bis mein Schneidstücheldrucker ist. Außer ihm waren bei meinen Großeltern noch Kostkinder im Hause, die die Großmutter aufzog. Sie war eigentlich nicht meine rechte Großmutter, sondern nur die Schwester derselben. Meine leibliche Großmutter habe ich nicht gekannt, sie war schon lange tot. Von ihr hat mir die Großmutter im Winter, wenn sie mit der alten Seilerin und der Huberwirtsmarie am Spinnrad saß, viel erzählt. Sie sei eine sehr böse Frau gewesen, im ganzen Ort gefürchtet und alle Leute seien froh gewesen, als sie endlich mit 38 Jahren gestorben sei. Sie hatte lange an Magen- und Leberkrebs gelitten, darum hatte ihre Schwester schon bei ihren Lebzeiten das Hauswesen beim Großvater geführt und die Kinder erzogen. Eigentlich aber war sie eine Näherin. Als nun der Großvater Witwer war, wollte er die Schwägerin heiraten. Da sie aber in ihrer Jugend Mitglied und später Präfektin des weltlichen Dritten Ordens des Heiligen Franziskus geworden war, musste er deswegen sich an den Papst wenden, der ihn unter der Bedingung Dispens erteilte, dass sie mit ihrem Manne eine sogenannte Josefs-Ehe führe, das heißt die gelobte Keuschheit bewahre. Daher kam es wohl auch, dass der Großvater sie immer mit großer Achtung behandelte und ihr niemals ein böses Wort gab. Nur einmal war eine Geschichte. Von unseren Kühen gab eine, das Bräundel, zu wenig Milch. Dann nahm sich der Großvater vor, sie nach Holzkirchen auf den Markt zu führen und gegen eine bessere umzutauschen. Obwohl nun die Großmutter dagegen war, hatte er sie doch fortgetrieben und dafür eine wunderschöne schwarzfleckige Kuh heimgebracht. Als sie nun das erste Mal von der Großmutter gemolken wurde, gab auch sie nur ein paar Liter Milch. Da meinte man, es komme von der Anstrengung. Aber es wurde nicht besser. Als sie nach ungefähr einer Woche nicht mehr als fünf Liter Milch gab, während wir sonst von unseren Kühen zehn bis zwölf Liter hatten, ward die Großmutter sehr ärgerlich und fing an mit dem Großvater zu streiten und sagte, da hättest auch nix Besseres tun können, als wir das Viech daherbringen. Hättest halt das Bräundl gehalten, bringst du so einen Ranker daher, der eins Futter wegfrisst und für nix gut ist. Da wurde der Großvater zornig. Sei starrt, was verstehst denn du, du Rindviech? Das kann ich der Kuh nicht ansehen, dass es keine Mille gibt bei so einem Trum, Alter. Na weiß ich es halt wieder fort, in Gottes Namen, dass du dann Ruhe gibst, oiz ringt fähig. Darauf erwiderte die Großmutter nichts, sondern ging in die Kuchel hinaus. Als sie aber beim Nachtessen das Tischgebet sprach, fing sie plötzlich beim Vater unser an, ganz laut zu schluchzen und lief hinaus. Da sprach ich das Gebet zu Ende und sagte darauf zum Großvater Darauf sagte der Hausl, der auch mit uns aß, weißt, Handschuster, das selten muss ich sagen, da hast einen schlechten Tausch gemacht, da hat Handschusterin schon recht, und ich mein, das mal was du rindfig gewesen. Diese Rede freute mich und ich ließ das Essen stehen, lief zur Großmutter in die Küche, setzte mich auf ihren Schoß und sagte, Großmutterl, sei starr und war nimmer, der Großvater ist dir schon wieder gut und der Hausl sagt auch, dass der Großvater rindfig ist, jetzt weiß der Kuh wieder fort und kauft ja andere und ich hab es ihm schon gesagt, er darf die nimmer aus kreiner da nahm sie mich um den Hals und sagte, du bist heut mein brave gell Lena darauf aß ich mit ihr draußen in der Küche zur Nacht zog sie danach wieder in die Stube und rief so Großvater jetzt ist die Großmutter wieder gut und nicht mehr jetzt musst aber versprechen dass du das wieder magst und nicht greinst da lachte er In der Nacht habe ich zwischen ihnen beiden geschlafen und habe ein jedes bei der Hand genommen und ihnen die Hände gedrückt und sie festgehalten Auf einmal fängt die Großmutter aufs Neue zu schluchzen an Na ich kann nicht vergessen was du gesagt hast weil ich da gewiss ein braves regelsames wei gewinn bin Start bist man erwiderte der Großvater bevor ich hab wer das kann an jeden passieren geh nur und kauf du ei jetzt wurde ich wild stieß den Großvater mit Füßen schopfte ihn bei den Haaren und schrie jetzt werd's ma zu dumm jetzt lasst meine Großmutter steh und lauf fort und geh zu der Münkerer Mutter da ist Schäner da wird nicht gestritten und greint darauf musste sich die Großmutter in die Mitte legen und ich legte mich hinaus der Großvater aber lachte geh schlaf du noch ei am anderen Tag in der Früh fragte ich gleich die Großmutter ist er dir wieder gut der Vater ja erwiderte sie wir sind schon gut aber beim beten weinte sie wieder wie den Tag zuvor und so ging es noch drei oder vier Tage fort die Kuh aber hat der Großvater an den Huber Wirt verkauft und dafür vom Schneider zu Balkam eine wunderschöne trächtige heimgebracht damit war der Streit geschlichtet und ich brauchte nicht mehr zu der Münkerer Mutter das heisst zu meiner Mutter in München zu gehen die ich übrigens noch nie gesehen hatte und von der ich nur hatte reden hören zu dieser Zeit aber kam ein Brief an meine Großmutter darin die Mutter schrieb dass sie bald kommen würde uns zu besuchen da sagte mein Großvater zu mir dir nein jetzt musst brav sein die Mönkerer Mutter kommt da bringt etwas schönes mit weil es kommt da darfst es von der Bahn abholen ich glaubte natürlich meine Mönkerer Mutter käme schon am selben Tag an dem der Brief gekommen war schlich mich also barfuß und ohne Hut oder Tüchel gegen die Sonnenhitze es war im Spätsommer fort und lief so schnell ich konnte über die Brücke den Berg hinauf durch Felder und Wiesen über Schloss Zinneberg und Westerndorf nach der Waldstraße die gen Grafing führt dies war am Nachmittag nach der Wesper Zeit ich lief durch den Wald der anfangs ganz Licht ist bald aber dicht finster und unheimlich wird bis an eine Stelle wo ein Feldkreuz mit einem Bild des Fegefeuers und daneben ein Martell steht als Wahrzeichen dass hier ein Bauer erschlagen aufgefunden wurde da fürchtete ich mich so sehr dass ich kaum mehr zu atmen noch mich vom Weilen kamen zwei Radfahrer die mich nach dem kürzesten Weg nach Grafing fragten da löste sich meine Angst und indem ich rief es dürft gerade derer Strassen nachfahren stürmte ich schon an den Herren die von ihren Rädern abgestiegen waren vorbei und lief so rasch mich meine Füße trugen bis nach Mosach dem nächsten größeren Dorfe dort bat ich fragte mich wo kimmst denn her die und wo gehst denn hin ich gehe auf Grafing und gehe meiner Münker Mutter zgegen sie mahnte mich und begleitete mich bis unter die Haustür mit einem lauten Gelds Gott und Fiat Gott Bayerin lief ich wieder weiter die Straße über Waldbach Baumhau den großen Untersumpf entlang nach Grafing schweiß treffend und keuchend kam mich ungefähr um sieben Uhr abends dort am Bahnhof an und fragte einen Bediensteten bitteschön wisst es nicht wann das der Zug von Münker kommt der aber meinte vor acht Uhr käme keiner mehr denn der letzte sei um fünf Uhr schon gekommen ich glaubte es ihm nicht und fragte einen anderen habt es mein Münker nicht kämmersing da fing der Mann an zu schelten und ich stand traurig da und wusste nicht was anfangen in diesem Augenblick kam ein Zug ich stürmte über den Bahnsteig und lief sofort auf eine vornehm gekleidete Frau zu die gerade ausgestiegen war und fragte sie bist du mein Münkerer Mutter sie aber gab mir keine Antwort inzwischen hörte ich rufen Personenzug über Kirchseon H Trudering nach München da wurde es mir klar dass es der Zug von Rosenheim war ich setzte mich also auf eine Bank und wartete bis der 8 Uhr Zug aus München kam da stiegen aber nur einige Männer aus und ich musste mich wieder auf den Heimweg machen da es schon ziemlich dunkel geworden war ich fing nun wieder an zu laufen zurück durch den Wald und den Sumpf inzwischen war es fast Nacht geworden und ich sah plötzlich dass ich mich verirrt hatte nach einem langen Umweg kam ich über Bruck nach Wildenholzen es ist das ein kleines wundernettes Örtlein am Fuß eines schönen bewaldeten Bergabhanges ganz erschöpft bat ich in dem Wirtshaus das am Berge stand ob ich nicht rasten dürfe und wie weit ich wohl noch hätte zu meinem Großvater ja mei dir da kommst hinten immer hin da ist gescheiter wenn du bei uns da bleibst morgen froh fahrst na mit dein Bauern heim aber jetzt komm einer na kriegst was zessen ich konnte für Müdigkeit und Seitenstechen kaum etwas essen und auch nur schlecht schlafen schreckliche Träume verfolgten mich und ich meinte in den Sumpf geraten zu sein und versinken zu müssen am morgen gab die Frau Wirtin mir noch einen Kaffee und dann setzte mich der Bauer der nach unserem Dorf fuhr auf den Wagen in Westerndorf stieg ich ab bedankte mich und ging zu meiner Nanni dies war die Schwester meiner Mutter eine wohlhabende Bäuerin die auch einen großen Obstgarten hatte man nannte sie die Mauerin von Westerndorf weil der Schwiegervater ein Maurer gewesen war und die Hausnamen fast immer vom Handwerk des Besitzers her geleitet werden Die Nanni führte mich dann auf meine Bitten hin zu meinen Großeltern diese hatten mich die ganze Nacht in Ängsten gesucht und beweinten mich schon als tot aber kein Wort des Vorwurfs kam aus ihrem Munde weißt nur grad da bist lehnei oms noch dei Dumms ohne einen Laut fiel ich dem Großvater in die Arme da sah man erst dass ich ganz heiß und voll Fieber war ich bekam Lungenentzündung von der ich noch nicht genesen war als etliche Wochen später meine Mutter wirklich kam da trat eine große Frau in die niedere Stube in einem schwarz und weiß karierten Kleide über einem ungeheuren Kühl de Paris auf dem Kopf trug sie einen weißen Strohhut mit schwarzen Schleifen und einem hohen Strauß von Margariten sie stand da sah mich kaum an gab mir auch keine Hand und sagte nur bist auch da als sie am nächsten Tag wieder fortgefahren war fragte mich der Großvater na dir nein magst noch eine zu der Münk Mutter in Stadt da um halste ich ihn schüttelte den Kopf und sagte schnell na na so durfte ich dennoch beim Großvater bleiben und wie zuvor mit ihm gehen wenn er irgendwo zu arbeiten hatte in diesem Herbst war es nun dass wir einmal zum Ausweisen gingen und als der Großvater bei der Arbeit war schickte er mich wieder heim mein Weg führte mich am Obstgarten des Herrn Pfarrers vorbei darinnen ich schon auf dem Hinweg einen großen Apfel hatte liegen sehen als ich jetzt wieder vorüber kam suchte ich nach einer Zaunlücke schlupfte hindurch und kroch auf allen Vieren durchs Gras und holte mir den Apfel da ich noch einen zweiten liegen sah aß ich diesen sogleich und nahm den schöneren mit heim um meiner Großmutter eine Freude zu machen großmutterl da schau her rief ich ihr habt da was mit bracht einen rechte Freude denn sie meinte der Herr Pfarrer habe ihn mir geschenkt bist heut mein brav lehn vor gunst deiner Großmutter auch etwas unter diesen Worten schälte sie den Apfel und schabte ihn denn sie hatte fast keinen Zahn mehr im Munde ah der ist aber gut hättest nicht lieber selber gegessen dir nein ah na Großmutter ich hab ja schon gehabt ein paar Stunden später sah ich den Herrn Pfarrer daherkommen da rührte sich mein schlechtes Gewissen und ich habe mich hinter die Stiege verschlossen inzwischen war meine Großmutter in den Hausgang oder Flöts hinaus gegangen und jetzt sehe ich wie der Herr Pfarrer richtig zu ihr hereingeht und sagt liebe Handschusterin leider habe ich sehen müssen dass ihr Enkelkind das Lena ein paar Äpfel in meinem Garten aufhob und damit davon lief hört Handschusterin es ist mir nicht um die Po Äpfel aber die Begierde hätte das Kind bezähmen sollen hätte das Lena mich gebeten ich hätte ihr mit Freuden etliche geschenkt nach diesen Worten trat der Herr Pfarrer ins Zimmer und unterhielt sich noch längere Zeit mit der Großmutter ich aber lief was ich laufen konnte nach Westendorf zu meiner Nanni ich wollte auch zur Nacht nicht mehr heim weil ich Strafe fürchtete doch hat mich die Nanni schließlich überredet und heimgebracht ich hätte aber nicht so viel Angst zu haben brauchen denn der Großvater hat mich verstanden und als die Großmutter anfangen wollte zu schimpfen fiel er ihr ins Wort start bist man nix sagst mir was Kind hat es dir vielleicht nicht braucht ich sag da musste die Mutter still sein später einmal traf mich der Herr Pfarrer und sagte liebes Kind ich hätte dir ganz gerne einen Apfel geschenkt wenn du mich darum gebeten hättest aber selbst aufheben durftest du dir keinen denn das nennt man stehlen neben der Arbeit im Haus Garten und Stall hat die Großmutter Mieder genäht und war weit und breit wegen ihrer Geschicklichkeit darin berühmt und gesucht nun kam da zwei oder dreimal im Jahr ein Mann aus Schwaben der zog von Dorf zu Dorf mit seiner Kirm auf dem Rücken und gab für Haderlumpen den Leuten Nähnadeln Steckkluven Fingerhüte Maßbandeln und den Kindern Fingerringe meiner Großmutter aber gab er für die alten Flicken und die Abfälle von den Miedern neue Miederhaken und Schlingen die er Möderler und Schläubferler nannte Einmal waren ihm nun die Miederhaken ausgegangen und als ihn die Großmutter fragte »Hast heint gar keine Mirdein« sprach er »Neu gar keine Möderler geiz mehr lauter Schläubferler kann schmier haben« Damit wollte er zugleich sagen dass es jetzt gar keine braven Mädel mehr in den Dörfern gebe und die meisten sogenannten Schlorpfen das will sagen leichtfertige Wesen sein die auf jedem Tanzboden herum schleifen und die jeder leicht haben kann Zu all dieser Arbeit zog die Großmutter wie ich schon sagte Kostkinder auf welche die Gemeinde ihr wegen ihrer Gewissenhaftigkeit und Sauberkeit übergab Es waren dies Kinder von Bauern Dirnen von ledigen Gemeindeangehörigen die wer weiß wo weilten und ihre Kinder der Gemeinde aufbürdeten aber auch Kinder von Gauklern die diese einfach den Leuten vor die Tür legten So war es auch einmal um die Weihnachtszeit Draußen lag tiefer Schnee und wir saßen in der Wohnstube beisammen und jedes hatte seine Beschäftigung Der Großvater band einen Besen die Großmutter spann und der Hausel baute mir ein Haus aus großen Holzscheiten Da klopft es mit einem Male ans Fenster Erschreckt schreit die Großmutter auf der Großvater aber geht hinaus um zu sehen wer so spät noch Einlass begehrt Er sperrt auf und tritt vor die Tür Im gleichen Augenblick aber hören wir ihn rufen Heiliges Kreuzer Kind und herein bringt er ein kleines Bündel und legt es auf den Tisch Die Großmutter springt auf und wickelt es aus Da liegen zwei kleinwinzige Wesen vor ihr und wie sie das eine nehmen will kann sie es nicht heben weil das andere auch mit die Windeln aufmachte sahen wir erst dass die Kinder zusammen gewachsen waren außen am Bündel war ein Papier befestigt darin lagen die Taufscheine der Zwillinge und ein Brief des Inhalts dass eine Seiltänzerin die Kinder geboren und bei der Geburt gestorben sei man habe von der Handschusterin gehört und bitte nun um Gottes Willen um Aufnahme für die Kinder die Gemeinde würde schon zahlen da sagte die Großmutter um Gottes Willen ist Avos auf die Maut schein geht's an immer zusammen und so behielt sie die armen Weißlein als sie aber grösser wurden und sitzen lernen sollten fand man dass die gewöhnlichen Stühlchen zu klein eine Bank aber nicht für sie geeignet war denn das Gesäß mit dem sie seitlich zusammengewachsen waren war nicht breiter als das eines Kindes von den Hüften aufwärts aber nahmen sie den Raum von Zweien ein also verfertigte ihnen der Großvater ein eigenes Stühlchen sowie ein Bänklein mit einer runden Lehne in das er zwei Löcherschnitt das Bänklein polsterte und die Löcher mit Deckeln versah darunter stellte dann die Großmutter bei Bedarf zwei Nachtheflein auch alle Kleidungs- und Wäschestücke mussten sie eigens machen und das Süplein gab sie ihnen nicht aus der gebräuchlichen Saugflasche sondern nahm ein großes Glas und ließ einen zinnernen Deckel mit zwei Löchlein machen durch die sie zwei lange Gummischleuchlein zog daran befestigte sie dann die Sauger als die Mädchen zwei Jahre alt waren erkrankte eines von ihnen an Diphterie während das andere seltsamerweise ganz gesund blieb sieben Jahre hatten meine Großeltern diese Zwillinge bei sich bis sie von der Gemeinde an den Besitzer einer Schaubude abgegeben wurden der sie auf vielen Jahrmärkten herumzeigte doch nicht immer waren es Kinder solch armer oder heimatloser Leute mitunter wurde auch eins von besserem Stand uns vor die Tür gelegt so war eine reiche Dame in Rosenheim die lange Zeit glücklich mit ihrem Manne einem Doktor gelebt hatte da ward sein Geist umnachtet und er vertat in kurzer Zeit all sein Gut zuletzt sperrte man ihn in ein Irrenhaus und wies die unglückliche Frau die ihrer schweren Stunde entgegensah von Haus und Hof dies brachte die Ärmste gleichfalls um den Verstand und sie lief eines Nachts von Rosenheim dort brachte sie in einem Schuppen das Kind ein Mädchen zur Welt sie hatte nichts worein sie es wickeln konnte und so zog sie ihren Rock aus bettete das Würmlein hinein und band es mit ihren Strümpfen zusammen in der Nacht machte sie sich wieder auf den Weg und lief nun barfuß und nur halb bekleidet bei bitterer Kälte denn es war im Januar fort bis in unser Dorf vor dem Haus des Bürgermeisters brach sie tot zusammen und man brachte das Kindlein meiner Großmutter die das erstarrte halbtote Wesen wieder zum Leben brachte und aufzog auch das Kind eines katholischen Priesters hatten wir einmal in der Kost es war von einem schönen Mädchen einer Müllers Tochter die von dem Unhold betört und in großes Elend versetzt worden war sie ertränkte sich während der geistliche seine Pfarrei verlassen und mehrere Jahre lang einen Strafposten bekleiden musste zum Glück starb das Büblein bald es hatte den ganzen Kopf voll großer Blutgeschwüre gehabt von den zwölf Kostkindern die die Großmutter um diese Zeit aufzog wuchsen zusammen mit mir die Urschel der Balthasar genannt Hausei der Bappistei und die Zwillinge auf sie schliefen alle mit mir bei den Großeltern in der gemeinsamen großen Schlafkammer die vier Fenster hatte mein Bett war auf der Seite wo der Großvater schlief während bei der Großmutter drüben das der Zwillinge stand nahe an ihrem Bett hatte die Großmutter die alte bunt bemalte Bauernwiege stehen daran war ein Ring und an diesem hing ein langes Band das die Großmutter beim Schlafengehen um die Hand wickelte an dem Bande zog sie nun leise wenn das Kind unruhig war und oft hörte ich wenn ich knarren der Dielen in die Wiege kam das Kleinste außer es war ein anderes krank das dann hineingebettet wurde darum lag die meiste Zeit der Papistei darin denn er war ein recht schwächliches streitiges Kind mit unternahm der Großvater der Großmutter das Bandl aus der Hand geh Mutter los mich hutschen du jetzt ein bisschen schlafer aber er konnte es nicht so leise wie sie und da schrie dann der Papistei so lang bis die Großmutter wieder das Bandl nahm das Kostgeld für jedes Kind war von der Gemeinde auf monatlich 4 bis 5 Mark festgesetzt trotzdem sorgte die alte Frau für sie wie für eigene sie war auch in der Krankenpflege sehr erfahren und hatte viele Hausmittel und wusste Krankheiten zu beschwören was beim Landvolk unter dem Namen Abbeten bekannt ist als unser Papistei durch das viele Schreien einen Nabelbruch bekommen hatte heilte ihn die Großmutter auf folgende Weise sie suchte beim wachsenden Mond drei kleine Kieselsteine unter der Dachrinne und drückte jeden Abend beim Mondaufgang einen davon dem Kinder auf den Nabel drehte ihn mit dem Daumen und sprach dazu Bruch ich drucke dich zu geh du mit der Sonne zur Ruhe im Namen der Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes Amen Dann band sie das Steinlein mit einer Binde fest und gab dem Kinder einen heilkräftigen Tee Nach einigen Tagen wurde der Papistei wirklich gesund Eine meiner schönsten Erinnerungen aus dieser Zeit sind die Sonntagnachmittage im Winter Da hat die Großmutter mir vorgelesen aus uralten heiligen Büchern und mir erzählt von gottseligen Leuten und deren wunderbarem Tod hat mir Beispiele von der Hilfe unserer lieben Frau von Frauenbründel und Birkenstein erzählt und wundersame Gebete mir vorgebetet und mich gelehrt Wie sie dann beim Lesen eingenickt war und ich zu ihren Füßen auf dem Schemel saß geschah es manchmal dass ihr die alte Hornbrille von der Nase und in den Schoß fiel Beim Erwachen wollte sie weiterlesen da sie aber ohne Glas nicht sehen konnte rückte sie das Buch immer näher an die Augen und griff endlich nach der Stelle wo die Brille gesessen um sie zurechtzurücken da merkte sie erst dass sie ihr entfallen war oft geschah es auch dass sie in der Eile die Brille auf die Stirn schob wenn sie mit jemandem sprach wollte sie dann später etwas lesen so suchte sie überall mit diesen Worten schob er die Brille wieder auf die Nase ich hatte sie längst bemerkt doch freute es mich die Großmutter so ratlos zu sehen und ich lief überall mit ihr herum und suchte kopfschüttelnd ging dann der Großvater in den Stall oder gegen Abend wohl auch auf den Heuboden um für die Kühe das Xod zu schneiden ich aber schlich mich in die Kühnikammer oder Königskammer die zu betreten mir verboten war es war das die beste Stube des Hauses angefüllt mit den Schätzen die von den Ureltern auf uns gekommen waren auch die Möbel darin stammten aus alter Zeit da standen zwei Truhen aus denen gar seltsame Figuren und Zierate zu sehen waren und darinnen der Brautschatz der Urgroßmutter lag es war dies ein bald bläulich bald wie silberschimmerndes Seidenkleid ein köstliches bunt und goldgesticktes Mieder dazu eine goldbrukatene Schürze in die leuchtend rote Röslein gewirkt und die mit alten Blonden besetzt war dabei lag eine hohe Pelzhaube wie sie vor hundert Jahren die Bräute als Kopfputz trugen und zwei Riegelhauben eine goldene und eine schwarze mit Perlen besetzt daneben stand ein Kästlein aus schwarzem Holz und mit Perlmutter eingelegt darin lag das schwere silberne Geschnür mit uralten Talern und einer kostbaren silbernen neunreihigen Halskette und Ohrgehänge und silbernen Nadeln ganz versteckt in der untersten Ecke aber lag sorglich in ein zerschlissenes seidenes Tuch gewickelt das Brautkrönlein der Ururgrossmutter es war das ein zierliches Kränzlein dessen Blumen und Blätter aus Rauschgold und Edelsteinen gearbeitet und mit Perlen und Filigran eingefasst waren nach Art der Riegelhauben aber war es steif gefüttert und über der verblichenen Seide lag noch ein matter rötlicher Schimmer die andere Truhe war voll des feinsten selbstgesponnenen Flaxes und schöner gestrickter Spitzen in einem großen bunt bemalten Schrank lag handgewirktes Bauernleinen darunter ein großes Tischtuch in welches das Heilige Abendmahl gewebt war zwischen den beiden Fenstern deren dichte Vorhänge keinen Sonnenstrahl hereinließen stand das Kostbarste ein Glaskasten dessen Rückwand mit Spiegeln belegt war darin spiegelten sich zierliche Meißener Figuren Teller und Tassen und bunte gläserne Krüge im Vordergrund auf einem Ehrenplatz aber stand die alte Hausapotheke sie war voller Geheimnisse und sah aus wie ein Bild das die heilige Familie vor dem Hause zu Nazareth darstellte nur waren die Figuren rund und in Silber getrieben rechts im Vordergrunde stand der heilige Josef mit einer Axt und zimmerte an einem Balken während ihm gegenüber Maria mit einer Spindel saß und spann in der Mitte aber war das Jesuskindlein und hielt in der einen Hand eine Axt und in der anderen ein Kreuzlein das es selbst gezimmert hatte die Figuren konnte man abschrauben und fand dann im Inneren ein Fläschlein mit Medikamenten schraubte man das Jesuskind ab so lag darinnen ein kleiner Schlüssel der sperrte das Schlüsselloch im Hintergrunde und öffnete das Haus von Nazareth da fanden sich im Inneren Lanzetten Scheren und silberne Büchslein für Pflaster und Salben umgeben war das Ganze von einem alten silbernen Rahmen in der Kommode lag mein Taufzeug und das der Kinder die die Großmutter in der Kost gehabt hatte dazu eine Menge seidener Tücher für Hals und Mieder eine andere Schublade war voll von Büchern deren Druck so alt war dass ich kaum ein Wort zu lesen vermochte auf dem alten Sesselofen stand eine große Schüssel darin die Eier unserer Hennen für den Verkauf gesammelt wurden ferner ein großer Blechbehälter mit Schmalz etliche Krüge voll Honig und in der Bratröhre das Feine eingekochte unter der Bettstadt deren Bett kaum zu ersteigen war vor Höhe und Fülle des Pflaums stand eine große Holzschachtel in der die Kränze und der Grabschmuck aufbewahrt wurden an den Wänden hingen alte Bilder mit sonderbaren Gestalten und Gesichtern und ein großes Kruzifix dessen Christusfigur so erschreckend zerfleischt aussah dass ich sie immer mit geheimem Grauen betrachtete gewöhnlich aber blickte ich nicht lange nach den Wänden sondern hockte mich vor eine Truhe oder Lade wühlte darin herum zog alles heraus und besah dies oder probierte das dazwischen schaute ich des Öftern in die Bratröhre wo das Eingekochte stand diese Gläser voller Kirschen Zwetschgen oder Himbeeren waren alle mit einem Pergamenten Deckel verschlossen und meine Großmutter verwunderte sich häufig darüber dass das Pergament schon wieder geplatzt war ich weiß nicht Vater was das ist bei den Zwetschpen ist bei Bier schon wieder hin der Großvater aber meinte mit einem Seitenblick auf mich die werden heute aus Trimmhaum Mutter da müssen bald gegessen werden überhaupt ließ mir der Großvater zu jeder Zeit gern etwas Gutes oder Besonderes zukommen und brachte von jedem Holzkirchner Viehmarkt auch für mich etwas mit ein lebzeltenes Herz einen Rosenkranz von süßem Biskuit ein Schächtelchen voll Zwiebelzeltel und dergleichen auch war er stets besorgt dass ich nichts Unrechtes esse als einmal bei uns Jahrmarkt war und ich mit einem Fünferl dem Geschenk unseres Hausel tanzend und singend dahin eite mir etwas drum zu kaufen ging mir der Großvater besorgt nach und erwischte mich gerade noch als ich mir eben vor dem Stand eines Fleischhändlers dessen Schild als zierde rechts und links einen Pferdekopf trug eine große schwarz-rote Wurstschelte die ich nach langem hin und her suchen endlich als das wohlfeilste und meiste für die Münze erstanden hatte Und eiligst nahm er mir dieselbe und gab sie einem Hund Darauf führte er mich nachdem er mir ein anderes Fünferl gegeben hatte in die Post wo schon Kopf an Kopf männiglich beieinander saß und aß und trank Hier kaufte er mir eine lange Bratwurst und dazu ein Kipferl Danach durfte ich mir bei einem alten wunderlichen Mann eins von den bunten Päcklein die zu einem großen Haufen aufgeschichtet vor seinen Füßen lagen kaufen Es war eine Überraschung wie der alte sie nannte und mit großem Eifer anpries Gewichtig trug ich geführt vom Großvater das in hochrotes Glanzpapier gerollte Päcklein heim und öffnete es nachdem ich alle im Haus um mich versammelt hatte Da lag ein Kettlein aus blauen Glasperlen ein Bildchen und etliche süße Kügelchen vor mir und ich pries froh die Umsicht des Großvaters Vater du bist gescheit du hast ein Glückhaftes Geld wo man was gewinnt damit und jubelnd hing ich mich an seinen Hals Noch war mir eine andere Art von Dankbarkeit fremd und ich musste noch nicht zum Dank für erhaltenes Gute besonders brav und folgsam sein doch habe ich immer ohne jeden Antrieb besser gefolgt wenn mein Großvater mir auf solche und ähnliche Weise seine Zärtlichkeit bewies Da konnte ich stundenlang ohne mich besonders bemerkbar zu machen im Haus bleiben und für mich spielen und fehlten auch als dann meine Spielkameraden so ging mir doch niemand ab denn ich schuf mir selber einen Ersatz etliche Sacktücher des Großvaters mit Lumpen füllte einen Kopf daraus formte und unter die herabhängenden Zipfel ein Scheitlein Holz steckte diese Fleckelpuppen hatten alle möglichen Namen und Wesen bald waren sie meine Kostkinder bald eine Familie für sich oft mussten sie aber auch unsere Kühe und Hühner vorstellen und da ward dann der Stiefelzieher zum Großvater der Fußschemel aber zum Heuwagen auf dem die Hühner nach Holzkirchen das bei mir hinter dem Ofen lag zu Markt gefahren worden mit dem Beginn des Frühjahrs musste ich zur Schule gehen wovon die Großmutter nicht viel hielt da sie nie in der Volksschule gewesen und Schreiben und Lesen nur nebenbei in der Frauenarbeitsschule gelernt hatte kam ich kam ich heim so hatte sie immer etwas für mich gemacht sei es einen Gugelhopf Rohrnudeln oder einen fetten Schmarrn mit einem Zwetschgentauch und meinte Orms Lenai so viel Hunger hast gekriegt wann nur die verflixte Schulkleiter teife holen dat was braucht sie in deiner Schule wir haben auch keine braucht und sind auch groß worden und taugen unter Leid sie mochte dabei wohl auch an den Großvater denken denn als ich einmal auf der Hausbank sitzend mich an dem kleinen A versuchte und trotz aller Kraft auf meiner Tafel nichts zu weh gebrachte schob ich sie dem Großvater hin und bat ihn geh Vater mach ma du das kleine A du musst schon zu der Großmutter geh ich kann nicht lesen und nicht schreiben das haben wir nicht gelernt am Sonntag zum Gottesdienst gingen nagelten Schuhen dem Herrn Pfarrer zu viel Lärm gemacht hätten denn der Herr Pfarrer obwohl er schon ein alter Mann mit schnee weissem Haar war konnte noch immer recht zornig werden und hat bei der Predigt oft mit gar scharfen Worten die Verfehlungen seiner Pfarrkinder gerügt so das Kegelscheiben am Sonntag während des Gottesdienstes den Wirtshausbesuch das Fluchen und vor allem das Kammerfenster Sonntag vor der ganzen Gemeinde von der Kanzel herab gegeißelt und leicht konnte man erraten wer gemeint war lebhaft erinnere ich mich noch an die Schlussworte einer Predigt die er am Christi Himmelfahrt Tage hielt und wie er nachdem er die Freuden im Himmel und die Glorie der Seligen geschildert hatte mit lauter Stimme rief Heute ist der Tag an welchem Christus der Herr hinauf gefahren ist in jene lichten Höhen in denen die ewige Seligkeit wohnt die wir euch erlangen sollen aber pfeifen tun wir euch was ihr gescherten Bauer Lümmel seit Jahren erhalten wir von euch keine Eier Butter Schmalz oder was sonst eure Dankbarkeit bezeuge aufgefahren ist er zum Himmel von wo er kommen wird euch zu richten und in die ewige Verdammnis zu bringen Amen An den Sonntagnachmittagen mussten die Burschen und Mädchen unter 16 Jahren die Christenlehre besuchen Dabei hatten auch wir Kinder und die Erwachsenen Zutritt Beim Beginn wurden alle mit Namen aufgerufen und jedes musste sich mit einem lauten Hier melden Fehlte eines und war nicht genügend entschuldigt dann musste es ob Bursch oder Mädel am darauf folgenden Feiertag hinausknien zum warnenden Beispiel für die Anderen Konnte eines nicht beantworten so schrie der Herr Pfarrer Was der Katechismus dich fragt das weißt du nicht aber was der Bursch dich beim Fenstern gefragt hast das weißt du noch Darauf wetterte und schimpfte er während der ganzen Christenlehre Wurde jemand aus der Gemeinde begraben der nur selten den Gottesdienst besucht und dem Pfarrer die schuldigen Abgaben in Naturalien nicht geleistet hatte so war seine Angehörigen und man sah ihn schon leibhaftig in der Hölle und der ewigen Verdammnis kirchliche Handlungen machten damals einen großen Eindruck auf mich und vor allem bewegte mich das sonntägliche Memento und Requiem auf dem Friedhof dabei ging der Pfarrer nach der Predigt und den gemeinsamen christlichen Gebeten in Prozession mit den Gläubigen aus der Kirche auf den Gottesacker hinaus und hielt einen Umgang währenddem der Herr Lehrer das Requiem sang und die Leute die Gräber ihrer Angehörigen mit Weihwasser besprengten wofür ein jedes sein Weihbrun Krügel mitgebracht hatte danach wurde am Grab gebetet bis es zum Hochamt läutete während der feierlichen Handlung stand ich zwischen den Großeltern und fürchtete mich vor dem Tod das tat ich aber nur an den Sonntagen denn unter der Woche ging ich ohne Furcht auf den Gottesacker und richtete die Gräber der armen Leute wieder her indem ich die Blumen von den Gräbern der Reichen nahm nach dieser Arbeit ging ich in die Kirche und wusch mir in dem großen Weihbrun Zuber der im hintersten Winkel stand meine Hände darauf machte ich in den Bänken Ordnung trug die liegen gebliebenen Gebetbücher auf einen Haufen zusammen und betrachtete eins nach dem anderen die heiligen Bildel die ich dabei fand verteilte ich am anderen Tage unter die Schulkinder bisweilen aber habe ich sie auch gegen einen Schmalznudel eingetauscht ein andermal schmückte ich die ganze Wallfahrts Kapelle zu Frauenbründel mit Feuerlilien die ich heimlich aus dem Garten eines unbewohnten Hauses mitgenommen hatte denn ich wusste damals nur dass der Zweck die Mittelheilige einmal freilich war es doch anders als nämlich die Kirschen reif waren da rief eines Tages ein Bub aus Adling einem benachbarten Dorf der zu uns in die Schule ging vor Beginn des Unterrichts die Kirsch sind Zeit bei der Schmid in Zolling wer geht mit zum Stehlen i schrie ich sofort und suchte mir gleich noch mehr genossen wer tut miet zum Kirschen stehlen wird ganger da meldeten sich noch fünf oder sechs und nach der Schule um zwei Uhr zogen wir ab als wir nach Adling kamen fuhren sie bei der Schmiedin gerade mit dem Wagen fort um Heu einzuführen wir meinten jetzt würden sie recht lang ausbleiben darum stieg ich und einer der Buben auf den Baum während die anderen drunten Hüte und Schürzen aufhielten und unaufhörlich schrien schmeißt es mal o aber schmeißt es halt o aber denn wir zwei saßen droben und aßen und erst als uns der Bauch wehtat warfen wir den anderen etwas hinunter auf einmal schreit einer der Buben steigt sauber schmied und der Knecht mit ein Fuhr der Heu und damit nahmen die anderen Reiß rief ja und natürlich die Handschuhe ist alleine halt schaut dass runter kommt als sacramento weil wir mögen schau geh auf dann kriegst auch Kirsch damit riss ich ein paar Kirschen ab und warf sie ihm ins Gesicht da musste er lachen und ließ uns ohne Strafe fort derweilen hatte uns die Schmiedin erblickt und schrie ja was ist denn das jetzt stellen mir meine Kirsch denn ich hatte noch meinen ganzen Schurz voll ich morgnet schrie ich und damit liefen wir davon später als die Griechen kleine Pflaumen zeitig waren haben wir ihr noch einmal einen Besuch gemacht denn ich war inzwischen das schlimmste Laus Dirndl vom Dorf geworden das mit allen Buben raufte und überall dabei war wo es etwas anzurichten gab ja als wir am feste Christi Himmelfahrt nach uraltem Brauch Blüten und Kräuter sammelten zu großen Streußenbanden und damit zur Kirche wanderten um sie weinen zu lassen zum Segen unserer Fluren und Äcker und als heilsame Arznei für erkranktes Vieh da schlug ich dem um etliche Jahre älteren Bachmaurer Franzel der sich unterstanden hatte in der Kirche vor mich hinzustellen und mit seinem Kräuterbuschen mich an den Augen zu kitzeln mit meinem Strauß so heftig ins Gesicht dass er seine Blüten fortwarf und aus der Kirche lief worauf ich lachend auch seinen Buschen nahm und für uns Wein ließ war im Ort eine Hochzeit angesagt so erfuhr ich dieses sogleich durch die alte Seilerin und da lief ich denn überall herum bei Buben und Mädchen ihnen die Neuigkeit zu berichten Rinder und stellten uns wenn die Hochzeitsleute zur Kirche fuhren an den etwas engeren Gassen auf spannten das Band über den Weg und schrien und wünschten Glück zur Brautfahrt die also angehaltenen Brautleute aber hatten dem alten Brauch und Herkommen nach sich mit einem nicht zu kleinen Säcklein neuer Kupfermünzen wohl versorgt und warfen nun etliche Hände voll unter uns sich loszukaufen während jedoch die einen sich darum balgten stürmten wir in fliegender Eile weiter und wiederholten die List bis wir sahen dass der Säckel fast leer war den erhielten so dann wir die das Band gehalten und teilten ihn ehrlich wenn auch nicht ohne Streit und Prügel nur eins gab es wovor ich mich fürchtete die Zigeuner mit ihren Affen und die Dudelsack Pfeifer Doch auch meine Großmutter teilte diese Scheu Kamen solche vagierende Leute in den Ort und in die Nähe unseres Hauses so lief ich was ich konnte heim und schrie Großmutter der Dudelsack kommt Eilends lief sie dann an alle Türen und verriegelte und versperrte das ganze Haus zog die Vorhänge der unteren Stube zu und versteckte sich mit mir unter dem kleinen Fensterchen des Haus Flützes meist waren die Musikanten zu dreien und der dritte hatte während die anderen aufbliesen sich um den Sollt und etwaige nicht sicher genug verwachte habe die des Finders wert war umzuschauen da schlich er denn ums Haus versuchte alle Türen lugte an den Fenstern herum und gab endlich in seiner verworrenen Sprache den missmutigen Bescheid dass niemand zu Hause sei Fluchend machten sie als dann dass sie weiter kamen während die Großmutter ängstlich und gebete murmelnd auf den Dachboden ging und nach den entschwindenden Ausschau hielt ehe sie es wagte wieder zu öffnen während ich also sorglos dahin lebte geliebt von den Großeltern getadelt von Lehrer und Pfarrer gefürchtet von jenen Kameraden die mich einmal in meiner Wildheit verspürt hatten gesucht von denen die meine Streiche verstanden und dazu halfen kam eines Tages die Nachricht dass die Mutter in München geheiratet hatte ich war nämlich nur ein lediges Kind und mein Vater war als ich kaum zwei Jahre alt auf der Reise nach Amerika mit dem Dampfer Chimbria untergegangen bald nach der Hochzeit meiner Mutter kam an einem Sonntag Vormittag ein Brief die Großeltern saßen gerade mit der Nanni bei der Vespa während ich hinter dem Rücken der Großmutter einen Riss in meinem Sonntagsgewand mit ein paar Kluven zusammensteckte auf einmal schlägt der Großvater mit der Faust auf den Tisch und springt auf ja hast jetzt sowas schon erlebt erschreckt fragt die Großmutter was hast denn Vater ist leicht gar etwas passiert bei der Lena z Münch drin na ob sie verlangt was schrie ich und sprang auf in die Stadt na na das tu ich nicht Stadt bist du hast gar nichts zu reden fuhr mich da die Nanni an froh sollst sein dass du eine darfst in Stadt hast was feins werden kunst ja mei meinte die Großmutter gar so leicht ist nicht Leute sind einmal schlecht in der Stadt und ein Kind ist gleich verdorben während nun die Großmutter und die Nanni noch lange hin und her berieten hatte sich der Großvater nachdenklich auf das Kanapé gesetzt und stand jetzt mit den Worten auf in Gotts Namen müssen wir es heute hergeben dabei blieb es auch und mir half weder toben noch bitten noch schmeicheln etwas also kam die Näherin auf die Stör und ich wurde mit Stoffen behängt und mit Nadeln besteckt und musste den ganzen Tag stillstehen und als der Morgen der Abreise gekommen war badete mich die Großmutter und zog mir nachdem der Großvater mit zufriedenem Schmunzeln meinen Rücken und das rundliche Bäuchlein befüllt und beklopft hatte ein neues Hemd und die ersten Unterhosen an als ich in den Spiegel sah ärgerte mich der hintere Hemdzipfel der nicht in der Hose bleiben wollte sondern wie ein Hennenschwanz starr und steif heraus stand doch verschwand er bald unter einem roten Flanellröcklein worüber ein grünes Sparischkleid kam das mir bis auf die Fersen ging und dessen Spenzer mit bunten Glasknöpfen besetzt war am Ende band mir die Großmutter noch ein himmelblaues Fürther und eine gestickte Halsbarbe um und steckte in das in zwei Zöpfen aufgemachte H einen silbernen Pfeil darauf wickelte sie mir den Gesundheitskuchen den sie noch gebacken hatte in ein buntes Tuch der Großvater aber brachte einen Kletzen weg vom Bäcker und legte ihn in das Körblein zu den Schmalznudeln und Zwiebeläpfeln die die Nanni geschickt hatte als mir der große schwarze Strohhut mit den roten Blumen und den karierten Bändern aufgesetzt worden war nahm ich Abschied dem Weg zum Postwagen sagte ich noch dem ganzen Dorf fit Gott unterwegs während der Fahrt gab mir der Großvater noch viele Ratschläge und sagte dir nein jetzt musst dein neuer Vater mögen und der Mönker mutter recht schön folgen musst auch recht geschickt sein und überall zu springen wo es was zu arbeiten gibt jetzt darf man nicht mehr Kuchen saugen jetzt hast Küch und statt der Stumm sagt man Zimmer und statt Flötz sagt man Hausgang und Kirwisch sagt man auch nicht sondern Kehrbesen da versprach ich ihm Recht Obacht zu geben und brav zu bleiben am Ostbahnhof stand schon meine Mutter und empfing uns mit großer Freude ich reichte ihr die Hand und sagte der eben erhaltenen leeren Eingedenk möglichst nach der Schrift Grüß Gott Mutter Schau wie gebildet die Lenische worden ist da wird aber der Vater viel Freude haben wenn er so ein gescheits und vornehmes Töchterl kriegt Mit diesen Worten zog sie mich rasch an sich und führte mich an der Hand während der Großvater sich hinter uns immer mit seinem Schnäuztüchel zu schaffen machte Wir stiegen in eine Pferdebahn und während sich die Mutter mit dem Großvater unterhielt sah ich unverwandt durchs Fenster und starrte die hohen Häuser und die Kirchen an und staumte über die kurzen Röcke und Hosen der Kinder die gerade aus einer Schule kamen Am Marienplatz wo wir aussteigen mussten denn damals führte noch keine Pferdebahn nach Schwabing vergaß ich beim Anblick des Fischbrunnens plötzlich meine ganze gerühmte Bildung und schrie indem ich eilig darauf zulief Großvater da schau kehrer wie die Fisch das Meier fressen Entsetzt wandte meine Mutter sich ab während mein Großvater mich am Ärmel ergriff und mir zuflüsterte Psst zerstarrt dir ne Mö darf man ja jetzt nie mehr sagen Mundhorststoyatz und damit nahm er mich bei der Hand und zog mich weiter doch vor der Residenz gab es einen neuen Zwischenfall dort zog eben die Wache auf und ich rief beim Anblick der im Paradeschritt auf 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 marschierenden Soldaten ah Mutter Vater der schaut an die gingen ja gerade wie meine Hütze und Mandeln um Gottes Willen Leni fiel mir die Mutter ins Wort sei doch still das ist ja meine Stetsbeleidigung während ich noch über dies letzte Wort nachdachte zogen sie mich schon durch die Ludwigstrasse und stillschweigend trottete ich nun nebenher bis wir nahe dem Siegestor in eine Seitenstrasse einbogen vor einem hohen Hause auf dessen rötlicher Fassade mit großen Buchstaben das Wort Restaurant geschrieben stand machten wir Halt unter dem Tore stand schon mein neuer Vater und empfing uns mit herzlichen und guten Worten wir traten durch den Hausgang in einen kleinen Garten von dem aus eine Tür in die Küche führte nachdem uns die Mutter dort an einen kleinen Tisch gesetzt hatte lief sie schnell in die Wohnung und zog sich um denn es war Mittag und die Köchin begann schon fertig zu werden vermochte die Gastwirtschaft die der Vater schon vor der Hochzeit übernommen hatte war nämlich damals wegen der guten Küche von den Studenten sehr besucht mit offenem Munde sah ich nun dem Trubel im Gastzimmer und in der Küche zu und getraute mir mit dem Großvater kaum ein Wort zu reden vor Angst die Mutter in ihrer aufgeregten Geschäftigkeit zu stören als es etwas ruhiger geworden war und die meisten Gäste fort waren bekamen auch wir zu essen und gingen danach in die Gaststube zum Vater der den Großvater nach vielem fragte was die Großmutter mache wie es mit dem Vieh gehe wie es mit der Arbeit daheim sei und auch was ich bisher getrieben da gab ihm der Großvater über alles Auskunft Am Abend gingen wir zeitig ins Bett und man führte mich in ein kleines Kammerl in dem nur ein Bett und ein Stuhl stand denn meine Eltern besaßen damals nur das Allernötigste Mein Großvater teilte das Bett mit mir und gab mir noch viele Ermahnungen bis ich endlich in seinem Arm einschlief Andern Tags reiste er wieder heim und ich musste nun alles ländliche Wesen und dann wurden mir meine schönen langen Haare abgeschnitten weil ich Lois hätte wie die Mutter sagte auch lernte ich jetzt arbeiten in der Wirtschaft musste ich kleine Dienste tun Brot und Semmeln für die Gäste in kleine Körbchen zählen den Schanktisch in Ordnung halten Sachen einholen und manchmal auch den Kegelbuben ersetzen Meine Mutter war damals eine sehr schöne Frau und sprach immer sehr gewählt denn sie war jahrelang Köchin in adeligen Häusern gewesen darum schallt sie nun täglich über meine bäuerische Sprache wodurch sie mich so einschüchterte dass ich oft den ganzen Tag kein Wort zu sagen wagte auch in der Schule spotteten mich die Kinder aus und nannten mich nur den Dotschen oder die Gscherte so dachte ich oft des Nachts wenn ich allein in meiner Kammer war denn bei Tag hatte ich nicht viel Zeit zum Nachdenken mit Sehnsucht zurück an das Leben bei meinen Großeltern und erzählte unserer großen Katze die ich mit ins Bett nahm mein Unglück Im Sommer des darauffolgenden Jahres kam der Großvater das erste Mal auf Besuch hierfür hatte die Mutter mich ein Trutzlied gelehrt und als er nun bei uns in der Küche saß und mich auf dem Schoß hielt drängte ich ungeduldig Großvater Großvater ich kann was du Vater hör doch ich kann was gleich darfst du sagen dir nein gleich entgegnete er denn er sprach noch mit der Mutter und als ich es endlich sagen durfte da sang ich was braucht denn ein Bauer ein Hurt für einen so angescherten Spitzbom ist ein Zipfelhaum gut da sah ich statt des erwarteten Beifalls Tränen die dem Großvater über die Wangen liefen und nun merkte ich erst was ich angestellt hatte Großvater ich kann nichts dafür rief ich Mutter hat was gelernt er antwortete nichts darauf und strich mir nur wie zur Beruhigung übers Haar nachts dann im Bett ich schlief bei ihm klagte ich ihm mein Leid und bat ihn mich doch wieder mitzunehmen und als er am Abend des darauf folgenden Tages vom Ostbahnhof fortfuhr hängte ich mich an ihn und als er eingestiegen war sprang ich auf das Trittbrett und klammerte mich fest so dass es der Mutter nur mit großer Mühe gelang mich von dem fahrenden Zuge herunter zu reißen danach bekam ich meine Prügel die wohl berechtigt aber nicht das rechte Mittel waren um die Dinge besser zu machen nachdem mein Stiefvater das Geschäft ein und einhalb Jahr geführt hatte konnte er das Anwesen mit gutem Nutzen wieder verkaufen denn er war ein tüchtiger Metzger und Schenkkellner und hatte die Wirtschaft in kurzer Zeit in die Höhe gebracht daraufhin beschlossen die Eltern einige Zeit zu privatisieren und während ihrer Abwesenheit blieb ich bei der Tante Babette einer Schwester meines Stiefvaters die den Haushalt bei uns führte sie war fast den ganzen Tag in der Kirche und hat mich recht gequält und geschunden denn sie wollte mich auch zu einer so heiligen Person machen wie sie war ich wurde allen Pfarrern vorgestellt und denen klagte sie wie mürrisch und ungut ich sei Als die Eltern von der Hochzeitsreise die sie zu Verwandten in die Schlierseer Berge gemacht hatten nach zwei Monaten zurück kamen begann die Mutter zu kränkeln stand oft nicht auf musste sich häufig erbrechen und wurde doch von Tag zu Tag dicker die Tante aber saß hinter verschlossenen Türen und nähte an Hemdlein an Tüchlein und Windeln inzwischen hatte der Vater die Wohnung gekündigt und ein Haus mit einer Altmetzgerei in der Corneliusstraße gekauft Mit dem Umzug dahin begann für mich ein ganz anderes Leben Denn die Tante Babette übernahm jetzt die Führung des Haushalts bei einem geistlichen Herrn und da meinte die Mutter ich sei groß genug ihre Stelle zu versehen Ich war damals neun Jahre alt In aller Frühe musste ich zuerst das Fleisch austragen dann Feuer machen Stiefel putzen Stiegen wischen und der Mutter die Sachen einholen die sie zum kochen brauchte sie blieb jetzt immer am morgen liegen und so ging ich gewöhnlich nüchtern in die Schule In einer Februarnacht aber kam das Kind und damit begann für mich eine harte Zeit Nun hieß es um fünf aufstehen und zu den übrigen Arbeiten noch das Bad Wäsche und Windeln meistens mit Schlägen empfangen denn ich hatte nachsitzen müssen weil ich in der Früh zu spät gekommen war vor dem Essen musste ich noch den Laden und das Schlachthaus putzen und das nötige einkaufen bei Tisch hatte ich dann laut das Tisch Gebet zu beten als ich einmal beim Vaterunser statt auf das Kruzifix zum Fenster hinaus sah schlug mich die Mutter ins Gesicht das mit das Blut zum Mund und Nase heraus lief auch bekam ich nichts zu essen und musste während der Mahlzeit am Boden knien nach Tisch hatte ich das Geschirr zu spülen die Kindswäsche zu waschen und den Buben einzuschläfern ganz abgehetzt kam ich dann des Nachmittags in die Schule und konnte während der Handarbeitsstunden nur mühsam den Schlaf bekämpfen deshalb lernte ich ungenügend zudem strengte mich besonders das Stricken an und verursachte mir stets heftiges Kopfweh das wusste die Mutter hatte ich nun bei der Hausarbeit etwas nicht recht gemacht so gab sie mir mit einem spanischen Rohr sechs und manchmal zehn Hiebe auf die Arme und die Innenfläche der Hände dass das Blut hervorquoll hierauf musste ich mir die Hände waschen und an einem Strumpf in einer gewissen Zeit einen großen Absatz stricken vermochte ich vor Schmerzen bis zu der bestimmten Minute nicht fertig zu werden so wurde die Züchtigung wiederholt im Übrigen machte ich in der Schule gute Fortschritte und war bald die Erste meine Lehrerinnen nahmen sich meiner an und als ich einmal in der Früh barfuß in die Schule kam schickte mich mein Fräulein mit einem Brieflein nach Hause worin sie der Mutter Vorwürfe machte doch hatte dies nur eine erneute Züchtigung mit einem Spazierstock meines Vaters zur Folge einem sogenannten Totschläger oder Ochsenfiesel in den ringsherum kleine Bleikugeln angegossen waren geliebt hat mich meine Mutter nie denn sie hat mich weder je geküsst noch mir irgendeine Zärtlichkeit erwiesen jetzt aber seit der Geburt ihres ersten ehelichen Kindes behandelte sie mich mit offenbarem Hass jede auch die geringste Verfehlung wurde mit Prügeln und Hungerkuren bestraft und es gab Tage wo ich vor Schmerzen mich kaum rühren konnte der Hunger den ich zu leiden hatte und der Umstand dass ich in der Früh selten ein Frühstück bekam veranlassten mich Trinkgelder die ich von den Leuten für das Fleisch bringen erhielt oder auch etliche Pfennige von dem Betrag Brot dafür zu kaufen als die Mutter durch Zufall dies entdeckte misshandelte sie mich so dass ich mehrere Tage nicht ausgehen konnte da ich ein Kleid mit kurzen Armen trug sah die Lehrerin als ich wieder in die Schule kam an meinen Armen sowie auch an Hals und Gesicht die blauen und blutrünstigen Flecken und ich musste trotzdem ich neue Strafen zu befürchten hatte dem Oberlehrer der herbeigerufen worden alles der Wahrheit gemäß berichten ein Brief an meine Mutter hatte nur den Erfolg dass ich den ganzen Tag nichts zu essen bekam und die Nacht auf dem Gang unserer Wohnung auf einem Scheitholz kniend zubringen musste zu dieser Zeit war es auch dass mir einmal beim Austragen des Fleisches das ganze Geld gestohlen wurde Mittwoch und Samstag nachmittags musste ich nämlich immer in die Brinnerstrasse zu einem Kommerzienrat das Fleischbringen bei dem die Mutter früher Köchin gewesen war meistens waren es ganz große Stücke ein ganzes Filet ganze Lenden Kalbsschlägel oder Rücken bei der Ablieferung wurde mir das Geld und ein Büchlein übergeben in welches die Bestellung für das nächste Mal geschrieben wurde an einem Samstag trug ich nun auch wieder ein großes Stück Fleisch dahin und bekam ungefähr 20 Mark und das Buch das sich samt dem Geld in ein Säcklein tat und in den Korb legte auf dem Heimweg hielt ich mich längere Zeit vor der Feldherrnhalle bei den Tauben auf die von den Kindern gefüttert wurden da schlug es vier Uhr und dabei fiel mir die Mahnung der Mutter ein die beim Fortgehen gesagt hatte dass du um viere längstens zu Hause bist und dass mir Obacht gibst aufs Geld also fing ich zu laufen an so schnell ich nur konnte und machte erst am Viktualen Markthalt um ein wenig zu verschnaufen da schaue ich in meinen Korb und sehe das Säcklein mit dem Geld nicht mehr ich durchsuche ihn genau durch wühle fieberhaft meine Taschen aber es war nicht mehr da voll verzweiflung rannte ich den ganzen Weg zurück bis in die Brinnerstrasse und fragte dort ob ich es vielleicht mitzunehmen vergessen hätte doch die Köchin meinte sie wisse gewiss dass ich das Säcklein in den Korb gelegt hätte mitleidig fragte sie noch monst du kriegst Schläglienerl ich glaub scho antwortete ich und damit war ich schon wieder über die Stiegen hinunter nun lief ich wieder zur Feldherrnhalle und fragte dort die Leute sie bitteschön haben sie nicht da ein Sacker liegen sehen mit ein Bücherl drin und 20 Mark Geld da lachten die einen die anderen bedauerten mich aber gewusst hat keiner was nun packte mich die Angst und ich fing an zu weinen und traute mich nicht mehr heimzugehen ich lief durch die Maximilianstrasse über die Brücke und immer weiter bis ich zum Ostbahnhof kam plötzlich fiel mir mein Großvater ein und als es in diesem Augenblick fünf Uhr schlug dachte ich jatz darfst nimmer heimkommen jatz ist fünfe geld hast akkorns mehr jatz lafs zum Großvater der hilfte schon ich lief also durch die Bahnhofshalle und da ich noch wusste auf welchem Gleis er damals abgefahren war sprang ich zwischen die Schienen und rannte davon so schnell ich konnte immer auf dem Bahndamm dahin an dem Bahnwärter Häuschen vorbei bis ich nach Trudering kam als ich dort an dem Bahnhof vorbeilaufen wollte schrie mich einer an hey du wo laufst denn hin mit dein Körbel fort rief ich und damit sauste ich weiter in dem hörte ich einen Zug hinter mir herkommen dachte ich wenn sie jetzt noch Geld hätt na kunst mitfahren als der Zug vorbei war lief ich hintendrein doch der war schneller als ich bald darauf kam auf dem anderen Gleis ein Zug der nach München fuhr da schauten die Leute aus den Fenstern mir verwundert nach wie ich so mit meinem Korb zwischen den Schienen dahin sprang schon wurde es dunkel als ich ganz erschöpft nach Zorneding kam ich schleppte mich vom Bahnhof in das Dorf denn ich konnte nicht mehr weiter vor Seiten stechen und Herz klopfen neben dem ersten Hause war ein Brunnen und als ich trinken wollte lief eine Frau auf mich zu und rief mein Gott Kind trink doch nicht die rinnte das schweiß übers Gesicht das konnte tot sein wann es trink und erst als sie mir Gesicht und Hände mit Wasser gekühlt hatte ließ sie mich trinken inzwischen war es Nacht geworden mein Seitenstechen das immer heftiger wurde zwang mich im Dorf zu bleiben und als ich vor einem kleinen Hause eine Bank fand legte ich mich darauf und nahm den Korb zu einem Kopfkissen aber ich schlief nur schlecht und träumte schwer als es Tag wurde wollte ich weiter aber ich war so elend dass ich mich nicht rühren konnte während ich noch so da lag trat eine Frau aus dem Haus und als sie mich sah rief sie erschrocken Jesus wo kommst denn du her Kind und wo möchtest denn hin zu meinem Großvater entgegnete ich leise denn ich war heiser der muss mir helfen wissen ich hab Geld verloren beim Fleisch austragen und da hab ihm mir heim traut du bringst mich um na na so gefährlich wird's nicht sein dein Mutter wird auch ungeheuer sein geh nur wieder schön heim so redete sie mir zu und tröstete mich und nahm mich mit in die Stube gab mir einen Kaffee rief ihrem Mann und erzählte ihm was ich ihr gesagt hatte der brachte mich dann am Vormittag wieder mit der Bahn nach München zurück zu meinen Eltern und bat sie mich nicht zu strafen denn ich sei anscheinend recht krank an dem Tag hat meine Mutter mich nicht geschlagen doch redete sie mich mit keinem Worte an und tat als sah ich gar nicht da am Abend aber musste der Vater einen Arzt holen weil ich heftiges Fieber hatte während der schweren Lungenentzündung an der ich nun lange krank lag hat der Vater mich fast allein gepflegt denn die Mutter sprach nur das Nötigste und kümmerte sich im Übrigen nicht um mich das verlorene Geld hatte die Frau Kommerzien Rat ihr inzwischen ersetzt etliche Wochen später kam mein Großvater und als ich mit ihm allein war begann ich ihm mein Leid zu erzählen da wurde er recht aufgebracht und sagte er wolle gleich mit der Mutter reden aber ich bat ihn dies nicht zu tun denn was wäre die Folge gewesen auf meine bitten versprach er mir ich dürfe wenn die Mutter mich noch länger so behandle wieder zu ihm das geschah denn auch bald auf die folgende Begebenheit hin ich hatte zwei Freundinnen die bei uns im Hause wohnten und die ich an den Sonntagen nachmittags manchmal besuchen durfte wenn die Eltern fortgingen da sprachen wir denn über verborgene Dinge und trieben mancherlei heimliches was wohl die meisten Kinder in diesem Alter ich war damals elf Jahre alt tun auf verschiedenes was ich nicht wusste war ich freilich erst durch meinen Beichtvater und Religionslehre aufmerksam gemacht und durch seine Fragen dazu verführt worden hast du dich unkeuschen Gedanken hingegeben pflegte er bei der Beichte zu sagen wie oft wann wo über was hast du nachgedacht hast du da an unzüchtige Bilder oder an unreines an Menschen oder an Tieren an gewisse Körperteile gedacht und wie lange hast du dich dabei aufgehalten hast du unzüchtige Lieder gesungen schamlose Reden geführt mit anderen Kindern hast du dich unkeuschen Begierden hingegeben ist dir niemals die Lust angekommen einen unreinen Körperteil an dir zu berühren hast du dieser Begierde nachgegeben wann wo wie oft wie lange hast du dich bei dieser Sünde aufgehalten hast du das mit dem Finger mit der Hand oder mit einem fremden Gegenstand getan hast du mit anderen Kindern Unkeuschheit getrieben wie habt ihr das gemacht hast du Tieren zugesehen wenn sie unreines taten hast du Knaben angesehen oder berührt an einem Körperteil als der Herr Kooperator das erste Mal so fragte erschrak ich heftig denn wie gesagt wusste ich von manchen dieser Dinge noch gar nichts und schämte mich sehr mit jeder neuen beichte beichte aber verlor sich diese Scham mehr und mehr besonders seit er mich in der Religionsstunde des öfteren aufforderte ihn zu besuchen unter dem Vorwand ihm etwas zu bringen wobei er dann in seiner Wohnung mich unter Hinweis auf die letzte beichte wieder bis ins einzelne über diese Dinge ausfragte davon sprachen wir Mädchen nun auch auf dem Schulweg oder wenn wir in der Pause beisammen waren und die eine erzählte der anderen ihre kleinen Sünden da wurde ich eines Tages zu dem Herrn Oberlehrer gerufen und als ich vor ihm stand begann er im strengen Ton ich habe durch eine deiner Mitschülerinnen vernehmen müssen dass du in Gemeinschaft mit anderen Mädchen unsittliche Handlungen vollführt hast ich muss dich deshalb ebenso wie die anderen die die wohl bekannt sind mit Karze bestrafen deinen Eltern wird es mitgeteilt werden hast du darauf etwas zu erwidern ich hatte nichts zu erwidern und machte mich nachdem ich um sechs Uhr aus dem Karze entlassen war zitternd auf den Heimweg denn ich wusste wie es mir ergehen würde geraden Weges heim zu gehen vermochte ich nicht sondern ich kam auf einem Umweg in die Isar Anlagen wo ich mich auf eine Bank setzte und überlegte ob ich nicht lieber ins Wasser springen sollte am end aber siegte doch die schneid und ich stand auf und ging nach Haus ganz langsam schlich ich mich dort über die Stegen hinauf stand lange vor der Wohnungstür und betete Vater unser der du bist im Himmel lass mich nicht umgebracht werden heilige Maria Mutter Gottes lass mich nicht erschlagen werden heiliger Schutzengel hilf mir doch ich wills hinter der Tür aber lehnte schon der Totschläger und als ich eintrat empfing mich die Mutter mit einem wuchtigen Schlag hierauf gebot sie mir mich auszuziehen als ich im Hemd war schrie sie mich an nur runter mit dem Hemd nur auszug ganz nackert darauf musste ich mich niederknien und nun schlug sie mich und trat mich mit Füßen wieder die Brust und den Körperteil mit dem ich gesündigt hatte da schrie ich laut um Hilfe worauf sie mir ein Tuch in den Mund stopfte und abermals auf mich einschlug dabei trat ihr der Schaum vor dem Mund und keuchen schrie sie mich während der Züchtigung an hin muss verrecker muss ma wort dir Hilfe als sie erschöpft war rief sie dem Vater der im Schlachthaus gearbeitet hatte und ruhte nicht er bis auch er den Stock nahm und mich noch einmal strafte darauf sperrten sie mich in meine Kammer und gingen fort durch meine Hilfe rufe war die Frau Baumeister Möller die über uns wohnte aufmerksam geworden und als sie mich in meiner Kammer noch lange Zeit laut weinen hörte rief sie mir von ihrem Balkon aus zu warum hat sie wieder so geprügelt komm mach auf dann komme ich zu dir runter ich sagte ihr dass ich eingesperrt sei da rief sie unserem Nachbarn dem Schlosser der musste aufsperren und als sie hereinkam und mich sah erschrak sie sehr denn mir lief das Blut über die Arme und den Rücken herunter und Brust und Leib waren ganz blau und verschwollen sie war so erregt über die mir widerfahrene Behandlung dass sie meiner Bitte mich zu meinem Großvater zu bringen sofort nachgab sie zog mich sauber an und wir fuhren noch mit dem Abend Zug heim es war schon tiefe Nacht als wir ankamen und ich musste lange unter dem Fenster rufen bis mich die Großeltern hörten der Großvater öffnete das Haus und fragte indem Lenei wo kimmst denn du noch so spät her was ist denn nur gerade passiert und wer ist denn das wei da da berichtete ihm Frau Möller kurz das Geschehene worauf er sagte na dir nein da kimmst man nimmer ein jetzt bleibst bei mir da so viel Hammer das klangt nachdem die Frau Baumeister die Einladung des Großvaters bei uns zu übernachten ausgeschlagen und sich nach einem Gasthof begeben hatte wollte die Großmutter mich ausziehen aber sie musste mich erst in ein Schaf mit Wasser setzen bevor sie die an den wunden klebende Wäschestücke vom Körper lösen konnte als ich endlich nackt vor ihnen stand geriet der Großvater vor Zorn ganz außer sich und schrie dass alles zitterte das muss mir bürsen des Weibsbüttes verfluchte oh Nach dem Bad wurde ich mit sauberen Linnen abgetrocknet und die Großmutter holte den Salbtiegel und begann meine Weedarm einzuschmirben der Großvater aber nahm die Kinderstub und sträubte finster vor sich hingrollend mit dem Pudermehl meinen Rücken die Arme und Beine ein während der Hausel mit weit hinter sich ausgespreizten Armen in der Stube auf und abschritt und nur von Zeit zu Zeit den Kopf schüttelte oder ausspuckte Andern Tags in der Früh holte der Großvater den Bader der mir überall wo es von Nöten war ein Pflasterl auflegte und dafür sorgte dass möglichst viele die Begebenheit inne wurden Die Großmutter aber musste des Vaters Feiertags gewand herrichten denn er wollte noch am Vormittag in die Stadt fahren Ehe er fort ging sagte ich ihm noch den Grund warum die Mutter mich so gestraft doch erwiderte er aufs Neue erzürnt nur Das ist gleich So was reden alle Kinder mal Das tut auch jedes Kind mal Das ist das gefährlicher noch lang nicht Als er von München zurück kam sprach er wie das so seine Art war mit keinem Wort mehr von der Sache Aber ich durfte wieder ein ganzes Jahr bei den Großeltern bleiben Im September dieses Jahres war im Dorf das große Haberfeld treiben kurz vorher starb unser Hausel ganz plötzlich und ohne irgendeine Vorbereitung Es war auch ein recht schwüler August Tag gewesen und der Hausel hatte schon seit dem Morgen über die Hitze und seinen großen Durst gejammert doch reute ihn immer wieder das Geld zu einem Trunk Bier Am Ende aber konnte es die Großmutter Da fühlte er sich doch in seinem Stolz gekränkt und sagte Mit diesen Worten schlürfte er in seine Kammer regelte hinter sich zu und brachte nach einer geraumen Weile die paar Kreuzer heraus Da legte die Großmutter noch ein Zehner darauf und sagte zu mir Als ich dann den vollen Krug vor ihn hinstellte brummte er ärgerlich Warum habt den enger Bier nicht in ein anderen Geschirr geholt Weiß man nicht was an zu gehört und was nicht Der Mitnahme den Krug setzte sich auf das Kanapé und trank Die Großmutter und ich aber saßen am Tisch wartend dass er sage Da das gehört eng Doch er sagte nichts sodass ich bei mir dachte der trinkt ja das unser Arno aus Auf einmal lässt er die Hand mit dem Krug sinken und neigt den Kopf tiefer und tiefer Da schreit auch schon die Großmutter Yes Marie und Josef Hausl der Krug fällt auch und springt hinzu und will ihn auffangen Aber Aber die knöcheln Da Da nichts mehr da wie sein alter gestrickter Janker Den nahm ich vom Nagel und während ich ihn betrachte und betaste griff ich unwillkürlich auch in die Taschen und finde darin einen Schlüssel Da fällt mir sein Wandschränklein ein Ohne ein Wort laufe ich in die Kammer und sperre zu Suche nach dem Pünktlein kratze den Kalk von der Wand und bringe am End nach vieler Mühe das Türlein auf Da lagen in dem Kästlein weit über 100 Mark Geld Ein Haufen Silberknöpfe und alte Münzen seine silberne Uhr mit der Kette und den großen Talern daran und etliche schöne silberbeschlagene Bestecke und silberne Löffel daneben sein Rasierzeug und ein kleines hölzernes Spieglein Voller Freude riss ich die Kammertür auf und rief Großvater da Geh rei ihr habt was gefunden vom Hausl und das gehört alles uns Als der Großvater meinen Fund sah war er zuerst sprachlos vor Verwunderung dann aber sagte er dir nein das gehört alles dein du bist eher am der lieber gewinn und dir hättest du vermacht der Großmutter war das auch recht und so haben sie mir die Sachen immer aufgehoben als aber nachher der Großvater starb sind die Verwandten darüber gekommen und mir ist nichts geblieben als das Spieglein und das Besteck das nahm an meine Mutter in Verwahrung und so hatte ich nichts mehr die rede welche der Herr Pfarrer am Grabe unseres Hausel gehalten hatte war wieder eine Verdammungsrede gewesen eine noch schlimmere aber hielt er kurze Zeit danach dem Schmid Bauern dem Reichsten der Gemeinde den auch der Schlag getroffen dieser Mann war in der ganzen Umgegend wegen seiner Gutherzigkeit und Rechtlichkeit angesehen und beliebt nur beim Pfarrer stand er schlecht angeschrieben einen besonderen Groll auf ihn hatte auch der Posthalter der sich gern durch den Bau einer Straße berühmt gemacht hätte daran aber durch einen Acker des Schmid Bauern gehindert wurde den dieser um keinen Preis hergeben wollte ein jahrelanger Prozess war zugunsten des Letzteren entschieden worden nach der Beerdigung begaben sich nun damals die Leittragenden die in großer Zahl von nah und fern gekommen waren zum Leichenschmaus beim Huberwirt nur einige waren noch am Gottesacker zurück geblieben und hörten dort wie der Posthalter mit Bezug auf die Rede des Pfarrers zum Lehrer sagte Diese Worte hinterbrachten die Bauern die sie gehört hatten sofort den beim Leichentrunk versammelten und nun kannte die Erbitterung keine Grenzen zur Stund ward beschlossen den Schmid Bauern zu rächen Am Samstag vor dem Fest Marie Geburt erschienen bei anbrechender Nacht plötzlich etliche hundert Männer mit geschwärzten Gesichtern im Ort zogen mit Sensen Dreschflegeln Heugabeln und Äxten bewaffnet durch das Dorf und sangen Trutzlieder auf die Geistlichkeit und besonders auf unseren Pfarrer Dazu vollführten sie mit Johlen Pfeifen und Zusammenschlagen der Äxte und Sensen einen höllischen Lärm vor dem Pfarrhof angelangt schlugen sie dort die Fenster ein beschmierten die Obstbäume um oder rissen sie aus sogar den Heustadel wollten sie in Brand setzen doch zündete es nicht danach zogen sie zum Posthalter und besudelten dem alle Fensterscheiben und Läden mit Menschenkot den sie in einem großen Kübel mitführten und schrieben an das große Tor der Einfahrt mit einem langen Pinsel der mit dem selben Schmutz getränkt war diesen Vers Auf Pfarrer ist Warum Hand so verbissen am Sebastian Schmidt Noch am anderen Tag konnte jedermann diese Worte lesen Von den Gendarmen hatte keiner gewagt sich den Haberern in den Weg zu stellen und eine Untersuchung die man später einleitete hatte nicht den geringsten Erfolg denn keiner verriet den anderen weil man noch von Haus Ham her wusste dass das Haberfeld treiben sehr streng bestraft wurde geraume Zeit ging noch die Rede von diesem Treiben und an den langen Winterabenden wenn die Großmutter mit der Hubert Wirzmarie und der alten Seilerin einer 98-jährigen Greisin in der Stube saß und spann während der Großvater auf der Ofenbank lange kunstvolle Späne schnitt fiel noch manches Wort über diese Geschichte aber auch andere abenteuerliche und seltsame Dinge wurden da erzählt besonders die Seilerin im Dorf nur die Alt Soalagros genannt die wegen ihrer bösen Zunge sehr verrufen und von manchen als Hexe gefürchtet war wusste aus längst vergangener Zeit die wunderlichsten Begebenheiten zu berichten von Leuten des Dorfes die durch ihren sündhaften Lebenswandel den Teufel selber zu Gaste geladen und mit ihm wirkliche Verträge abgeschlossen hatten sie war selber Zeuge gewesen wie ein Bauer in jungen Jahren verliebt war in das Weib eines Nachbarn wie er diesen eines Mordes an einem armen Handwerks Burschen zieh und nachdem der Unglückliche peinlich verhört und am Ende unschuldig zum Tode verurteilt worden die Wittip heiratete da kam eines Tages der Teufel in Gestalt eines fürnehm gekleideten Herrn zu ihm und wollte eine Kuh kaufen als ihn der Bauer große Unruhe der Fremde suchte eine schwarze Kuh aus und zählte darauf den hohen Preis in lauter Goldmünzen auf den Tisch und als der Bauer dieselben einstreichen wollte verbrannte er sich die Hände so heiß waren sie erschrocken sah er sich nach dem Fremden um der aber war verschwunden und statt seiner stand eine erschreckliche Gestalt an der Tür und rief warte nur ich damit verschwand sie die Kuh aber die nicht geholt wurde gab von Stund an blutige Milch etliche Wochen später wurde der Bauer tot und ganz schwarz auf dem Felde gefunden oft nach dem Abendläuten sprachen sie auch von den verstorbenen Angehörigen und da erzählte die Seilerin von den armen Seelen im Fegefeuer und wie sie denen helfen die fleißig für sie beten so sei Mutter am Herd gestanden und habe die Abendsuppe gekocht in dem läutete es zum Angelus und während sie halblaut den englischen Gruß betete und wie gewohnt noch ein Vaterunser für ihre verstorbene Mutter hinzufügte tat sich die Haustür auf und herein lief eine alte Frau die der Verstorbenen aufs Haar glich diese zog sie hastig mit sich über die Stiege hinauf ihrer Mutter aber sei fast das Herz still gestanden vor Schreck ganz oben unter dem Dach hing ihre Liesel mit dem zerrissenen Rock an einem Nagel des Gebälks und konnte jeden Augenblick hinunter auf den Dreschboden stürzen das Kind das die Katze bis dorthin verfolgt hatte konnte nur mit vieler Mühe gerettet werden auch wusste sie viel von alten Sitten und Gebräuchen so legten in der Thomasnacht die jungen Mädchen die gekochten Beinlein eines in der Nacht zum Andreastage getöteten Marders einige Holunderzweige die am St. Barbara Tag abgeschnitten wurden und einen Zettel darauf ein geheimnisvolles Gebet geschrieben stand auf die Schwelle ihrer Kammertür in der Mitternachtsstunde erblickten sie dann wenn sie in den Spiegel sahen ihren Hochzeiter auch eine ihrer Schwestern habe einmal nachdem sie alles recht gemacht dies getan aber mit einem lauten Aufschrei sei sie davongestürzt denn statt eines jungen Mannes habe der Tod aus dem Spiegel geschaut nach langem Siegtum sei sie dann auch wirklich unverheiratet gestorben atemlos lauschte ich stets diesen Erzählungen und bekam nach und nach eine große Hochachtung vor der alten Seilerin und da sie immer recht freundlich mit mir war und auch bei den Großeltern viel galt hielt ich mich häufig bei ihr auf da konnte ich denn als das warme Frühjahr wiedergekommen oft stundenlang bei ihr auf der Hausbank sitzen wo sie den ganzen Tag über die vorübergehenden prüfend betrachtete und mit sich selber lange Gespräche führte während ihre Hände unablässig an einem ungeheuren Strumpfe strickten dies stricken und mit sich selber reden war ihr schon so zur zweiten Natur geworden dass sie überall wo sie ging und stand die Lippen und die Zunge bewegte und in den gefalteten Händen die Daumen umeinander drehte während dieses Jahres gebar die Mutter in München ihr zweites Kind den Maxl kurz zuvor hatte der Vater sein ganzes Geld bei 30.000 Mark auf dem Anwesen das er gekauft hatte durch einen Bauschwindler verloren so dass er sich an eine Brauerei um Hilfe wenden musste diese gab ihm nachdem sie ihn eine Zeit lang in ihrer Flaschenfüllerei beschäftigt hatte eine Kantine im Lechfeld den Hansl nahm die Mutter mit und der Maxi kam zur Großmutter in die Kost nach einem Jahr schrieb die Mutter mon solle uns wieder nach München schicken und sie versprach mich jetzt besser zu behandeln es gehe ihnen gut und sie hätten im Lechfeld so viel Gewinn gemacht dass der Vater in München wieder eine Wirtschaft pachten könne so brachte mich denn der Großvater wieder in die Stadt nicht ohne Kummer und Besorgnis doch behandelte mich meine Mutter jetzt wirklich besser und sparte nicht an Lob und Belohnung wenn ich etwas zu ihrer Zufriedenheit gemacht hatte zu Weihnachten schenkte sie mir eine Puppe die so groß wie ein zweijähriges Kind war und einen wunderschönen wechselnden Kopf mit echtem Haar hatte doch die Freude wehrte nicht lange bald nach Ostern nahm sie mir die Puppe weg weil ich zu viel Zeit mit dem Spiel vertrödelte und schenkte sie später der Großmutter für die Kostkinder die Großmutter aber hob sie noch lange Jahre für mich auf und gab ihr einen Ehrenplatz in der Königkammer der Tag meiner Firmung brachte dann eine weitere Enttäuschung wohl die bitterste die ein Mädchen in diesem Alter erleben kann denn noch an dem gleichen Tage verkaufte die Mutter mein weißes Firmkleid an den Vetter Bastian einen Fuhrknecht der es für seine Tochter brauchte und ich musste in den Medgarten an der Schwantaler Strasse führen lassen wo die anderen Firmlinge in ihren weißen Kleidern und mit der offiziellen Firmuhr prangten und mich verächtlich von der Seite ansahen und von mir wegrückten das Firmgeschenk das mich sehr freute bestand in dem silbernen Geschnür der Halskette und der Riegelhaube der Nanni es wurde aber bald danach alles von der Mutter verkauft mit dem Versprechen ich bekäme etwas Praktischeres dafür die Tante Babette hatte inzwischen ihre Stellung wieder aufgegeben und war als Kinderfrau in dem Hause meiner Eltern aufgenommen worden unter ihrem Einfluss wurde auch die Mutter fromm und ging von nun an jede Woche zur Beichte und zum Tisch des Herrn fast jeden Tag in die Messe hörte jede Predigt wurde Mitglied aller Erzbruderschaften und des Dritten Ordens und machte Wallfahrten Zuhause aber schimpfte und fluchte sie mit bösen Worten und die Dienstboten und ich waren in ihren Augen keine Menschen Weil ich nun von dieser Frömmigkeit die vor allem den Pfarrern zu Gefallen suchte nichts wissen wollte musste ich gar viele Misshandlungen und Schmähungen von der Tante Babette ertragen der jede Gelegenheit willkommen war über mich bei der Mutter zu klagen und ihr meine Zukunft und mein Seelenheil als hoffnungslos vorzustellen Ich wurde darum jetzt gezwungen jeden Morgen um sechs Uhr die Heilige Messe zu besuchen und alle 14 Tage zu beichten Da ward es mir oft seltsam zumut wenn ich kaum von der Kommunion Bank weg hören musste wie die Mutter wegen jeder Kleinigkeit die grässlichsten Flüche ausstieß und doch ihre Frömmigkeit für eine echte und Heilige Zu dieser Zeit kam von Niederbayern eine zweite Schwester meines Stiefvaters zu uns Es waren daheim noch mehrere denn der Vater meines Stiefvaters hatte 14 Frauen gehabt mit denen er 39 Kinder zeugte Als er mit 23 Jahren das erste Mal heiratete kurz nachdem sein Vater der reichste Bauer vom ganzen Rottal unter Hinterlassung von mehr denn einer Million Gulden gestorben war brachte ihm die Frau noch über 100.000 Gulden Heiratsgut mit und als nach einem Jahr ihr das Wochenbett zum Todbett ward erbte er noch ihr ganzes übriges Besitztum denn sie war eine Weise kurz danach nahm er die zweite Frau eine Magd mit der er sechs Jahre lebte und vier Kinder hatte als sie an der Wassersucht gestorben war heiratete er noch im selben Jahr eine Kellnerin die er aber nach wenigen Monaten davon jagte als er eines Tags den Oberknecht bei ihr im Ehebett fand die vierte Frau die Tochter eines reichen Gutsbesitzers holte er sich aus dem Bayerischen Wald verlor sie aber schon nach zwei Jahren nachdem sie ihm ein Kind geboren hatte die Leute erzählten er habe sie durch sein wüstes ausschweifendes Leben zugrunde gerichtet bald nach ihrem Tode nahm er mit 33 Jahren die fünfte Frau die ihm vier Kinder mit in die Ehe brachte von denen böse Zungen behaupteten dass sie von ihm gewesen denn diese Frau hatte er zuvor als Oberdirnen auf seinem Hof gehabt während einer fünfjährigen Ehe gebar sie ihm zweimal Zwillinge Man sagte aber auch sie sei aus Koma krank geworden denn um diese Zeit hatte er begonnen offen ein wüstes Leben zu führen Als Viehhändler trieb er oft 20 bis 30 Stück Rinder oder auch Pferde zu Markte und hielt danach mit anderen Genossen große Zechgelage Hierbei wurde gewürfelt und da er sehr hoch spielte verlor er oft seine ganze Barschaft samt dem Erlös und musste nicht selten noch Botenheim schicken um Geld Inzwischen war die Frau von der er sich hatte scheiden lassen an der Schwindsucht gestorben so dass er nun als er mit 39 Jahren das sechste Mal heiratete wieder kirchlich getraut wurde Doch noch ehe ein Jahr um war starb die Frau im Kindbett Nun holte er sich ein Weib aus Österreich eine junge sehr schöne Linzerin Von ihr berichtet man dass er einmal als er den ganzen Erlös für das verkaufte Vieh und all sein bares Geld verloren hatte sie auf einen Wurf setzte und an einen reichen Gutsbesitzer um 1000 Mark für eine Nacht verspielte Während dieser Nacht soll sich die Frau gar sehr gewehrt und den Gutsherren so schwer an der Scham verletzt haben dass er bald darauf sterben musste Mit dieser Frau lebte er acht Jahre sehr unglücklich und nachdem sie ihm zehn Kinder geboren hatte starb sie an dem letzten Kurz darauf heiratete er mit 50 Jahren zum achten Mal und hatte während seiner sechs jährigen Ehe sechs Kinder Auch guten Tage bei ihm denn ihr eingebrachtes Vermögen war gleich dem der anderen Frauen bald verspielt und nun misshandelte er sie oder verfolgte sie im Rausch mit seinen Zärtlichkeiten was das gleiche war denn er war herkulisch gebaut und massig wie seine Stiere Auch hatte er noch zu ihren Lebzeiten eine heimliche Liebschaft mit einer anderen die nach ihrem Tode seine neunte Frau wurde aber schon nach vierjähriger Ehe mit 26 Jahren an ihrem vierten Kind starb Obwohl nun im Orte heimlich die Rede ging dass er seine Frauen auch im Kindbett besuchte da von ihnen das blut gehend worden wäre und daran sie gestorben seien willigte doch eine Nähterin aus der Pfarre in des 64 jährigen Heiratsantrag denn sie hatte schon zwei erwachsene Kinder von ihm doch auch ihr wurde das gleiche Schicksal und sie starb nach zwei Jahren zugleich mit dem Kind im Wochenbett mit 67 Jahren heiratete er zum elften Mal und als die Frau schon noch zwei Monaten gestorben war ging mit 69 Jahren die zwölfte Ehe ein mit dieser Frau lebte er vier Jahre und nahm nach ihrem Tode mit 74 Jahren die 13 diese letzten Ehen waren alle unglücklich denn daheim prügelte er die Frauen und in den Wirtshäusern verspielte er alles was er besaß beim Tode der 13 Frau hatte er nichts mehr und als er jetzt mit 79 Jahren in das Armenhaus kam fand er da eine Armenhäuslerin die seine 14 Frau wurde mit ihr lebte er noch sieben Monate und starb danach als Bettler sie hat ihn dann noch kurze Zeit überlebt die zweite Schwester meines Vaters die 14 jährige Zensi kam damals gerade aus dem Kuhstall zu uns und sollte jetzt die Haus und Küchenarbeit lernen gleich nach ihrer Ankunft ließ auch ihr die Mutter die Haare abschneiden und ich musste ihr alle Tage das Ungeziefer vom Kopf suchen dann musste ich sie beten lehren denn sie konnte nicht einmal das Vater unser worüber die Mutter sehr aufgebracht war so wenig angenehm diese Aufträge für mich waren so belustigend war es andererseits ihr bei der Hausarbeit zuzusehen besonders wenn sie mit dem Schrubber putzte da hob sie wenn sie zu wischen begann das Bein in die Höhe wie man es auf dem Felde tut um die Gabel in den Mist zu treten und sang dazu gewöhnlich war es das Lied von der unglücklichen Fahrt über den Inn bei der fünf Burschen und drei Mädchen ertranken und das ein Bauernbursche aus dem Rotttal gedichtet hatte sie sang es ohne das Lied lautete Leut seid ein wenig ruhig und merkt ein wenig auf und den trauriger Fall lenkt ich wieder auf und den heuringer Jahrgang den man achter dacht schreibt den hammernd der alten Leut schon lang prophezeit so viel Wolkenbrüch und Hagelschlag wie heuer san gewist a Schauer geht oren über wenn man Zeitung er liest will koa Mensch nimmer beten halt närmt nix für ehrer Sünd wenn datzen da wundern wenn über uns nix kimmt und gehn ma von dem Wecker und trai ma uns anders wo ei und den 20. Mai muss der Pfingst Montag sei da hat es im Pocking in Bayern zwei Pferderenn nats geben die Witterung war günstig und hübsch lustig is er wehen es kimmt a Menge Menschen zamm ja des Ding des is leicht aber net grad vom Haus Bayern sondern auch vom Haus Österreich das Rennen ging glücklich vorüber so hört man allgemein loben aber die Heimkehr auf Österreich war traurig genung fünf blutjunge Burschen von orner Pfad zau's der gähnt in Tod hinüber kimmt korn mehr raus sie glauben sie gähnt über Scherding aber weil's Wasser zu hoch und der Umweg zu weit wenn man's wirklich betracht da sagt der Brühwasser Matthias des war man schutz dumm wir fahren den pfeil geraden weg vorüber in Hund sie sitzen sie eini und halten sie Mäus starrt aber mit Mhong haben sie sie verstocher Jatz hat es halt Draht Jesus Maria und Josef war des Jammer Geschrei drei Hand Auskämmer aber mit acht ist vorbei fünf Hand vor Österreich drei Hand vor Born und Orna davor war bald ganz vergessen worden und am Orser 20. Mai werden die Gottesdärnster kalten aber der Schmerz vor den Eltern ist nicht zum aushalten Jatz führten Gott Eltern die Gräber Hand zur der Zweifel und Späten um der ewige Ruhe Sagen sie nicht so war das ein Zeichen ihrer schlechten Laune und da konnte sie dann auch bösartig sein und einem alles zum Trotz tun schalt ich sie so lief sie zu ihrer Schwester der Tante Babette diese lief zur Mutter und die Mutter kam über mich und hatte ich zuvor nur eine wieder mich gehabt so waren es jetzt drei da überwarf sich die Tante Babette mit meinem Vater und verließ ganz plötzlich das Haus es war nämlich aufgekommen dass sie jeden Morgen auf einen Umweg in die Kirche gegangen war auf diesem Weg aber wohnte ein Bräubursch der hat sie jedoch nicht geheiratet weil sie wie er sagte ihm zu fromm sei und es mit den Pfarrern hielte nach ihrem Weggang wurde die Zenzi in der Küche und dem Hauswesen verwendet und ich musste wieder die Kindsmarkt machen da geschah es oft des Abends dass die Kinder nicht einschlafen wollten ich musste mich aber schicken um wieder hinunter in die Wirtschaft zur Arbeit zu kommen da das Zureden nichts nützte half ich mir schließlich auf folgende Weise aus einem Bett machte ich mir ein weißes Gewand aus gelben Bier Plakaten zwei Flügel und aus einem Lampenreif die Krone so ging ich zu ihnen ins Schlafzimmer wo nur ein rotes Nachtlicht brannte trat an das Bett des zweijährigen Maxel und fing leise an zu singen ganz andächtig mit geschlossenen Augen hörte er mir zu während der vierjährige Hansel mich beobachtete ohne mich zu erkennen am anderen Tag erzählte der jüngere es dem älteren und sagte du Hansel heut auf Nacht ist mein Schutzengel da gewesen mit goldene Flügeln und ein weißen Kleid der hat schön gesungen darauf sprach der Hansel ich hab's schon gesehen aber ich hab mir nichts sagen traut sonst hätte ihn verjagt ich verbot ihnen irgendjemandem etwas davon zu sagen und machte nun jeden Abend den Schutzengel wie ich nun wieder einmal vor dem Bett stehe geht die Tür auf und die Mutter kommt herein der der Hansel ruft noch zu sei stark Mama der Schutzengel ist da als sie schon schreit du Herrgottssack mensch krib du Zaundürst dir werde ich austreiben mein Engelsmacher und damit reißt sie mir die Flügel herunter und jagt mich unter Püffen aus der Stube die Kinder begannen zu schreien und zu weinen und die Mutter beruhigte sie indem sie sie über den Frevel wie sie sagte aufklärte und ihnen Schokolade gab von der Stunde an betrachteten mich die Brüder mit kindlicher Verachtung und wollten mir lange nicht mehr folgen dann kam eine Zeit wo die Mutter mich wieder besonders quälte sie war aber auch gegen andere Leute recht barsch vor allem gegen den Vater dabei wurde sie immer stärker und nun wusste ich dass wieder ein Kind kam das dem so war das hatte ich eines Tages nach der Turnstunde erfahren als ich mit mehreren Mädchen meiner Klasse ich war damals 13 Jahre alt nach Hause ging da begegnete uns eine Frau die in anderen Umständen war und auf die Frage der Babette warum ist denn der unten so dick und um so mager entgegnete ich ihr weiss halt ihr Korsett verkehrt an du du erst sagte darauf die Else eine Lehrerstochter die Frau trägt überhaupt kein Korsett sondern die bekommt ein Kind ja die Else hat recht mischte sich eine vierte die Anna ins Gespräch meine Mutter war auch so dick dann haben wir zwei Buben gekriegt dann ist im Bett gelegen und wie es wieder aufgestanden ist war es wieder ganz mager jetzt möchte ich nur wissen wie die rauskommen sein Buch darin habe ich gelesen wenn ein Mann mit einer Frau ins Bett geht und mit ihr was Schlimmes treibt legt er ihr ein Ei in ihren Körper dann tut er wieder was böses mit ihr dadurch kommt das Ei in den Magen der Frau und die brütet es aus und aus dem Nabel kommt das Kind mittels der Nabelschnur du spinnst ja rief jetzt die Therese da hast halt auch nicht recht gelesen ich weiß von meiner Schwester die von dem Doktor das Kind hat das Ei liegt nicht im Magen sondern im Biserl da tut der Mann mit der Frau was böses und dann kommt es im Bauch und nach einem halben Jahr kommt das Kind unten raus und da braucht man die Hebammen zum Aufschneiden und zunähen mit Gruseln hörten wir zu und daheim untersuchte ich als ich allein war sogleich mit einem Spiegel ob das mit dem Kind wirklich möglich sei da habe ich gefunden dass es unmöglich sei aber die Mutter bekam bald danach doch den Ludwigl und da ich in Ermangelung einer Wochenbettpflegerin alle bei einer Niederkunft notwendigen Arbeiten tun musste so konnte ich ziemlich den ganzen Verlauf der Geburt beobachten als ich dann hörte hatte ich viel Mitleid mit ihr und nahm zugleich fest vor niemals mit einem Mann was böses zu tun im übrigen hatte ich nicht viel Zeit zum nachdenken denn den ganzen Tag bis spät in die Nacht ging es Trepp auf Trepp ab und hieß es arbeiten damit die Mutter zufrieden war von dem Besuch höherer Schulen hielt meine Mutter damals noch nicht viel und so Mädchen und den Töchtern der Armen besucht wurde bei den geringsten Anforderungen die hier an die wenig wissbegierigen Mädchen gestellt wurden war ich bald das verrufene und doch zur rechten Zeit viel begehrte Gscheiterl und brachte am Schluss des ersten Jahres die beste Note nach Hause zum Lohn dafür durfte ich mit einem jungen Mädchen aus dem Nachbar Hause das ebenso bleichsüchtig wie ich war in den Ferien zu den Großeltern aufs Land Da nun mein Großvater damals schon ziemlich schwer erkrankt war schien es der Großmutter um der Ruhe willen deren der Kranke bedurfte ratsamer uns zur Nanni zu schicken Diese hatte in einem unverständlichen Anfall von Besorgnis dass das Anwesen in Westendorf ihr zum Ruin werde dasselbe verkauft und erst nach einem halben Jahr gemerkt welch schlechten Tausch sie gemacht hatte indem sie dafür eine ganz alte morsche Hütte ohne Obstgarten in Haslach genommen lediglich um der Äcker willen die zwar bedeutend grösser waren aber jedes Jahr von schweren Hagelwettern heimgesucht wurden sie war also froh etwas an uns zwei bleichen Hopfenstangen wie sie uns nannte zu verdienen freilich wäre ich gern beständig um meinen Großvater gewesen aber die Großmutter litt meine Anwesenheit nie lange und schien förmlich eifersüchtig darauf zu sein ihn allein zu pflegen so streiften wir zwar Mädchen durch Wald und Wiesen fingen Fische und Krebse und hingen mit einer Zärtlichkeit aneinander dass wir nachts zumeist in einem Bett beisammenschliefen ja als wir nach Vakanz Schluss wieder heimwärts fuhren gelobten wir uns noch im Bahn Coupé ewige Treue und Freundschaft einige Monate später es war an einem Dezember Tag rief meine Lehrerin mich kurz nach Beginn des Unterrichts hinaus und reichte mir ein Telegramm da ich schon seit einigen Tagen die Sorge um meinen kranken Großvater nicht loswerden konnte und besonders in der letzten Nacht durch einen schweren Traum geängstigt ward so war mein erster Gedanke er ist Tod als ich die Worte Lenai komm Vater stirbt gelesen hatte rannte ich ohne mich zu entschuldigen oder meine Kleider und Schulzeug zu nehmen halb besinnungslos nach Hause aber die Mutter ließ mich nicht fort und so lief ich in Groll und Verzweiflung umher weinte und schlug meine Fäuste gegen den Kopf und fand doch keinen Ausweg und als am anderen Tag ein weiteres Telegramm kam des Inhalts Vater tot wird Samstag früh eingegraben war ich ganz gebrochen denn es schien mir als wäre mit dem Toten alle Hilfe und Stütze dahin jammernd und wehklagend lief ich durchs Haus und die Mutter erreichte weder mit guten noch bösen Worten etwas und als sie mir auf meinen Vorwurf warum habt mir zu ihm lassen Strafe androhte stürmte ich von der Wirtsküche die vier Stiegen hinauf und wollte mich in den Hof hinunter stürzen doch in diesem Augenblick riss mich jemand vom Fenster herab worauf ich ohnmächtig zusammenbrach von dem darauf folgenden Tage ist mir keine Erinnerung geblieben am übernächsten Morgen aber war ich schon früh um fünf Uhr mit der Mutter auf dem Wege zur Bahn beladen mit Grenzen und von Schmerz und dumpfer Trauer ganz betäubt ich weinte keine Träne mehr im Zug wo wir mit den Verwandten der Mutter und den Kostkindern zusammentrafen stumm blickte ich aus dem Coupé Fenster in die verschneite Landschaft und sah überall das gütige Antlitz des Toten als wir daheim in die Stube traten wo der Verstorbene aufgebahrt war stürzte ich der Großmutter die auf dem Kanapé saß an den Hals und wir vergaßen ganz dass so viele mit ihr reden wollten als mich endlich die Mutter weg zog und sagte komm Mutter red mit den Kindern sah ich beim Aufstehen erst dass die Frau ganz schneeweiß und fast erblindet war vor Gram und Kummer in dem traten die vier Männer welche nach der Aussegnung den Sarg zum Friedhof zu tragen hatten in die Stube flehentlich bat ich sie ihn nochmals zu öffnen damit ich den Großvater noch einmal sehe und als sie endlich meinen Bitten nachgaben schrie ich laut auf vor Schreck und Weh der Tote hatte Augen und Mund weit offen und war furchtbar entstellt teils von dem entsetzlichen Leiden der letzten Tage teils von der vorgeschrittenen Verwesung da ertönte lautes Beten und herein in die Stube trat der alte Pfarrer mit den Ministranten und dem Lehrer die Leiche auszusegnen gefolgt von einer teilnehmenden und neugierigen Menge unter dem wimmernden Geläute des Totenglöckleins setzte sich der Zug in Bewegung ich führte die Großmutter und wir waren beide ganz still geworden meine Mutter aber hatte schon während die Geistlichkeit ihre Psalmen und Gebete sang laut zu schreien begonnen und auf dem ganzen Wege durchs Dorf bis zum Gottesacker hörten wir ihr schluchzen und jammern schier endlos war der Zug der Leidtragenden und erst jetzt merkte man wie geehrt und beliebt der Handschuster in der Gegend gewesen war ja lange nach seinem Tode konnte man noch gelegentlich hören ja der Handschuster der ist ein kreuz braver recht der morg wehen da darf lang geh bis er Söllerner wieder am als finden ist mir hat er selbigs mal bei dem Brand mein Burm aus dem Feuer geholt und danach das ganze neue Haus um er sinst ausgeweist nachdem nun der Sarg niedergestellt und eingesegnet war schickten hinabzulassen da vergaß ich alles um mich her und ganz in dem Gedanken dass bei dem Toten auch für mich Ruhe sei stürzte ich auf das offene Grab zu und fiel besinnungslos fast hinein man bemühte sich um mich und als ich wieder zu mir kam hörte ich eine alte Bäuerin neben mir sagen Da hoffte ich im Stillen dieses Zeichen würde bald wahr werden und wurde wieder ruhig sodass man mich abermals ans Grab führen konnte der Herr Pfarrer hielt eben die Grabrede und sprach gerade von dem felsenfesten Glauben den der Verstorbene in all seinem Tun gezeigt habe Herr wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen aber auf dein Wort hin will ich das Netz nochmals auswerfen diese Worte des heiligen Petrus hat der Handschuster sich in allen Lebenslagen zur Richtschnur gesetzt es war ihm gleich ob bei einer Arbeit einer Dienstleistung oder einem guten Werk etwas herausschaue und zu profitieren sei oder ob er dies Werk umsonst verrichten müsse ihm genügte es dass seinem Nachbar damit geholfen war dieser dieser seiner Überzeugung verdanken auch die hier versammelten leidtragenden und kostkinder des Handschusters ihre wohlbegründete Existenz ja teilweise ihren Wohlstand und haben sie ja selbst wie sie durch ihr hier sein beweisen gegen den teuren verstorbenen und dessen selbstlose Liebe und Fürsorge einer Pflicht der Dankbarkeit genügen wollen dieser große Glaube der nicht fragt und nicht zweifelt nicht zögert und nichts verbessern will dieser Glaube überzeugt auch mich davon dass unser lieber Herr gleich wie zu Petrus auch zu ihm sagt selig bist du weil du geglaubt hast weinet nicht die ihr hier am offenen Grabe steht er wird auferstehen weine nicht treue Mutter die du ihn gepflegt hast Tag und Nacht und mit ihm getragen hast Freud und Leid Sorg und Arbeit in stiller Entsagung dessen was anderen die Ehe bietet viele sind berufen wenig auserwählt und wer es fassen kann der fasse es drum weine nicht Mutter der Gemeinde Mutter unserer Verlassenen und Verwaisten weinet nicht ihr Kinder denn er will nicht eure Tränen sondern euer Gebet darum wollen wir uns verneigen zu einem andächtigen Vater unser und Ave Maria Nach dem Trauergottesdienst in der Kirche der dem Begräbnis folgte begaben sich meine Mutter die Nanni mit ihren Angehörigen der Bastian und die Kostkinder zum Huberwirt um den Leichenschmaus zu halten Die Großmutter wollte nicht mitgehen doch ließ sie sich am Ende überreden wenigstens in der Wirtsküche ein paar Worte mit einigen Bekannten und dem Huberwirt zu sprechen Ich war mit in die Gaststube getreten und stand nun in einer stumpfen Teilnahmslosigkeit am Ofen während die Verwandten noch ehe sie die Wintermäntel abgelegt hatten in lebhaften Streit geraten waren wegen der Habseligkeiten des Großvaters die noch nicht verteilt worden Jedes wollte das Schönste und Meiste haben und des Hausels Schatz den der Großvater sorgsam für mich aufbewahrt hatte wurde mir auch genommen Nach den letzten Bestimmungen des Verstorbenen der kein Testament gemacht hatte musste das Haus noch vor seinem Tode verkauft werden und der Erlös wurde gleichmässig unter die Kinder verteilt nachdem für die Großmutter 1000 Mark beiseite gelegt waren Diese 1000 Mark nahm dann die Nanni an sich und behielt dafür die Großmutter bis zu deren Tod Während meine Mutter und die anderen sich noch stritten kam der Huberwirt in die Gaststube herein führte die Großmutter am Arm und sagte zu meiner Mutter gewendet Das ist der Handschusterin schon das Irkst dass es Lenin nicht mehr kommen hat dürfen bevor der Handschuster gestorben ist Er hätte noch so viel zu reden gehabt mit ihr und hat in einem drum gesagt Kommt das Lenin noch nicht Geh Mutter schau ob sie hat gekümmt Verlegen entgegnete meine Mutter Lieber Gott Telegram ist eben zu spät geschickt worden Da stürzte ich voller Zorn aus meinem Winkel hervor trat vor die Mutter hin und schrie sie an nicht weiß sag es nur dass du mich nicht raus hast lassen oh mein Gott und er hat so viel nach mir verlangt ich hab sie gespürt und hab keinen Ruh gehabt Tag und Nacht das vergiss ich nicht Mutter dass du so hart und ohne Herz gewinn bist damit nahm ich die Großmutter am Rock und zog sie zur Tür hinaus sie folgte mir ohne Widerstreben während die anderen alle ganz still geworden waren und die Mutter sich umständlich schnäuzte auf der Straße sagte die Großmutter plötzlich oh mei wir gehen ja nicht mehr heim und begann laut zu schluchzen da meinte ich komm Mutter geh mal zum Vater rauf und so gingen wir wieder zum Friedhof und am Grabe redete sie mit dem Toten wie wenn er noch lebte und mit ihr auf der Hausbank säße Wurst Vater zlang sollst mich nimmer dalassen ich mag es nimmer de Welt jaz wo ich die nimmer hab du mich nicht vergessen Vater gell und denk auch aufs Dirndl dass nicht zgrund geht bei dem schlechten Weih weinend hockten wir uns auf den frisch geschaufelten Hügel unbekümmert um die Blumen und unsere schwarzen Gewänder und nun erzählte mir die Großmutter von den letzten Tagen des Toten so viel leiden hat er müssen der arme zwar Strohsäck hat er durchgefallen weil er das Wasser nimmer halten hat können und der ganz Leib und Füß oh Fleisch und weht am Wahn dass man kaum mehr rühren hat darf aber er ist so geduldig wehen dabei und nur selten hat man jammern hören nur gerade nach dir hat er allweil gefragt und hat sie recht kümmert wie es dir geht wenn er gestorben ist nach einer Weile fuhr sie fort wenn ihr nur gerade in sein Haus bleiben könnt und nicht Gnadenbrot beim Sepp und bei der Nanni essen müsst da wird es mir nicht ganz gut gehen bei denen nach diesen Worten versank sie in Nachdenken und ich lehnte mich ganz an sie weil mir ich war eben ein wenig eingeschlafen als ich durch die Stimme des Herrn Pfarrers aufgeschreckt wurde ja meine liebe Handschusterin wir sind halt alle Fremdlinge in dieser Welt es wird euch wohl recht schwer von Ort und Haus zu scheiden wollt ihr nicht ins Gemeindehaus ziehen da ging es euch ja auch nicht schlecht vergelts Gott Herr Hochwürden aber die Gemeinde ist mir allweil noch gewiss ich hab noch Kinder meinte die Großmutter mit einem schwachen Lächeln und grüßte den sich zum Gehen wendenden noch mit einem leisen gelobt sei Jesus Christus danach gingen wir doch noch einmal heim ins Haus aber da waren schon die neuen Besitzer eingezogen und alle möglichen Gegenstände lagen bunt durcheinander in den Räumen und vor dem Haustor unter der Stiege stand eine alte Truhe in die sonst die Kleie für das Vieh kam wir setzten uns darauf und konnten nichts reden aus dem Stall tönte das kurze Brüllen der Kühe denen die gewohnte Hand abging da da kam aus der Wohnstube die neue Hausfrau sah uns ganz erstaunt an und fragte fast unfreundlich was möchtest denn noch Handschusterin habt vielleicht Ebs vergessen na ihr hab nix vergessen geh Lena geh immer wieder erwiderte die Großmutter und ging mit mir aus dem Haus Nun mussten wir doch zum Huberwirt denn die Verwandten hatten schon herumgefragt wo wir wären als wir in die Gaststube getreten waren brachte der Huberwirt ein Glas Rotwein mit Zucker und stellte es vor die Großmutter hin indem er sagte da tauchte sie eine Semmel da rein sprach aber nichts und als dann die Nanni mit ihrem Mann sich zum Heimgehen bereit machten und sie einluden gleich mit zu kommen da nickte sie nur ein paar Mal mit dem Kopf und stand auf der Huberwirt aber ließ seinen großen Schlitten auf dem sonst das Bier oder Getreide gefahren wurde herrichten und einspannen es wird ja so gleich auf Hasler fahren nicht ich mein Schlin eingespannt das Tantschus der nicht gebraucht ein paar Decken Hanschert Roben zum Einwickeln wir fuhren also alle zusammen zur Nanni diese kochte Kaffee und in der gemütlichen Wohnstube wurde auch die Großmutter wieder etwas gefasster ja sie fing sogar an einiges über den Großvater zu erzählen man hatte ihr eine nette Kammer zur ebene Erde angewiesen und diese auch geheizt spät am Nachmittag als es Zeit wurde auf die Bahn zu gehen denn wir Nanni uns noch in diese Kammer um uns zu zeigen dass die Großmutter bei ihr gut aufgehoben sei auch mich beruhigte diese Fürsorge und ich sagte noch beim Abschied zu ihr Großmutter du brauchst keine Angst haben wegen der Nanni du mag die schon ich blieb noch bei ihr in der Kammer und half ihr ihre Habseligkeiten ein wenig zu ordnen dann legte sie sich ins Bett Lese liebe wohl gesagt die anderen aber ließ sich nicht mehr zu ihr gegen Abend fuhren wir wieder in dem Schlitten zur Bahn und hierauf heim in München erst sprach ich einiges mit den Verwandten denn während der Fahrt war ich still und teilnahmslos in der Ecke gesessen während es um mich summte und schwirrte von der lebhaften Unterhaltung nach der Ankunft ging die ganze guten Mal bewertet wurden kaum ein halbes Jahr nach dem Tode meines Grossvaters kam eines Tages meine Grossmutter und beklagte sich bitter über die rohe Behandlung die ihr bei der Nanni und deren Mann widerfahre laut weinend wünschte sie sich den Tod und wollte nicht mehr zurück sondern zu dem neuen Besitzer ihres Hauses um bei ihm im Austrag zu bleiben meine Mutter suchte ihr dies bei sich behalten denn meinte sie um die 1000 Mark die der Nanni für die Verpflegung der Grossmutter zugekommen waren könnte die alte Frau gerade so gut bei ihr sein und es ginge ihr gewiss gut auch der Bruder meiner Mutter lauerte auf die 1000 Mark und es entspann sich bald ein heftiger Streit unter ihnen wer die Großmutter bekäme doch Nanni diese hatte gehofft dass die Großmutter den Vater höchstens etliche Monate überleben würde und war voll verdruss als sie sah dass die Frau nach einem und nach zwei Jahren immer noch lebte so behandelte sie sie nicht zum besten und missgönnte ihr sogar das wenige womit sie ihr Leben fristete oft schlicht dann die alte Frau wenn sie vom Grabe ihres Mannes kam in ihre ehemalige Heimstatt und klagte der neuen Besitzerin ihre Not diese eine mit vielen Kindern gesegnete kränkliche Frau hatte viel Mitleid mit ihr und behielt sie oft tagelang bei sich da mag sie wohl manchmal mit Bitterkeit diese seltsame Fügung bedacht haben dass sie die auch den ärmsten Heimat bot um Gottes Willen nun selbst heimatlos und der Willkür ihrer Kinder preisgegeben war als sie dann nach langem Leiden durch einen Schlaganfall gelähmt worden und ganz auf die Handreichungen ihrer Stieftochter angewiesen war kamen harte Tage für sie hilflos lag sie in ihrem Bett so erzählt man und niemand kümmerte sich um sie man ließ sie hungernd und starrend vor Schmutz im eigenen Kot liegen und als um diese Zeit ihr Schwiegersohn sein Haus verkaufte und ein neues Anwesen übernahm wurde die kranke Frau obwohl es Winter war mit ihrem Bett zu Oberst auf den mit Möbeln beladenen Leiterwagen gebunden und so den weiten Weg auf der holprigen Landstraße nach dem neuen Wohnort gefahren bald nach dieser Reise starb sie und als sie tot war wollte niemand das Begräbnis zahlen die Kinder die damals sich um die Pflege der Lebenden gestritten hatten fanden alle erdenklichen Ausreden um der Toten ledig zu bleiben und endlich musste die Gemeinde sie auf ihre Kosten begraben lassen doch kam meine Mutter zum Begräbnis und brachte große Grenze mit danach aber gab es heftigen Streit um die letzte Habe der Verstorbenen denn die Nanni hatte alles schon beiseite geschafft mit der Geburt des Ludwigl meines dritten Stiefbruders hatten auch die letzten an der Kindheit erinnerten Spiele und Freuden ein Ende und ich musste nun von früh bis spät arbeiten um alles recht zu machen trotzdem gab es manchen stürmischen Tag mit der Mutter die in einem fort haderte und schalt und es an Züchtigungen nicht fehlen ließ zu all dem wurde ich seit dem Tode meines Großvaters von einer großen Schwermut und Traurigkeit befallen so dass ich mir nicht mehr viel aus meinem Leben machte doch fand ich in dieser schweren Zeit einen Trost in meiner Stimme unser Pfarrer veranlasste meine Aufnahme in den Kirchenchor nachdem ich schon etliche Jahre in der Zentralsing-Schule ausgebildet worden war bald durfte ich bei den Gottesdiensten Solo singen und das Bewusstsein einmal öffentlich anerkannt zu sein bereitete mir so hohe Freude dass ich darüber selbst den Neid meiner Kolleginnen vergaß so sang ich auch einmal aushilfsweise bei einer großen Vereinsfeier an der auch der würdige Prelat und Pfarrer Huhn von der Heilig-Geist-Kirche teilnahm Als dieser meine Stimme gehört hatte ließ er mich zu sich kommen und fragte mich ob ich nicht Lust hätte ein braves Pilgermädchen bei der Münchner Wahlfahrer Bruderschaft zu werden und an den heiligen Städten zu Andex Altötting und Grafrath Gottes und Mariello zu singen Ich sagte hoher Freude zu und holte mir sogleich von meiner Mutter die Erlaubnis die sie mir in Anbetracht ihrer frommen Gesinnung nicht verweigerte Also durfte ich noch im selben Jahr an den großen volkstümlichen Wahlfahrten als Pilgermädchen teilnehmen Die schönste und auch am feierlichsten Begangene war die nach dem uralten weltberühmten Gnadenorte Altötting Da ich immer schon eine große Liebe zur Mutter Gottes getragen konnte ich den Tag der Fahrt kaum erwarten Schon wochenlang vorher musste ich mit den anderen Sängerinnen zahlreiche Marienlieder einstudieren und wir betrachteten die Generalprobe schon als ein kleines Fest denn da kam die ganze Geistlichkeit an ihrer Spitze der hochwürdige Herr Prelat Huhn der selbst ein eifriger Pfleger und Förderer des Gesanges war so wie der ehrwürdige Präses des Wallfahrer Vereins Beneficiat Stein ein Mann so recht wie man sagt nach dem Herzen Gottes so schlicht und uneigennützig so ganz aufgehend in seinem Beruf Wir Pilgermädchen hingen daher mit großer Liebe an ihm und fühlten uns immer hoch beglückt wenn er einige von uns aus dem Haufen hervorholte am Ohrläppchen zupfte und fragte Und damit brachte er eine riesige Tüte voll Malzzucker aus seiner hinteren Rocktasche die durch die vielen Näschereien welche er uns immer zu schenken pflegte schon so mitgenommen und ausgeweitet war dass sie samt dem Rockfutter weit unter den Schössen des abgetragenen Gehrocks hervorlogte Im Übrigen war er von einer angenehmen Natürlichkeit wenn er bei der Neuaufnahme eines Pilgermädchens auf die Unschuld zu sprechen kam Man konnte ihm ohne das lästige Gefühl einer falschen Scham die durch das aufdringliche Fragen mancher Seelsorger einem so leicht den Mund verschliesst alle begangenen Torheiten erzählen Ich weiß nicht wie er schwere sittliche Verfehlungen behandelte was meine Jugendsünden anlangt so meinte er darauf nur so das ist brav dass das Kleidl noch nicht zrissen als Kind ein bisschen staubig ist schon das ist wahr aber das putzt man halt mit an frommen reugen seufzer wieder weg gelt und jetzt gibt man schön Obacht dass nichts mehr passiert als Marienkind Am Und nachdem die Mutter mir das weissblaue Kränzlein ins Haar gedrückt, nahm ich den langen Pilgerstab mit dem silbernen Kreuz und eilte nach einem raschen »Führt Gott alle miteinander« aus dem Haus der Kirche zu, verwundert angeglotzt oder auch derb angerufen von heimkehrenden Nachtlichtern oder verschlafenen Bäckerjungen. Besonders am Marienplatz wäre ich beinahe von einer Rotte frecher Burschen, die mit ihren Dirnen aus dem ewigen Licht heraustritten, misshandelt worden. Doch kamen mir etliche Leute, die wie ich an der Wallfahrt teilnehmen wollten, zu Hilfe. Mächtig brauste schon die Orgel, als wir in das Gotteshaus traten, und rasch begab ich mich auf den Chor, wo schon die meisten Sängerinnen versammelt waren. Nach einem herrlichen Hochamt feierte die ganze Pilgerschar wohl mehr als 5000 die Generalkommunion. Der Eindruck war für mich ein so überwältigender, dass ich nur mit größter Mühe das ergreifende Marienlied, dessen Soli mir übertragen waren, zu Ende brachte. Und als dann endlich wir Pilgermädchen, ungefähr 200 an der Zahl, uns gemessen und in tiefer Andacht dem Tisch des Herrn nahten, während ein bestellter Knabenchor uns ablöste, ging eine große Bewegung durch das Gotteshaus, und manche Träne unseres Greisenpfarrers fiel in den Kelch, aus dem er uns das Brot des Lebens reichte. Der heilige Vater Leo und unser geliebter Erzbischof Antonius von Thoma hatten uns noch ihren Segen übermitteln lassen, und nach diesem feierlichen Akt traten wir unter dem Geläute sämtlicher Glocken unsere Wallfahrt an. Voran schritten wir Pilgermädchen, und die kräftigsten von uns trugen unsere Fahnen und die Statuen unserer Patrone, der Mutter Gottes, des Erzengel Raphael mit dem Tobias und des heiligen Aloysius. Unter Liedern und Gebeten ging es durch die Straßen der Stadt zum Ostbahnhof, von wo aus uns ein Sonderzug rasch nach Mühldorf brachte. Im Zuge erzählte uns unser Präses mit großer Einfachheit von Gnadenbezeigungen Mariens, besonders von jenen gegen Kinder und Jungfrauen. Von Mühldorf aus gingen wir nach einem einfachen Frühstück zu Fuß nach dem Gnadenort, den wir gegen Mittag erreichten. Empfangen von dem Geläute sämtlicher Glocken, dem Jubel der Bewohner der Geistlichkeit des ansässigen Ortens und einer Musikkapelle betraten wir den geweihten Ort und begrüßten die Gnadenvolle, ein jeder nach Drang des Herzens oder Größe des Kummers, den er hier am Gnadenaltar niederlegen wollte. Meiner hatte sich eine fast überirdische Stimmung bemächtigt, und ich fühlte mich so frei und aller Sorge ledig, dass ich nur ganz verklärt das alte, mit unsäglich vielen und köstlichen Kleinodien aller Zeiten geschmückte Gnadenbild anschauen konnte, während meine Lippen mechanisch murmelten. Oh Maria, hilf doch mir, es fleht ein armes Kind zu dir. Im Leben und im Sterben lass meine Seele nicht verderben. Nach langer Zeit erst fiel mir eins nach dem anderen ein, was ich gern von der Mutter Gottes erlangt hätte. Inzwischen hatten die Pilger sich in Gruppen geteilt, die einen weilten im Kloster, die anderen in den verschiedenen Kirchen des Ortes. Draußen vor der Gnadenkapelle aber hatten jene, die besonders viel von der Gnadenreichen erlangen oder für irgendeine geheime Schuld Sühne tun wollten, eins der zahlreich darliegenden Holzkreuze auf die Schulter geladen und schleppten dieses nun bald aufrechtgehend, bald auf den Knien rutschend, lautbetend und weinend um den sogenannten Kreuzgang. Ich weiß nicht, wie es kam und was ich wollte. Kurz, ich befand mich plötzlich unter den Kreuztragenden, da das massive Eichenkreuz aber meiner Schulter ziemlich wehtat, ließ ich es bei dem dreimaligen Umgang bewenden und übergab mein Kreuz einer dicken Frau, deren böse Zunge weit und breit gefürchtet war. Mit einigen Freundinnen besah ich mir dann den ganzen Ort, die Kirchen, das Kapuzinerkloster und den Markt für Wallfahrtsandenken und verwunderte ich mich über den üppigen Handel und die Gewinnsucht an dieser frommen Städte. Dazwischen sorgten wir auch für des Leibes Notdurft, denn es war alles schon vorausbestellt worden von unserem vorsorglichen Präses. Den Tag beschloss noch eine schöne Feier mit Illumination der Kapelle und nach einem einfachen Nachtmahl begaben wir uns in unsere Schlafkammern. Die Vermögenderen hatten sich ein Bett für sich allein gesichert, die Ärmeren aber mussten je zwei in einem Bett schlafen. Da mir meine Mutter die Ausgabe für ein eigenes Bett nicht bewilligt hatte, so musste ich es mit einer Mitschwester teilen. Ich fragte daher meine liebste Freundin, ob sie mich als störenfried wolle. Sie war gern bereit und so verbrachten wir die Nacht unter Flüstern, Kichern, Scherzen und Kosen. Der neue Tag brachte wieder viel des Erbaulichen und Ernsten, doch wurde ich zuletzt müde von allem und war froh, als am Dienstag in der Früh das Schlussamt mit Generalkommunion am Gnadenalltag gefeiert wurde. Als aber hierbei am Chor plötzlich die kindlichen Stimmen von etwa zwanzig Knaben an mein Ohr tönten und sie das uralte Abschiedslied von der schwarzen Mutter Gottes sangen, ward es mir schwer ums Herz und ich konnte mich kaum losreißen von dem Gnadenbilde. Ganz traurig schloss ich mich den anderen an und brachte beim Singen kaum mehr einen Ton heraus. So kam es, dass ich recht niedergeschlagen daheim ankam und ernste Vorwürfe von meiner Mutter wegen meiner scheinbaren Undankbarkeit zu hören bekam. War ich schon vorher nicht gerne in der Gastwirtschaft tätig gewesen, so hatte ich jetzt, seit ich Pilgermädchen war, die ganze Freude an dem öffentlichen und lauten Leben verloren. Doch wurde ich von meiner Mutter trotzdem sie so religiös schien, fest angehalten, überall, wo es von Nöten war, einzuspringen. Bald war ich in der Küche das Spülmädchen oder die Köchin, bald in der Gaststube die Kellnerin, denn da die Mutter oft recht grob mit dem Dienstvolk war, lief bald die eine oder andere wieder weg. Am meisten zuwider war mir der Aufenthalt in der Gaststube. Denn war ich bei den Gästen ernst und schweigsam, so schallt die Mutter, dass ich ihr die Leute vertreibe. War ich aber freundlich und heiter, so nützten das viele rohe und wüste Kerle aus und belästigten mich nicht nur mit allerhand Zoten und zweideutigen Fragen, sondern quälten mich manchmal in der unsaubersten Weise, indem sie mich an den Beinen fassten, Küsse verlangten oder sonstige aufdringliche Zärtlichkeiten versuchten. Kam ich dann also gehetzt zur Mutter und klagte ihr solche Dinge, so wurde sie sehr erbost und schallt mich heftig, dass ich mich nicht zu benehmen wisse. Was musst du denn hinstellen dafür, Schamdi? Bist 15 Jahre alt und nur so dumm. Da sagt man halt, ich hab jetzt kurz Zeit und geht freundlich weg. Oft dachte ich über diese Worte nach und versuchte, mich danach zu richten. Doch waren alle meine Bemühungen, die Zudringlichkeiten solcher Burschen mit Liebenswürdigkeit abzuwehren, erfolglos. Und ich fürchtete ständig, meine Unschuld zu verlieren. Da fasste ich am Ende den Entschluss, meinem Beichtvater diese Vorfälle mitzuteilen. Ich hatte aber nicht den Mut, dem alten Kooperator, der immer noch mit Vorliebe nach den Heimlichkeiten seiner Beichtkinder fragte, davon zu erzählen. Da kam ein neuer Geistlicher an unsere Pfarrei, der noch sehr jung war und erst vor kurzem seine Primiz gefeiert hatte. Diesem beichtete ich nun ausführlich und er sprach mir gut und freundlich zu, fragte mich nur wenig und gab mir am Schluss noch viele Ratschläge. Ich war sehr beruhigt nach dieser Beichte und ging nun regelmäßig zu ihm. Bald wurden wir auch wegen des Singens näher bekannt und ich besuchte ihn des Öfteren in seiner Wohnung. Dabei entwickelte sich zwischen uns bald eine Art Freundschaftsverhältnis und ich fand bei ihm Trost und Zuspruch, wenn ich ihm erzählte, wie es mir daheim erging. Als er nach kurzer Zeit in eine andere Pfarrei versetzt wurde, wurde ich durch seine Vermittlung an dieser Kirche erste Sopranistin und Solosängerin. Als auch hier die Besuche ihren Fortgang nahmen, wusste ich bald, dass ich ihn liebte und ich musste mich oft mit aller Gewalt zusammennehmen, um ihm das nicht zu sagen, denn ich sah wohl, dass auch auf seiner Seite eine Neigung war. Doch immer wusste er, sich zu beherrschen und verstand auch meine Gefühle im Zaum zu halten. Wie oft stand ich zitternd vor ihm und sah ihn mit den verliebtesten Augen an oder küsste stürmisch seine Hand. Dann blickte er mich freundlich an, streichelte mir die Wange und sagte, »Ja, ja, Kind, du bist halt mein Singvogel. Was schaust denn noch?« »Ja, so, a Bildl magst noch, gell?« Worauf ich hochrot mit leiser Stimme entgegnete, »Ja, bitt schön, Herr Hochwürden.« »So, Kind, such dir eins aus. Magst denn an Kaffee, ah?« In meiner Verwirrung vermochte ich ihm keine rechte Antwort zu geben. Da rief er der Halbtaubenwärterin, »Lies! Mein Kaffee!« Und zu mir gewendet fuhr er fort, »Worst, Kind, ihr hab aber bloß Ordaz. Trinkst halt du zerst den Dein, gell?« Und damit führte er mich zum Kanapé, setzte sich zu mir und plauderte von erbaulichen Dingen. Ich aber hörte kaum zu, sondern betrachtete unausgesetzt seine Hände und Knie und dachte nur den einen Gedanken, »Wann ihr dich nur bloß ein einziges Mal so viel liebhaben dürft?« Da brachte er mich mit den Worten, »Hast aber arg genug Zucker drin?« wieder zu mir selber, worauf er den Kaffee versuchte, mir noch ein Stücklein hineintat und mich trinken hieß. Als ich getrunken hatte, meinte er, »So, Kind, jetzt hast von mir ein Kaffee gekriegt und ein Bildel. Was kriege jetzt ich?« Da dachte ich voller Ängsten, er würde sagen, ein Bussel. Aber er fuhr fort, »Gell, jetzt kriege dafür ein recht ein schönes Lied, aber Chorheiligs. Denn die höhe ich so allweil.« Da sang ich das Lied von dem Dirndl, das um Holz in den Wald geht, ganz zeiti in der Frur und dem sich nachisch leicht a saubra Jagaspur. Als ich die erste Strophe gesungen hatte, wobei er mich am Harmonium begleitete, meinte er, »Ah, das war aber schön, aber recht arg verliebt.« »Na, es macht nix von den Wirtstöchtern, weiß man's schon, das war's solches a lernen. Kannst nur mehr von dem Liedl.« »Bloß noch eine Strophe, Herr Hochwürden, aber die ist nur verliebter.« »Das macht nix, Kind Gottes, sing nur weiter.« Da sang ich, »Drauf sagt der Jager zu der Dirn, geh, lass dein Asterl glauben. Ihr möcht so gern mit dir dich krieren und dir in Täugern schaugen. Das Dirndl sagt, das konnet sei, dass du mir guckst in Täugen. Denn Tjager darfern, wie ich weiß, ihr nur ins Kräne schaugen.« Da läutete es. Er sah nach und eine alte Beetschwester stand an der Tür. Da hieß er, sie warten und verabschiedete mich mit den Worten, »Jetzt musst geh, lieb's Kind. Jetzt haben Tmauern Ohren gekriegt.« Damit schub er mich durch sein Schlafzimmer an die Tür und während ich heraustrat, sah ich ihn schon die alte Frau empfangen. Doch nicht lange mehr dauerten diese Besuche, denn er wurde abermals befördert und kam als Benefiziat in ein geistliches Institut. Als ich dann von ihm Abschied nahm und ihn zum letzten Mal um seinen Segen bat, stand er ergriffen auf und trat zum Weibrundkessel, während ich vor ihm niederkniete. Plötzlich aber umfasste ich seine Knie und presste mein Gesicht daran, indem ich laut weinend rief, »Oh, mein Lieber, Lieber, Hochwürden!« Da machte er ganz ruhig seine Knie frei, zog mich in die Höhe und sagte, indem er meinen Kopf zwischen seine Hände nahm, »Kind, geh jetzt, es wird Zeit, du musst und dabei rannen ihm ein paar Tränen über die Wangen. Da ergriff ich nochmals seine Hand, küßte sie drei-, viermal heftig und lief dann davon. Auf der Straße schaute ich noch einmal um, da stand er am Fenster und winkte mir freundlich zu. Einmal noch sah ich ihn, ohne aber mit ihm reden zu können, denn es war, als wir uns eben in feierlicher Prozession zur Wallfahrt nach Grafrath auf den Weg machten. Er stand mit einer alten ehrwürdigen Dame, die wohl seine Mutter sein mochte, an einer Straßenecke und ich musste hart an ihm vorbei. Als er mich erblickte, huschte es wie große Freude über sein Gesicht und lächelnd nickte er mir einige Male grüßend zu und wandte sich danach schnell zur Seite. Ich war über dieses Wiedersehen, so flüchtig es war, sehr beglückt und dachte während der Wallfahrt viel an ihn und empfahl ihn, an der dem heiligen Raso geweihten Städte inbrünstig der Fürbitte dieses Heiligen. Fröhlich kehrte ich von dieser Pilgerfahrt zurück und nahm mir vor, den Freund an einem der nächsten Tage aufzusuchen. Doch ich kam nicht dazu, denn daheim fand ich meine Brüder an Diphterie erkrankt. Indem ich sie noch pflegte, wurde ich selbst davon ergriffen und konnte erst nach Wochen das Bett verlassen. Als ich aufgestanden war, versuchte ich sofort, wie zuvor, mich wieder um das Hauswesen zu kümmern. Da dies die Mutter sah, hielt sie mich schon für gesund und trug mir daher mehr auf, als ich leisten konnte. So kam es, dass ich wieder täglich kränker wurde und endlich vor Mattigkeit mich alle Augenblicke niedersetzen oder anlehnen musste. Das nahm man aber für Faulheit und besonders die Mutter beklagte sich darüber. Nur schon langsam, heute drum, morgen drum, bis sie ein Stecken nehmen und zorg dir, wie man arbeitet. Ich nahm mich nun recht zusammen, doch während ich das Schlafzimmer meiner Eltern aufräumen wollte, befiel mich wieder eine solche Müdigkeit, dass ich mich aufs Sofa setzen musste, um zu rasten. Ich schlief ein und erwachte erst, als meine Mutter mir einige Schläge auf den Kopf gab, denn es war inzwischen Mittag geworden und sie kam, frische Servietten für die Stammgäste zu holen. Voll Zorn schrie sie mich an. Da hört sie doch schon alles auf. Mitten am Tag legt sie das faule Luder hin und schlaft anstatt Zarbaten. Aber wart, ich hilf dir. Augenblickli wichst mir jetzt den Schlafzimmerboden und sauber, wann nicht alles ist, dann Gnade Gott. Jatz ist Elfe, um zwei komm ich rauf, da will ich alles fertig sehen. Mir war ganz dumm im Kopf, aber ich begann trotzdem wieder zu arbeiten. Als ich etwa ein Drittel des Zimmers mit Stahlspänen abgerieben hatte, drehte sich plötzlich alles vor meinen Augen und ich wusste nichts mehr. Lange musste ich so dargelegen sein, denn kaum hatte ich wieder zu arbeiten begonnen, schlug es zwei Uhr. Ich war verschreckend ganz ratlos, denn ich hörte die Mutter kommen. Als sie sah, wie wenig ich gearbeitet hatte, schrie sie, Was? Du bist noch nicht fertig? Ja, das ist ja noch nicht einmal richtig ockfangt. Du willst mich scheinst zum Narren halten, du Kanaije. Dabei trat sie mich mit Füßen und riss mich an den Haaren in die Höhe. Mühsam fing ich wieder an zu arbeiten, während die Mutter an den Waschtisch gegangen war und sah, dass ich das Wasser noch nicht ausgeleert hatte. Da schrie sie, Ja, was ist denn das? Na, der Maltwaschschüssel hat's ausgeleert und der Frischwasser reitrang. Ja, mei, ihr haben es ja nicht tragen traut, die teure Schüssel, weil mir alle Augenblick der Schwindel anpackt. Was, Schwindel, dir treibe dein Schwindel aus, sofort leerst die Schüssel aus, ich möcht wissen, für was man dir zu fressen gibt, du Langhacksatz gstell, rief sie und stiess mich an den Waschtisch. Ängstlich fasste ich die schöne Schüssel, die von zarter himmelblauer Farbe war, mit einem goldenen Rand und einem Muschel darstellte. Im Innern war ein Bild, das zwei Mädchen in fremder Tracht zeigte, die am Meeresstrand standen und einen in einem Segelboot sitzenden Burschen aus flachen Schalen mit Wasser bespritzten. Den Krug schmückte eine ähnliche Szene, das Geschirr war alt und kostbar und der Name des Künstlers stand darauf geschrieben. Schwankend trug ich also die Schüssel durch das Zimmer, als ich plötzlich einen Stoß verspürte, worauf ich zu Boden stürzte. Die Mutter hatte es getan, denn ich war ihr zu langsam gegangen. Starr blickte ich erst auf die Wasserlacke, dann auf die Scherben und vergaß aufzustehen, bis mich die Mutter mit dem Ochsenfiesel des Vaters daran erinnerte. Eine halbe Stunde später, als ich die blutigen Stremen an meinem Körper betrachtend und vor Schmerzen an Brust und Rücken stöhnend bemüht war, das Unheil wieder gut zu machen, ging die Mutter fort mit der Drohung »Da werf hat du die, wann ich nicht die gleiche Schüssel krieg?« Ich hielt das Letztere für ausgeschlossen bei der Kostbarkeit derselben und zog deshalb meinen Regenmantel an und schlich mich, nachdem ich aus meiner Sparbüchse noch etwas Geld zu mir gesteckt hatte, davon. Planlos und ohne an etwas zu denken lief ich durch die Nymphenburger Straße hinaus über Leim und befand mich endlich auf der Straße, die nach Großhadern führt. Die Sonne war schon im Untergehen und über den Feldern stand ein leichter Nebel, denn es war schon im Spätsommer. Ich blieb stehen und sah mich um. Dadurch fuhr mich ein kalter Schauer und als ich weitergehen wollte, wurde mir schon nach wenigen Schritten so übel, dass ich mich erbrechen musste und danach ohnmächtig auf der Landstraße hinfiel. Spätabends fand mich ein Bauer, der Milch nach der Stadt gefahren hatte und jetzt auf dem Heimweg war. Der hob mich auf und brachte mich mit seinem Fuhrwerk nach Großhadern und lud mich bei einem großen Wirtshaus ab. Die Wirtin brachte mich freundlich zu Bett und befahl einer alten Frau, dass sie die Nacht über bei mir bleibe. Sie selbst kam am anderen Tag und fragte mich mitleidig, wo ich in diesem Zustand denn herkomme oder hinwolle. Da erzählte ich ihr mein ganzes Unglück und bat sie, sie solle mich doch bei sich behalten, ich sah eine Wirtstochter und könne ihr viel helfen. Ja, mein liebes Kind, meinte die gute Frau, deine Leute werden halt recht Sorg um die haben und die wieder zurück verlangen, denn das kann doch nicht sein, dass eine Mutter so schlecht ist. Weinend wiederholte ich meine Bitte und beruhigte mich erst, als sie mir versprach, mich in ihren Dienst zu nehmen. Aber zuerst musst wieder gesund werden, drum bleibst heute lieber noch liegen, vielleicht kann man morgen mehr sagen. Gegen Abend hielt ich es nicht mehr im Bett aus und ging zu der Wirtin in die Küche und fragte sie, ob ich ihr was helfen könnte. Ja, mein Kind in dem Zustand, sitz die lieber ins Nebenzimmer und is was Gescheits. Du schaust dir aus wie Insel lieber Herr am Kreuz. Damit nahm sie mich bei der Hand und führte mich ins Nebenzimmer, wo an einem Tisch fünf oder sechs Herren beisammensaßen und mich verwundert ansahen. Wen bringen sie da, Frau Obermeier? Das ist gewiss ein Basel, fragte einer, während ein anderer hinzufügte, Jes Maria, ist das Madel Kasi, ist leicht krank? Ja mei, Herr Oberförster, sagte die Wirtin, das ist eine gespaßige Geschichte. Und sie erzählte die Sache den Herrn, von denen einer der Bürgermeister, ein anderer der Arzt und ein dritter der Herr Benefiziat war. Nachdem die Wirtin meine Geschichte erzählt hatte, bestürmten sie mich mit allen möglichen Fragen. Doch der Arzt sagte, Lost dem omen Kind sei Ruh, meine Herren, Geh mal her, Fräulein, und lass dir in den Hals reinschauen. Ach, Herr Jesses, schrie er da, wie schaut's da drin aus? Und so haben sie die Rumlaufer und arbeiten lassen. Ach so, ein Bagage gehört doch schon gleich angezeigt. Und sie möcht zu mir in Dienst gehen, rief die Wirtin dazwischen. Sonst nix mehr, schrie der Bürgermeister, ins Krankenhaus gehörst, nicht wahr, Herr Doktor? Allerdings wär's das Beste, denn es ist nicht ausgeschlossen, dass das Mädler starke Lungenentzündung kriegt auf den Strapazen. Da sagte der Herr Benefiziat, wie heißt du denn eigentlich und woher bist du? Als ich es ihm gesagt, fragte er weiter, meinst wirklich, dass die Mutter totschlagt? Ja, ich glaub schon, denn Halbert umbracht, hat's mir so schon. Da lachten sie alle, bis der Herr wie heutzutag mit den armen ledigen Kindern umgegangen wird. Zuerst setzt man's her, dann gehen's einen im Weg um. So ein Weibsbild körert doch schon an die Zehen aufkänkt und mit Brennnesseln kaut. Ganz recht, Herr Benefiziat, früher hat man aufgeräumt mit solchen Leuten, aber heutzutag bauen's erner ja extra Gehäuser, dass es leichter auf Welt bringen, erner armen Geschöpferln, rief der Tierarzt und der Bürgermeister fragte, jetzt hauen's mir da, was deren jetzt mir damit, uns geht's eigentlich nix an, schiebt's es nur der Münchner Gemeinde zu. Ganz recht, Herr Bürgermeister, sagte der Oberfarster, für das arme Därendli ist am besten, wenn es zu Münchner ins Krankenhaus geht, bis gesund ist, die Gemeinde soll es nur zahlen, die haben mehrere wie mir. Da begann ich zu weinen und fragte ihn um Rat, denn wir hatten uns sehr gern. Er meinte auch, ins Krankenhaus gehen wäre das Gescheiteste, doch zuvor solle ich auf die Polizei, dass man nicht weiter nach mir suche. Er begleitete mich dann auch dorthin und ging darauf in sein Geschäft. Ich aber trat in die Einfahrt des Polizeigebäudes und fragte den Gendarm, der dort auf Posten stand, Sie, Entschuldigen's bitteschön, wo ist denn da das Zimmer, wo verloren gegangene Personen ogmeld werden? Er lachte herzlich und gab mir zur Antwort, Sann vielleicht Sie verloren gange, schönes Fräulein, dann melden Sie an der Paterre, ganz hinten auf Zimmer Nummer sieben. Dort fragte man mich nach meinem Begehr, Lächelnd führte mich der Beamte in das Zimmer des Polizei Arztes und als ich dem meine ganze Geschichte erzählt hatte, untersuchte er mich und sagte darauf, Herr Rat, ich bitte Sie, lassen Sie die Ärmste nach dem Krankenhaus schaffen. Benachrichtigen Sie jedoch die Angehörigen nicht davon. Recherchieren Sie vielmehr, ob solche Sachen bei dieser Frau öfter vorkommen, denn so etwas gehört exemplarisch bestraft. Hierauf musste ich mich ausziehen und ihnen die Beulen und Striemen an meinem Körper zeigen. Als der Arzt einen großen grünlichen Fleck an meiner linken Brust bemerkte, rief er, unverantwortlich, ein weibliches Wesen so zu misshandeln. Danach wurde ich in das Krankenhaus an der Nussbaumstraße geschafft, wo ich alsbald in ein heftiges Fieber verfiel und an einer schweren Lungenentzündung erkrankte. Als es mir besser ging, wollten alle meine Geschichte hören, denn durch den Polizeiarzt war an unseren Arzt Dr. Kerschensteiner schon ein aufklärendes Schreiben gelangt und der freundliche Herr hatte in seiner Entrüstung ganz laut im Saal geschrien, die Bestie, das Schandweib und sowas nennt sich Mutter. Nach drei Wochen aber meinte er, jetzt müssen wir es doch der Mutter schreiben, wo sie sind. Es handelt sich nämlich um die Zahlung, ob das ihre Mutter übernimmt oder die Gemeinde. Als ich darauf zu weinen begann, beruhigte er mich mit den Worten, sie müssen nicht Angst haben, die Frau tut ihnen nichts, dafür bin ich auch noch da. Man schrieb ihr also und an einem Dienstagnachmittag zur allgemeinen Besuchsstunde kam sie. Ich lag im ersten Bett gleich neben der Tür. Sie blickte im ganzen Saal herum und sah mich lange nicht. Nachdem sie mich aber bemerkt hatte, schrie sie, dass es alle hörten, so, da bist, was du deinen armen Eltern angetan hast, übersteigt alle Grenzen. Da draußen muss man die finden und hättest es so schön gehabt daheim. Hätt dir kein Mensch was dann. Dabei brach sie in Tränen aus, ging durch den Saal an das Fenster und sagte ganz laut und mit schluchzender Stimme So ein ungeratenes Kind und so viel Verdrust mache. Die anderen Patientinnen, die den wahren Sachverhalt wussten, begannen bei diesen Tja, solchene Kinder, worauf im ganzen Saal lautes Gelächter erscholl. Da musste auch ich lachen und die Mutter entfernte sich wütend mit den Worten Das Ditzam riechst morgen, morgen Nachmittag holi die. Am Abend machte der Herr Doktor wie gewöhnlich die Runde und es wurde ihm das Vorgefallene berichtet. Da trat er an mein Bett und sagte lachend Sie leben ja noch, also ist sie doch nicht so schlimm. Als er aber erfuhr, dass ich am anderen Tag wieder nach Haus müsse, rief er unter keinen Umständen, sie sind noch nicht gesund und jede Aufregung sowie Luftwechsel schadet ihnen, ich werde niemals meine Einwilligung dazu geben. Er musste sie aber doch geben, als die Mutter am anderen Tag unter vielen Tränen versicherte, ich solle kein unrechtes Wort mehr mich ziemlich bedrückt von den Krankenschwestern und den übrigen Patientinnen Abschied genommen hatte, trat ich mit der Mutter den Heimweg an. Vorerst aber hatte die Mutter an der Kasse noch 96 Mark für meine Verpflegung zu bezahlen, doch ließ sie mich den Ärger darüber nicht merken. Unterwegs in der Trambahn sagte ich ihr, ich wolle nicht mehr heim, sondern eine Stellung als Dienstmädchen annehmen. Sie schien anfangs entsetzt darüber, ging aber dann doch mit mir in die Marienanstalt, wo bessere Stellen für Dienstboten vermittelt wurden. Während sie mit der Oberin verhandelte, musste ich auf dem Korridor warten. Nach längerer Zeit trat die Mutter heraus und sagte spöttisch lächelnd, so geh nur nein, Frau Oberin war's allerhand für die. Mit den besten Hoffnungen trat ich ins Zimmer, gefolgt von der Mutter. Aber es kam anders, als ich erwartet hatte. Weißt du, begann die sehr beleibte Oberin, indem sie mit hochrotem erzürntem Gesicht vor mich hintrat, was seinem Kind gebührt, dass seine Eltern mit Füßen tritt und das Elternhaus missachtet und nicht mehr dahin zurückkehren will? Einem solchen Kind gehört nichts anderes, als dass man es an einen Haken anhänge und mit einem Stock oder Strick so lang schlage, bis es lernt, das Elternhaus zu schätzen und Vater und Mutter zu lieben. Als ich dies vernommen, verlangte ich nicht mehr zu wissen und eilte nach der Tür, riss sie auf und lief davon, heim zum Vater. Nachdem dieser mich freundlich empfangen und mir seine Hilfe versprochen hatte, erzählte ich ihm auch dies, mein letztes Erlebnis. Da gab er mir recht und als die Mutter heimkam und über mich klagte, sagte er, das ist auch eine krank Madel hin, da kann es freilich auch leben und auch lernen bei der Behandlung, sei du mit Madel, wie sie gehört, dann wird sie bei ihr nichts fehlen. Darauf brachte mich die Mutter zu Bett und behandelte mich von nun an gut und freundlich. Inzwischen nahte der Hochzeitstag meiner Eltern wieder heran. Es war der Zehnte, seit sie geheiratet hatten und auf den gleichen Tag fiel auch mein Geburtsfest. Ich wurde damals 17 Jahre alt. Da die Eltern es gern sahen, dass ich ihnen zu den üblichen Familienfesten meine Glückwünsche darbrachte und auch die Brüder irgendein Gedichtlein lernen ließ, so beschloss ich ihnen zu ihrem Zehnten Hochzeitstage eine rechte Freude zu machen. Ich schmückte also das Nebenzimmer mit Papier gelanden, stellte ein selbst verfertigtes Transparent auf und dazu ein Brett, in das ich zehn Nägel schlug und darauf zehn Wachskerzen befestigte. Auf einen weiß gedeckten Tisch legte ich die Festes Gaben, zu denen ich einen eigenen Vers gedichtet hatte. Es waren ein paar zierliche Samtpantoffeln für die Mutter und ein gesticktes Käpplein für den Vater, nebst zwei Blumenstöcken und einem Kuchen. Auch den Stammgästen teilte ich meine Absicht mit und sie waren gern bereit, die Feier noch durch Musik zu verschönern. Als nun am Vorabend des Hochzeitstages meine Eltern plaudernd am dicht besetzten Stammtisch saßen, ertönte plötzlich im Nebenzimmer Musik und man brachte ihnen ein Ständchen. Erschrocken sprang die Mutter auf und lief hinüber. Da erglänzte der also geschmückte Raum im Licht der Kerzen und des Transparenz. Doch oh Wunder, es stand noch ein Brett auf dem Tisch, an dem siebzehn kleine Lichtlein brannten. Meine Brüder hatten mich damit überrascht. Während die Mutter immer noch starr an der Tür lehnte, war auch der Vater hinzugetreten und nun brachte ich meinen Prolog vor, worauf die Gäste ein dreimaliges Hoch brüllten. Dann stand einer von den Stammgästen auf und brachte in umständlicher stotternder Rede die Wünsche der Gäste zum Ausdruck und rief zum Schluss Unser wertes Hochzeitspaar und unser liebes Geburtstagskind mögen noch lange Jahre froh und glücklich sein. Sie leben hoch 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 Da rief die Mutter, der während des Ganzen eine dunkle Röte bis zu den Schläfen über das Gesicht lief aus. Ja seid denn alle verrückt worden? Was rätst denn allweil von zehn Jahr? Mir sind doch schon zwanzig verheirat. Ich verwunderte mich über diese Rede sehr, denn ich wusste doch bestimmt, dass der Vater jetzt fünfundreißig, die Mutter aber achtunddreißig zählte und wenn sie nun vor zwanzig Jahren schon geheiratet hätten so, ich schickte mich also an, ihnen dies zu erklären. Da erhielt sich einen heftigen Stoss von der Mutter und sie rief halblaut Marsch ins Bett und freuen kannst die. Andern tags aber gab es heftige Prügel dafür, dass ich die Eltern so blamiert hatte, denn sie wollten es niemand wissen lassen, dass die Mutter mich schon ledig gehabt. Jetzt war meine gute Zeit wieder vorbei und die Mutter quälte mich wieder ärger denn je. Dabei empfand ich es am bittersten, dass sie mich oft, besonders zu gewissen Zeiten des Monats wegen irgendeiner Kleinigkeit, die ich mir hatte zu Schulden kommen lassen, dadurch strafte, dass sie mir befahl, nach dem Mittagessen in ihrem Zimmer zu erscheinen. Dort musste ich mich jedes Mal nackt ausziehen und niederknien und nun schlug sie unter lauten Schmähungen mit dem Ochsenfiesel so lange auf mich ein, bis sie vollkommen erschöpft war und mir das Blut über Arme und Rücken herunter ran. Bei diesen Züchtigungen waren die Schläge, an die ich mich schließlich auch gewöhnte, nicht so schmerzhaft als der Umstand, dass die Mutter oft viele Stunden zwischen meiner Verfehlung und der Strafe verstreichen ließ, während derer ich das kommende jeden Augenblick vor mir sah und doch meine Arbeit tun musste. Dadurch wurde mir das Leben im Hause immer mehr zur Qual und ich beschloss, auf irgendeine Weise, dasselbe zu verlassen. Da besuchte unser junges Mädchen, welches sich vor seinem Eintritt ins Kloster noch von einer meiner Basen, die bei uns in Dienst war, verabschieden wollte. Diese schilderte mir den Beruf und das Leben der Nonnen so schön, dass ich voller Begeisterung beschloss, ebenfalls ins Kloster zu gehen. Ich äußerte diesen Wunsch meiner Mutter gegenüber und sie war ganz wieder mein Erwarten einverstanden. Doch wohin? Man versuchte es im Institut der englischen Fräulein, doch wies man mich dort ab, weil ich ein lediges Kind war. Da war, dass der alte Pater Guardian des Kapuziner Ordens in München uns gewiss raten könne, der hätte auch ihre Schwester ins Kloster gebracht. Meine Mutter ging also mit mir dahin und stellte mich dem Pater vor und nachdem ich ihm meinen Wunsch ins Kloster zu gehen vorgetragen hatte, meinte er, viele sind berufen, aber wenige nur sind auserwählt. Wenn du wirklich den festen Willen hast, Nonne zu werden, so will ich dir gerne dazu helfen. Darauf nannte er mir als die geeignetste Stätte, Gott in gänzlicher Abgeschiedenheit von der Welt zu dienen, das Kloster Bärenberg in Schwaben. Und nachdem er noch meine Schulzeugnisse geprüft und mich auch in religiösen Dingen nicht unwissend befunden hatte, empfahl er mir, dorthin zu schreiben. Denn da selbst könne ich Lehrerin oder was ich wolle werden. Auf meine Anfrage bei den frommen Frauen dieses Klosters, das dem heiligen Josef geweiht war, erhielt ich denn auch wirklich den Bescheid, dass man, obwohl ich schon 17 Jahre alt sei und man gewöhnlich nur jüngere Bewerberinnen zulasse, dennoch gewillt sei, mich als Kandidatin aufzunehmen. Zugleich war dem Schreiben ein Zettel beigelegt, der alles und dergleichen brauchte. Als Tag meines Eintrittes war der 5. Dezember, der Todestag meines Großvaters ausersehen und ich erwartete ihn sehnsüchtig und mit großer Aufregung. Die letzte Nacht vor meinem Scheiden aus dem elterlichen Hause schlief ich nur wenig und als mich am frühen Morgen die Mutter aus den Federn holte, war ich in ganz seltsamer Stimmung. Verflogen war alle Lust und Freude und ich wäre viel lieber im Bett geblieben, statt mich für die Reise bereit zu machen. Da ich nun aber einmal daran glauben musste, kleidete ich mich rasch an. Bald trat auch schon die Mutter reisefertig in die Stube und nachdem ich meinem Vater und den Geschwistern lebewohl gesagt, machten wir uns auf den Weg. Oftmals blickte ich noch zurück auf unser Haus und als wir durch die menschenleeren Straßen zum Bahnhof zueilten, nahm ich noch Abschied von den alten Frauentürmen, die freundlich aus dem Frühnebel grüssten. In der Eisenbahn gab mir die Mutter noch allerhand Ratschläge und meinte zum Schluss, kost's was mag, wann's nur rechter brave Klosterfrau wirst. Schicken der me dir alles was magst. Brauchst bloß schreiben, aber aushalten musst und nach dieser Rede verstummte sie und auch ich lehnte mich schweigend in meine Ecke. Verschneite Wiesen, Wälder und Ortschaften glitten draussen vorüber, Stationen wurden gerufen, Leute stiegen aus und ein, deren Redeweise immer mehr das Schwabenland verriet und bald waren wir in der Hauptstadt in Augsburg. Den mehrstündigen Aufenthalt benutzten wir dazu, uns die Stadt ein wenig anzusehen. Mich aber interessierten nur etliche Klosterfrauen, die eben über den Marktplatz in eine Kirche gingen. Doch gefiel mir ihre Kleidung gar nicht und ich fürchtete, es möchten die Frauen des heiligen Josef ebensolche unschöne Gewandung tragen. Während ich ihnen noch nachblickte, stürmte plötzlich keuchelnd ein Hund an mir vorüber, der einen anderen, der laut heulte, hinter sich herschleifte. Entsetzt sprangen aus dem die Rufe erschollen. Ich aber war höchst erstaunt vor diesem scheinbaren Naturwunder stehen geblieben und starrte mit offenem Munde den Hunden nach. Da riss mich meine Mutter mit den Worten mit sich fort und führte mich auf dem kürzesten Wege wieder zum Bahnhof. Während der weiteren Fahrt war die Mutter recht einsilbig und als wir jetzt an der Endstation Kammhausen anlangten, sagte sie nur, so, jetzt müssen wir schauen, dass wir nur an Platz im Stellwagen kriegen, welchen Worten ich nicht zu widersprechen wagte, obgleich ich viel lieber zu Fuß gegangen wäre. Während nun die Mutter wegen der Fahrscheine drinnen am Postschalter verhandelte, besah ich mir die Gegend. Da erblickte ich gerade vor mir, kaum eine halbe Stunde entfernt angelehnt an einen bewaldeten Hügel ein imposantes Gebäude und ringsum dasselbe eine Menge kleinerer, die den Eindruck einer kleinen Stadt machten. Etwas abseits lagen wieder eine Anzahl Häuser, die mehr ländlichen Charakter hatten und von Bäumen umgeben waren. Um das große Gebäude und den Berg zog sich eine Mauer und von dem Dach grüßten ein paar große mit hohen Schneehauben überzogene Storchennester. Dazwischen ragten mehrere kleine Türmlein in die klare Luft und von einem größeren klang einladend das Mittagläuten zu mir herüber. Da schreckte mich jemand aus meinem Betrachten auf. Hey Mädler, was lüksch denn allweil nach Bärer Berg rüber? Mag sch epper au e klosch der Frau wäre? Ja, das heißt, na, nach diesen ungeschickten Worten lief ich wieder auf die andere Seite des Bahnhofs, wo die Mutter mich schon überall suchte. Ich sagte ihr, dass ich Bärenberg schon gesehen hätte. Doch schien sie es nicht zu hören und trieb mich zur Eile, da der Stellwagen gleich abfahren wolle. Mit uns hatten noch einige Frauen und ein junger Mann Platz genommen und der Letztere veranlasste mich durch sein sonderbares Betragen und sein vogelartiges Gesicht immer wieder nach ihm zu schauen. Er spielte unablässig mit seinen Fingern, schnitt Grimassen und leilte unverständliche Worte vor sich hin. Ich erfasste aus der lebhaften Unterhaltung der Frauen, die bei ihm saßen, dass der junge Mensch blöd und epileptisch krank sei und nun in der Kretinen Abteilung Bärenbergs untergebracht werde. In der Ecke saß ein altes Weiblein mit einem kaum 20-jährigen Mädchen und es fiel mir auf, dass die beiden gar nichts miteinander redeten. Auch die anderen Frauen interessierten sich anscheinend für das Paar, denn die eine fragte plötzlich die Alte »Fahret sie auch auf Bärenberg?« »Ja, freilie«, antwortete diese, »ma dir n' l' ist ritt und a stummer l' a. Jetzt hann ich mich beim Burgermeister fürstellig gemacht und der hat ins a G'schreibats geben, das auf G'morkösten in die Anstalts Bärenberg kimmt, der ham ja lauter sollerne dalken. Du liebst Herrgottl, ist dies aber schade, sie ist ganze fritzigs herztausigs Mädler, Moyakala muss auch hin, weil er irr ist und sie fallert hat. Nun war mit einem Mal meine ganze Schneid fort und ich hatte nicht geringe Angst vor zähligen Frauen nun auch an uns wandten, musste ich wohl ganz den Eindruck einer verschüchterten Irren gemacht haben, denn die eine sagte zu meiner Mutter so so sie fahrert auch mit uns sie wollet gewiss auch Aufnahmen für dies Mädler ist es auch es war da sagte meine Mutter dass ich Klosterfrau werden wolle schau schau sagte die Alte darauf so ein schwerer und anstrengender Beruf möcht's Mädle und ist so blass und mager las sie so wieder heu fahren Frau die ist nicht pass für ihr Klosterfrau doch meine Mutter entgegnete nur kurz es wäre mir gleich was tät aber sie will selber ins Kloster damit war die Unterhaltung zu Ende inzwischen waren wir an dem Hügel angelangt und mussten nun ganz um ihn herum fahren da sah man und ich war überrascht von der Schönheit des alten Städleins vor dem großen Gebäude machte der Postillon halt und wir standen wartend an der verschlossenen Pforte aus dem kleinen Fensterchen daneben sah eine schwarze Katze und als die Tür sich endlich öffnete stand eine kleine alte Nonne vor uns liebenswürdig und demütig nach unserem Begehr fragend nachdem sie die Wünsche eines jeden gehört führte sie uns in ein kahles Zimmerchen aus dem erst die Taubstumme dann die Frauen mit dem Kranken geholt wurden zuletzt kam eine blasse junge Schwester die uns nach den Gemächern des Superiors führte vor der Tür des Sprechzimmers standen etwa sieben bis acht Nonnen und warteten auf Einlass sie standen da gesenkten Hauptes die Arme vor der Brust gekreuzt und beteten leise vor sich hin während mitunter ein halbscheuer halb neugieriger Blick uns streifte inzwischen hatte die Schwester uns angemeldet und wies uns nun in ein mit dem Sprechzimmer verbundenes Gemach da trat nach einer kleinen Weile während der mir fast die Brust zersprang vor Erregung aus der Tür des Sprechzimmers ein ernster Mann von Ehrfurcht gebietender Größe und Haltung und lud uns ein näher zu treten Er führte uns in sein Zimmer das fast wie der Laden eines Buch und Schreibwarenhändlers aussah Überall lagen Stöße von Büchern Heften Zeitschriften Akten und Briefen umher und dazwischen große Pakete ganze Bündel Wachskerzen Rosenkränze und Sterbkreuze Über einem Stuhl hingen eine Menge violettgelber Ordensgürtel und an einem Schrank lehnten etliche Krücken Nachdem der Superior in einem Armstuhl Platz genommen wies er meiner Mutter auf dem Sofa und mir auf einem Rohrhockerl Sitze an Hierauf begann er Hast du dir auch wohl überlegt mein liebes Kind was du tun willst indem du eine Klosterfrau zu werden gedenkst Meine Mutter antwortete statt meiner Hochwürdiger Herr wir haben ihr lang genug davon abgeraten und plötzlich in ihre gewohnte Redeweise verfallend fuhr sie fort Aber Das haben halt schon viele im Sinn gehabt und nach einiger Zeit sind sie doch wieder in die Welt zurück und gar bei uns gehört viel dazu um den Anforderungen die wir an die Schwestern stellen gerecht zu werden Doch soll es uns große Freude bereiten wenn das liebe Kind eine recht fromme brave und tüchtige Schwester in unserem Orden wird Wir haben ja so viele nötig sowohl für die Arbeit als auch für den Unterricht Denn unsere Anstalt besteht aus einem Blindenheim einem Taubstummen Institut einer Heimstätte für alte schwächliche Personen und einer Pflegeanstalt für Kretinen epileptische irre Tobsüchtige und durch Ausschweifung zerrüttete sogenannte Besessene Auch finden bei uns Arme Kranke und Missgestaltete sowie blöde krüppelhafte und missratene Kinder eine Stätte zur allseitigen Pflege und Bildung soweit dies möglich ist Unser Orden hat jetzt etwa 500 Professschwestern von denen etliche schon seit Bestehen desselben das Kleid unseres Schutzpatrons tragen und ungefähr 200 Novizinnen die ihren weißen Schleier erst in ein bis zwei Jahren bei Ablegung der Profess mit dem Schwarzen zum Zeichen gänzlicher Entsagung der Welt vertauschen Diese sind noch nicht durch die ewigen Gelübde gebunden und können den Orden noch verlassen Doch zeigt ein einzig dastehendes Beispiel wie der himmlische Bräutigam diesen Verrat bestraft Die betreffende Novizin wurde nach einiger Zeit irrsinnig und befindet sich jetzt in unserer Irrenabteilung Außer den genannten haben wir noch etwa 300 Jungfrauen die am Tag des Heiligen Josef Lehr-, Pfleg- und Arbeitsschwestern werden wollen sowie 120 Lehramtskandidatinnen 10 Handarbeits- und 6 Musikkandidatinnen und etwa 15 für die Hausarbeit und Küche Wie ich sehe hat das Kind sehr gute Schulzeugnisse Eine kurze Prüfung wird uns zeigen wozu sich das Mädchen eignet Sollte es dir mein Kind nicht gefallen so kannst du innerhalb fünf Jahren diese Städte noch verlassen Nun sage mir einmal Willst du bei uns bleiben? Er war bei den letzteren Worten aufgestanden und hatte mir das Kinn gefasst indem er mich fest anblickte Da sagte ich leise Ja ich will da bleiben Meine Mutter hatte dies Jahr überhört und rief Da kannst nicht antworten wenn's gefragt wirst Doch der Priester entgegnete ihr Ereifern Sie sich nicht Frau Mutter Das gute Kind hat mir sein Ja Wort schon gegeben Darauf gab er uns seinen Segen und ließ uns durch eine Nonne nach der Kandidatur führen Hingen hingen bunte Heiligen Bilder und in einer Ecke war ein kleiner Haus Altar aufgerichtet dessen zierliche Ampel ihr mattes Licht auf die aus Gips verfertigte Statue des Heiligen Josef warf Als ich sah dass auch hier nur Klosterfrauen tätig waren verwundete ich mich sehr und wagte an die Schwester die uns bediente die Frage ob hier die Nonnen auch das Bier selber brauten da erzählte sie uns dass alles was nur immer zu tun sei von ihnen selbst gemacht werde auch die Ökonomie und Metzgerei sowie alle Handwerke deren das Kloster bedürfe zur Hilfe würden allerdings die Pfleglinge welche sich dazu eigneten verwendet dies setzte mich in großes Erstaunen und ich sah meinem Leben in diesem Kloster mit viel Neugier entgegen meine Mutter aber hatte mit wachsendem Entsetzen zugehört und konnte dies auch kaum vor mir verbergen und als sie um drei Uhr wieder in den Stellwagen stieg sagte sie ganz unvermittelt also wenn's der Graz schwer wird kannst es ja schreiben bet viel und sei recht fleißig und aufmerksam und dass dir nix Schulden kommen ich gab noch Grüße auf an alle die mir lieb waren dann schlang ich plötzlich meinen Arm um ihre Knie drückte laut auf weinend meinen Kopf in ihre Kleider und lief danach so rasch ich konnte an die Pforte und läutete fest ohne noch einmal umzuschauen man wies mich wieder in das kleine Zimmer und dann führte mich die blasse Schwester ins Refektorium wo die Kandidatinnen bei der Vespa saßen liebenswürdig nahmen sich sofort einige von ihnen meiner dankbar dafür denn ich hielt es für natürliche herzliche Kameradschaft später freilich erkannte ich meinen Irrtum es war alles nur Drill und von wahrer Güte wenig zu finden wie Gotterie paarte sich mit Stolz Selbstzucht mit dem Ehrgeiz vor den oberen schön dazustehen und als angehende Heilige bewundert zu werden besonders unter den älteren Mädchen hatte dies Streben nach Vollkommenheit einen wahren Wettlauf um die Tugend hervorgerufen und die Präfektin der Kandidatur die solches mit großer Befriedigung wahrnahm übergab nun jeden neu angekommene der Obhut einer dieser Würdigen welche zugleich mit diesem ehrenvollen Amt den Namen Schutzengel erhielt also ward auch mir gleich am ersten Abend ein solcher Schutzengel zugeteilt und waltete mit Eifer seines Amtes Bald machte er mich auf das Weltliche meiner Heiterkeit aufmerksam obschon ich mir recht traurig vorkam und als ich später meinen Arm in den meiner Beschützerin legen wollte wies sie mich mit den Worten zurecht Pfui das schickt sich doch abend 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 stets in der kapelle verrichtet wurde führte meine Hüterin mich das selbst an den mir zugeteilten Platz von dem aus ich weder den altar noch sonst etwas von der Kirche sehen konnte denn wir befanden uns auf einer Art Galerie die mit einem dichten Gitter abgeschlossen war rings um uns vernahm ich lautes beten und sah mich neugierig um zu sehen woher es käme da flüsterte mein Schutzengel mit strenger Miene sieh für dich arme Seele Gott ist hier nach dem Abendgebet gingen wir paarweise in den großen Schlafsaal und meine Führerin steckte mir auf dem Weg dahin einen Zettel zwischen die Finger auf dem geschrieben stand von neun Uhr abends bis sieben Uhr morgens strengstes Stillschweigen im Schlafsaal angelangt wies sie mir mein Lager an und ich wollte nun beginnen mich auszuziehen da ich noch stetische Kleidung trug und auch kein Nachthemd bei mir hatte brachte sie mir eine weiß und rot karierte Bettjacke ich hatte bereits meine Bluse aufgeknöpft und entblößte eben meine Schultern als mein Schutzgeist ganz entsetzt herzusprang und mir die Bluse rasch wieder über die Achseln schob hierauf warf sie mir die Bettjacke über musste entblößte sie unter dieser schützenden Hülle meinen rechten Arm und schob ihn rasch in den Ärmel des Nachtgewandes ebenso verfuhr sie auf der linken Seite und dann knöpfte sie mir den Kittel bis an den Hals zu die anderen Kandidatinnen hatten sich inzwischen unter lautem Beten auf die gleiche Art entkleidet und ich sah nun eine nach der anderen ins Bett steigen doch behielten alle ihren Unterrock und die Strümpfe an ich machte meine Hüterin durch Zeichen auf dies aufmerksam da zog sie einen Bleistift und einen Notizblock aus der Tasche und schrieb darauf ein sitzames Kind entblößt die Füße erst im Bett und auch den Unterrock darf man nicht vorher abstreifen also legte ich mich zu Bett und entledigte mich nachdem sie worauf eine Nachtschwester von Bett zu Bett ging und einer jeden die Zudecke glatt strich und nachdem man sich noch der Fürbitte des heiligen Josef und der heiligen Barbara durch besondere Gebete versichert und den Psalm aus der Tiefe rufe ich zu dir o Herr samt den dazugehörigen Pater Nostern gebetet hatte legte man die Arme auf der Bettdecke kreuzweise über die Brust und schlief dann ein traumlos schlief ich die ganze Nacht denn ich war den Tag über müde geworden und als am frühen Morgen plötzlich ein lautes gelobt sei Jesus Christus ertönte dem die Kandidatinnen sich aufsetzend in Ewigkeit Amen antworteten blickte ich verwirrt um mich und konnte mich erst als von der Pfarrkirche das 5 Uhr läuten besinnen wo ich Moment aber sah ich rings um alle Augen entsetzt auf mich gerichtet und nun merkte ich erst dass ich im Hemd und ohne Strümpfe war schnell schlüpfte ich wieder ins Bett und zog mit vieler Mühe unter der Decke meine Unterkleider an derweilen waren die anderen Mädchen schon an den langen Waschtisch getreten wo eine Waschschüssel neben der anderen stand und wuschen sich als mein Ankleidens wurde wie am Abend laut gebetet man empfahl sich zu allen Stunden in Mariens Herzen und Jesu Wunden nachdem wir unseren Schlafsaal geordnet und zuletzt die leichten Filzschuhe mit Stiefeln vertauscht hatten begaben wir uns paarweise nach der Kandidatur diese befand sich in dem sogenannten Mutterhaus einem alten Bau der noch aus dem 16. Jahrhundert stammte und damals den Prämonstratenser hatte die später daraus vertrieben wurden worauf das Kloster erst als Kaserne und dann als Speicher diente in diesem Zustand erwarb es unser Orden und richtete es wieder wohnlich her doch wurde das Haus bald zu klein und man fügte einen Anbau um den anderen an so kam es dass wir unseren Schlafsaal in einem dieser neuen Gebäude hatten wir schritten also über den verschneiten Bindungsgang nach dem Mutterhaus hatte man gerade erst zu bauen begonnen da läutete es in der Pfarrkirche zur heiligen Wandlung sofort warfen sich alle auf die Knie in den Schnee und beteten den Mensch gewordenen Gott an als wir im großen Lehrsaal der Kandidatur angekommen waren knieten alle vor einer reich mit Blumen geschmückten Statue des heiligsten Herzen Jesu nieder vor der die Präfektin bereits in andächtigem Gebete lag sie schlug jetzt ein Andachtsbuch auf und las daraus die Legenden einer Heiligen worauf eine lange Betrachtung ihrer Tugenden und Leiden folgte zum Schluss wurde vieles auf uns angewandt und etliche Kandidatinnen die sich Verfehlungen gegen eine der Tugenden dieser Heiligen hatten zu Schulden kommen lassen bekamen nun eine eindringliche Strafpredigt und es wurden ihnen schwere Bußübungen wie Rosenkränze stundenlanges Knien vor dem Altar und dergleichen auferlegt starr vor Erstaunen hörte ich dem Ganzen zu und bereute es schon bitter jemals den Vorsatz gefasst zu haben Nonne zu werden nach dieser geistlichen Lesung und Betrachtung gingen wir in den Speisesaal zum Frühstück das in einer Tasse dünnen Kaffees und einem Brötchen bestand meine Hüterin legte wieder einen Zettel vor mich hin des Inhalts dass es Jesus recht wohlgefällig sei wenn man freiwillig auf das Brot verzichte weshalb ich nur die Hälfte davon aß Nun hatten wir der Frühmesse in der Klosterkapelle beizuwohnen und danach versammelten wir uns wieder im Saal der Kandidatur und jedes holte sich ein Buch um zu lernen Inzwischen schlug es 8 Uhr und herein traten drei Schwestern die Lehrerinnen der Kandidatur gefolgt von der Präfektin die mich nachdem wir beim Glockenschlag um eine gute Sterbstunde gefleht Setzen hieß und nun begann mich in allem zu prüfen was ich als Lehramtsschülerin wissen oder lernen musste sie gesellte mich danach dem zweiten Kurs zu und wies mir meinen Platz an worauf der Unterricht begann der erste Kurs schrieb an einem Aufsatz wir rechneten schriftlich und der dritte Kurs hatte Unterricht in Grammatik die höheren Klassen hatten ihre eigenen kleinen Studierzimmer und diese waren nur durch Glastüren von unserem Saal getrennt um neun Uhr versammelten sich von Neuem alle vor dem Altar knieten nieder und beteten laut ein Stundengebet kaum hatten wir uns wieder erhoben als abermals von der Pfarrkirche die Glocke zur Wandlung läutete und wir uns wiederum auf die Knie warfen und anbieteten nach einer kurzen Weile rief man uns zur Vespa und jede bekam ein Krüglein Bier und ein Stück schwarzes Brot wobei ich sah dass wieder viele die Hälfte des Brotes zurück in den Korb wandern ließen doch weiß ich nicht ob dies zur Abtötung oder aus Abneigung gegen das raue Gebäck geschah bald nachdem der Unterricht wieder begonnen hatte kam die Präfektin und befahl meinem Schutzengel mich ins Bad zu führen durch lange Gänge vorüber an Männer und Frauen Abteilungen aus denen wüster Lärmdrang hinab über alte morsche stiegen ging es dann traten wir in einen moderigen Kellerraum wo etwa zehn Männer Körbe flochten wir eilten an ihnen vorüber und kamen durch die mit ekelhaftem Gestank erfüllte Waschküche in der etliche Kretinen aus einer übel riechenden Lauge graue Wäschestücke zogen endlich in ein düsteres Kämmerlein das man Bad nannte und in dem zwei alte Badewannen durch einen Vorhang getrennt an der Wand standen wir mussten uns erst das heiße Wasser aus der Waschküche holen und nachdem wir unsere Wannen gefüllt und unsere Tücher und Wäsche auf einen neben der Wanne stehenden Stuhl gelegt hatten begann mein Schutzgeist mir zu zeigen wie man sich baden müsse ohne die Unschuld zu verletzen ich durfte mich nicht ganz entkleiden sondern musste in Hemd und Strümpfen in die Wanne steigen hier konnte ich mich meiner Strümpfe entledigen während das Hemd meiner Blöße als Bedeckung blieb und tüchtig eingeseift wurde darauf strich man einige Male mit den Händen darüber hin denn unter dem Hemd durfte der Leib nicht berührt werden nur Gesicht und Hals wurde gründlich gewaschen währenddem beteten wir laut den schmerzhaften Rosenkranz auf das der der für uns Blut geschwitzt hat und für uns gegeißelt ist worden unser Herz vor jedem sinnlichen Gedanken bewahre auf dem Rückweg erzählte mir meine Beschützerin dass man während des Sommers in einer Hütte zu St. Jakob bade eine Einsiedelei nahe dem Kloster in einem kleinen Tal gelegen und sie erklärte mir genau wie man es dabei zu machen habe damit die Seele nicht Schaden leide als ich dann später im Sommer wirklich dieses Badehütlein besuchte musste ich über mein Hemd einen Anzug mit langen Armen anziehen so dass ich am Ende nicht das Gefühl der Erfrischung hatte sondern es mir war als sei ich durch ein Unglück ins Wasser geraten zum Glück durfte ich während meines eineinhalbjährigen Aufenthalts im Kloster nur dreimal baden nach dem Bade führte meine Hüterin mich in die Garderobe wo ich meine klösterliche Uniform erhielt danach gingen wir zu Tisch und jetzt war ich eigentlich erst als Kandidatin anerkannt ich trug ein blau gestreiftes Cartoonkleid eine schwarze Schürze ein schwarzes bemerkte Batistschleife vor dem Essen befahlen wir unsere Sinne dem göttlichen Meister indem wir beteten barmherzigster Herr Jesu Christe gestatte dass ich jetzt diese Mahlzeit einnehme aus Gehorsam um meine Gesundheit zu stärken und mir neue Kräfte zu sammeln bewahre mich vor aller Sinnlichkeit und gib mir die Gnade dass ich nicht ohne Überwindung von dieser Mahlzeit aufstehe doch hätte es eigentlich Reisezettel nicht danach angetan war den Gaumen zu reizen sodass es schon große Überwindung bedurfte gehorsam zu sein und zu essen die älteren Kandidatinnen freilich fügten diese Überwindung noch andere hinzu indem sie kein Salz nahmen kein Wasser tranken kein Brot aßen und anderes mehr ich selbst konnte mich nur sehr schwer an die Kost gewöhnen denn erstlich wurden alle Gerichte mit Dampf gekocht und dann kamen wir in Bezug auf die Qualität erst an dritter oder vierter Stelle das Fleisch und frische Gemüse erhielten die Schwestern was davon übrig blieb die Jungfrauen wir bekamen das Fett mit Kraut Kartoffelbrei oder Salat was wir übrig ließen wurde dann den Pfleglingen mit einer Brennsuppe verabreicht zwar gab es in der Küche auch Geflügel und Fische doch das war für die Oberen die Geistlichkeit und bessere Gäste bestimmt am übelsten aber bekamen mir die sogenannten Kässpatzen eine zähe Wasserteigmasse in der eine Menge Zwiebeln staken doch ging es allen Neulingen so so dass sich nicht selten die eine oder andere erbrechen musste was hingegen kein Grund war mit dem Essen aufzuhören während der Mahlzeit hielt stets eine ältere Kandidatin eine erbauliche Tischlesung meist Legenden aus dem Leben heiliger Personen die durch Fasten und Abtöten eine hohe Stufe der Heiligkeit erklommen hatten nach Tisch ordnete man sich in Paaren und begab sich in die Kapelle damit nachdem der Leib seine Nahrung erhalten auch die Seele ihr Teil bekäme durch den Akt der geistlichen Kommunion Ich war nach dieser Andachts Übung Armen beschlossen wurde so müde dass ich beinahe im Gehen einschlief Da traten wir plötzlich in einen großen Saal Darinnen saß eine junge Nonne mit gewinnendem freundlichem Blick in den kindlichen Zügen am Flügel Während neben ihr ein junges Mädchen einen Stoss Liederbüchlein im Arm hielt und am Tisch verstreut mehrere Oratorien und Messen lagen Die Nonne stand auf und nachdem ein kurzes Gesangsstunde wobei ich sah dass hier die Musik sehr gepflegt wurde denn die Stimmen waren gut geschult und das Spiel der Schwester meisterlich Sie präludierte erst ein wenig und spielte dann etliche Variationen des zu behandelnden Liedes Endlich gab sie das Zeichen zum Einsatz und nun heilte der Saal wieder von den Tönen einer herrlichen altitalienischen Messe Als die Sängerinnen eine längere Pause machten bat ich die Schwester sie möge mich mitsingen lassen was sie ziemlich verwundert gestattete nun war mit einem Male meine ganze Müdigkeit dahin und ich sang so zu ihrer Zufriedenheit dass sie mich erstaunt fragte wo ich Unterricht gehabt hätte ich antwortete ihr dass ich am Kirchenchor gesungen hätte und auch schon längere Zeit im Klavierspiel unterwiesen worden sei hoch erfreut rief sie als dies bekomme ich eine Musik Kandidatin und sofort eilte sie zum Superior ihn zu bitten dass er mich ihr überweise dies geschah noch am nämlichen Tage und nun begann für mich eine glückliche Zeit ich machte rasch Fortschritte im Klavierspiel und als ich dann auch im Violinspiel über die ersten Anfänge hinaus war taten sich vor mir immer wieder neue Wunder auf und ich schien mir meiner Lehrerin durch großen Eifer und möglichste Genauigkeit im Arbeiten hatte ich schon vorher unter den Lehramts Jüngerinnen einige heftige Widersacherinnen gefunden so mehrte sich jetzt ihre Zahl umso mehr als Schwester Zizilia mich sehr lieb gewann und wir bald gute Freunde wurden so kam es dass ich in kurzer Zeit einer der sogenannten Sündenböcke der Kandidatur war denn je öfter meine Lehrerin mir sagte dass ich brauchbar und ihr fast unentbehrlich sei desto öfter suchte man mich auf der anderen Seite durch Wort und Tat zu überzeugen dass ich ein eingebildetes dummes Mädel sei das leicht zu ersetzen wäre es dauerte nicht lange und die Obern des Klosters erfuhren diese Dinge also ward ich von der Präfektin der Kandidatur Schwester Archangela einer alten strengen Nonne mit harten und einer großen Hakennase auf der eine goldene Brille saß zu der Oberen geführt damit man mir zeige was einem so eitlen schlimmen Mädchen gebühre als ich vor der vornehmen gütigen Frau die einem alten französischen Adelsgeschlecht entstammte stand fragte sie mich was ich verbrochen habe denn man hielt viel auf ein freimütiges Bekenntnis seiner Vergehen ich antwortete würdigste Mutter man auf meine Leistungen überhebe und gegen meine Vorgesetzten und Mitschwestern unhöflich und herausfordernd sei doch fühle ich mich nicht schuldig und bitte sie würdigste Mutter meine Lehrerin und Mitschwestern darüber vernehmen zu wollen ohne ein Wort der Erwiderung nur einige Male mit dem Kopf nickend fasste mich die Oberin an der Schulter und führte mich in das Vorzimmer des Herrn Superiors wo ich warten musste bis sie mit ihm die Sache besprochen hatte als sie wieder heraustrat blickte ich ihr fest und mit großen Augen ins Gesicht doch konnte ich aus ihren Zügen nicht entnehmen ob man mir Glauben geschenkt hatte sie sagte nur ernst zu mir sprich ehrlich mit unserem Vater Magdalena er will nur dein Bestes ich trat also vor ihn hin und auf seine Frage was hast du vor zu bringen trug ich ihm den Hergang der Sache so vor wie ich in der oberen geschildert hatte da ließ er meine Lehrerin Schwester Cicilia zu sich kommen und sie musste nun über mich berichten als der Superior nur Gutes hörte meinte er seltsam höchst seltsam Kind wenn du wirklich brav warst so bleib es wenn nicht so wehr es damit waren wir entlassen und erleichtert trat ich mit der Schwester wieder auf den dunklen Gang hinaus auf dem Weg zum Musiksaal fasste ich ganz plötzlich in einer Aufwallung warmen Dankgefühls ihre Hand und küsste sie wiederholt lächelnd entzog sie mir diese indem sie sagte lass doch die dumme Hand sie gehört ja gar nicht mir sondern dem heiligen Josef da meinte ich aber der Mund gehört schon noch ihnen Geld Schwester ja zum beten und singen und und dass ich schnell ein andächtiges Bussell drauf gibt Schwester rief ich dazwischen und ehe sie sich dessen versah hatte ich sie geküsst ganz erschrocken schob sie sich den Schleier zurecht und zupfte an ihrem Habit herum doch sagte sie nichts und schalt mich auch nicht wie ich befürchtet als wir in den Saal traten sah ich unter ihrem Schleier über dem rechten Ohr einen wusch goldroten Haas hervorlugen ich sagte es ihr und da rief sie mit komischem entsetzen was sagst die Welt guckt raus ob ihr gleich zurück wollt ihr fuchsigen Locken und eiligst strich sie sie einige Male unter dem Häubchen zurück seit diesem Tag waren wir die besten Freunde und sie sagte mir im Vertrauen dass eben unser herzliches Verhältnis zueinander den eigentlichen Anlass zu dem Zwist gegeben hätte dass sie mich aber solange es den obern recht sei sehr lieb haben wolle ich solle nur mit allen freundlich und besonders gegen eine alte von der Präfektin wegen ihres Reichtums den sie dem Kloster geschenkt hatte sehr begünstigte Musikkandidatin recht höflich und zuvorkommend sein erst war ich über diesen Rat sehr verwundert bald aber erkannte ich selbst dass meines Bleibens in diesem Hause nur dann sein könne wenn ich wie man sagt mit den Wölfen heute ob schon mir jede Art von Scheinheiligkeit zuwider war Schwester Zizilia mochte wohl auch erst nach langem Kampf zu sie war im Übrigen so freimütig und offen dass sie einen absoluten Gegensatz zu den anderen Nonnen bildete dieser offene Charakter war übrigens auch ihren Familien Angehörigen eigen ihr Vater der Schullehrer in dem Ort war und im Kloster den Kandidatinnen und Lehrschwestern Unterricht im Geigen und Cellospiel gab darin er selbst ein Meister war hatte wegen seiner geraden Art viele Feinde er hielt die kriechende Unterwürfigkeit die sich unter den Nonnen so gern breit macht und meistens der Deckmantel für Ränke und Heimtücke wird kam er zu uns so begrüsste er erst seine Tochter mit den Worten und damit zog er das Blatt aus der Tasche obwohl es eigentlich verboten war Zeitungen zu lesen dann sagte er zu uns gewendet so meine Damen KIA Fanger Ist's quällig Während des Unterrichts trieb er viel Kurzweil mit uns sodass es mir oft schien als sah ich nicht in einem Kloster sondern bei einem alten Bekannten zu Besuch so war denn mein Leben ein ganz angenehmes geworden und ich ertrug die Bosheiten der Missgünstigen umso leichter als ich nicht die einzige gehasste und verfolgte war es waren vielmehr eine Reihe jüngerer Mädchen von den Günstlingen der Präfektin dieser als bösartige renkesüchtige Personen geschildert worden weshalb es täglich bei der morgendlichen Betrachtung Strafen und Bußen regnete so schüttete die Präfektin eines Morgens ihren heiligen Zorn über einige unglückliche Mädchen aus die ihre Waschtoilette nicht reingehalten und die Schuhe im Schlafsaal nicht aufgeräumt hatten sie wurden damit bestraft dass die eine die Schuhe an einer Schnur über die Schultern gehängt bekam während der anderen ein Zettel an die Brust geheftet wurde des Inhalts so wird die Schlamperei bestraft einem anderen Mädchen das eine Notlüge gebraucht hatte wurde ein roter Flanelllappen in Form einer Zunge an den Rücken gesteckt und eine dritte die mit einem Pflegling gesprochen hatte wurde da dies streng verboten war in Acht und Bann erklärt das heißt es wurde ihr das schwarze Schulter Krieglein das Abzeichen der Kandidatur auf die Dauer eines Monats entzogen und allen übrigen aufs strengste verboten mit der Unglücklichen während dieser Zeit zu sprechen solchen Befehlen wurde von allen Blindlings Folge geleistet denn die Präfektin stand im Geruche große Heiligkeit und man erzählte sich im Geheimen dass sie sich oft des Nachts Geißle und Kasteie man habe manchmal wenn man zur nächtlichen Betstunde in die Kapelle ging deutlich aus ihrer Zelle das Klatschen der Geißel hiebe und inbrünstiges Seufzen und Rufen vernommen auch sei sie wiederholt mit der Erscheinung ihres himmlischen Bräutigams beglückt worden an manchen Tagen schien sie auch wirklich zu leuchten und rief während der geistlichen Lesung wiederholt aus Kinder lernet Jesum lieben wie süß ist die Liebe zu ihm zugleich mit dem Amte einer Präfektin war ihr auch das einer Novizenmeisterin zuteil geworden und so lernten die jungen Nonnen gar bald diese Liebesbezeigungen gegen ihren göttlichen Meister und übten solche mit heroischem Eifer stundenlang konnte man oft Novizinnen vor dem Tabernakel knien sehen die Arme ausgebreitet und die Augen unverwandt auf das Altarpilz geheftet das Christum in ganzer Figur darstellte doch nicht bloß am Tage wurde der Heiland von seinen Bräuten aufgesucht nein auch während der Nacht waren Betstunden festgesetzt auf das der Herrgott auch zu der Zeit in der die Kreaturen ruhen und schlafen gebührend verherrlicht werde durch die ewige Anbetung in der Kandidatur setzte man nun auch seinen Stolz da rein an diesen Stunden teilzunehmen und das traf immer je vier für die Kapelle des Mutterhauses je vier für die Pfarrkirche und vier für die Kapelle des Neubaus so war auch ich einmal nachts um die zweite Stunde mit drei anderen Beterinnen in der Kapelle des Neubaus und unterdrückte krampfhaft und gehend den Schlaf da öffnete sich plötzlich die Tür und herein lief eine nur mit dem Nachthemd bekleidete Nonne warf sich vor dem Altar auf die Knie und begann mit dem Ruf Jesus brennende Liebe sich furchtbar zu geißeln wir waren starr vor Schreck und Staunen und mich packte das Grauen und Entsetzen die älteste von uns vieren aber meldete den Vorfall anderen tags der Präfektin die uns strengstes Schweigen gegen jedermann gebot solche und ähnliche Vorfälle flößten mir einen großen Abscheu gegen das Ordensleben ein und ich äußerte dies auch des öftern gegen Schwester Cecilia sie fragend ob sie sich auch so misshandle da meinte sie lächelnd ich komme nicht dazu denn ich muss mich den ganzen Tag mit euren Stimmen ärgern und plagen und brauche deshalb die Nacht zum schlafen ich kann kaum meine Tagzeiten beten vor Arbeit da erbot ich mich diese Pflicht mit ihr zu teilen und benützte von nun an jede freie Stunde dazu ihr einige dutzend Psalmen und Paternoster abzunehmen oder die Vesper Sext und Nun gemeinsam mit ihr zu beten wofür sie mir viel Dank wusste und mich nicht selten vor Strafe bewahrte wo ich sie verdient hätte inzwischen war die Fastnacht mit ihrem bunten Treiben gekommen und auch die Nonnen vergaßen für kurze Zeit sich zu kasteien und schlossen sich lieber dem Hofstaat des närrischen Prinzen an und versammelten sich mitsamt den obern und geistlichen im großen Refektorium Saal der in ein Theater umgewandelt war um sich an den heiteren Singspielen zu ergötzen die ihnen Kandidatinnen und Jungfrauen aufführten auch den ärmsten von allen den Pfleglingen der verschiedenen Abteilungen wurden mannigfache Belustigungen geboten und sogar etliche dem dürftigen oder zerrütteten Geist angepasste Schwenke aufgeführt bei denen die dafür geeigneten Leidenden selbst mitwirken durften damit aber diese Lustbarkeit nicht etwa in den Herzen der gottgeweihten Frauen und Jungfrauen ein Verlangen nach den Freuden der Weltzeitige beschloss man den Fasching mit einem frommen Theaterstück in welchem die Glorie irgendeiner heiligen Nonne oder Jungfrau ins hellste Licht gerückt und sie als Muster und Vorbild verherrlicht wurde Zu dieser Zeit hatte ich viel Arbeit denn bei den Fastnacht Spielen waren mir die ersten Rollen zugeteilt worden und nun stand der Tag des heiligen Josef an dem der Bischof die Einkleidung und Professabnahme im Kloster vornahm vor der Tür es war dies der festlichste Tag im ganzen Jahr und alles rüstete sich schon lange vorher in würdig zu begehen Ich erwartete das Fest mit großer Erregung da meiner sowohl in der Kirche als auch im Festsaal und beim Male schwere Aufgaben harten Doch war Schwester Cecilia nach der letzten Probe sehr zufrieden mit mir und meinte Mädel wenn du morgen so gut singst hebst die ganze Pfarrkirche in den Himmel Ich bin recht zufrieden Als dann der Morgen des Festes gekommen war regte sich sie im Kloster wie in einem Bienenkorbe geschäftige Nonnen huschten durch die Gänge den Arm voll Mürten Kränzlein weißer Nonnenschleier oder Skapuliere und eilten in die Zellen um die jungen Gottesbräute zu schmücken und zu kleiden große Girlanden wurden aufgehangen und die Kapellen geziert und die älteren Klosterfrauen liefen mit kritischem Blick herum hier zupfend dort sträubend überall noch die letzte Hand an die Dekorationen legend und den Kandidatinnen die ihnen zukommenden Handreichungen und Arbeiten anweisend und erklärend Wir hatten uns nach dem Frühstück im Musiksaal versammelt um unsere Aufgabe noch einmal flüchtig durchzugehen Da krachten zahlreiche Böllerschüsse von Kammhausen herüber zum Zeichen dass der Bischof dort angelangt und Empfangen vom Klerus und den Obern des Klosters sich auf dem Wege zu uns befinde Rasch ordneten wir uns in der Einfahrtshalle und begrüßten den Ankommenden mit einer Jubelhymne während draußen alle Glocken geläutet wurden Inzwischen schritten die bräutlich weiß angetanen Jungfrauen und Novizinnen zur großen Pfarrkirche in der schon ihre Angehörigen zahlreich versammelt waren Danach kamen die älteren Schwestern und um 8 Uhr begann die Feier Brausend tönte die Orgel durch das Gotteshaus und nach einer Ansprache des Bischofs traten die Bräutlein alle vor den Hochaltar fielen auf ihr Angesicht nieder und beteten laut das Konfitéor Danach empfingen sie aus der Hand des Bischofs den Leib dessen dem sie sich nun auf ewig antrauen wollten Mit ausgebreiteten Armen verharrten sie während des Hochamts in Gebet und Verzückung und schienen nun ganz und gar losgelöst Aufgabe ganz gerecht geworden als sich aber nach dem Hochamt die Novizinnen auf die Erde warfen und mit einem schwarzen Bart hoch überdeckt wurden zum Zeichen dass sie nun auf ewig für die Welt gestorben seien und der Bischof ihnen die ewigen Gelübde der freiwilligen Armut der steten Keuschheit und des blinden Gehorsams abnahm und einer Jungfrau nach der anderen das Haarabschnitt und sie mit dem Ordens Habit der Novizinnen bekleidete da packte mich ein Grauen und in mir schrie es nie niemals werde ich Nonne niemals und ich begriff nicht dass andere Mädchen so glückselig ausschauen konnten mein Entsetzen war so groß dass ich den Einsatz verpasste und erst nach längerer Zeit merkte dass hätte nicht Schwester Zizilia mich beobachtet und im rechten Augenblick für mich eingesetzt sicher ein Unglück geschehen wäre ich konnte kaum das Ende der kirchlichen Feier erwarten und rief nachher im Musiksaal meiner Lehrerin zu Schwester das weiß ich gewiss ich werde keine Klosterfrau ich sollte meine schönen Haar hergeben nein niemals doch hatte ich den übrigen Tag keine Zeit mehr viel an das vergangene zu denken denn auf die Tafel Gesänge folgte die Nachmittags Andacht und am Abend wurde noch ein Theaterstück die heilige Agnes aufgeführt ich kam endlich todmüde ins Bett und schlief rasch ein doch quälten mich wirre Träume und es war mir als lege ich auf einem Altar und man habe ein Leichentuch über mich geworfen während mir meine Zöpfe abgeschnitten und in einen Sarg gelegt worden aber ich sah nirgends einen Priester noch den Bischof und lauter fremde Nonnen waren um mich das fest wertet drei Tage und auch die Pfleglinge und Kranken durften daran teilnehmen es ward ihnen an diesen Tagen auch manches nachgesehen was man sonst unnachsichtlich bestraft hätte denn es waren unter ihnen viel bösartige und heimtückische Geschöpfe zu deren Bändigung es oft strenger Mittel bedurfte wie Zwangsjacken Hungerkuren Mauerter Zellen und dergleichen freilich geschah es mitunter auch dass der eine oder die andere in einer solchen Zelle vergessen wurde da die Kerker sich alle unter dem Dach befanden konnte man oft zwei drei Tage lang ein entsetzliches heulen und wimmern hören doch wussten nur wenige woher es kam und diese hüteten sich wohl es uns Neulingen zu sagen dafür ging im Kloster seit langem das Gerücht auf dem Dachboden seien Gespenster man erzählte von sündhaften Mönchen die für ihre geheimen Missetaten also gestraft worden seien dass sie in Ewigkeit keine Ruhe fänden sondern ihre Geister im Kloster umgehen müssten zum warnenden Beispiel für alle die darin lebten so geschah es auch einmal als ich mit einer anderen Kandidatin auf den Speicher gegangen war um dort unsere Garderobenschränke in Ordnung zu verschlagen hörten während vom Bretterboden dichter Staub aufwirbelte unter lautem schreien liefen wir zitternd zur Schwester Zezilia und berichteten ihr den Vorfall nachdenklich ging sie mit uns nochmals hinauf und wir suchten den ganzen Speicher ab da fanden wir dass eine tobsüchtige Frau von uns die Putzmarie genannt weil sie den ganzen Tag mit einem Schaff Wasser und einer Putzbürste herumlief und scheuerte seit vier Tagen hier eingeschlossen war und beständig auf den losen Bretterboden sprang um gehört zu werden denn sie war schon dem Verschmachten nahe Schwester Zezilia veranlasste sofort ihre Befreiung und die Alte war ihr so dankbar dafür dass sie alle Tage den Musiksaal putzen wollte als sie das aber nicht gestattet wurde schüttete sie laut schimpfend ihr man ließ sie gewähren denn ihre Pflegeschwester hatte derweilen die Hände voll Arbeit mit anderen Kranken es waren dies geistesschwache Kinder im Alter von zwei bis zehn Jahren die jetzt mit dem beginnenden Frühjahr in den sogenannten Kreuzgarten getragen wurden der in Wahrheit nur ein armseliges Wieslein zwischen vier hohen Klostermauern war hier hockten und lagen sie nun in den seltsamsten Stellungen viele in einer Zwangsjacke deren lange Ärmel auf dem Rücken zusammengeknüpft waren so dass es ihnen unmöglich war die Hände zu gebrauchen denn die meisten von ihnen fraßen das Gras Steine Erde oder gar den eigenen Unrat zwei Schwestern eilten beständig von einem zum anderen um sie vor Schaden zu bewahren doch diese armen Wesen die in ihren Bedürfnissen so anspruchslos waren machten viel weniger Mühe als jene von denen behauptet wurde sie seien besessen Unter diesen bedauernswerten Geschöpfen war besonders eines das mich lebhaft anzog ein ungefähr zwölfjähriges Mädchen welches da es aus sehr vornehmer Familie stammte bei uns Kandidatinnen Aufnahme fand obschon es eigentlich auch in die Abteilung jener Armen gehörte für die niemand zahlte das Kind war klein und von zierlichem wuchs sein zartes milchweißes Gesichtlein aus dem ein paar große braune Augen erschreckt in die Welt sahen war von reichem kastanienbraunen Haar umrahmt dass man ihr fest und glatt zurückgekämmt hatte obwohl nun die Schwestern das Wasser und auch Pomaden beim Kämmen nicht sparten erschienen doch allen Bemühungen zum Trotz jeden Vormittag aufs Neue an ihren Schläfen zuerst kleinere wirre Löckchen bis dann nach wenigen Stunden sich Locke an Locke um ihre Stirn ringelte was dem Gesicht etwas ungemein Liebliches gab sie hieß Margaret und war sehr klug in manchen Dingen sogar erfinderisch auch lernte sie leicht und erfasste rasch und mit feiner Beobachtung legte man ihr aber den Katechismus oder sonst ein religiöses Buch vor so weigerte sie sich hartnäckig daraus zu lesen oder zu lernen und war durch die strengsten Strafen und Züchtigungen nicht dazu zu bewegen man ließ sie tagelang hungern die ekelerregendsten Dinge verrichten man gab ihr nachts ein hartes Lager und wies ihr schwere Arbeiten an sie ließ alles mit sich geschehen ohne zu klagen man schlug sie grausam mit dem Stock und verbot uns aufs strengste mit ihr zu reden umsonst sie blieb auf alle religiösen Fragen stumm während sie in allen übrigen Lehrfächern gute Antworten zu geben wusste sie tat mir herzlich leid und ich übertrat manchmal im Geheimen das Verbot und sprach mit ihr da fand ich dass sie sehr munter plauderte und ein überaus liebenswürdiges und geselliges Mägdlein gewesen wäre aber sie begann gar bald zu kränkeln und kurz vor meinem Austritt starb sie an galoppierender Schwindzucht dieser Krankheit erlagen übrigens auch gar viele Nonnen und Jungfrauen und auch zahlreiche Pfleglinge wurden davon ergriffen die meisten Opfer standen im Alter von 20 bis 30 Jahren manche waren noch jünger es wurde ein eigener großer Fleck Landes von dem Superior angekauft und in einen Friedhof verwandelt in dem die Kreuzlein bald so dicht standen wie die Nonnen sonntags in den Kirchenstühlen saßen da schien es mir nicht verwunderlich dass jede Nonne angesichts des großen Sterbens bei Zeiten schon des Himmels gewiss sein wollte und darum eifrigst auf ihr Seelenheil bedacht war welches Bestreben durch die Klostergeistlichen treulich gefördert und unterstützt wurde unter ihnen war auch ein Kurat welcher sowohl in seinem Äußern als auch in Bezug auf seine große Strenge in Dingen der Sitte und Reinheit ganz dem Heiligen Aloysius glich er ward daher von jedermann nur Pater Sankt Aloysius genannt und als Muster reiner Sitten gepriesen von mancher Nonne ward er sogar als Heiliger verehrt bis sich eines Tages diese Verehrung in großen Zorn und Abscheu verwandelte als man nämlich erfuhr dass dieser tugendsam Priester eine Lehramtskandidatin ein wohlgebautes etwa 20-jähriges Mädchen das schon fünf Jahre dort weilte des öfteren Abends mit sich ins Stüblein nahm und erst nach mehreren Stunden daraus entließ Kandidatinnen die zur nächtlichen Betstunde gingen hatten sie aus seinem Zimmer schleichen sehen und dann bemerkt wie eine alte Nonne wütend aus einer Nische hervorsprang die Erschrockene aus dem Halbdunkel ans Licht zerrte und laut beschimpfte also hub ein großes Geschrei an und sowohl die Sünderin als auch der Priester mussten das Kloster verlassen der Geistliche welcher dem Pater Sankt Aloysius im Amt folgte war schon ein alter Herr und besaß die üble Gewohnheit während der Beicht immer einzuschlafen wodurch die Nonnen ihr Seelen heilgefährdet glaubten und nicht ehruhten bis wieder ein junger strenger Benefiziat an seine Stelle kam mit wahrem Feuereifer waltete dieser seines Amtes und war unermüdlich darauf bedacht alle Seelen ringsum vollkommen und makellos zu machen besonders Verfehlungen gegen die Kardinaltugend des Ordens den Heiligen Gehorsam ahndete er mit unnachsichtlicher Strenge und gab denen die sich in der Beicht eines derartigen Vergehens anklagten die schwersten Bussen auf trotzdem wurde mir die Ausübung dieser Tugend nicht leicht es war kurz vor dem Weihnachtsfest dem zweiten das ich im Kloster verlebte dass ich mich schwer gegen dieselbe versündigte um diese Zeit war ein großes Paket von meiner Mutter angekommen das meine Weihnachtsgeschenke enthielt darunter war auch eine schwarze Kleiderschürze mit langen Ärmeln wie ich sie mir schon seit langem gewünscht hatte doch ich hatte sie noch nicht anprobiert als schon ein Befehl unserer Präfektin kam ich solle diese Schürze sofort in das Nähzimmer geben damit man mir zwei kleine daraus mache denn so sei dieselbe ganz gegen die heilige Armut und ich dürfe so etwas nicht tragen da sie mir sehr wohl gefiel konnte ich mich nun lange nicht von ihr trennen und legte das schöne Stück einstweilen auf den Speicher wo ich sie alle Tage ans Licht zog und wehmütig mit der Hand darüber strich sie an mich hin hielt wieder zusammenlegte und sorgfältig versteckte eines Tages aber ward die Versuchung die Schürze einmal anzuziehen in mir so mächtig dass ich nicht mehr widerstehen konnte ich schlich mich also in die Garderobe zog sie aus dem Koffer und schlüpfte rasch hinein dann trat ich ans Speicherfenster und besah mich in der blinden Scheibe den Spiegel gab es nicht und auch der meine war aus meiner Näschertulle entfernt und ein heiligen Bild an seine Stelle geleimt worden da hörte ich plötzlich meinen Namen rufen und herauf stürmte eine Kandidatin Magdalena Magdalena geschwind komm zu Schwester Archangela es ist Probe für das Weihnachtsfestspiel ratlos sah ich mich um und zögerte mit dem Gehen vergeblich an der Unglücksschürze nästelnd und zerrend um die Knöpfe am Rücken aufzumachen doch schon rief mir meine Kollegin zu wenn du nicht gleich kommst melde ich deinen Ungehorsam und schickte sich zum Gehen worauf ich ihr folgte immer noch bemüht die Knöpfe aufzureißen auf dem Gang kam mir die Präfektin schon entgegen vergeblich suchte ich mich hinter der anderen Kandidatin zu verstecken sie hatte mich schon erblickt und sah nun starr auf die verbotene Schürze während ich fühlte wie mir abwechselnd Röte und Blässe über die Wangen lief auch auf ihrem Gesicht erschienen ein paar hochrote Flecken und mit den Worten da dies für deinen ungehorsam Rotzmädel gab sie mir ein paar heftige Schläge ins Gesicht darauf führte sie mich zum Superior und erzählte ihm meine Sünde der greise Priester kündigte mir nachdem er also schwere Anklagen gegen mich vernommen hatte meine Entlassung an indem er sprach mache dich bereit in drei Tagen bist du des Gehorsams ledig zwei Tage später kam ein Brief meiner Mutter in dem sie ihren Besuch für Weihnachten ankündigte ich wollte mich trotzdem zur Heimreise ankleiden und stand trotzig am Speicher und verschloss eben meinen Koffer als man mir meldete du kannst noch bleiben bis deine Mutter kommt ich erwartete also mit nicht geringer Aufregung ihren Besuch ob schon meine Lehrerin Schwester Zizilia mir immer wieder Mut machen wollte hab doch keine solche Angst Magdalena ich mach schon alles wieder gut inzwischen hatte eine andere in dem Weihnachtsspiele meine Rolle übernehmen dürfen es war schon ein älteres Mädchen und hatte keine Stimme weshalb die Präfektin zu mir sagte das soll deine Strafe sein dass du deine Partie zwar singen aber nicht spielen wirst du hast dich hinter ein Gebüsch zu kneen und zu singen und niemand wird deinen Gesang bewundern dafür werde ich sorgen und sie sorgte dafür denn als meine Mutter die man ebenfalls zu dem Festspiel Nacht und Licht geladen hatte nach Beendigung desselben mit mir zusammen war sagte sie was war denn jetzt der Esleni ihr habt doch deutlich deine Stimme gehört habt ihr aber nirgends gesehen oder hat am Ende die Klorne die das Licht gemacht hat die gleiche Stimme wie du da erzählte ich erweinend die Geschichte von der Schürze und erwartete mit Angst großen Tadel doch wieder erwarten gab sie mir nicht nur recht sondern war sehr zornig und empörte sich über die Willkür mit der man ihr Vorschriften machen wolle wie sie ihr Geld auszugeben habe was passt hat es einer nicht dass ich dir den Kleiderschutz geschickt habe immer dass ich um mein gutes Geld kauf er kann was ich mag und brauch keine von denen flugend zu fragen ob es am knurig ist oder nicht als dann die Besuchsstunde bei den Obern gekommen war und meine Mutter gebeten wurde im Sprechzimmer zu erscheinen ging sie mit großen Schritten hinein und sagte nur ganz kurz guten Tag da hörte sie nun nichts als Klagen über mein weltliches Betragen und besonders über den frevelhaften Ungehorsam den man mir mit den schärfsten Strafmitteln vergeblich auszutreiben versucht hätte schweigend und finster blickend hatte sie zugehört und sagte jetzt bloß Herr Superior lassen Sie es ihr Sach zusammenpacken in dem Smidhorn dies wurde ihr jedoch wieder raten und man versprach ihr es noch einmal mit mir versuchen zu wollen worein die Mutter nach einigem Sträuben unter der Bedingung willigte dass man mir meinen Fehler nicht weiter nachtrage sondern gut zu mir sei also reiste sie am anderen Tag wieder ab ohne mich mitzunehmen beim Abschied aber sagte sie noch wenn wieder was ist dann schreibst mir es halte nur brav und folge jetzt ich hatte aber alle Freude am Klosterleben verloren und ging nun wie ein Schatten herum hatte nicht Lust noch Leid aß nicht mehr und fing an zu kränkeln und nach einigen Monaten schrieb ich meiner Mutter dass ich keinen Beruf zur Klosterfrau in mir verspüre falls es ihr aber unangenehm wäre wenn ich wieder nach Hause käme bliebe ich ganz gerne als weltliche Lehrerin in der Anstalt unsere Briefe wurden nun stets von der Präfektin kontrolliert und so blieb ihr meine Absicht nicht lange verborgen eines Morgens sagte sie daher zu mir was muss ich sehen Magdalena du willst dem Herrn das Opfer deines Lebens also nicht bringen wie kannst du es dann wagen den anderen armen Kindern die bereitwilliger sind als du das Brot weg zu essen willst du nicht als Nonne hier sein so brauchen wir auch deine Kenntnisse nicht doch besinne dich noch ist es Zeit bedenke die Vorteile die Jesus seinen Bräuten bietet und kehre nicht zurück in die Welt trotz dieser Ermahnungen machte ich mich am Aschermittwoch nachdem meine Mutter geantwortet hatte ich solle ruhig nach Hause kommen der Vater sei krank und man könne mich notwendig brauchen zur Reise fertig und nahm Abschied von den Obern sie ließen mich zwar ungern ziehen doch konnten sie mich nicht mehr halten die Präfektin aber rief Magdalena Magdalena du bist verloren du gehst zugrunde schon sehe ich den Abgrund der Weltlichkeit in den du fallen wirst doch geh in Frieden mein Kind falls die Welt noch einen für dich hat gaffend umstanden mich die Kandidatinnen als Schwester Archangela dies gesagt und als ich nun auch ihnen liebe wohl sagen wollte da kehrten sie sich verächtlich von mir ab und eilten in den großen Lehrsaal um für mich arme verlorene zu beten traurig ging ich nun zu Schwester Cecilia sie brach in Tränen aus und nahm mich in ihre Arme nun bin ich wieder allein oh warum gehen alle wieder weg kaum dass sie begonnen auch ich begann zu weinen und sie tat mir von herzen leid denn während meines eineinhalbjährigen Aufenthalts im Kloster waren 14 Musikkandidatinnen eingetreten und nach kurzer Zeit wieder davongelaufen nachdem sie mir noch alles Glück für kommende Zeiten gewünscht hatte entließ sie mich und ich trat erleichtert in das kleine Zimmerchen das mich bei meinem Eintritt empfangen hatte während ich dort auf mein Gepäck wartete dachte ich noch über die Vorwürfe nach die man mir wegen meines Wegganges gemacht doch sie trafen mich nicht schwer da mir angesichts der ernsten Krankheit meines Vaters das Verlassen des Klosters nicht als eine Schuld sondern als eine Kindespflicht erschien eine Schwester die mir mein Gepäck übergab und mir meldete dass der Stellwagen schon draußen sei riss mich aus meinen Gedanken und ich stieg rasch ein oben hinter den Fenstern standen die Kandidatinnen und blickten mir und dahin ging's als ich nun so allein in dem Wagen saß war es mir als Schwende in dem Maße in dem ich mich vom Kloster entfernte auch alles trübe und plötzlich kam eine so sonnige Heiterkeit über mich dass mich die Welt mit einem Male viel schöner dünkte ob schon draußen noch alles trotz des beginnenden Märzes an den Winter gemahnte und nur vereinzelte unter schmutzigem Schneewasser stehende Wiesen und die großen Pfützen auf den Wegen den kommenden Frühling ahnen ließen rasch trat ich in Kammhausen an den Schalter und löste meine Fahrkarte da der Zug schon bereit stand während der Bahnfahrt hatte ich fast keine Zeit mehr über das Vergangenen nach zu grübeln denn die zahlreichen Passagiere aus den verschiedensten Gegenden erregten auch im Kloster die ganze Welt samt ihrer Wesen so fremd geworden dass ich mich nur ganz langsam wie im Dunkeln tappend wieder unter den Menschen zurecht fand mit Ausnahme der Priester und Nonnen hatten sie jetzt alle etwas Beängstigendes für mich denn erstlich wurden im Kloster alle außer den Geistlichen als Verlorene betrachtet andererseits aber in den eindringlichsten Worten vor ihnen als vor lauter jeden Einzelnen ganz genau ob nicht irgendetwas Auffälliges in seinem Wesen oder Äußern auf die verborgene Wolfsnatur hinweise und dabei drückte ich mich scheu in meine Ecke und hielt die Augen halb gesenkt wie ich es bei den frommen Frauen gelernt hatte doch ging mir trotzdem nichts von all dem verloren was um mich hier geschah mir gerade gegenüber saßen zwei elegant gekleidete Herren aus deren lebhafter Unterhaltung Augsburg der andere in München zu tun hatte der erstere ein etwa Mitte der 30 stehender Mann von ausgesprochen jüdischem Äußern erzählte eben dem etwas jüngeren Reisegefährten der mir von gleichem Stamme zu sein schien wie er die letzte Nacht in Ulm verbracht hätte dass er nicht nur die Tochter und das Stubenmädchen seines Gasthofs sondern auch noch die Frau Wirtin selbst erobert hätte lachend fragte der andere halblaut ob das Töchterl auch so bescheiden und sitzam hergesehen habe wie die junge Klostermamsel da drüben und zugleich fingen beide an sich über meine Schüchternheit sowie über meinen halb klösterlichen halb weltlichen Aufzug lustig zu machen ich wusste vor Verlegenheit kaum mehr aus noch ein und starrte mit hochrotem Gesicht bald aus dem Fenster bald vor mich hin schmierigen Blatt seine Einnahmen vom Viehverkauf nachrechnete wobei er sich abwechselnd hinter den Ohren kraute oder heftig fluchte am anderen Ende des Wagens unterhielten sich lärmend etliche Soldaten die wohl auf Urlaub gehen mochten in ihrer Nähe saß ein junges Mädchen in ländlicher Kleidung und suchte sich vergeblich der Zudringlichkeiten eines der Burschen zu erwehren dieser hatte die sich sträubende fest um die Hüfte gefasst und als sie sich endlich heftig von ihm los riss fiel sie einem anderen auf die Knie was ein brüllendes Gelächter zur Folge hatte ich war während dieser Szene immer erregter geworden und wollte schon dem also gehetzten Mädchen zu Hilfe eilen als der Zug mit lautem Getöse in Augsburg einfuhr wo ich umsteigen musste während der Stunden die ich dort Aufenthalt hatte ging ich in den Dom und erbat mir von Gott Schutz auf meiner weiteren Fahrt insbesondere aber betete ich für die Bekehrung jener Soldaten auf dem Weg zum Bahnhof kaufte ich Wissensbisse und ich aß mit großem Behagen als ich dann unschlüssig vor dem Zuge stand und ein Schaffner meine ängstliche Mine sah wies er mir freundlich ein Frauenabteil an und ich kam ohne weiteren Zwischenfall nach München in dem lebhaften Gewühl des Hauptbahnhofs befiel mich mit einem Male wieder große Angst vor den Menschen und ich fühlte deutlich wie ich immer armseliger und Liebe vorbei dem Ausgang zuschlich da fühlte ich mich plötzlich am Arm ergriffen und als ich erschreckt umblickte stand lachend mein ältester Bruder vor mir und begrüßte mich ich dankte ihm frohen Herzens dass er mich erwartet hatte und seine Worte ich sei so groß geworden entrissen mich wieder etwas dem Gefühl meiner Unbedeutendheit und Nichtigkeit und ich wurde ziemlich gesprächig auf dem Heimweg je näher wir unserem Hause kamen desto mehr Bekannte trafen wir und immer wieder wurden wir von irgendeinem neugierigen Weiblein aus der Nachbarschaft aufgehalten denn meine Eltern waren in dem Stadtteil sehr beliebt und hatten weitaus die beste Gastwirtschaft des Viertels vor dem Hause angelangt traten wir gleich durch die Tür der Gaststube ein kaum hatten mich unsere Stammgäste erblickt sprangen sie auf und riefen durcheinander yes ist unser Lenerl ist wieder da servus Freund Leni grüß die Gott Kloster Frau marien hump mir unser Lenel soll leben während nun die Gäste meine Rückkehr durch einen kräftigen Rundtrunk feierten trat ich in die Schenke zu meinem Vater ihn zu begrüßen er sah recht leidend aus und meinte höchste Zeit hast Kapitleni dass kommen bist sonst hättest mir bald mit der Leich geh können hierauf gab er mir einen Kuss und besah mich prüfend ob ich auch mehr geworden sei inzwischen hatten mich meine anderen Brüder und die Dienstboten umringt und konnten nicht fertig werden mein gutes und feines Aussehen zu bewundern ich drängte mich lachend hindurch und trat in die Küche wo die Mutter geräuschvoll hantierte und das Mittagessen für die Gäste fertig machte ich ging rasch auf sie zu wollte ihr die Hand geben und sagte grüß dich Gott Mutter ohne den Kochlöffel aus der Hand zu lassen mit dem sie eben ein Teiglein für das Blaukraut rührte antwortete sie ah bist schon da grüß Gott lass nur ist schon recht ihr hab fette Händ tu nur gleich dein Hut und das Kloster gragerl weg und zirg an Schurz au na kannst gleich zuppen und ein Salat wird Leute hergeben also begann ich wieder die Wirts Leni zu sein und ob schon mir anfangs gar nicht wohl war in dem weltlichen Getriebe eines Gasthauses so fand ich mich doch bald wieder darin zurecht und stimmte im Stillen oft der Mutter bei wenn sie den Leuten auf die vielen Fragen warum ich nicht im Kloster geblieben sei antwortete weil es schand wäre wenn das Mords Madel im Kloster rumfaulenzen tät und Mutter daheim fremde Leute zahlen müsst für Arbeit und an Arbeit fehlte es in unserem Hause niemals schon am frühen Morgen hieß es aus den Federn um halb sieben Uhr stand ich in der Wirtsküche Dann holte ich aus dem Schlachthaus wo der Vater schon seit fünf Uhr mit dem Zerteilen von Kalb und Schwein sowie mit dem Wurstmachen beschäftigt war eine große Mulde mit Weiß und Bratwürsten und ordnete sie auf große Platten Zugleich mit mir musste auch die Küchenmarkt an ihre Arbeit das Gastlokal die Küche und Schenke und was dazugehörte aufwaschen und kehren Doch freute es mich jetzt nicht mehr dabei zu stehen und zu horchen wie früher denn die Zentzi vom Rottal war schon längst nicht mehr da und die gefühlvollen Lieder welche die jetzige Küchenmarkt bei ihrer Arbeit sang kannte ich schon alle Während ich nun gewöhnlich noch mit dem Anrichten der Würste beschäftigt war fuhr draußen der Wastel der Bierführer vor und rollte zehn bis zwölf Banzen in die Schenkel von wo sie durch den Aufzug in den Eiskeller befördert wurden Da der Wastel als Geiz heiß bekannt war machte ich mir alle Tage das Vergnügen ihm den Teller mit den Weiß oder Bratwürsten unter die Nase zu halten indem ich rief Wastel heut sind Weißwürst gut darf dir ein paar auf Zeiten legen worauf er mich immer grimmig anschrie lass mir aus damit dabei aber dem entschwindenden Teller doch einen sehnsüchtigen Blick nachsandte war der Wastel fort so kam das Flaschenbier und da gab es immer eine große Hetz wenn der Danner Vater ein nicht mehr gar junger Bierführer der eine Frau mit neun Kindern fröhlich ernährte die Hausmarkt in die Hüften kniff oder durch Ertönte plötzlich aus dem Schlachthaus das unterhalb der Schenke gelegen war ein lauter strenger Pfiff des Vaters und lautlos machte sich der alte Sponsierer davon Währenddessen hatte ich in der Küche einen schweren Stand mit drei Bäckerburschen die alle leidenschaftlich in mich verliebt waren Der eine brachte uns täglich vier Mark Wecken und mir ein Blumensträußlein Der zweite hatte Brezen und Salzstangeln Schürze einen extra für mich gebackenen Zopf oder eine riesige Zuckerbrezel Der dritte aber der uns die Semmeln und das übrige Weißbrot brachte schrieb mir jeden Abend eine Ansichtskarte und wartete am Morgen bei mir in der Küche stets so lange bis der Postbote mit der Karte kam Mit beredeten Worten schilderte er mir währenddessen die Schönheit derselben Freien Leni heut werden es schauen heut kriegen sie ein Prachtstück von eurer Künstlerkarten für Erna tue alles da reut mir kein Geld die heutige Karten kost 15 Pfennig aber wenn es ein Zwanzgerl kostet hätte ich auch kauft ja er schaukt es an rief der Bursche welcher die Mark wecken brachte das kann ah noch was sei meine Feigerl haben Zwanzgerl kost und die Rosen wo der Freien Leni gestern verehrt hab 25 Pfennig so und ich noch bin ich gar nirmernd schrie jetzt der Brezel Beck denke nicht vielleicht sogar bei der Nacht ans Freien Lehnerl indem ihr die feinsten Brezeln bach zu denen wo es dann dort zerstellen musst riefen da die anderen und im Nu entspann sich ein heißer Kampf um den Vorrang bei mir der sich bis auf die Strasse fortsetzte ich aber sah ihnen lachend zu und verzehrte gemächlich die Brezel zu meinem Kaffee steckte das Feigerl an die Brust und legte die Künstlerkarte in eine alte Zigarrenkiste zu den anderen doch versäumte ich nicht meine Erfolge dem Milchmädchen das uns täglich den Kaffee Rahm und die Knödelmilch brachte zu weisen da schau her Rosel die Präsenter die ich heut schon wieder gekriegt hab von dem Bäcker worauf sie ingrimmig und bissig erwiderte das ist kein Kunststück wenn man sie so herrichten kann wie du ich muss mit meinem Millikübel rumlaufer und du stehst im Spitzenschützerl vor dein Herd und tief gekränkt ging sie denn nicht mit Unrecht hatte sie über mich zu klagen während der Zeit die ich im Kloster zugebracht hatte sie fest über die drei Bäcker herzen regiert und nun da ich wieder daheim war wollte keiner mehr von ihr was wissen ob gleich sie ein sehr hübsches dunkelhaariges Mädchen von einnehmender Figur und recht munter war mittlerweile war es fast 8 Uhr geworden und ich richtete nun die Schenke zählte die Bierzeichen für die Kellnerin und zapfte an währenddessen kam die Mutter aus der Wohnung und der Vater aus dem Schlachthaus und bald füllte sich das Lokal mit Gästen es waren fast lauter Arbeiter Maurer Steinmetzen Schlosser Schreiner Drechsler und zuweilen auch Pflasterer oder Kanalarbeiter in der Küche aber standen die welche für die in der Nähe liegenden Fabriken die Brotzeit holten denn zu unserer Kundschaft gehörte auch eine Bleistift eine Möbel eine Sarg eine Bettfedern und eine Schuhfabrik Nun hieß es flink die Lungen und Voressen Haferl füllen Kreuzerwürstel abzählen Weisswürste brühen und Hausbrot schneiden Zuweilen auch die Schenkkellnerin machen Indes der Vater im Schlachthaus noch Milzwürste oder wie man sie bei uns nannte umgekehrte Bauernschwänze sowie Leber- und Blutwürste Hier und da kam es auch vor dass wir ohne Kellnerin waren wenn nämlich die Mutter gar zu heftig und eindringlich auf Pflichterfüllung gedrungen hatte worauf dann das Mädchen davon lief Da musste ich denn wieder wie früher die Gäste bedienen und auch die übrigen Arbeiten der Kellnerin verrichten Gewöhnlich aber blieb ich am Vormittag in der Küche während die Mutter sich im Lokal mit den Gästen unterhielt ihre drei bis vier Weißwürste aß und etliche Krögel Bier trank denn der Vater war häufig vormittags am Schlacht oder Viehhof oder in der Stadt von Zeit zu Zeit kam dann die Mutter zu mir in die Küche und kostete die Speisen befahl dies oder tadelte jenes und gab mir auch manche Urfeige wenn ich etwas versäumt oder nicht recht gemacht hatte so kam sie auch einmal dazu als ich eben den Teig zu den Leberknödeln deren wir jeden Mittwoch an die zweihundert bereiteten fertig hatte und nun daraus die Knödel formte und auf ein langes Brett reihte halt lass mich zuerst schauen ob recht ist der Torg rief die Mutter und tippte mit dem Finger in die Teig Mulde was hast denn jetzt dafür erzeugt sie dies gesagt flogen mir auch schon ein paar von den Leberknödeln an den Kopf das mir der Teig im Gesicht und an den Haaren klebte so vielleicht lernst das jatz eher du gstell du saudums darauf ging sie wieder laut schimpfend in die Stube und erzählte den Gästen von meiner Unbrauchbarkeit hinterschlagen kannst es des himmellange Frauenzimmer zu nix kannst es brauchen wie zum Fressen solche Auftritte verleideten mir freilich bald die Freude am Küchenwesen und ich war froh wenn der Vater einmal daheim blieb da kochte dann die Mutter selbst und ich musste in die Schenke und zu den Gästen sie zu unterhalten so ungern ich mich anfänglich wieder unter den Leuten bewegt hatte denn im Kloster war ich ganz leutscheu geworden so gewöhnte ich mich doch bald wieder an sie und es wehrte nicht lange da war ich das lustigste Mädel machte jeden anständigen Scherz mit und unterhielt ganze Tische voll Gäste die besseren unter ihnen hatten sich ebenso wie die Stammgäste zu Tischgesellschaften vereinigt die eine hieß Eichenlaub die andere die Arbeitsscheuen zur Gesellschaft Eichenlaub hatten sich die Postler und Eisenbahner zusammengetan und erkoren mich zur Vereinsjungfrau die Arbeitsscheuen aber deren Mitglieder lauter gute Bürger und Geschäftsleute waren wollten nicht hinter ihnen zurückbleiben und so ernannten sie mich zu ihrer Ehrendame und ich empfing das Ehrenzeichen des Vereins es war dies ein wappenartig geschnitztes Holztäfelchen darauf ein Bursch gemalt war mit dem Verslein darunter bei der Überreichung desselben hielt der Vorstand ein Fleckelschuh Fabrikant eine Rede worin er samt meinem Stuhl auf dem ich saß empor gehoben und unter lautem Hoch und Juhu und dem Klang der Zitter und Gitarre durchs Zimmer getragen danach begann ein großes Saufen und die Fidelen Zecher vergaßen darüber ihre Hausfrauen samt dem Mittagessen bis einer nach dem anderen von der gestrengen Ehehälfte geholt wurde da war mit einem Mal die ganze Lustbarkeit und aller Scherz vorbei und geknickt und ängstlich schlich an jeder Heim gefolgt von der erzürnten Gattin die hintendrein keifte Lump miserabliger kostet nicht hoheim geh wann 's Zeit ist die ganzen Kriessnockerl sind zusammen gesessen gute Lust hab ich ich schmeiß das alle an Kopf du bsuffers Waag Scheitel doch am nächsten Tag war wieder alles vergessen und gemütlich saß die Gesellschaft am erachte an jeder seines Eheweibs und ging heim auch ich musste wieder in die Küche und Teller und Schüsseln für die Gäste zurichten dann kam die Kellnerin und fragte was gibt's seit dessen für Leid worauf die Mutter mit ihrer metallenen Stimme erwiderte an Nierenbraten Brustbraun Schlägel in der Rahmsauce an Schweinsbraun und der Unterwachsens Ochsenfleisch mit Kohlrabi Als die Kellnerin sich schon zum Gehen anschickte rief die Mutter noch rasch Um dreiviertel zwölf kamen die Gäste und nun begann ein Bestellen vom Zimmer aus ein Schreien Geschirrklappern und ein Geklopfe mit dem Fleisch Schlegel das einem die Ohren surten Frau Zirngibi zwei Schweinsbraten sind noch aus schallte es aus der Gaststube und im Nu echoten drei Stimmen in der Küche Zwei Schweinsbraten kriegt's noch Die werden's da warten kennen Da rennen wir nicht brauchen Kati Kohlrabi sind gar rief das Küchenmädchen jetzt in die Stube Kriege die zu dem Fleisch auch nimmer Sakrament Wenn sie mal heißt Gar sind Na sind gar schrie die Mutter und fuhr in einem Atem jedoch in ganz anderem Ton fort Geh Kati Schau das a Biflamotte weiterbringen Das verkocht man sonst zu lauter Soße War denn das größte Geschäft vorbei dann wischte sich die Mutter mit der Leinenschürze den Schweiß von der Stirn und sagte Das war dir ein Rumpel Bier und schnell trank sie wieder ein paar Krügel Nun musste ich dem Vater in der Schenke helfen Der hatte damit er schneller fertig würde mit der Kreide Strichlein an die Rückwand des großen Schenk Buffets gemacht statt Zeichen zu nehmen Nun musste ich diese Strichlein zusammenzählen und dann die Bierzeichen ordnen Danach rechnete ich mit der Kellnerin ab half ihr das Geschirr von den Tischen Räumen und brachte dann dem Vater und den Stiefbrüdern die jetzt in die Lateinschule gingen das Essen nachdem er täglich aufs neue Eindruck wenn die große massige Frau unter die Gäste trat die schmutzige Leinenschürze zurückschlagend und mit leichtem fast automatenhaftem Kopfnicken grüßend Scott und Dag habt die Ehre meine Herren dann setzte sie sich zum Vater und unterhielt sich mit ihm wenn sie gut gelaunt war einmal aber kam sie nicht in die Stube da hatte der Vater auf dem Markt ein Schwein gekauft dessen Fleisch fischig schmeckte und verschiedene Gäste hatten das Essen zurückgeschickt an diesem Tage rief die Mutter nur dem Vater in die Schenke Joschew da geh raus als der Vater in der Küche war begann sie laut zu schreien und zu schimpfen bist du Ara Wirt a Schand is so a Fleisch Herz gem friss nur selber die ganze Sau du Depp da hörte ich zum ersten Mal seit ich den Vater kannte ihn zornig mit der Mutter streiten und dumpf grollend erscholl seine Rede Das letzte brummte er für sich und trat darauf wieder in das Gastzimmer und tat als sei nichts geschehen Am Nachmittag aber ging er fort und kam erst abends mit einem großen Weinrausch nach Haus Doch die Mutter sagte kein Wort mehr zu ihm Sonst gingen die Eltern nachmittags entweder beide ins Kaffeehaus oder legten sich schlafen Da musste ich dann ganz allein das Geschäft und die Schenke versorgen was mir stets eine große Freude bereitete da ich sehr ehrgeizig war Ich setzte mich in die Ofenecke und hielt nun erst meine Mittagsmahlzeit denn zuvor hatte ich nicht Lust noch Zeit gehabt zum Essen und schenkte es immer einem armen Burschen der sich nichts kaufen konnte dem Schusterhans Da saß ich nun bei meinem Bier Krüglein und aß dazu meine fünf bis sechs Kaisersemmeln und eine kalte Wurst und las die Zeitungen Denn zwischen zwei und drei Uhr war das Geschäft ganz ruhig und auch das Zimmer von Gästen leer die Waren brachten und dabei rasch eine halbe tranken Um drei Uhr zur Brotzeit aber war es wieder so lebhaft wie am Morgen Doch ich wurde leicht fertig und konnte mich bald wieder zu den Gästen setzen Nun wurde Karten gespielt oder gesungen und es war recht fidel Um vier Uhr war wieder alles still im Lokal Nur einige fremde Gäste kehrten im Vorbeigehen ein Doch gab es für mich noch mancherlei zu tun bis um fünf Uhr wo der Vater wieder kam Ich schnitt Knödelbrot oder Voressen und Lunge rieb Semmelbrösel oder putzte Spielkarten mit Benzin Auch kam um diese Zeit gewöhnlich der Häute und Fellhändler ein alter schmieriger Jude der einen fürchterlichen Geruch um sich verbreitete Mit dem musste ich in das Schlachthaus hinunter gehen wo in einer Kiste die Kalbfälle lagen Diese wog er und ich musste genau Acht haben dass er nicht schwindelte Auch beim Ausrechnen des Preises den er dafür bezahlte hatte ich recht aufzupassen Einmal gelang es ihm aber doch mich zu prellen Er zahlte mit einem 100 Mark Schein und ich gab ihm heraus und als er das Geld nachgezählt hatte behauptete er 10 Mark zu wenig bekommen zu haben und obwohl ich gewiss wusste was ich ihm gegeben hatte bestand er doch auf seinem recht Als die Mutter dies hörte glaubte sie mir nicht dass ich von dem Juden geprellt worden sei sondern sagte das hast höchstens auf Zeiten räumt und denkst der Vater büßt schon aber da brennst die das kannst schon selber drauf zahlen von deine Trinkgelder und ich musste wirklich die 10 Mark nachmals als ich im Dienst bei fremden Leuten war von meinem Lohn ersetzen brachte jemand Wein oder Most so musste ich auch mitgehen in den Weinkeller denn die Eltern vertrauten den Dienstboten den Schlüssel dazu nicht an weil ein sehr großer Wert in den Weinvorräten steckte so brachte uns auch einmal ein Bursch aus einer Kälterei etwa 50 Flaschen Apfelwein als ich mit ihm in dem vermauerten dunklen Keller war und beim Schein einer Kerze den Apfelwein in eine Stellage zählte löschte der Unhold mir plötzlich das Licht packte mich rücklings riss mir den Rock allen Fingernägeln über das Gesicht ergriff die nächstbeste volle Flasche und schlug sie ihm so um den Kopf dass sie in Scherben ging alles das tat ich in einem Augenblick und ohne einen Laut von mir zu geben scheinbar ruhig trat ich nun aus dem Keller und rief ihm zu so jetzt machst das verschwindst du Hund sonst sperre die da rei bis ich Gendarme Ich hatte zwar schon Angst er könnte mich in der Wut noch einmal anpacken doch ging er ohne einen Laut nahm auf der Straße seinen Karren und fuhr mit dem übel zugerichteten Gesicht davon gesehen habe ich ihn nie mehr überhaupt hatte ich manchmal meine Fäuste nötig teils mich der eigenen Haut zu wehren teils streitende auseinander zu treiben im Frühjahr hatte ein Grundbesitzer in der allernächsten Nachbarschaft angefangen zu bauen und es sollten zwei große Häuser links von unserer Ecke und eines rechts davon erstehen da die Maurer und die übrigen Arbeiter meist ohne Geld sind wenn sie zu arbeiten beginnen so muss der Palier für einen Vorschuss sorgen der dann am Samstag vom Lohn abgezogen wird der Palier wendet sich nun an einen Wirt der erstlich Geld und dann auch gutes Bier und vorzügliche Küche hat da war nun meines Vaters Wirtschaft als Einkehr für sämtliche am Bau Beschäftigte vorgeschlagen und angenommen worden die Leute holten sich am Montag ihren Schuss und aßen und tranken die Woche über ohne Bezahlung Da gab es dann am Samstag immer große Abrechnung mit ihnen und hier und da kam es dann wohl auch vor dass der eine oder andere glaubte er sei betrogen worden bei der Abrechnung oder dass einer selbst betrügen wollte Freilich ging es dabei nicht immer ruhig her Ganz plötzlich brach dann an einem Tisch ein Streit aus und im Nu bildeten sich zwei Parteien von denen die eine für den Wirt die andere aber für den Schuldner stritt doch nicht lange wehrte die Reiberei der Vater rief mir aus der Schenke Leni biert den ab ihr habt kurz Zeit und augenblicklich stand ich unter den Streitenden und versuchte erst in Güte die erhitzten Köpfe zu beruhigen wenn mir aber dies nicht gelang konnte ich recht wild werden da fasste ich den einen am Genick und drückte ihn auf seinen Stuhl nieder den anderen riss ich zurück vom Tisch wo er eben ein Salz Gefäß ergreifen wollte um es ins feindliche Lager zu schleudern dann schlug ich mit der Faust wohl auch auf den Tisch und rief aber jetzt gleich Fried wird unter euch Öshalodri sofort holi Chandra Marie wenn Korur ist dann ergriff ich den Redels Führer hieß ihn austrinken und schob ihn aus dem Lokal freilich immer wurde es mir nicht leicht der aufrührer Herr zu werden da musste mir dann mein Hund eine riesige blau gestromte Dogge die auf den Mann dressiert war helfen dieser Hund war von einem Apotheker aus England mitgebracht worden musste aber da sein Herr verarmt war verkauft werden durch ein Inserat wurde der Vater aufmerksam und da sie ihm wohl gefiel kaufte er die Dogge für 100 Mark ich war hoch erfreut als der Vater mit dem Hund kam er hieß Schleicher und war außerordentlich klug sein Herr war mitgekommen und fütterte ihn noch mit Schinken Broten danach sagte er Schleicher du musst jetzt schön da bleiben bis ich wieder komme dabei rannen ihm die Tränen in den Bart und ich empfand solches Mitleid mit dem Manne dass ich hinging und ihm versprach den Hund recht gut zu halten bald war auch das Tier so gut Freund mit mir dass ein Wink von mir genügte ihn an meine Seite zu locken er begleitete mich auf allen Gängen und lief mit mir auch in den Keller und Speicher und oft wenn ich mit ihm redete legte Schleicher du musst schön aufs Frauerl Obacht geben so wich er keinen Schritt von meiner Seite und hätte den der mich anrühren wollte sicher in Stücke gerissen so war einmal ein als Wüstling übel angeschriebener alter Schleifer zu uns gekommen als ich eben alleine in der Schenke stand er trat zu mir und fragte ob ich nichts zu schleifen habe und trotzdem ich im kurz und mürrisch erwiderte nix ist da ging er nicht sondern wollte mich an der Brust fassen indem er mit heiserem Lachen flüsterte nix hat zu sleife nix kleine kaffee miele zu sleife hä in diesem Augenblick sprang der Hund auch schon an ihm empor riss ihn zu Boden und stellte sich mit gefletschten Zähnen und dumpf knurrend über ihn und als der Italiener sich wehren wollte packte das wütende Tier seinen Arm erschreckt schrie ich weg schleicher und riss ihn am Halsband zurück worauf er zwar von dem an allen gliedern zitternden abließ aber immer noch heftig knurrte so lange bis der alte gegangen war so war auch einmal eine christbaumfeier der arbeitsscheune in unserem lokal die gäste saßen vergnügt beieinander lauschten aufmerksam den Vorträgen kauften lose und waren alle eins bis der Gipfel des Baumes zur Versteigerung kam an diesem Gipfel hing ein Hering eine Kindertrompete ein Bündelchen Zigarren eine Glaskugel ein Lebkuchenherz ein Wachsengel und ein einzelner roter Plüschpantoffel den anderen hatte schon ein Bäckermeister gewonnen da er an dem Zweige hing dessen Nummer sein lostrug alles steigerte mit leidenschaftlichem Eifer und es nicht lange da waren schon 30 Mark für den Gipfel geboten nun ging es etwas langsamer doch steigerte noch alles lebhaft mit bis ein Metzgermeister rasch 40 Mark bot und ihn ohne Einspruch zugeschlagen erhebt er zahlte und schenkte dann den Gipfel der Gesellschaft zur nochmaligen Versteigerung diesmal fiel er für 21 Mark einem Weinhändler zu auch der schenkte ihn wieder her und nun kam der Hering samt Kindertrompete und Plüschpantoffel für die Summe von 13 Mark in die Hände meines Vaters der gleichfalls zugunsten der Tischgesellschaft alles noch einmal versteigern ließ jetzt fiel dem Bäckermeister plötzlich ein dass zu dem einen Plüschpantoffel auch ein zweiter gehöre und er steigerte nun eifrig mit aber da war ein junger Ehemann ein Bräubursch dem seine Gattin vor einer Woche den ersten Buben geschenkt hatte der wollte die Trompete für seinen Stammhalter haben und nun begann ein hitziges Bieten 3 Mark 50 schrie der Bäcker 4 Mark der andere 6 Mark scholl es wieder herüben aber schon schrie der Ehemann 8 Mark ich werd's dir sorgen du arme Bäckerseel was hast gesagt du windiger Bräuknecht 8 Mark 50 9 Mark er scholler plötzlich aus dem Hintergrund die Stimme des Kobelbauer Hirs eines Obermelzers und rasch schrie der junge Ehemann 10 Mark der Bäckermeister wischte sich den Schweiß von der Stirn und seine Stimme klang heiser als er schrie 10 Mark 50 jetzt komm mir der Hans wurscht schon bald aber er kam nicht zum Ausreden denn 11 Mark 50 tönte es schon wieder aus dem Hintergrund und gleich darauf 12 Mark von dem Liebhaber der Trompete Nun vergaß der Bäcker vor Wut weiterzubieten und sprang auf stürzte auf den Bräuburschen zu und packte ihn an der Gurl willst Staat sei du Bräuhengst du verflickst da jatz Nun aber sprang er auf, und als ihm diese kreischend und unter Tränen den Vorfall geschildert hatte, erhob er seinen Stuhl und schrie, »Nieder mit dem schwarzen Bäckerhund! Hau's nieder, den Zentrumshund! Sozialdemokratie soll lehm!« In diesem Augenblick aber fielen ihm etliche in den Arm, drückten ihn wieder auf seinen Sitz und riefen, »Sei doch gescheit, die Burtel!« Doch der war nun schon in der Hitze und schrie und schimpfte weiter. Die Streitenden aber waren inzwischen abermals aneinandergeraten, und bald setzte es da und dort Hiebe ab. Nun sprangen etliche Rauflustige hinzu, und ehe man sich dessen versah, artete der Streit zu einer regelrechten Prügelei aus. Zu allem Unglück löschte ein Boshafter das Licht aus, indem er den Gasometer abstellte. Der Vater rief, »Karty, schnell! Räum's Gas auf!« Die Mutter schrie aus der Küche, »Kreuz-Sakrament! Ein Licht brauche ich!« Ich aber fasste meinen Hund am Halsband, er trug den Maulkorb und stürmte mitten in den Knäuel. »Auseinander! Schleicher, fass an! Sakrament auseinander, sag ich! Wer sie nicht niederhockt, ist hier!« In diesem Moment flammte wieder ein Licht auf, und während der Vater totenblass an einem Tisch lehnte, da er noch immer kränkelte und sich nicht aufregen durfte, teilte ich kräftige Püffe aus. Der Hund aber hatte die zwei Hauptschreier zu Boden geworfen, und sein zorniges Knurren verriet, dass er keinen Spaß trieb. Die beiden lagen blutend und voll Beulen da, der eine hielt noch einen Maßkrug-Hänkel, der Bäcker aber sein Stilett in Händen. Die übrigen Raufbolde waren beim Dreinfahren des Hundes erschreckt zurückgewichen, und nachdem ich den Bäcker und den anderen in die Höhe gezogen und beide Zahlen geheißen, wies ich ihnen die Tür mit den Worten, »Marsch! Schaut's, das Horn kommt's, es Wildling!« Bald war wieder Ruhe im Lokal. Die Scherben wurden aufgeräumt, die Tische und Stühle gesäubert und der Frau Kiermeier vom Vorstand der Tischgesellschaft ein neues Kleid versprochen. Und als um vier Uhr morgens die letzten Gäste schwankend das Lokal verließen, versicherten sie einmütig mit stillvergnügtem Lächeln, »Schön war's, wunderschön!« Am anderen Tag mochte aber wohl mancher einen schweren Kopf gehabt haben und auch wir waren alle übernächtig und trachtete ein Jedes, den versäumten Schlaf so geschwind wie möglich nachzuholen. Der Vater und die Mutter legten sich gleich nach dem Mittagessen nieder. Die Küchenmagd machte ganz gläserne Augen und verschwand plötzlich, noch ehe sie ihre Arbeit getan. Die Kellnerin musste sich niedersetzen zum Besteckputzen und dabei sank ihr der Kopf immer tiefer, bis sie mit der Nase auf das Putzbrett stieß. Ich selber nahm mir einen Stuhl und setzte mich in die Schenkel, rief den Schleicher zu mir und machte auch ein Schläfchen, das zu meiner Freude nicht gar zu oft durch das schrille Klingeln der Schenkglocke gestört wurde. Um fünf Uhr aber war Jedes wieder munter und nachdem wir Kaffee getrunken hatten, meinte die Mutter, »So, jetzt kannst gleich wieder aufgehst Geschäft und dauern bis um zwei.« Doch bekam sie bald Kopfweh in der heißen Küche und ging in die Stube und ich kochte allein. Da hieß es erst, einen großen Hafen voll Lunge oder Voressen bereiten für die Arbeitsleute, die jeden Abend um sieben Uhr an der Küchentür mit ihren Haferlen standen und fragten, »Hobt Zeit, Alungl?« Dann schrieb ich die Speisenkarte. Bald danach kamen die Kunden aus der Nachbarschaft, meist alte Weiber, und begehrten zu wissen, was sie zum Abend haben könnten. »Freien Leni, haben sie heute ganz jung?« »Ja, was fällt denn er na ei?«, rief ich da jetzt. »Ja, was so teuer sind am Markt.« »Was moinern's, was ja jetzt er ganz jung kosten tät?« »Er mag, ganz gewiss.« »Mögen's vielleicht sonst ein Schmankerl?« »Er saure Leber oder er bacherne oder er branne Haxen? Er halbete?« »Er schönes Schweinszüngel ist er da und gute Geschwollene selber gemachte.« »Das mag mein Mann alles nicht«, sagte die eine oder andere dann, und ich musste ihnen weitere Spezialitäten hernennen. »Ja, mei, da wird's schlecht ausschauen, wenn der Herr Gemahl das nicht mag. Sagen's halt, a Hirn, a Herz, a Kotelett, a Schnitzel und a Gulasch hamra, oder vielleicht mag er an Ochsenmaulsalat.« Nachdem ich dies alles aufgezählt hatte, kam es freilich auch manchmal vor, dass eine, nachdem sie alles Mögliche auszusetzen gehabt und ihr die Leber zu sauer, das Gulasch zu scharf, an der Haxen zwene droh und das Züngerl zwett gewesen war, zögernd fragte »Ham's a Lungl, a?« und um a Zehnerl davon holte, was mich immer sehr zornig machte, so dass ich, wenn sie draußen war, voll Wut zur Küchenmarkt sagte »Schaukt's nur grad, a so a Büchsel, Madame, oh, wenn's a Kotelett um a Zwanzger gekriegt hätt, war's ihr schon recht gwen, der a Fluger.« Aber trotz allen Ärgers war ich doch recht gern Herr in der Küche und als einmal im Sommer die Mutter eingeladen wurde, an der Wallfahrt nach Altötting teilzunehmen, gab ich nicht Eheruhe, bis sie »Ja« sagte. Freilich musste ich nun tüchtig mit anfassen die drei Tage, welche die Mutter nicht da war, doch wurde ich ganz gut fertig und konnte sogar dem Vater noch helfen am Abend, wenn der Hauptandrang an der Gassenschenke war. Da wurden innerhalb einer Stunde über zwei Hektoliter Bier ausgeschenkt und die Leute standen mit ihren Krügen an, wie zu Ostern in der Kirche beim Beichten. Der Vater schenkte ein und ich kassierte. Da ging's »Frau Bergbauer, a Maß, a halbe und a quartel macht vierer zwanzig, sechser dreißig, zwoerer vierzig, so, und achtzahn fufzig und fufzig is a Mark. Dankeschön, adiehe, Frau Bergbauer, wiederkomme.« »D'Frau Graf hat dreimal drei, das macht vierer fufzig und sechs is sechzig.« »Dankeschön, adiehe.« »Der Kleine kriegt der halbe, du hast fein nicht ausschütten.« »Herr Nachbar, drei Quartel, Vater, drei und a Zigarren. Darf ich's gleich outzünden?« »Jetzt haben wir achtzehn und sechs is viererzwanzig und von gestern zwei Maas, das macht nachher zweier siebzig.« »Stimmt, a Grad, wie zählt.« »A dir, Herr Nachbar, dankeschön.« Und so ging's fort, bis ich wieder in die Küche musste. Am nächsten Tag schickte die Mutter aus Altötting eine Karte mit dem Bild der Mutter Gottes und schrieb, »Liebster Josef, ich bin ganz weg vor lauter schön. Viele Grüße sendet euch, eure treue Mutter Magdalena Zirngiebel.« Ich freute mich sehr, dass es der Mutter so wohl gefiel, hoffte ich doch, es möchte diese Wallfahrt günstig auf ihr Gemüt wirken, dass sie ein wenig verträglicher würde, denn sie war immer noch trotz aller Frömmigkeit recht bös und quälte mich oft entsetzlich. Bei dem geringsten Anlass gab sie mir trotz meiner neunzehn Jahre noch Schläge ins Gesicht und hinter die Ohren oder riss mich an den Haaren herum. Ja, nicht selten nahm sie noch wie früher den Stock und prügelte mich elendiglich. Deshalb suchte ich, so gut es mir gelingen wollte, Anlässe zu solchen Szenen zu vermeiden. Doch glückte es mir nicht immer und ich wurde nun wieder trübsinnig und verlor alle Lust zum Schaffen und schließlich auch zum Leben. Da geschah es, dass wir eine neue Kellnerin bekamen, denn die Kathi hatte sich mit einem unserer Gäste, dem Briefträger Schwertschlager, verheiratet. Das neue Mädchen hieß Babette und war recht fleißig und von einnehmendem Wesen. Daher schloss ich mich rasch an sie an, weihte sie in manche von den hässlichen Szenen, die ich mit meiner Mutter hatte, ein und vertraute ihr auch an, dass ich des Lebens im Hause ganz überdrüssig sei. Da empfahl sie mir, ich solle mir doch eine Sparbüchse anlegen und alle Tage etwas aus der Schenkkasse hineintun. Wenn es mir dann einmal gar zu schlecht ginge, könnte ich davonlaufen und hätte doch Geld. Ich folgte ihr und legte täglich zwei kleine silberne Zwanzgeln in eine irdene Sparbüchse, die ich in der Schublade des Buffets, die der Kellnerin zur Aufbewahrung ihrer Sachen diente, versteckte. Es musste schon ein schönes Sümschen beisammen sein, denn etliche Wochen trieb ich diese Heimlichkeit. Da kam der Namenstag der Mutter. Schon einige Tage vorher hatte ich die Babette an einer sehr feinen Spitze häkeln sehen und plagte sie nun, sie solle mir dieselbe für die Mutter verkaufen. Sie willigte ein und nachdem sie mich das Muster gelehrt hatte, häkelte ich noch ein gutes Stück selber dazu. Ich bezahlte ihr für die Arbeit zwei Mark, bat mir aber aus, sie dürfe der Mutter ja nicht verraten, dass auch sie daran gehäkelt habe, denn die Mutter hielt nur auf Handarbeiten etwas, die man selbst gefertigt hatte. Sie schien auch wirklich sehr erfreut und fragte mich, wo ich das Muster herbekommen habe. Ich antwortete, von der Babette? Darauf meinte sie, die hast ja du gar nicht kekelt, die hat ja die Babette gemacht. Ich blickte wie versteinert die Mutter an und brachte endlich kaum hörbar die Worte heraus. Wer sagt denn das? Die Babette hat mir selber gesagt, erwiderte die Mutter scharf. Da brach ich in Tränen aus. Na, so eine Gemeinheit, jetzt hat sie es mir so heilig versprochen, dass sie nichts sagt. So, habe ich dir jetzt gefankt, du Luder, du Verlogens, triumphierte jetzt die Mutter mit bösem Lachen. Dabei nahm sie die Spitze und warf sie ins Herdfeuer. Ha, heute kannst du dir aber gefreuen, heute treibe ich das Lügen aus, für allweil. Mir war ganz dumm im Kopf und wie im Traum ging ich in die Gaststube und wollte die Sparbüchse mit dem geheimen Geld zu mir nehmen. Da fand ich sie leer. Sprachlos starrte ich in die Schublade, bis die Mutter in das Zimmer trat. Da schob ich die Lade zu und ging wieder in die Küche. Doch konnte ich nichts tun und hatte nur den einen Gedanken im Kopf. Heute bringt's die um, denn sie war so seltsam still, trank rasch fünf oder sechshalbe Bier und warf mir grausige, entsetzliche Blicke zu. Aber sie sprach kein Wort in der Sache, bis nach dem Mittagessen. Da rief sie dem Vater in die Schenke, Josef, heute bleibst du in der Schenk, die ist heute nicht da. Wobei sie mir wieder einen solch bösen Blick zuwarf, dass mir fast das Blut in den Adern gefror. Dann sagte sie, indem sie den großen, eisernen Schürhaken vom Herd nahm und sich zum Gehen schickte, »Richts, Hunsfressen, noher, du Schinderviech, noher gehst nauf!« Als sie fort war, rief ich die Babette zu mir in die Küche und machte ihr Vorhalt wegen der Spitze und auch wegen des Geldes. Da sagte sie, »Ih hab kor Wort verraten und vom Geld war sie nix. Überhaupt, darf an sie kor Wort sagen, denn wenn i mein Maul aufmach, na, es quält um Erna!« Damit ging sie aus der Küche. Ich hatte kaum die letzten Worte gehört, so wurde mir heiß und kalt, und plötzlich ergriff ich das große Tranchiermesser, legte erst die eine und dann die andere Hand auf den Hackstock und schnitt mir an beiden Armen die Polsadern durch. Dann lief ich zum Schlüsselbrett, nahm die Kellerschlüssel, rannte die Stiege hinab, schloss mich in den Weinkeller ein und kauerte mich in einen Winkel und hoffte stumpfsinnig auf den Tod. Wie lange ich so gelegen bin, weiß ich nicht. Bekannte erzählten mir später, dass mich eine Frau, die von der Gassenschenke aus in die Küche geblickt hatte, beobachtet und den Vorfall meinem Vater mitgeteilt habe. Doch wusste niemand, wo ich hingelaufen war, bis man endlich die Kellerschlüssel vermisste. Dann nahm der Vater den Schleicher, ließ vom Schlosser den Keller aufbrechen und suchte mich. Der Hund aber lief erst unruhig im ganzen Keller umher, bis er sich plötzlich vor die Tür zum Weinkeller stellte und laut zu winseln begann. Da erbrach der Schlosser diese Tür und nun fanden sie mich, ohnmächtig in meinem Blutelegen. Sie hoben mich auf und brachten mich zum nächsten Bader, der mir einen Notverband anlegte und mich dann zu einem Arzt fahren ließ. Dort wurden die Wunden genäht, wobei es der Doktor nicht an anzüglichen Reden fehlen ließ, da er gemeiniglich nur nach der Tat, selten aber nach Grund und Ursache geforscht wird. Darauf brachte man mich wieder nach Hause und meine Mutter empfing mich sofort mit den Worten, »Hattie jetz dat teufel no net geholt, bist du no net hin?« Da dachte ich, es könnte am Ende besser sein, wenn ich ginge, denn vielleicht bekäme ich von der Mutter einmal einen Hieb, der mich zum Krüppel machte. Da wäre ich doch lieber tot. Also ging ich am anderen Tags zu meiner Base, die mit dem Bruder der Mutter in einem alten kleinen Häuschen Giesings wohnte. Die nahm ich voller Mitleid auf und ich verbrachte ein paar glückliche Wochen bei ihr. Auch sie riet mir, ich solle eine Zeit lang unter fremde Leute gehen und dienen. Deshalb suchte ich, nachdem meine Arme wieder geheilt waren, eine Verdingerin auf, die mir einen Platz als zweite Köchin in der Floriansmühle zubrachte und mir empfahl, zuvor meinem Vormund, dem Ehemann der Nanni zu schreiben, dass er mir seine Erlaubnis zum Dienen gebe, denn ich war noch nicht mündig. Der antwortete in seinem Schreiben, »Mir ist's ganz recht, wenn sie dient, und liegt nichts dran, wenn sie heirat.« Josef Eder. Mit diesem Brief ging ich zur Polizei und holte mir ein Dienstbuch. Danach erbate ich mir von meiner Base das Verdinggeld 5 Mark und brachte es der Frau, worauf ich mich nach der Floriansmühle begab. Ich ging die Isar entlang durch den Englischen Garten am Aumeister vorbei und stand mit einem Male vor einem kleinen Dörflein. Zu meiner Rechten floss ein von alten Bäumen und schon herbstlich buntem Strauchwerk eingefasster Kanal, der das ausgedehnte, rings von saftigen Wiesen und schattigen Baumgärten umgebene Besitztum, auf dem ich meinen Dienst antreten sollte, von dem eigentlichen Ort trennte. Ich schritt den Bach aufwärts und stand bald vor dem großen Hoftor des Gutes, das drei Brüdern zu eigen gehörte und dessen Gastwirtschaft von jeher als eine beliebte Einkehr der Münchner galt. Als ich in den Hof trat, stand vor der niedern Tür des Schmucken mit seinen grünen Fensterläden und den sauber an Spalieren gezogenen Weinreben recht heimisch aussehenden Wohnhauses ein junges Mädchen und fütterte aus einer weiten irdenen Schüssel Enten, Hühner und Tauben mit fein gehackten Maiskörnern. Droben auf dem Dach aber, das von einem Glockentürmlein gekrönt war, saß ein großer Pfau und schrie mit kreischender Stimme sein klägliches Pau-Pau in die stille Luft. Weiter drüben vor dem Stall stand ein langer, grobknochiger Knecht und schirrte zwei schwere Grauschimmel an und spannte sie vor einen hoch mit Mehlsäcken beladenen Wagen, während aus der mit Tannengirlanden geschmückten Türe eines kleinen Tanzsaales, dessen Fensterläden festgeschlossen waren, soeben ein älterer Mann trat und angestrengt nach der von uralten Pappeln eingesäumten Landstraße sah. In diesem Augenblick fuhr von der anderen Seite ein leichtes Ponygefährt durchs Tor in den Hof und ihm entstieg ein etwa 20-jähriger elegant gekleideter junger Mann, warf die Zügel dem dampfenden Pferd auf den Rücken und hob danach ein liebliches, ganz in Weiß gekleidetes, etwa achtjähriges Mädchen aus dem Wagen. Mit lautem Jubel stürmte die Kleine an dem erschreckt auffahrenden jungen Mädchen vorüber, wobei Hühner und Enten laut schreiend und gackernd auseinanderstoben und sprang lachend an dem alten Herrn empor mit dem Ruf Onkel Kilian fein war's. Dieser gab dem Mädchen erst einen schallenden Kuss und wandte sich dann an den jungen Mann. So Maxl, hast dir jetzt mal knur kutschiert? Ja Onkel, bis zum Flaucher sah man auf, Slicerl hätt bald nimmer knur gekriegt. Dann lief er lachend der noch immer über das Ungestüm der kleinen erbosten jungen Dame zu Servus Freund Schwester und als sie nichts erwiderte trat er rasch auf sie zu, fasste sie um die Hüften und meinte Na Klerl, kommt's am End schon wieder zum Regnen? Unwillig stieß sie ihn weg und wollte etwas entgegnen. Da fuhren rasch hintereinander drei elegante Äquipagen vor und sofort stürzten alle hinzu und halfen den Herrschaften dienstbeflissen aus den Wagen. Ich war lange Zeit unschlüssig hinter dem vorderen Tor gestanden. Jetzt benutzte ich rasch den günstigen Augenblick und trat schnell in die Küche, die in peinlichster Sauberkeit glänzte. Gegenüber dem großen in der Mitte stehenden Herd befanden sich hohe Schränke und Stellagen voll Porzellangeschirr und von den Wänden blinkten reiche Kupfer und Zinnmodel. Vor dem Herd stand gerade eine große wohlbeleibte Köchin, die Kaffee kochte und hinten in einer Ecke war ein altes Weiblein mit dem Rupfen einer großen Schüssel voll Enten beschäftigt. An dem mächtigen Schubfenster des Buffets, von dem aus man den großen schattigen Wirtsgarten überblicken konnte, stand eben die Frau des Hauses und gab der Kellnerin mehrere Platten mit Kuchen und gebratenen Hühnern. Dann wandte sie sich um und als ich gerade der Köchin, die mich barsch nach meinem Begehr fragte, antworten wollte, rief sie mit freundlicher Miene, ah, jetzt kommt mein neue Köchin, sie sind aber nur jung. Ich erwiderte, nachdem ich sie begrüßt, ziemlich schüchtern, ich bin schon 19 Jahre alt, worauf sie mich fragte, ob ich denn auch kochen könne. Da bekam ich auf einmal Schneid und sagte frisch, das ist morgens, ihr habt daheim schon die ganze Wirtschaft geführt und wir haben kein schlechte Geschäft. Bloß mit Milchspeisen hat was, die gibt es bei uns ganze Jahr nicht. Lachend meinte die Frau, das kriegen wir schon noch, bloß ein Schneid braucht es und an guten Willen. Ich versprach ihr, dass ich ihr keine Schande machen wolle und fragte, wann ich schon eintreten könne. Sie sagte, gleich morgen können es kommen. Lassen es mal erne Adress da, der Knecht fährt morgen so in Stadt nauf am Markt, der kann gleich ernen Koffer mitnehmen. Dann gab sie mir noch einen Taler als Dranggeld, womit sie mich fest zum Antritt meiner Stelle verpflichtete. Knee Frau, sagte ich noch, ehe ich ging, kann ich vielleicht gleich was besorgen, ehe morgen aus der Stadt gehe? Ich kann es leicht mitnehmen. Doch sie verneinte und sagte, das gefällt mir, dass einer so an nehmen. Aber bei uns fährt alle Tag eins rauf zum Einkaufen und stellen. Trinken sie jetzt noch geschwind das Kaffee. Nun bekam ich eine große Tasse voll und einen Krapfen, wobei die Frau meinte, probieren sie unsere Krapfen, die müssen es zuerst fertig bringen. Ich fand alles recht gut und ging frohen Herzens heim zu meiner Base und berichtete ihr alles, worauf sie mich ermahnte, ich solle mich recht gut halten, dass ich meiner Mutter zeigen könne, wie andere Leute mit mir zufrieden wären. Anderen Tags am frühen Morgen machte ich mich auf den Weg. Ich war guten Muts und sang laut, als ich durch den englischen Garten schritt, denn ich hatte von der Endstation der Trambahn aus noch fast eine Stunde zu gehen. Als ich auf den Hof kam, schlug es neun Uhr und der Obermüller und die Mühlknechte machten gerade Brotzeit und holten sich ihr Bier. Mit einem Lauten Trat ich in die Küche, wo es schon überall dampfte und brodelte. Die Frau war noch nicht auf und so wies mir die erste Köchin meine Kammer zum Schlafen an. Rasch nahm ich mein Hütlern ab, zog mein Mäntelchen aus, tat eine schöne weiße Schürze um und ging wieder hinunter. Nun hieß es sich rühren. Als die Frau um zehn Uhr in die Küche kam, hatte ein Brett voll Knödel zu machen. So, sah man schon fest bei der Arbeit, sagte die freundliche Wirtin und klopfte mir wohlwollend auf die Schulter, worauf ich lachend erwiderte, bis jetzt kann ich es schon oder mache. Doch hätte ich diesem Nachmittag wohl kaum mehr geantwortet, denn da ging es drunter und drüber. Da kamen Herrschaften in ihren Äquipagen, die sich mit Brathändeln, Eierspeisen, kalten Platten und dergleichen Leckerbissen aufwarten ließen, ferner Radfahrer, die in großer Eile ihren Kaffee tranken und auch an Spaziergängern fehlte es nicht, die da ihren Käse mit Butter, ein Ripperl oder Regensburger verzehrten. Der Kaffee wurde in lauter kleinen Kännchen serviert und eine alte Spülerin hatte den ganzen Mittag und Nachmittag voll aufzutun, um all die Geschirrlein zu säubern und auf kleinen Nickel-Tabletten zu ordnen. In einem riesigen Waschkorb lagen an die 100 Krapfen, daneben standen Teller und Platten mit feinem Kaffeekuchen, was alles im Haus gebacken wurde. In der Schenke ging es zur Mittagszeit noch ziemlich ruhig her. Doch war am Nachmittag auch hier ein großes Hin und her. Da wurde nicht nur Bier ausgeschenkt, sondern auch alle möglichen Limonaden, Sauerbrunnen, Schorlemorle, Radlermassen und auch gar manche Flasche Wein. Die rote Kuni, wie man im Scherz die rothaarige Schenkkellnerin nannte, wusste sich bei dem Trubel kaum mehr zu helfen, denn sie war von Haus aus schon schwerfällig und nun erwartete sie auch noch ein Kind, das Vierte, seit sie in der Floriansmühle im Dienste stand. Für jedes hatte sie einen anderen Vater benannt, der ihr für Ehe und Kind bezahlen musste, was ein jeder auch ohne Widerrede tat. Um die Zeit meines Eintritts war nun überall wegen der Herbstmanöver Einquartierung. Auch in die Mühle kam die Ordre, man solle Quartier bereiten für mindestens 20 Mann und etliche Offiziere der schweren Reiter aus Landshut. Es wehrte nicht lange, da rasselten 20 Gemeine, vier Feldwebel und Wachtmeister sowie sechs Offiziere hatten wir bekommen. Da gab es Arbeit in Menge. Zwar war für die Gemeinen das Mahl bald bereitet, doch für die Herren wurde gar fein aufgekocht. Am Abend gab es dann regelmässig ein kleines Tänzchen, zu dem ein Mühlknecht mit der Ziehharmonika aufspielte. Elf Tage blieben sie. Da geschah es am dritten Tage, dass die Rote Kuni in der Früh nicht mehr erschien und in der Stille der folgenden Nacht einem Kneblein das Leben gab. Nun war niemand in der Schenke, da fragte ich, ob ich nicht auf etliche Tage dies Amt versehen könne. Die Herrschaft war recht froh über den Antrag und ich wurde noch am selben Tag die Schenkkellnerin. Zugleich hatte ich die Gäste zu bedienen und auch den Offizieren zu servieren. Doch ging mir alles glücklich von der Hand Ich tat es gerne, denn ich verdiente mir ein schönes Stück Geld und lernte überdies mit feinen Leuten umzugehen. Bald hatte ich mir nicht nur die Zufriedenheit der Herrschaft erworben, ich war auch der Liebling der Offiziere und vieler vornehmer Gäste. Am Tage vor ihrem Weitermarsch veranstalteten die Hauptleute der Einquartierten noch einen kleinen Ball, zu dem viele Münchner Offiziere samt ihren Frauen geladen waren. Vorher war ein reiches Mahl gegeben worden und ich hatte alle Hände voll zu tun. Danach gab mir ein jeder der Offiziere, die durch den Herren schon erfahren hatten, dass ich eine Bürgerstochter und ein braves Mädel sei, die Hand. Viel schöne Worte und einen blanken Thaler und einer bat mich gar um ein Bussel, wofür er mir versprach, er wolle ewig an dieses Herbstmanöver denken. Ich hatte nichts weiter dagegen und gab ihm lachend den verlangten Kuss. Da hielt der junge Herr mich fest und legte mir ein feines Kettlein mit einem kleinen Medaillon um den Hals. Es ziemt sich nicht, meinte er dann ernst, einem Mädchen aus gutem Haus ein Trinkgeld zu reichen. Ich wenigstens kann es nicht und hoffe auch, dass meine wollten. Ich war ganz bestürzt und dachte schon, jetzt müsse ich all das schöne Geld wieder hergeben. Da rief ein alter graubärtiger Offizier mit schnurrender Stimme, ah was, Unsinn Kamerad, der Thaler ist nicht Trinkgeld, sondern Andenken an uns fesche Kerle, worauf alles in Gelächter ausbrach und die Angelegenheit erledigt war. Später beim Tanz bat der junge Herr, meine Herrschaft, mir Urlaub zu geben, bestellte etwa 20 Flaschen Sekt und ließ sie Gleichkeit stellen. So dann befahl er den Offiziersburschen zu bedienen. Die anderen Mannschaften hatten sich draußen in der Tenne bei einem Fass Bier versammelt und Wachtmeister und Unteroffiziere saßen im Nebenzimmer fidel beisammen. Ich musste ein gutes Kleid anziehen und war nun sehr begehrt, wobei ich fand, dass der Leutnant mit dem Kettlein es im Tanzen selbst den höchsten Offizieren zuvor tat. Er meinte es, wie mir schien, recht ehrlich mit mir, denn er wollte nicht einmal das Bussel, das er mir am Abend abverlangt hatte, behalten und gab es mir mit dankbarem Blick vierfach zurück, ehe er beim Morgenraum den Tanzsaal verließ. Am anderen Tag sah ich die Truppen wohl fortreiten, doch konnte ich mehr erkennen. Dafür kamen am Nachmittag abermals etwa zehn Reiter, zwar keine Offiziere, doch auch ganz muntere Gesellen, die in einer Reitschule das lernten, was sie später entweder zum Beruf brauchten oder womit sie anderen einmal imponieren wollten. Sie kamen nun täglich und waren alle recht höflich und liebenswürdig zu mir, gaben mir viel Trinkgelder und brachten mir Einer von ihnen aber, der Sohn des Reitschulbesitzers, hätte mir gerne einen hübschen Filigranschmuck geschenkt, doch ich wies das Angebinde Schnöde zurück, weil der Geber sich dafür nichts weniger, denn mein Jungfern Krönlein ausgebeten hatte. Überhaupt traten jetzt die Versucher gar häufig und, wie sie meinten, in den lockersten Gestalten an mich heran. Da war ein alter Jude, ein steinreicher Geldhändler, der mir für eine kleine Liebenswürdigkeit sofort eine große Summe Goldes bot, ferner ein Pferdehändler, ebenfalls ein Jude, der mir einst seine Äquipage mit der Weisung schickte, ich solle mich in den ersten Modehäusern kleiden, wie ich wünsche, koste es, was es wolle, doch möchte ich nachher in dem selben Wagen heim in seine Wohnung fahren und bei ihm eine Tasse Tee trinken. Doch nicht nur die reichen Herren, auch etliche Burschen aus der Mühle hätten mich gern zu ihrem Schätzlein gehabt und ich wusste bald nicht mehr, was ich tun sollte, um mir die unsinnigen Freier vom Hals zu schaffen und als mich gar einmal mitten in der Nacht draußen vor meinem Fenster ein Geräusch aufweckte, als hätte jemand eine Leiter angesetzt und gleich danach ein leises Klopfen an die Scheiben ertönte und jemand mit unterdrückter Stimme rief Lenal mach auf ich muss dir was sagen da sprang ich voll Zorn aus dem Bett und rief ganz laut hinaus ohne zu öffnen mein Ruhe will ich haben ich brauch keinen Burschen zum Fensterl wer sie nicht zu der Tür reitraut soll ganz weg bleiben da erscholl es draußen wieder flehend geh lass mir halt ein Dirndl ich hätte ein schönes Tringerl für die während zur gleicher Zeit im Garten drunten der alte Bernhardiner Hund wütend zu bellen begann nun klopfte der nächtliche Besucher wieder diesmal aber ganz heftig ans Fenster und bat Lenal ich bitte um gotts willen lass mir halt ei ich bin 's ja der Mühlfranzl schau der Bari lasst mich nimmer ab ich gab nun gar keine Antwort mehr und hielt mich Mäuschen still denn im Zimmer neben mir wurde es lebendig und gleich darauf erschien Max der etwa 20 jährige Sohn meiner Herrschaft in Unterhosen und Barfuß ein Kerzenlicht in der Hand an meiner Tür Leni hören sie nix ein Brecher müssen da sei nun verschwand die Gestalt eilig vom Fenster und gleich danach vernahm man ein wildes Aufwaren des Hundes einen dumpfen Schrei und das Umfallen der Leiter darauf war es wieder still nun wagte ich das Fenster zu öffnen und sah hinunter da saß unser Barry auf einer dunklen am Boden hingestreckten Gestalt und über den beiden lag die lange Leiter unser Lirbizeit der hat sequister fallen rief ich voll Schreck und bereute schon meine Härte da schrie der Max zum Fenster hinunter während ich ganz gebrochen auf einen Stuhl fiel Barry Marsch in der Hütten worauf der Hund den Schwanz einzog und unter der Leiter weg schlich wer nur das sei muss meinte etwas angstvoll der junge Mann da sagte ich leise indem ich wieder zum Fenster trat und hinab sah der Mühlfranzl war's Fensterln hätte er wollen und jatz ist er tot zwing mein Trutz in diesem Augenblick rührte sich der vermeintliche Tote kroch unter der Leiter hervor und hinkte mühsam und halblaut fluchend von dannen nun verließ auch der Max das Zimmer und ich legte mich wieder hin doch ich konnte nicht mehr einschlafen und nahm mir vor das Haus zu verlassen ich sagte das am Morgen auch der Frau doch die lachte mich aus und meinte ja warum net gar davon laufen möcht sie jetzt anstatt dass an stolz hätt wenn sie t burschen so um sie reißen recht zum nahen halten durst nach reiflicher Überlegung entschied ich mich auch wirklich für diesen vernünftigen Ausweg ich ließ mir eifrig den Hof machen und hatte die größte Freude wenn sich manches mal der eine oder andere von einem Rivalen zurück gedrängt glaubte und ihm mit der Faust zu beweisen suchte dass er der bevorzugte sei der Umstand dass ich mich in diesem ständigen Kreuzfeuer so tapfer bewährte ließ mich nicht nur in den Augen meiner Herrschaft groß dastehen sondern auch in der Gunst unserer Stammgäste zu denen auch der Benefiziat des Dorfes zehnte höher und höher steigen und es geschah des öfteren dass der hochwürdige Herr mich beiseite nahm und mir versicherte ich sei das tapferste Mädel das ihm vorgekommen und als ich ihm einmal sein Bier auf den Tisch stellte rief er na wie geht's sie steinerne Jungfrau hat sich gestern keiner von ihren Verehrern erschossen worauf ich lachend erwiderte na Herr Hochwürden aber da tränkt hat sie schon hier und da oder zwing meiner was schrie er da voll schreck und hatte seine liebe Not den Trunk den er eben gemacht und der ihm vor Schreck in die unrechte Kehle geraten war wieder herauf zu bringen was ertränkt ja aber nicht im Wasser beruhigte ich ihn und klopfte ihm tüchtig auf den Rücken bis er nach heftigem Husten wieder zur Ruhe kam als ich etwa zwei Monate im Hause war erschien eines Nachmittags ganz unverhofft meine Mutter und wollte wissen wie ich Mutter mit den Worten vor sie trat Tag ich bin Mutter von der da dabei wies sie mit der Hand auf mich und fuhr fort ich möchte anfragen wie sie sie aufführt und was Lohn hat meine Frau entgegnete kurz so sie sind Mutter Kleine ist recht ordentlich und fleissig und ich hab nie Klag was einen Lohn betrifft so hat es halt 20 Mark und ihre Trinkgelder das geht mir übrigens nix an wie viel das ausmacht da fing meine Mutter an sich bitter über mich zu beklagen und erzählte ihr die Geschichte von meinem Selbstmordversuch und auch dass ich einmal zehn Mark aus der Schenkkasse gestohlen hätte die sie nun holen wolle doch meine Frau fiel ihr unwirsch ins Wort was sie mit ernerer Tochter daheim gehabt haben geht mir nix an bei mir ist sie rechtschaffen und ehrlich und kann ihr ihr netz geringste nachreden da kehrte sich die Mutter heftig um und eilte hinaus die Tür krachend hinter sich zuwerfend ich aber nahm ein zehn Mark Stück und legte es ihr im Garten auf den Tisch wo sie vorher gesessen war und gab es ihr mit den Worten das sind die zehn Mark wenn sie noch was gut haben dann sagen sie mir das ist er gibt oh schneibt leicht die gold stück das so rum schmeißt damit rief sie nun halb erstaunt halb spöttisch ich hätte gern wieder daheim gehabt aber wenn es dir so gut geht da dann wirst zuerst nicht nauffallen zu uns oh na ich wär viel lieber daheim erwiderte ich und das weinen stand mir nahe sagen sie alle leut dass er schand ist wenn er so reiche bürgers familie ihr tochter zum derner lasst ich weiß bloß nicht ob mich meine frau fort ließ sonst nix mehr erscholl da neben uns die erzürnte stimme meiner Frau die ganz unbemerkt aus der schenke in den garten getreten war lehnall sie bleiben mir da jatz hätt ma amal orne die was taugen tät jatz lauf hat mir nix dir nix davor nur mal sag ich sie bleibt da da sah die Mutter wohl dass ich hier anerkannt und gut gehalten war und sagte indem sie sich zum gehen schickte wann st heim willst kannst jederzeit kommen hoffentlich bist heim ah wie sie gehört ich sagte an die kleine brücke die über den kanal fährt da fasste sie ganz plötzlich meine hand besah meine vernarbten schnittwunden am arm und sagte halblaut so dumm sei wie leicht kunst tot sei und i hätt verantwortung ich entzog errasch die hand und rief mit gewalt die tränen zurückhaltend adieu Mutter im muss ihn schenk grössens mir Vater vielleicht komme bald seit diesem Vorfall gefiel es mir gar nicht mehr recht im Dienst und obwohl ich mir in der kurzen Zeit schon ein neues Kleid mein schönes Stück Wäsche und noch über 100 Mark bares Geld verdient hatte sagte ich doch am ersten des folgenden Monats zu meiner Herrschaft ganz traurig meinte 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 Frau gehen sie jetzt wirklich ich kann es ja gern glauben dass sie das Herz wieder zu der Mutter zurückverlangt aber wenn man solche Aussichten hat wie sie da wäre es wohl besser man hört mehr auf den Verstand als aufs Herz doch als ich meine Bitte wiederholte ließ sie mich gehen in Gotts Namen muss ich mir halt wieder um jemand schauen also verließ ich Mitte Dezember meinen Dienst begleitet von den Segenswünschen der ganzen Familie die mich vor meinem Scheiden noch reichlich beschenkt hatte ich konnte mich der Tränen nicht erwehren als ich einem nach dem anderen die Hand gab und es waren nicht die angenehmsten Empfindungen mit denen ich mich auf den Heimweg machte als ich etwa eine halbe Stunde wegs zurückgelegt hatte kam ein Fiaka hinter mir her ich rief ihn an ob er mich fahren wollte und als er dies bejahte stieg ich ein und fuhr nach Hause daheim rannte alles ans Fenster als ich so nobel angefahren kam und der Vater meinte als ich ihn begrüßte du kommst ja daher wie Prinzessin man kennt die kam mehr als ich aber mein Erspartes und die geschaffenen Sachen alle sehen ließ verstummte er völlig und auch die Mutter war starr vor Staunen ich sagte indem ich das Geld wieder verwarte das Geld trage auf Sparkass und mein wasch hebe auf bis ich heirat wer weiß ob ich nicht was dazu verdern die Mutter verstand wohl wie ich das meinte denn sie sagte sofort oh möchtest nicht schon wieder davor laufer kaum st kommen bist zum ich leg dir nix mehr in Weg auch der Vater versprach mir dass man mich gut halten wolle und ich dankte ihn von Herzen vergessen war jetzt für mich alles was einmal geschehen und ich freute mich wieder des Elternhauses und ging munter an die Arbeit ich war jetzt auch wohl gelitten im Hause und niemand gab mir ein unrechtes Wort ich wirtschaftete wieder wie vorher und gab selber auch keinen Anlass zum Tadel so verging der Winter und mit dem Eintritt des Frühjahrs standen in der Nachbarschaft zwei Neubauten unter Dach was für die Bauleute die Veranlassung zu einer großen Feier war die ein altes herkommen als Hebebaum oder Hebeweinfeier bekannt ist und wobei oben am First des Neubaus ein mit bunten Bändern gezierter Tannenbaum aufgepflanzt wird alle am Bau Beschäftigten begeben sich auf den Dachstuhl und einer unter ihnen hält nun eine feierliche Ansprache in der er dem Bauherrn dem Eigentümer und dem Palier für den Verdienst dankt und sie alle einzeln mit einem dreifachen Hoch ehrt inzwischen hat der Wirt ein Fass Bier und Krüge hinaufschaffen lassen und nun nimmt dann jeder seinen gefüllten Krug und stimmt laut in das Hoch des Redners ein denn der Brauch will dass man die Bauherren durch den Trunk ehre in der Wirtschaft wird mittlerweile groß aufgekocht denn der Eigentümer hat zwei Schweine und ein Kalb für die Bauleute gestiftet während in der Schenke fünf Hektoliter Bier ein Geschenk des Bauherren bereitstehen dazu gibt der Wirt noch etliche hundert fette Maurer Lobby ein grobes sehr würziges Brot sowie für jeden der Bauleute zehn Zigarren bald füllt sich das Lokal und nicht lange wird es so geht es an ein Essen und Trinken an ein Singen und Scherzen dass man sich in eine Bierbude des Oktoberfestes versetzt glaubt so war es auch diesmal wieder ein jeder wollte das meiste tun im Trinken Essen und im Lärmen denn jeder trug das stolze Bewusstsein in sich und mancher trug es auch offen zur Schau auch ich habe man redlich Teil dabei getan später freilich als ihnen das Bier schon ziemlich zu Kopf gestiegen war schwand dies Selbstbewusstsein erheblich und nun waren es die Mörtelweiber und Bierträgerinnen die das große Wort führten eine jede hatte obwohl selber längst verheiratet einen Auserwählten unter den Bauleuten unbekümmert ob der erkorene Weib und Kind daheim hatte oder nicht Heute nun hatte ein jeder Eheherr auch seine Frau mitgebracht und teilte mit fröhlichem Sinn das was die Arbeitgeber gespendet auch die Gattin des obersten Paliers Simon Scheiben Zuber war anwesend da erhob sich ein ob schon nicht mehr junges doch noch ziemlich männliches Mörtelweib stieg allen Bemühungen ihrer Genossinnen zum Trotz auf den Tisch und schrie Ich bin die Königin von Jerusalem und der Scheiben Zuber Simmel ist mein Mann Da sprang die tief gekränkte Gattin des Paliers vom Stuhl auf gab ihrem ganz verblüfften Manne eine schallende Ohrfeige und stürzte sich nun wie eine Furie auf die Verwegene Die aber war so voll des süßen Getränks dass sie nur noch gurgelnd herausbrachte Was dat's denn wollen du gscherde Mollen dann aber auf ihren Sitz zurücksank Dies hatte aber die Wut der Paliers Gattin aufs höchste gesteigert Was schrie sie mit überschnappender Stimme das kannst ma büssen du guaff du zahnluckert und im Nu hatte sie die betrunkene Rivalin bei den Haaren gefasst und schlug mit der anderen Hand wütend auf sie ein bis sie von der Übermacht der Maurer Weiber zurückgedrängt wurde Die also gedemütigte Königin aber wankte aus der Stube in den Hof wo sie unter Zuhilfenahme einer großen Schale schwarzen Kaffees sich all ihres Zornes und wohl auch ihrer Liebe entledigte denn sie erschien danach wieder munter im Lokal und rief so jetzt trinken auf den Bauherrn am Masel mein Vater war bei dem Vorgang wieder ganz bleich geworden und fürchtete eine Rauferei doch zur Ehre dieser einfachen Leute sei es gesagt dass es zu nichts kam sie blieben sitzen bis zum morgengrauen und gaben noch allerhand lustige Stücklein zum besten fröhlich ging an jeder heim oder ließ sich von der getreuen Hausfrau führen alle hatten den verspruch des Bauherrn dass sie in etlichen Tagen wieder Arbeit bekämen doch dieser Neubau war in einer anderen Stadt gegend so dass unser Lokal etwas stiller war wie bisher ob gleich noch die am dritten inzwischen war ich eine ganz stattliche Dirn geworden und betrachtete gar manches Mal mein Spiegelbild mit Befriedigung und geheimem Wohlgefallen meine Mutter hatte mir für den Sommer eigene Wirtschaftskleider aus feinem blauen Muslin anfertigen lassen und da ich selbst viel auf einen guten Anzug hielt hatte ich bei der Schneiderin Matrosenform mit weißen Batistkrägen und kurzen Ärmeln bestellt dazu trug ich weiße Spitzenschürzen darüber eine weite Leinenschürze zur Küchenarbeit und um den Hals eine Kette aus Korallen mein reiches blondes Haar hatte ich zierlich geflochten und als Krone aufgesteckt in die Stirn hingen ein paar natürlich aussehende wirre Löckchen die ich jedoch jeden Abend mittels einer Haarnadel kunstvoll wickelte außerdem trug ich nur Lackschuhe denn mein Stiefvater besorgte Schuhmacher dem Revolutionsschuster so genannt weil er als übereifriger Anhänger des Anarchismus alle Tage aufs Neue für die allernächste Zeit den Ausbruch der Grimmigen Revolution und eines Bürgerkrieges prophezeite so dass ich glaube der Vater kaufte die vielen Schuhe nur um zu verhindern dass die Revolution in seinem Lokale ausbreche doch hätte mein Vater dies nicht so zu befürchten brauchen wie den Ausbruch eines Freierkrieges denn meine muntere geschäftige Natur in Verbindung mit der lockenden Aussicht auf eine ansehnliche Mitgift hatte nicht nur die Herzen etlicher junger Bürgers Söhne betört sondern auch bei ein paar betagteren Leuten einiges Unheil angerichtet Da war erstlich ein etwa 25-jähriger bildsauberer Drexler aus Traunstein der Ehrentaler Franzel der hätte sich gern eine recht liebe häusliche Meisterin in mir geholt da er einmal seines Vaters Geschäft übernehmen sollte er gefiel mir und ich hätte ihm wohl gut sein können doch war er noch nichts hatte auch nichts und war nicht recht gesund genauer ansah. Da fand ich, dass er trank, viel trank, und hoch spielte und keine Nacht vor zwei Uhr nach Hause ging, und ob schon mir sein zierliches Ponyfuhrwerk, mit dem er oft bei uns vorfuhr, sowie die dreihundert braunen Scheine, die er mir als Brautgabe zugedacht hatte, sehr wohl gefielen, dachte ich doch, dass schon gar mancher sein Hab und Gut vertrunken und verspielt hätte und gab ihm einen Korb und meinte, es sei besser, mich um einen einfachen Handwerksmeister umzuschauen. Der war auch da in Gestalt eines 30-jährigen Schlossermeisters aus meinem Heimatdorf. Es war der Schweiger Lenz, ein Vetter vom Schlosser Florian. Er hatte vor einem Vierteljahr seine Frau verloren und wollte mich als sein regelsames Weib und als liebe Mutter für seine verwaisten drei Kinder heimholen. Da ich mich jedoch wegen der drei Kinder lange nicht entschließen konnte und immer wieder um Bedenkzeit bat, holte er sich endlich eine Fabrikantenstochter, die ihm schon lange zugeblinzelt hatte. Nun trat dessen Nachbar, der Schneidermeistersohn Kaspar Zintel, mehr ins Licht und meinte, er wolle mit mir nach Paris und London reisen, wenn ich seine Frau würde, und wolle mir die ganze weite Welt zeigen. Ich dachte aber, wir würden nicht weit kommen mit dem Gelde, das er besaß, und überlegte, ob ich ihm das Meine noch dazugeben solle. Konnte mich aber nicht dazu entschließen und bedachte lieber den Antrag des Pogatoni, eines stattlichen Hausbesitzersohnes aus der Nachbarschaft, der es trotz seiner jungen Jahre schon bis zum Eisenbahnexpeditor gebracht hatte. Da er aber ebenso grob als energisch war und nicht einmal seine Eltern achtete, fürchtete ich nichts zu gewinnen, wenn ich das Haus meiner Mutter mit dem Seinen vertauschte. Da gefiel mir der sanfte und allzeit zuvorkommende 30-jährige Hausbesitzer Hans Wipplinger, der sich leidenschaftlich um meine Hand bewarb, schon besser. Böse Nachbarn aber wussten zu berichten, dass er in großen Geldnöten sei und mit meinem Heiratsgut wohl die dritte Hypothek seines Anwesens heimzahlen wolle. Als der bereits 60-jährige Realitätenbesitzer und Tändler Simon Lampel hörte, dass ich diesen Antrag ausgeschlagen hatte, erschien er eines Tages in einem altmodischen grün schillernden Gehrock und Zylinderhut, um den Hals eine riesige, ehe dem weisse Binde und im Knopfloch die Ehrenzeichen des Feldzuges von 1870 und hielt feierlich um meine Hand an, indem er mir seine sämtlichen Besitztümer, vier vierstöckige Häuser mit Rückgebäuden und gut vermieteten Läden, zwei Bauplätze bei Planek, die gutgehende Tändlerei, die seit 37 Jahren bestehe und jährlich ihre 2.000 bis 3.000 Mark abwerfe, sowie 140.000 Mark bares Geld, dessen Zins er verzehren dürfe, aufzählte und mir die denkbar beste Behandlung zugesicherte. Doch lehnte ich seine Werbung höflich, aber entschieden ab, da er mir einerseits doch nicht mehr jung genug schien, andererseits aber trotz seines Reichtums als ein großer Geizhals verrufen war. Aufgemuntert durch meine abschlägige Antwort auf den Antrag dieses Alten, wagte noch am selben Abend der blutjunge Hafenermeister Edmund Sack, dem kurz nacheinander Vater und Mutter gestorben waren, mir in einem anschaulichen Brief Herz und Hand anzubieten. Doch kannte ich ihn viel zu wenig, um ihm meine Zukunft anzuvertrauen, und dann hatte ich eine ausgesprochene Abneigung gegen diese Lormparzer, die Ofensetzer. Da war das edle Handwerk der Bäcker doch appetitlicher, und ich hörte ganz erbaut auf die salbungsvollen Worte des 58-jährigen Feinbäckers und Melbers Canisius Dummler, mit denen er mich zur Herrin über sein Haus und seine Gugelhopfe und Zuckerbrezeln erkiesen wollte. Er war schon seit zehn Jahren Witwer und bekleidete die ehrenvollen Posten eines Armenrates, Kirchenbaurates, Distriktvorstehers und Rechnungsführers bei einem Kriegerverein. Auch war er einer von den Auserwählten unseres Pfarrers und durfte bei allen Prozessionen den Himmel tragen. Sein kleines Haus war schuldenfrei, und das gute Geschäft, dem jetzt seine Schwester vorstand, sicherte ihm ein behagliches Leben. Doch besaß er einen schon zwanzigjährigen Sohn, der eben seine Militärzeit als Freiwilliger abdiente. Dieser Sohn aber, der Ferdl, ein fescher Bursch und großer Tunichtgut, war nun die Ursache, dass ich dem Alten meine Hand versagte, denn ich sah den Jungen nicht ungern. Von seiner Ausgelassenheit und den übermütigen Streichen, die man ihm nachsagte, konnte ich nichts bemerken. Vielmehr war er immer der Bescheidenste unter meinen Freiern geblieben. Stundenlang saß er da und starrte mich wortlos und wie in Verzückung an, trank dabei seine zwölf bis fünfzehn Glas Bier und schien außer mir nichts mehr zu hören und zu sehen. Ja, er übersah und überhörte regelmäßig die Stunde, da er in der Kaserne hätte eintreffen sollen. Und so kam es, dass er eine Arreststrafe um die andere meinethalben abzubüßen hatte. Schliesslich bekam er eine ganze Woche Mittelarrest zudiktiert und während er in der Kaserne brummte, fuhr eines Abends, da ich eben in der Schenke beschäftigt war, vor unserem Hause ein Wagen vor, dem ein sehr sorgfältig gekleideter junger Mann mit einem großen Strauß Pfeilchen in der Hand entstieg. Er trat in die Wirtsküche und ehe ich mich noch von meinem Erstaunen erholt hatte, hörte ich schon die Mutter in die Gaststufe rufen, Josef, geh, komm ein bisschen raus, worauf die drei eifrig miteinander verhandelten. Nach einer Weile kam der Vater zu mir in die Schenke und sagte unter öfterem Räuspern, ähm, was ich sagen will, Leni, der Hasler Benno ist draußen und hat gesagt, dass er die heiraten möchte. Du sollst deinen Ausspruch doa, wirst gsonner bist, jatz, von mir aus kannst du's machen, wirst magst, ich red dir nix ei und rat dir net ab. Ich zählte noch die eben begonnene Rolle Geldesfertig, rechnete mit der Kellnerin ab und schenkte noch etliche Glas Bier ein, mich sorglich zusammennehmend, dass die Hand nicht zittere oder sonst eine Bewegung über mich her würde. Dann ging ich, ohne dem Vater zu antworten, in die Küche, wo der stattliche Bewerber sich sehr lebhaft mit der Mutter unterhielt. Als er mich sah, sprang er von seinem Sitz, einem rohen, blank gescheuerten Holzstuhl auf, reichte mir die Hand und begann, Liebsfreund Leni, ich hab sie lang beobacht und hab gefunden, dass bloß sie mir glücklich machen können. Wenn's ihnen also recht ist, heiraten wir. Ihre Eltern haben mich nicht abgewiesen. Da ich nichts darauf erwiderte, fuhr er fort, indem er mir den Strauß gab. Ich mein's ehrlich mit Ihnen, Freund Leni. Ich hab's nicht nötig, nach Geld zu schauen. Ich heirate das Liebe. Nehmen's halt meine Liebe auch freundlich an, wie die Blümerl, und sagen's ja. Bei diesen letzten Worten hatte er mich wieder an der Hand gefasst und sah mich bittend an. Dennoch antwortete ich zögernd und leise nur. Ich will mir's überlegen. Das kann man nicht so auf den Augenblick sagen, ob man einen gern haben kann oder nicht. Ja, bedenken Sie's noch, Liebslenerl. Sie brauchen's nicht zu bereuen. Ich bin der einzige Sohn, erbemal das Haus mitsamt dem ganzen Holzgeschäft und vorläufig habe ich mein gutes Einkommen als Prokurist des alten, feinen Hauses Protus Stuhlberger. Wenn Sie sich besonnen haben und einschlagen wollen in meine Hand, so können wir bald Hochzeit machen. Meine Mutter hatte schon während der Rede des Freiers wiederholt das Taschentuch an die Augen gedrückt und sich umständlich geschneuzt. Jetzt aber zog sie mich laut aufschluchzend an ihre Brust und rief aus, so a Glück, ha, so a Glück, ich gumm dir's von Herzen, derndl, bist ja so a richtigs und ordentliche Madl und kannst n glücklich mache, den lieben Herrn Hasler. Dann schob sie mich von sich und drückte mich ganz fest an die Schulter des freudig Überraschten, der sofort die Arme ausbreitete und mich zärtlich umfing. Dann bedankte er sich noch mit wohlgesetzten Worten bei der Mutter und trat danach in die Gaststube, die Verlobung bei einer Flasche Wein zu feiern. Unterdessen hatten sich mehrere Leute an der Küchentür angesammelt, die sich nach vorhandenen Abendspeisen erkundigen wollten, in der Erregung des bedeutungsvollen Augenblicks aber ganz übersehen worden waren. Diese Menschen waren die Ersten, die mein bevorstehendes Glück inne wurden. Was man noch zu essen haben, Frau Kugler? Na, so a Glück hat das Madl. Ja, so a Schnitzel, a Kotelett, a Bachens Hirn und nach Lierb kann er heiraten. Geld hat er selber g'nur. So ging der Redestrom über die Lippen meiner hocherfreuten Mutter. Ich aber tat meine Arbeit wie zuvor und dachte bloß, ob ich wohl ein seidenes Brautkleid kriegen würde. Als dann in der Küche nichts mehr zu tun war, durfte ich mich auch an den Tisch zu meiner Hochzeit ersetzen und nun sprachen wir ausführlich über die Bekanntgabe der Verlobung, über meine Aussteuer und über die Zeit, wann wir heiraten wollten. Ich sagte zu allem Ja und auch meinem Vater gefielen die Vorschläge seines zukünftigen Schwiegersohnes ganz wohl. Nur als dieser wissen wollte, wie hoch die Brautgabe für mich ausfallen würde, da räusperte er sich wieder verlegen und meinte dann, da muss Mutter dabei sein, wenn wir Geldangelegenheiten bereden. Und er ging hinaus in die Küche. Doch die Mutter war schon zu Bett gegangen und hatte nur durch die Küchenmarkt sagen lassen, sie hätte Kopfweh. Also blieb die Geldfrage noch unbeantwortet. Wir saßen noch bis ein Uhr beisammen und als mich jetzt der Benno ganz leise an der Hand fasste und mich mit seinen von Wein und Liebe glänzenden Augen selig anblickte und nochmals fragte, kannst mir er ganz Glorens Bröckerl gern haben, Lenal, kam er mir auf einmal recht schön und liebenswert vor und alle meine Bedenken schwanden und ich sagte lachend, nachdem ich rasch ein Glas Wein hinuntergestürzt hatte, ja, ja, ich werde eine Frau und mag die, und besiegelte das Versprechen später noch unter der Haustür, da ich ihn hinausgleitete mit einem laut schallenden Kuss, worüber der Benno so beglückt war, dass er beim Fortgehen noch ganz verklärt hinter sich sah und auf den Randstein nicht achtete, sodass er auf ein Haar zu Fall gekommen wäre. Ich aber schlug rasch die Tür zu und musste beim Zusperren laut auflachen über dies Missgeschick. Doch dachte ich in der Nacht nicht weiter mehr über das Erlebte nach, sondern schlief ganz ruhig. Und als am anderen Tag durch einige Ratschkatteln die Sache in allen Milch- und Kramerläden herumgetragen worden war und nun eine nach der anderen kam, mir zu gratulieren, da erschien mir diese Wichtigkeit so lächerlich, dass ich am Ende ganz wild wurde und keiner mehr eine Antwort gab. Am Vormittag nun kam der Dummlerferdel. Er hatte für seinen Hauptmann etwas besorgen müssen und wollte mir nun rasch einen Gruß bringen, denn ihm waren die acht Tage Errest gar lang geworden. Mit langen Schritten trat er in die Gaststube und da er mich nicht sah, stürmte er in die Küche und rief. Guten Morgen, Zirngibimurterl. Wo ist Lenerl? Ich stand wie angenagelt in dem kleinen, dunklen Speiskammerl und gab keinen Laut vor mir. So erschrak ich. Die Mutter aber begann mit großem Pathos und feierlicher Miene den Münchner Dialekt mühsam zu einem zierlichen Schriftdeutsch drechselnd. Ja, was, der Herr Ferdl? Maileni möchtens? Ist net da, Maileni? Setzens erner doch ein Wengerl, Herr Ferdl. Ihm muss erner nämlich leider die freudige Mitteilung machen, Herr Ferdl, dass sich Maileni gestern mit den Herrn Hasler-Benno verlobt hat. Und in überschwänglichem Ton fuhr sie fort. Ja, ja, Abrafs rechtschaffene Bürgersmadel sucht er jeder. Aber es ist ihr zum Gunner, geltens Herr Ferdl. Sie Gunners ja. Aber der Herr Ferdl hörte schon längst nicht mehr. Er war bei der Mitteilung, dass ich mich verlobt habe, aufgesprungen, hatte im Gastzimmer hastig sein Glas Bier auf einen Zug gelehrt, der Kellnerin ein Zwanzgerl hingeworfen und war auf und davon gegangen. Ganz baff sah ihm die Mutter nach und begriff lange nicht, warum er so rasch fortgelaufen war. Nun trat ich aus der Speis. Da rief mir die Mutter zu. Da bist ja. Warum gehst du net zur war? Jatz is er davor, weil's net kommen bist. Na, na, Mutter. Deswegen is er net fort, rief ich nun eilig. Dem hockt er halt, weil er mich net gekriegt hat. Er hätt mir ja gern Keirat. Der Rotzlöffi, is kam Drucker hinter die Ohren, antwortete die Mutter und ging in die Gaststube, kam aber sogleich wieder zurück und hielt einen Brief in der Hand. Da schau her, der Hasler lad uns Eifer heut auf Nacht in Löwenbräukeller. Der Beubus halt sein Abschied. Von mir aus kannst du hingeh. I geh net mit. Damit gab sie mir den Brief, den ich hocherfreut durchlas und dann die Mutter lange bat, sie solle doch mitgehen. Endlich sagte sie zu. Nun musste ich der Küchenmarkt noch alles zeigen und ihr für den Abend die nötigen Weisungen geben. Ich tat dies am Nachmittag und versicherte mich ihrer Gewissenhaftigkeit durch ein gutes, heimliches Trinkgeld. Also machten wir uns gegen Abend für das Konzert und den Hochzeiter zurecht. Die Mutter ließ es sich nicht nehmen, ihr Schwarzseidenes aus dem unergründlichen Eichenschrank zu holen und goss eine Menge Patchouli hinein, um den aufdringlichen Kampfergeruch ein wenig zu übertäuben. Dazu legte sie schwere goldene Armspangen und eine Menge Ringe an, tat eine massive Goldkette um den Hals und steckte die feine Uhr mit der altmodischen Kette zwischen die funkelnden Glasknöpflein der nach Art der Schneiderkleider ganz glatt gearbeiteten Teile. Danach setzte sie ein kleines mit einem reichen Stutzreiher versehenes Kapotthütchen auf, nahm den kostbaren Spitzenschal aus der Kommode und legte ihn um die Schulter. Also geschmückt trat sie nochmals vor den alten vergoldeten Spiegel des Schlafzimmers und besah sich. Da erblickte sie durch denselben mich in meinem einfachen blauen Tuchkleid und rief, »Ah, so willst vor dein Hochzeiter hinstehen! Was fällt dir denn ei, dass er morgen erkannt, mir waren Bettleut!« Und eilig öffnete sie ihre Schmuckschatulle und behing mich mit einer köstlichen Halskette aus Granaten und Perlen, tat mir statt meiner kleinen Korallen schwere Perlgehänge an die Ohren und legte mir ein breites, protziges Armband an. Dann nahm sie einen alten Siegelring aus einem vergilbten Plüschkästlein, steckte ihn an und gab mir dafür ein mit Türkisen und Perlen besetztes Ringlein, das ihr mein seliger Vater einst geschenkt hatte. »Den kannst Gleib halten«, meinte sie, »an dem liegt man nix.« Ich sagte ihr vielen Dank für das Geschenk, denn es war das Einzige, was von dem so furchtbar ums Leben gekommenen noch vorhanden war. Ich hielt das Ringlein hoch in Ehren und habe es nachmals, als das Schicksal mir in meiner Ehe mein ganzes Hab und Gut nahm, unserer lieben Frau im Herzogspital auf den Altar gelegt, denn ich hätte es nicht über mich gebracht, es gleich den anderen Kostbarkeiten dahingehen zu lassen. In diesem reichen Aufputz begaben wir uns alsdann nach der Küche, wo der sehr gewählt gekleidete Freier schon mit einem prächtigen Strauß roter Rosen uns erwartete. Als wir eintraten, sprang er von seinem Sitz auf und küßte der Mutter erst galant die Hand, dann gab er ihr die Blumen mit einer tiefen Verbeugung, nehmens die Rosen als Dank, dass sie mir heute die Ehe geben, mitzukommen, werte Frau Mutter. Hierauf begrüßte er mich mit einem flüchtigen Kuss ans Ohr, worüber ich mich höflich verwunderte, da ich dergleichen weder in Geschichten gelesen noch je selbst erlebt hatte. Dann zog er ein weiß-seidenes Schächtlichen aus der Westentasche und übergab es mir mit den Worten »Heut feiern wir Verlobung«, da kürze ich's, dass ich der Braut was schenk. Erwartungsvoll öffnete ich das zierliche Kästlein, da blitzte mir ein herrlicher Brillantring entgegen. Da ich dergleichen auch noch nicht erlebt hatte, besann ich mich, was ich nun tun oder sagen sollte. Zum Glück fiel mir die Stelle eines Romans ein, an der so etwas vorkam, und ich machte es wie die Heldin des Buches. Ich errötete, sah verwirrt zu Boden und flüsterte verliebt. »Ah, wie herzig!« Doch in meine gewöhnliche, natürliche Art verfallend fuhr ich fort. »Weißt, Benno, so viel Geld hätt's aber nicht ausgeben sollen. Da werd's die Mutter schön ausstrengen müssen, dass dir das wieder ersetzt.« Aber da kam ich schön an bei der Mutter. »Das war noch das besser«, rief sie mit funkelnden Augen. »Meinst, die hat nicht so lang gesorgt, dass dein Breitigam ein anständiges Geschenk geben kannst. Hier, Herr Hasler, is erner Verlobungsring. Ich hoffe, dass ich nicht schlecht einkauft hab beim Thomas.« Und damit zog sie aus der Rocktasche ein rotes Plüschetui und entnahm demselben einen recht ansehnlichen Solitär. Den gab sie mir, indem sie mit Verrührung bebender Stimme sagte, »Da, Leni, stecken dein Herrn Breitigam am Ohr, hoffentlich passt er an.« Obgleich mir diese ganze Szene wie eine Komödie vorkam, tat ich doch der Mutter ihren Willen und steckte meinem Verlobten den protzenhaften Ring an den kleinen Finger, an den er gerade passte. Dann tat ich auch meinen Brautring aus dem Schächtelchen und schmückte damit meine rechte Hand. Nachdem wir noch rasch einige Worte mit dem Vater gewechselt hatten, gingen wir. Doch an der nächsten Hausecke stand schon ein Wagen bereit, und der Benno hieß uns einsteigen, worauf wir nach den festlich geschmückten Räumen des Löwenbräukellers fuhren. Während des von einer schier zahllosen Menge besuchten Konzerts kam ich nur wenig dazu, mich mit meinem Verlobten zu unterhalten. Denn meine Mutter schwatzte ihm so viel vor von meinen allseitigen Vorzügen und guten Eigenschaften, dass er vor Freude über meine Tugenden ganz auf mich selber vergaß. Ich saß einsam auf meinem Platz an der Wand und betrachtete abwechselnd mein Brautringlein und das meines Vaters. Oder ich ließ die Augen über die lärmende Menge gleiten und besah mir die vielen verliebten Mägdlein und ihre Herren, meist Unteroffiziere und Soldaten, in den verschiedensten Uniformen, bis mich endlich die Mutter mit den Worten »Soleni, jetzt gehen wir« aus meinen Träumen aufschreckte. Wieder nahm der Benno eine Droschke und in rasselnder Fahrt ging's nach Hause. Daheim mussten wir uns noch zu ihm an den Tisch setzen und bald klangen die Champagnergläser und ertönte das glockenhelle Lachen der Mutter. Der Vater war an diesem Abend sehr aufgeräumt und gab alle möglichen Schnurren zum Besten, wobei der vor Glück strahlende Hochzeiter ihn eifrig unterstützte und an lustigen Einfällen fast übertraf. Ehe wir uns trennten, wurde noch ausgemacht, dass ich am anderen Tag den Eltern meines Bräutigams vorgestellt werden sollte und die Mutter bat ihn, er möge daheim sagen, dass sie sich schon sehr auf einen Besuch der geschätzten Familie freue. Mit nicht geringer Angst sah ich dieser Vorstellung entgegen und hatte eine schlaflose Nacht. Doch verlief das Ganze, wenn auch ziemlich zeremoniell, so doch recht gut und es kam mir vor, als wollte eins das andere überbieten an Zuvorkommenheit und herzlicher Freundschaft. Der Vater meines Hochzeiters, ein noch sehr rüstiger, hochgewachsener Mann von etwa 60 Jahren, führte mich erst in die altmodische Wohnstube, die mich mit ihren sauberen Cartoon-Bezügen über den behaglichen Polstermöbeln und den vergilbten Stichen an den mit einer groß, blumigen, verschossenen Tapete begleiteten Wänden und den freundlich blühenden Geranien am Fenster sogleich anheimelte. Die Mutter aber meinte, für einen so liebwerten Gast müsse man schon die gute Stube aufsperren und lief dann eilig in die Küche, um nach dem Café zu schauen. Sie war ein kleines, zusammengeschrumpftes Weiblein mit glatt gescheiteltem Haar über der runzligen Stirn. Aus dem gelblichen, furchigen Gesichtlein blickten ein paar wasserhelle Augen forschend umher und die rauen, schwierigen Hände erzählten von rastloser Arbeit, deren Segen man überall im Haus und Geschäft wahrnehmen konnte. Während die Frau Hasler geräuschvoll in der Küche herumhantierte, sorgte der Hausvater für die Unterhaltung. Und ich warte nun inne, dass den eigentlichen Grundstein zu dem Reichtum und gediegenen Ruf der Familie die kleine Frau durch ihre Herkunft sowohl als auch durch das ansehnliche Kapital, das sie dem Mann in die Ehe gebracht, gelegt hatte. Sie entstammte einer schon seit längerer, denn einem Jahrhundert allerorts als ehesam und lauter bekannten Altmünchner Kaufmannsfamilie und hatte als 24-jährige Jungfrau, dem als Schreiner im Elternhaus Tätigen, eben aus dem Feldzug zurückgekehrten Burschen ihre Hand gegeben. Unbekümmert darum, dass er nur der Sohn einer dürftigen alten Hebamme aus einem kleinen Dorf im Schwabenland war. Und außer einem Paar nerviger Fäuste und der Tapferkeitsmedaille nichts in die Ehe einbrachte. Und sie hatte es nicht zu bereuen gehabt, dass sie dem heftigen Widerstand ihrer stolzen Eltern zum Trotz den stattlichen dunkellockigen Hannes heiratete. Denn er war ein heller Kopf und hatte schon als Kind seine zehn Geschwister sowohl an Klugheit wie auch an Geschicklichkeit übertroffen. Sein Vater war schon in jungen Jahren zum Bürgermeister seines Orts gewählt worden, da er eine sehr rechtliche, gerade Natur und von männiglich geschätzt war. Doch hatte der sonst so fürtreffliche Mann einen einzigen Fehler. Er trank. Das wurde ihm und der ganzen Familie zum Verhängnis. Denn der Unglückliche ward von seiner unseligen Leidenschaft bald so weit gebracht, dass ihm kein Brandwein mehr genügte und er nicht nur alle Balsam- und Peinexpellergläser leerte, sondern am Ende noch zum Petroleumkruge griff und Hoffmannstropfen flaschenweise trank. Es dauerte nicht lange, so verlor er Amt und Würden und endete zuletzt als kaum 40-jähriger Mann elendiglich in einem Schweinestall, darin er schon seit Monaten hausen musste, da er in seinem Rausche alles zerschlug und zerstörte, was ihm unter die Hände kam. Damals war der Hannes gerade zwölf Jahre alt geworden und es hieß nun hinaus in die Welt und selber schauen, wie das Brot am besten für den Hunger ging. Also machte er sich mit Vieren seiner Geschwister auf und zog mit ihnen gen München, wo an jedes bald Arbeit fand. Die Mutter hatte zum guten Glück schon während ihrer traurigen Ehe sich im Ort ein sicheres, wenn auch beschwerliches Fortkommen geschaffen. Sie war Kindlesfrau. So hieß man die Hebammen geworden. Noch mit ihrem vollendeten 90. Jahr hat sie ihrer bedeutend jüngeren Kollegin gar manche schwere Geburt abgenommen und es kam nicht selten vor, dass ein Bauer stundenweit fuhr und die alte halbblinde Haslamutter holte, während in seinem Orte irgendeine tüchtige junge Hebamme das Nachsehen hatte. Indes der Hausvater mich also unterhielt und allmählich immer mehr in Wärme geraten war, kam die Frau wieder zu uns herein und bat uns in die gute Stube zum Kaffee. Sie hatte sich inzwischen in Start geworfen und prangte in einem altmodischen Gewand aus starrer violetter Seide, das bei jeder Bewegung bald rötlich, bald grau schimmerte und dessen Jacke mit vielen Rüschen und langen Schößen geziert war. Mein Verlobter hatte sich für diesen Nachmittag von seinem Herrn Urlaub erbeten und kam nun gerade recht nach Hause, den Kaffee mit uns zu trinken. Er nahm meinen Arm und führte mich in die Ehrenstube, deren Möbel alle aus Kirschbaumholz gefertigt und mit dunklen Ornamenten eingelegt waren. Die ganze Einrichtung stammte noch von den Eltern der Frau Hasler, wie der Benomi berichtete. Auf dem sauber gedeckten Tisch standen zierliche Tassen und Kannen, deren eine jede in einem bunt gemalten Kranz die goldene Inschrift trug, lebe glücklich. Wir tranken nun vergnüglich Kaffee und mein Verlobter sprach viel von meinen guten Eigenschaften, von seiner schönen Stellung, seiner gediegenen Herkunft und von baldigem sicheren Eheglück. Dann brachte er mich wieder nach Hause, nachdem ich mir noch das Versprechen der beiden alten Leute hatte geben lassen, dass sie uns am folgenden Sonntagnachmittag mit ihrem Besuch beehren würden. Dies taten sie auch. Pünktlich um die angegebene Stunde fuhr ein Fiaker am Hause vor und heraus sprang mein Hochzeiter und half seinen Eltern beim Aussteigen. Ich hatte schon vormittags genaue Weisung von der Mutter erhalten, wie ich sie zu empfangen hätte. Also eilte ich geschwind von der Wirtsküche auf die Straße, reichte jedem die Hand und sagte, Guten Tag, Frau Mutter und guten Tag, Herr Vater. Grüß Gott, Herr Benno. Die Mutter hält für eine große Ehre, dass uns die Freude machen und eine Tasse Kaffee bei uns trinken. Bitteschön, komm uns nur gleich mit rauf in die Wohnung. Die Mutter ist schon droben. Und nun führte ich alle drei nach der im ersten Stockwerk gelegenen, für den hohen Besuch frisch gestöberten und geschmückten Wohnung, wo die Mutter in ihrem nobelsten Aufputz aufgeregt durch alle Zimmer lief und bald ein Deckel anders legte, bald ein Stäubchen wischte oder umständlich ihr Spiegelbild betrachtete. Als sie uns kommen hörte, ging sie mit steifer Würde auf die beiden Alten zu, reichte ihnen mit ausgesucht höflicher Verbeugung die Hand und sagte, Herr Hasler, Frau Hasler, das freut mich. Darf ich vorausgehen? Komm uns nur rei in Salon und nehmen's Platz. Herr Benno, mögen's net auf'n Divan hintere mit der Leni. Und geschäftig rückte sie den Tisch zur Seite und bot jedem seinen Platz an. Dann trat sie unter die Tür und rief, Rosel, an Kaffee rei, nehmen's die silberne Platten zum Kuchen. Während sich nun eine lebhafte Unterhaltung über die gleichgültigsten Dinge entspann, betrachtete bald der Vater, bald die Mutter meines Verlobten die protzige Einrichtung des Salons. Und sie wechselten von Zeit zu Zeit verstohlen Blicke der Befriedigung. Und als die Augen des Alten auf das Klavier fielen, fragte er, wer darauf spiele. Die Mutter sagte stolz, »Mei, Leni kann's. Ich hab's ihr lernen lassen, dass er mal ihren Mann unterhalten kann. Geh, Leni, spiel deine zukünftigen Schwiegereltern einen auf, vielleicht ein Bienenhausmarsch oder das Glühwürmchen-Idyll oder was die Herrschaften sonst gern hören.« Ich setzte mich an das Instrument und spielte etliche Stücke, wie sie mir gerade einfielen. Da ging die Tür auf und herein kam der Vater, begrüßte die Familie Hasler und sagte, »Ihr habt der Kathi gesagt, sie soll die paar halbe Bier hergeben, die jetzt gehen, dass ich auch ein bisschen raufschauen kann zu der Herrschaften. Na, wir steht's, wer die befinden. Schöne Tage haben wir allweil jetzt. Waren's schon auswärts heuer? Bei dem warmen Weder macht auch jeder ein Geschäft, wo die Auswärtigen wird. Hast du noch einen Kaffee, Mutter?« Damit setzte er sich und begann von dem zu reden, was bis dahin an jedes wie auf Verabredung vermieden hatte, von unserer bevorstehenden Heirat. »Das hat sich ganz unverhofft geschickt,« meinte er, zu dem alten Hasler gewendet. »Mir haben's gleich gar nicht glauben können, dass wir die Leni wirklich schon herlassen sollen.« »Ja, das ist wahr,« fiel ihm die Mutter ins Wort. »So geht's zu in der Welt. Will man selber noch nicht zu den Alten gehören, derweil hat man schon heiratsfähige Kinder.« »Oho,« rief da der Benno, »jetzt möchte gerade Frau Zirngiebel auch schon vom Alter reden und schaut aus wie eine eiserne Venus, so gesund und so sauber. Der Zirngiebelvater kann stolz sein auf so eine Frau.« Geschmeichelt lächelte die Mutter und auch der Vater hörte diese Lobrede wohlgefällig an. Die alten Haslerleute aber warfen ihrem Sohn halb ärgerliche, halb verlegene Blicke zu und es entstand eine kleine Pause, die ich rasch benützte, den Benno zu mir an ein kleines Tischlein zu ziehen, wo ich meine Erinnerungen und Andenken aus der Klosterzeit aus einem kleinen Kästlein kamte. Dabei fielen meinem Verlobten etliche Briefe und Karten auf, die sämtlich die Adresse trugen, an die Jungfrau Magdalena Christ, Kandidatin bei den Josefschwestern zu Bärenberg. Auf seine Frage, ob die Briefe einer Freundin gehörten, erwiderte ich ihm, »Na, na, das sind lauter Briefe an mich.« Erstaunt sah er mich an und auch am Tisch wurde man aufmerksam, sodass ich mich an die Mutter wandte. »Denken Sie an der Mutter, der Benno weiß nicht einmal meinen rechten Namen.« Mit hochrotem Kopf saß die Mutter da und Zorn und Verlegenheit kämpften sichtbar auf ihrem Gesicht, während sie zögernd sagte, »Ja, mein lieber Gott, das wissen die wenigsten Leute, was für ein Unglück mich schon in meine jungen Jahr getroffen hat. Das erzählt man nicht zu mir nix, dir nix an jeden, der daherkommt.« Sie konnte nicht mehr weiterreden. Ein heftiges Schluchzen erschütterte ihren Körper, während sie von Zeit zu Zeit einen wütenden Blick zu mir hinüberwarf. Die Familie Hasler aber saß starr und stumm da und blickte fragend von einem zum anderen. Da ergriff der Vater rasch das Wort und sagte, »Da brauchst ne Zornermutter, deswegen ist dir a no koa Berl aus der Krog gefallen. Und was der Ziehung und das Ander betrifft, hat sie no nie nix gfeiht. A jeder koa froh sein, wann er so a Madl zum Heiraten kriegt.« Erst jetzt begriffen die Haslerischen den Sachverhalt und die Frau rief mit kläglicher Stimme, »Ja, was is denn net dös? Na is also die Leni gar net von Erna, Herr Zirngiebel?« Na, der Leni ihrer Vater ist damals bei dem großen Schiffsunglück, wo die englischen Hund den schönen Dampfer Zimbrier a so a gefahren ham, dass ein Gleiter Deichsel geholt hat und Gleit allsam der Suffer san, a dabei gwehen. Der hat se Ruhe. Und da hab heut ich die Mutter geheirat. Schweigend hatten alle zugehört. Und endlich begann der alte Hasler, »Na jo, in Gottes Namen. Sel is auch die gfeihele ich zünde no nit, dass es so a saubere Frau amal was kleines kriegt. Im Übrige ischts mir ja ganz gleich, ob's Mädel ledigerweise isch da gewesen oder von der E. Hauptsache isch halt, dass sie ihr anständige Mitgift einbringt.« Jetzt hatte sich auch die Mutter wieder erholt und schilderte nun in beweglichen Worten, wie sie mich ausstatten wolle und dass sie jederzeit da wäre, wenn's drauf ankäme. Der Vater aber sagte kurz, »Zwing der Mitgift, braucht Chor Hochzeiter ersorgt ham. Leni hat bei 30.000 Mark Muttergurt und vor ihren Vatern 8.000 Mark ausgemachtes Geld auf der Bank. Und wenn er mal d'not an sie kam, da war allebei i anu da. Vorläufig, kann ihr allerdings von mir nur nix geben. Das steckt als im Geschäft drin.« Während dieser Rede war die Wolke, die unheil drohend auf der Stirn der alten Haslerin gestanden, von ihr gewichen, und das sonnigste Lächeln lag auf ihrem Gesicht. Auch der Herr Hasler rieb sich vergnüglich die Daumenballen und sagte bloß, »Schön, gut, isch ja sehr agenehm.« Der Benno aber, der zuvor, als meine Abkunft an den Tag kam, sich auf einen von mir ziemlich entfernten Stuhl gesetzt hatte, kam jetzt mit zärtlicher Miene auf mich zu und sagte, indem er mich um die Hüfte nahm, leise, »Du glaubst gar nicht, Lenerl, wie gern ich dir hab.« Und in heiteren Gesprächen verfloss die Zeit, bis die Mutter um fünf Uhr zum Vater sagte, »Josef, jetzt wird's Zeit ins Geschäft.« Da brachen die Haslerischen auch auf und empfahlen sich mit großer Höflichkeit. Nun war ich also Bennos Braut und lebte im Übrigen wie zuvor. Die Hochzeit war auf den Herbst festgesetzt worden und der Benno eilte mit viel Fleiß von Amt zu Amt, um die zur Heirat notwendigen Schriftstücke zusammenzubringen. Der alte Hasler kündigte einer schon lange Jahre in seinem Haus wohnenden alten Jungfer die Wohnung und ließ viel Arbeitsleute kommen. Die Wände wurden tapeziert, die Böden frisch lackiert, in die Küche kam ein neuer Herd und in die Kammer daneben ein Bad. Die Frau Hasler stand bei größter Sommerhitze auf der Altane und füllte Kissen und Betten mit Pflaum und zeigte den Nachbarn die Größe der mütterlichen Liebe, die nicht bloß zusieht, wie das Kind, das nun dem Nest entflogen, sich in der neuen Lebenslage zurechtfindet, sondern die in Beherzigung des Wortes, wer sich gut bettet, liegt gut, sorglich ihr Teil dazu beiträgt, dass dessen Lebensbett ein Lindes werde. Mein Vater ließ den Schreiner kommen und bestellte die Möbel, nachdem er sich die für uns bestimmte Wohnung angesehen hatte. Alles sollte altdeutsch werden und die Schränke sollten Spiegel haben und an jedes Stück noch einen Muschelaufsatz. Der alte Tapezierer Fünfler musste für die Polster sorgen und den Divan samt den Stühlen nebst einem kleinen Kanapé anfertigen. Die Mutter aber lief zum Nachbar Glaser und erstand das Neueste an buntem Porzellan, an irdenem Geschirr und Gläsern. Dann kam der Tag, an dem sie ging, das Brautkleid einzukaufen. Da musste ich zur alten Haslerin und diese bitten, dass sie uns die Liebe tät und mitginge, den Stoff zu kaufen, was sie mir versprach. Also machten sie sich auf den Weg, eine jede starrend in Seide und blitzend im Schmuck der Nadeln, Ringe und Spangen, die an Glanz wetteiferten, mit den langen Perlenfransen, der Mantillen und Kaput-Tütchen. Erst spätabends kamen sie heim und ich vernahm, dass nun alles eingekauft sei, dessen ich als Braut bedürfe, um zu glänzen. Ich erschrak beinahe, als ich von der Mutter hörte, dass mein Brautkleid von Seide wäre und der Zeug allein schon mehr denn 150 Mark gekostet hätte. Ich vergaß darüber ganz und gar den Dank, sodass die Mutter sehr entrüstet ward und rief, weißt nicht, was sie gehört, du Hackstock. Gibt mir so viel Geld aus für das Gestell und kriegt nicht einmal ein Dankeschön dafür. Da kam ich erst wieder ein wenig zu mir und sagte halblaut, Dankeschön Mutter, sowas hätt's nicht gebraucht. So? Das hätt's nicht gebraucht? Meinst vielleicht, ich lass mich lumpen und anschauen von den Haslerischen? Hab schon gesehen, wie's die Letzchen hat hängen lassen, weil ich zuerst gemeint hab, ein Schlepp war nicht notwendig. Aber jatz hab ich so viel kauft, dass da ein meterlanger Schworf hinten nachiziergst. Ich wusste nicht viel darauf zu antworten und empfand im Grunde wenig Freude über den Prunk, in den man mich stecken wollte. Als ich jedoch nachher das schwere, glänzende Gewebe sah, regte sich meine Eitelkeit doch. Und ich dachte, wie die in der Nachbarschaft wohl schauen würden, wenn sie mich in dieser Pracht erblickten. Ich trug den Stoff alsbald zur Nähterin, die mir einen Arm voll Modeblätter mit nach Hause gab, zur Durchsicht, damit wir wählten, was uns gefiele. Ich suchte mir ein sehr einfaches Bild zum Muster aus und bat die Mutter, sie möchte das Gewand nach diesem machen lassen, was sie mir zusagte. So waren die Tage der Brautzeit immer mehr ihrem Ende zugegangen und es war nun an uns zum Pfarr zu gehen, das Stuhlfest zu feiern. Also meldete mein Verlobter an einem Oktobersonntag nach dem Gottesdienst in der Sakristei unserer Pfarrkirche dem alten einäugigen Messner, dass wir am nächsten Tage zum Herrn Pfarrer kämen, damit er uns in allem unterweise, was für den Stand der christlichen Ehe von Nutz und Frommen sei. Hand in Hand schritten wir den anderen Tags gegen elf Uhr mit klopfendem Herzen durch die Straßen und zögernd stiegen wir im Pfarrhause die breite Treppe hinauf zur Tür, hinter der ein wirres Durcheinander von Kinderstimmen zu hören war. Im gleichen Augenblick stürmten etwa zehn Schulkinder jubelnd und lärmend aus der Wohnung und schwangen im Triumph bunte heiligen Bilder, die sie gewiss als Lohn für gute Antworten in der Religionslehre erhalten hatten. Hinter ihnen erschien lächelnd der noch ziemlich junge Pfarrer und mahnte, Kinder, tut sie statt sei, führt euch Gott und tut sie keinster Fallen, so führt Gott zu. Da erblickte er uns. So, so, grüß Gott, Leuteln, so, jetzt geht's nur Kleiderei, so, ja, jetzt sind wir also da, so, so, sitzt euch nur gleich daher, so. Und sorglich führte er uns zu einer Fensternische, die eigens zu dem Zweck, der uns hingeführt gemacht schien. Ein kleiner Sammet-Diwan stand in der Ecke, darauf wir Platz nahmen. Vor uns ein Tischlein, auf dem nichts als ein kleines Buch lag. Davor stand ein bequemer Armstuhl, der für den Priester bestimmt war. Da saßen wir nun mit seltsam bewegtem Gemüt. Ein leichter Duft von Weihrauch umgab uns. Die Sonne schimmerte durch die großen Glasbilder, die an den Fenstern hingen, und ließ die reichen Blumenstöcke bald in bläulichem, bald rotem Licht erglänzen. Auch zu dem blassen Herrgott, der an einem hohen Kruzifix aus schwarzem Holze hing, huschte einer von den roten Strahlen und gab dem Gottessohn ein kleines seiner Wärme und beinahe einen Hauch von Leben. Stumm blickte ich bald auf den Pfarrer, bald auf die lebensgroße Statue des Jesukindes, die zwischen Blumen und Kerzen in einer Ecke stand. Dann schielte ich verstohlen hin zum Benno. Der saß, etwas gebeugt, und Tränen rannen ihm über sein Gesicht. Nun begann der Priester seine Lehre. Erst gab er uns den Segen, dann führte er uns im Geist zurück zu den ersten Menschen, zur ersten Ehe im Paradiese. Hierauf gab er uns alle jene Mahnungen und guten Lehren, deren junge Eheleute bedürfen. Vor allem aber bat er uns, die Tage vor der Trauung nichts zu tun, was gegen Sitzamkeit verstoßen und in der Ehe Gottes Segen nicht durch Anwendung von irgendwelchen Schutzmitteln frewendlich zu hemmen oder zu verhindern. Denn das sei ja der Kern der Ehe, dass die Welt durch sie bevölkert bleibe. Nach diesen Unterweisungen fragte er den Benno, »Also, Herr Hasler, nachher kann man am Sonntag schon zum ersten Mal verkünden. So, und nachher setzen man gleich die Trauung fest. Wie morgens, Herr Hasler, wenn man den zweiten Dernstag im November nahm.« Mein Hochzeiter, der während der Ansprache des Herrn Pfarrers wiederholt in Schluchzen ausgebrochen war, trocknete nun seine Tränen und erwiderte, »Jawohl, Herr Hochwürden, am zweiten Dienstag im November ist uns schon recht. Aber ich möchte halt bitten, um eine Gesungene Mess und dass uns halt der hochwürdige Herr Pfarrer liebt, selber die Trauung zu machen. Es wäre halt eine recht große Ehe für uns und auch der Vater moand, es wäre viel feierlicher, wenn der Herr Hochwürden Traum misshaltet.« Der Pfarrer sagte ihm dies zu und nachdem er uns noch aufgetragen hatte, den Tag vor der Hochzeit eine Lebensbeichte abzulegen und am Hochzeitsmorgen noch die Kommunion zu empfangen, gab er uns den Segen und geleitete uns dann bis zur Gangtür. Wie von einer großen Last befreit atmete ich auf, als wir draußen waren, und übermütig sprang ich die Stiegen hinab und auf die Straße. Der Benno aber war sehr ernst und schüttelte den Kopf, als er meine Ausgelassenheit sah. Und während ich mit tänzelnden Schritten und lebhaftem Geplauder dahin eilte, schritt er beinahe bedrückt neben mir her und sah mich schweigend an. Da schob ich lachend meinen Arm in den Seinen und rief »Juhu, Kairatwirt, da darf ich mit der Schesen fahren und hab an Schlepp und er sei den Skwand, Juhu!« Etwa eine Woche vor dem Hochzeitstage kamen die Handwerksleute und meldeten, dass sie mit allem, was ihnen aufgetragen worden, fertig seien. Also mussten nun die Möbel in die für uns bereitete Wohnung gebracht werden, und ich erbat mir deshalb von der Mutter die Erlaubnis, etliche Tage vom Geschäft wegbleiben zu dürfen. Da stieß ich zum ersten Mal seit langem wieder auf heftigen Widerstand, und die Mutter begann zu fluchen und zu schelten und machte mir die gröbsten Vorwürfe, dass ich jetzt, wo ich endlich etwas taugte, heiratete. »Und ich leid's einfach net, dass du gehst. Das war das Rechte. Ich kannt mir daheim der Renner vor lauter Arbeit und der gnädi Fräulen lafert fort und tat Wohnung einrichten. Sag's nur, der Haslerischen, der haben mehrer Zeit wie mir, der sollen sie um die Wohnung kümmern. »Ich muss alles zahlen, drum verlange ich auch, dass dafür arbeitest.« Ratlos schlich ich davon und besorgte, es möchte der Tag meiner Hochzeit kommen, und ich hätte nichts gerichtet, worin wir wohnen und schlafen könnten. In meiner Not ging ich zum Vater und bat ihn um seine Fürbitte, und nun konnte ich wenigstens für einen Tag Urlaub bekommen. Ich ging also in aller Früh schon fort und trat bei der Familie Hasler eben in dem Augenblick in die Stube, als der Benno seinen Hut vom Nagel nahm und in das Geschäft wollte. Als ich berichtete, wie schwer ich von zu Hause fortgekommen sei, meinte er, »Da muss ich leider hohen bleiben, dass wir heut nur fertig werden. Ihr möcht net haben, dass dein Mutter hab wird.« Also blieb er bei mir, und wir begannen sogleich unsere Arbeit. Erst stellten wir alles das auf, was in die Schlafstube gehörte. Wobei wir beinahe in Streit gekommen wären, da der Benno haben wollte, wir sollten die beiden Betten zusammenrücken, ich sie aber gern getrennt gehabt hätte. Doch gab ich endlich nach, nachdem ich mein Verlobter auf die Worte des Pfarrers, »Das Weib muss dem Mann gehorchen«, hingewiesen hatte. Gegen Mittag hatten wir ein Zimmer fertig, und ich wollte nun nach Hause gehen zum Essen. Doch gaben die alten Haslerleute keine Ruhe, bis ich blieb. Nachmittags räumten wir dann die Wohnstube ein. Doch kamen wir zu keinem Ende, da ein jedes die Dinge nach seinem Kopf gestellt haben wollte. Daher ließ ich den Benno bei seiner Arbeit allein und ging in die Küche, wo Geschirr und Bilder, Möbel und Nipsachen, Spiegel und Stellagen bunt durcheinander standen und lagen. Nach wenig Stunden wurde es dunkel, und ich war noch nicht einmal zur Hälfte fertig mit meiner Arbeit, da kam mit einem Mal eine große Traurigkeit über mich, und ich setzte mich in einer Ecke auf einen kleinen Hocker und begann zu weinen. Die Unordnung ringsum bedrückte mich, und alles kam mir so fremd und unwirtlich vor, und ich empfand plötzlich eine große Furcht vor dem Heiraten. Währenddem war es ganz finster geworden, und ich stand auf und ging in die Stube, wo ich den Benno gelassen hatte. Da war sie leer. Ich ging in das Schlafzimmer, doch auch da fand ich ihn nicht. Nun wollte ich hinuntergehen zu den Eltern Bennos, da fand ich die Wohnungstür verschlossen und war also eingesperrt. Ratlos stand ich da und wusste nicht, was ich beginnen sollte. Es fiel mir nicht ein, dass ich ja nur ein Fenster zu öffnen brauchte und auf die Straße zu rufen. Vielmehr ging ich wieder zurück in die Schlafstube, legte mich auf ein Bett und weinte bitterlich. Da hörte ich aufsperren, und es kam der alte Hasler mit einem Licht und wollte unser Werk beschauen. Er erschrak gar sehr, als er mich so trostlos hier fand, und ich erfuhr nun, dass der Benno geglaubt habe, ich sei im Zorn fortgelaufen, und er hatte deshalb gar nicht weiter nach mir gesehen. Als ich daher mit dem alten Hasler eine Weile später drunten in die Wohnstube trat, war große Freude über den guten Ausgang dieser Geschichte. Spätabends brachte der Benno mich nach Hause und bat die Mutter, sie möge mich doch noch einen oder zwei Tage fortlassen. Mit süß-saurem Lächeln erwiderte sie, »Ja, ja, sie kann schon gehen von mir aus. Jetzt muss ich mir alle Weile schon trau gewöhnen, ohne Hilfzeit. Das ist schon was Alts, dass Kinder, wann's oren Knurrkost haben, davorlaufen und heiraten.« Wir bedankten uns für die Erlaubnis, und am anderen Morgen machte ich mich wieder auf den Weg, ohne vorher etwas zu essen. Als ich daher von der Frau Hasler zum Kaffee geladen wurde, nahm ich dies gern an, sagte aber, dass ich mittags heimginge, denn ich befürchtete, es möchte ihr zu viel werden. Der Benno war schon in aller Früh zu seinem Herrn ins Geschäft gegangen, ihn um Urlaub zu bitten, bis wir eingerichtet wären. Nun kam er, und wir begannen wieder unsere Arbeit. Es ging uns jetzt alles gut vonstatten, da ich zu müde war, um noch länger zu streiten, und mir vorgenommen hatte, nach der Hochzeit doch alles so zu richten, wie es mir gefiel. Am Mittag wollte ich dann heimgehen, vorher aber gab es noch ein kleines Unglück. Mein Hochzeiter war über unsere Arbeit so erfreut, dass er mich mit einem Male um die Hüften fasste, mit mir in der Stube herumtanzte und am Ende mich in die Höhe hob und auf den Divan fallen ließ. Ich hatte schon während des Aufhebens heftig gezappelt und kugelte nun beim Fallen vom Divan herab und gerade hinein in einen schönen, großen Spiegel, den ich kurz davor daran gelehnt hatte. Er ging in Scherben, und es kostete mich nicht geringe Mühe, aus dem Rahmen, in dem ich saß, herauszukommen. Die Holzwand war durchgebrochen, und die beiden goldenen Amoretten, welche den Rahmen zierten, standen nun auf meinem Rücken und hielten mit Anmut das goldene Wappen. Der Benno war erst wie erstarrt, als ich aber unter großem Jammer begann, mich von der unbequemen Einrahmung zu befreien, brach er in so lautes Gelächter aus, dass ich in heftigstem Zorn geriet und schwur, ich würde ihm den ganzen Spiegel an den Kopf werfen, wenn ich nur erst herausen wäre. Zum Glück hatte ich keine Verletzung davongetragen, und als mir der Benno herausgeholfen hatte und sich nun selbst hineinsetzte, um mir das komische Bild zu zeigen, da musste auch ich lachen. Die alte Haslamutter freilich war sehr erschrocken, als sie es vernahm und prophezeite uns, dass wir nun sieben Jahre kein Glück hätten, worüber ich wieder hellauflachen musste. Ob nicht doch ein Körnlein Wahrheit in dem Worte lag? Mein Verlobter begleitete mich heim und trat gleich in das Gastzimmer, um rasch ein Glas Bier zu trinken. Ich aber ging in die Küche. Als ich die Mutter grüßte, dankte sie mir nicht und fragte nur, »Was willst?« Ich sagte, dass ich zwar zum Essen geladen worden wäre, es aber ausgeschlagen hätte. Da schrie sie, »Also, was du essen möchtest, sonst fällt dir nix ein. Das war nur das Schönere, den ganzen Tag rum zu vagieren und daheim das Essen zu verlangen. Nix da. Wenn du nicht bei mir arbeitest, hast du auch nix zu fordern von mir. Lass dich nur von der Haslerischen futtern.« Ich gab ihr keine Antwort mehr darauf, sondern lief in die Gaststube und sagte mit vor Erregung heisere Stimme zum Benno, »Komm, geh ma, rasch!« Auf der Straße erst erzählte ich dem aufs Höchste Erstaunten und Erbitterten den Vorfall. Als wir nachher bei seinen Eltern zu Tisch saßen und ihnen berichtet hatten, wie es mir ergangen, da meinte der alte Hasler, »So was isch aber do schon ganz aus der Weiss. Da mög'sch ja gleich ein Narr wäre. Was ha ich dir gesagt, Benno? Da hasch es jetzt. Ich ha's ja allerweil gesagt. Ein Mädel aus dem Gastlokal isch ein Stückchen vom Assau-Stall. Jetzt kann'sch ludrige Tag grad genug kriegen. Am brevsten wär's halt, wenn du heut auf die Nacht hinfandetsch und alles rückgängig mache. Da sprang der Benno auf und schrie überlaut, »So, was fallt dir denn, Eivater? Was kann denn's Madl dafür, dass so eine Narrische Mutter hat? Na, so viel Ehrenmann bin ich allweil noch, dass ich weiß, was ich gehört. Ich heirat und geht's, wie's mag.« Nun mischte sich auch die alte Mutter in das Gespräch. »Gar so Unrecht kann ich ja der Frau Zirngiebel nicht geben, Vater. Du musst allweil bedenken, dass Leni Lady is.« »Ja, Lady, die sie schon recht. Aber's Fresse braucht man auch ein ledige Kind, id vorzwerfe.« Mitten im Reden brach er ab und sah auf mich. Ich war völlig ohne alle Fassung da gesessen und große Tränen rannen mir über die Wangen. Doch sagte ich kein Wort und stand nur nach einer Weile auf und ging wieder in mein werdendes Heim. Dort setzte ich mich neben dem zerbrochenen Spiegel auf einen Stuhl und bedachte zum ersten Mal den Schritt, den ich mit meiner Heirat zu tun im Begriff stand. Ich sah jetzt ein, dass ich von den Schwiegereltern nicht viel Liebe zu erwarten hatte, dass mein Gatte heute für mich eintrat, gab mir nicht die sichere Gewähr, dass dies auch morgen noch geschehe, dass ich aber trotzdem nicht mehr zurücktreten durfte, wenn ich nicht der gröbsten Schmähungen von Seiten meiner Mutter gewärtig sein wollte, stand fest bei mir. Es bedrückte mich zwar das raue Wesen meiner Mutter, doch mir noch ängstigte mich das unbekannte und doch naheliegende Schicksal, das mich in meiner Ehe erwartete. In dieser trüben Stimmung begab ich mich ins Schlafzimmern, wo ein grosses Bild der Mutter Gottes hing. Dort setzte ich mich auf den Rand eines Bettes und redete mit dem Bild. Liebe Mutter Gottes, hilf mir doch in derer Angst. Lass mir netzgrund geh, sag's deinem Sohn, dass er's recht macht. Da tönte die Klingel der Haustür und es kam ein Verlobter. Wir sprachen nichts mehr über das Vorgefallene und arbeiteten den ganzen Nachmittag fleissig. Abends gegen sechs Uhr wollte ich aufhören, doch hatte ich mir vorgenommen, nicht heimzugehen, sondern in einem der neuen Betten zu schlafen. Ich sagte dies dem Benno und er meinte auch, dass es besser wäre, wenn ich heute nicht heimginge. Also bereitete ich mir noch eins der Betten für die Nacht. Als es nun so frisch gerichtet war, meinte mein Verlobter, ich sollte es doch einmal mit ihm probieren, wie sich's in den neuen Betten schlafe. Ich aber wies ihn streng zurecht und gab trotz der Versicherung, dass wir es ja leicht noch beichten könnten, nicht nach. Schmollend ging er hinaus und nahm mir meine Weigerung recht übel. Vielleicht trug er auch einen Groll gegen die kirchlichen Ehegesetze in sich, weil sie dem Mann nicht auch in diesem Fall die Durchsetzung seines Willens gestatteten. Da ich befürchtete, er könne sein Begehren, wenn ich da schliefe, noch stürmischer wiederholen, so machte ich mich bald auf den Heimweg. Als ich in die Küche trat, sagte mir unsere Magd, dass die Nähterin soeben mit der Mutter in der Wohnung droben sei. Sie hätte das Brautkleid gebracht. Ich konnte aber keine Freude darüber empfinden und nicht einmal die Erzählung des Mädchens, dass das Kleid eine lange Schleppe habe, bereitete mir Vergnügen. Missmutig schnitt ich mir ein Stücklein Wurst ab und aß, ohne mich zu setzen. Da kam die Schneiderin mit der Mutter herein und rief, als sie mich erblickte, »Ah, da ist jetzt Freund Leni schon, jetzt kann man gleich nur schauen, ob das Brautkleid auch passt.« Und ich musste mit ihr in die Wohnung hinaufgehen und das Gewand anziehen. Es sah recht nobel aus, doch passte es nicht gut und war der Kragen viel zu eng. Ich bat sie daher, das Kleid wieder mitzunehmen und zu richten, was sie auch tat. Als ich nachher wieder hinunterkam, war der Benno gekommen und saß mit etlichen seiner Freunde in der Gaststube, gerade dem Fenster gegenüber, aus dem man die Speisen in die Stube langte. Er grüßte mich freundlich und winkte mir zu. Aber ich ging nicht hinein, sondern setzte mich an die Anricht und begann für den kommenden Tag Gemüse zu putzen. Die Mutter saß nahe bei dem Ausgang, der in die Schenke führte und hatte eine Zeitung in der Hand, doch las sie nichts und blickte von Zeit zu Zeit zornig auf mich. Mit einem Mal sprang sie auf und schrie mich an, »Du unverschämte Frauenzimmer, weißt nicht, was sie gehört? Hast du keinen Dank für deine Mutter? Mörnst leicht, ihr war die Schulde, dass sie dir als sei das hab' kauft.« Ich blickte sie erschrocken an und wollte eben erwidern, dass ich es ja noch gar nicht hätte. Da fuhr die Mutter aufs Neue heraus. »Umeinanderrennert, gnädige Spielen und dabei Tletschen hängerlassen, das kann's, aber dir drei bis aus, du Herrgott-Sacramenta!« Und ehe ich mich versah, hatte sie den Schuhaken ergriffen und mir denselben etliche Male um die Schultern geschlagen. Ich sprang auf und rief, »Aber Mutter, denkens doch, dass ich Braut bin!« Da kam sie in eine furchtbare Wut. Sie fasste mich an den Haaren und riss mich herum, gab mir etliche Ohrfeigen und stieß mich schließlich mit dem Schrei, »Geh neid zu dein Kerl, gstellverfluchte!« »Morst vielleicht, ich furcht mich vor dem Büscherl«, in die Gaststube hinein. Da sprang mein Verlobter auf, stürzte in die Küche hinaus und schrie, »Frau Zirngiebel, das ist ein Saustall, wie Sie mit meiner Braut umgehen! Schau man's, Erna! Sie führen Erna ja auf wie eine Zigeunerin!« Mein Vater hatte mich, als ich so in die Stube flog, sogleich beim Arm gefasst und trat nun mit mir in die Küche, als eben der Benno so laut das Benehmen meiner Mutter geißelte. Und als die Mutter gerade wieder begann zu toben, rief der Vater dazwischen, »Was ist denn das für eine Wirtschaft? Kannst die jetz du gar nicht ein wenig einschränken, Mutter!« Der Benno aber fluchte und rief, »Das war mir das Rechte! Sofort muss man kleine aus dem Haus! Keine Minuten lass ich's mehr bei so einer mich gehen!« »Das war die Rechte, sie gar in der Wirtschaft!« Aber die Mutter fuhr ihn an, »S Maul halten, Rotzlöffel! Das bleibt mir da! Und wenn's mir nicht passt, dann darf's mir auch nicht heiraten!« »Das kann't eng passen, schon vor der Trauung zahm Zocker in Konkubinat!« »Sie san a ganz a feiner, si Rotzer!« »Mornen's vielleicht, ihr kriegt keinen anderen Schwiegersohn mehr als erner?« »Da brennen's erner!« »I kann mei Tochter geben, wem i will, verstanden?« In maßloser Wut hatte der Benno bei diesen Schmähungen gestampft und geflucht. Jetzt aber fasste er mich rau am Arm und schrie, »Marsch, du gehst mir sofort aus dem Haus, wannst willst, dass ich die heirat!« Da trat der Vater abermals dazwischen, drückte die Mutter auf einen Stuhl, schob den Benno in die Gaststube und schickte mich zu Bett. Dazu sagte er bloß mit zeltsam bewegter Stimme, »Bringt's mi donet um alles! Mein ganz Renommee is beim Teufel durch engkern Saustall! Seid's gscheit und hüt's enker Zung! Geh, Benno! Gib A wieder an Fried!« Grollend ging der Benno wieder in die Stube. Die Mutter machte einen kleinen Spaziergang in den Hof und ich ging zu Bett. Am anderen Tag schien alles wieder gut zu sein und ich machte mich auf den Weg, meine Wohnung vollends zu richten. Das war drei Tage vor meiner Hochzeit. Es gab immer noch viel zu tun, wenn ich alles gut instand setzen wollte und ich arbeitete ohne Rast bis zum späten Nachmittag. Als ich endlich fertig war, richtete ich noch die Öfen her, dass ich sie beim Einzug nur anzuzünden brauchte. Dann eilte ich heim, ohne noch zu den Haslerischen zu gehen, denn ich schämte mich sehr wegen der traurigen Szene am Tag vorher. Als ich heimkam, trat ich mit freundlichem Gruß in die Küche und sagte, »So, jetzt bin ich fertig. Wenn's vielleicht Lust hätten, Mutter, dass Sie's erne anschauen möchten, da hat's mir freuen.« Ich bekam keine Antwort und wusste also, dass ich, wenn nicht abermals etwas Unliebsames vorkommen sollte, gehen musste. Daher sagte ich bloß noch »Gute Nacht« und ging dann zu Bett. Am anderen Tag wollte ich mein Geld von der Sparkasse abholen und kleidete mich daher schon früh an. Der Vater wollte mitgehen und es musste also die Mutter in die Schenke. Sie tat es, ohne ein Wort mit uns zu reden. Nur als ich ihr »Adieu« sagte, rief sie mir nach, »Kannst, gleich dein Bräutigams Brauthämmert Kaffer und am Mürtenstreusserl, na gehst gleich heim.« Ich hatte mir schon allerhand ausgedacht, was ich mir um die 90 Mark, die mir von dem Geld aus der Floriansmühle noch geblieben waren, alles kaufen wollte. Als ich aber heimkam, verlangte mir die Mutter das Geld sofort ab und sagte »Das Geld gibst her, na kaffi deren saubern Spiegelkasten drum.« Ob schon ich gerne dagegen gesprochen hätte, blieb ich doch stumm auf diese Rede, denn ich fürchtete aufs Neue den Zorn der Mutter zu erregen, wenn ich nicht zu allem »Ja« sagte. Also warte ich auch dieses Geldes los, wie ich einst des meines Großvaters und des Hausels losgeworden war. Es ist ein alter Brauch, dass man den Vorabend einer Hochzeit mit einer kleinen Feier begeht und nennt man diesen Abend den Polterabend. Zu der Zeit meiner Verheiratung wusste ich über den Ursprung und die Bedeutung dieses Wortes noch nicht viel. Doch schien mir der Name für meine Verhältnisse gar nicht zu Unrecht, denn die Mutter poltete an diesem Tag im ganzen Haus herum, fluchte, zeterte, zertrümmerte verschiedenes Geschirr, jagte die Küchenmarkt aus dem Haus und prügelte meine Stiefbrüder, ohne dass man recht wusste, warum. Ich war deshalb sehr bedrückt und tat nichts, wovon ich vermeinte, dass es die Mutter erzürnen könnte und hatte auch wirklich bis zum Nachmittag Ruhe. Um zwei Uhr ging ich in die Wohnung hinauf, um meine kleinen Andenken und all die Kästlein und Schächtelchen, die Bilder und Büchelchen zusammenzupacken, die mir zu lieb waren, als dass ich sie hätte zurücklassen mögen. Auch die Mutter kam bald hinzu und warf mir manches hübsche und auch kostbare Stückchen, das sie nicht mehr mochte. Doch brummte sie beständig vor sich hin und schrie mich plötzlich ganz unvermittelt an. Hast es ja recht notwendig, dass du heiratst, hättest es ja nimmer aushalten können, da heim. Aber wart nur, du wirst es schon sehen, wie es dir geht. Dass dir ich nix guts wünsch, kannst dir denken, du undankbares Geschöpf. Kann man so gut brauchen und muss man fremde Leute halten, während die gnädig Fräule heirat und sie auf die faule Haut flackt. Dabei warf sie mir etliche Schmuckschächtelchen auf den Tisch, dazu ein schweres Kettenarmband, eine Halskette mit einem schönen alten Medaillon, einen schwarzen Beinschmuck und ein großes, kostbares Amethystkreuz, das sie einst von einer Gräfin von Lindwurm erhalten hatte. Ich glaubte nicht, dass die Dinge alle für mich bestimmt seien und ließ sie liegen. Da schrie die Mutter wieder, ist dir leicht mein Sach nimmer gut genug, bist leicht schöder zur, das was alt, was kurz tragst. Da nahm ich rasch die Sachen vom Tisch, leerte eine hübsche Schatulle, in der ich Briefe liegen hatte, aus und tat alles hinein, indem ich sagte, was denkens denn Mutter, freilie mag ihr alles und von Herzen Geldsgott dafür, das freut mich anders, dass ich gerade das Schönste gekriegt habe, Dankeschön Mutter, Geldsgott. Da lief sie aus dem Zimmer und schlug krachend die Tür zu. Ich hatte großes Mitleiden mit ihr und dachte, ob ich wohl auch einmal ein Mädchen bekäme und wie ich mit ihm sein wollte, doch bald verscheuchte ich diese Gedanken und trug meine Kostbarkeiten nach der neuen Wohnung, wo ich alles in die Kommode räumte. Danach ging ich zur Familie Hasler, wobei mir das Herz klopfte, doch sagten sie kein Wort wegen des Verdrusses, den wir gehabt. Sie luden mich ein, mit ihnen den Kaffee zu trinken, aber ich entgegnete, ich müsse erst daheim um Erlaubnis bitten. Ich ging also gleich wieder nach Hause und bat den Vater, der es mir zwar erlaubte, doch meinte, ich müsse schon auch die Mutter fragen. Dies tat ich und da ich ohnehin auch noch zu Beicht musste, ließ die Mutter mich gleich fort und sagte bloß, dass du arm kommst, bis auf die Nacht, bringst Hasels mit, wir haben heute ein Konzert. Nach dem Café etwa um 5 Uhr brach ich auf und holte meinen Hochzeiter vom Geschäft ab, um mit ihm zur Beicht zu gehen. Er war wieder sehr ernst und redete nicht viel. Nach der Beicht gingen wir wieder zu seinen Eltern, wo wir die alten Leute bereits in sonntäglicher Kleidung antrafen. Der Tisch in der Wohnstube war weiß gedeckt, ein Rosmarin prangte in der Mitte und eine große Torte mit der Aufschrift »Dem Brautpaar« stand daneben. Der Vater holte eine Flasche Wein herbei und die Mutter stellte die Gläser mit zitternder Hand dazu. Es war schon völlig dunkel und im Zimmer verbreitete die altmodische Lampe ein behagliches Licht. Da ertönte draußen im Hof Musik und das Lied »Nur einmal blüht im Jahr der Mai, nur einmal im Leben die Liebe« wurde mit viel Gefühl auf einem Piston vorgetragen. Nun schenkte der alte Hasler die Gläser voll und mit herzlichen Worten wünschte er uns Glück. Die Mutter hatte die Augen voll Tränen und gab uns ihren Segen. Der Benno aber hatte mich an sich gezogen und schluchzte. Da ergriff mich eine große Dankbarkeit gegen diese Menschen und ich dankte ihnen unter heftigem Weinen. Trotzdem fühlte ich mich so elend, als sei ich wieder am Grab meines Großvaters und es befiel mich an Zittern und Unwohlsein und ehe man sich recht zu helfen wusste, war ich ohnmächtig geworden. Als ich wieder zu mir kam, waren alle um mich besorgt, die Hasler Mutter aber fragte mich, ob ich öfter an solchen Zuständen leide. Ich sagte ihr, dass ich manches Mal auch ohne besonderen Anlass mit solchen Ohnmachten zu kämpfen hätte. Da nahm sie mich beiseite in die Schlafstube und wollte ausführlich über meine Gesundheit berichtet sein. Denn, sagte sie, du kannst mir's nicht verargen, dass sie mir um meinen einzigen sorgt. Nun erzählte ich ihr, dass ich schon seit meinem 14. Jahr bleichsüchtig gewesen sei, dass ich die Reife des Mädchens erst vor wenigen Wochen zum ersten Mal erfahren hätte, während bisher jahrelang nur diese Ohnmachten eine gewisse Zeit andeuteten. Diese Bewusstlosigkeit sei immer plötzlich gekommen und einmal gerade, als ich in der Küche stand und am Fleischtisch ein Stück Leber schnitt. Zum Glück hatte ich das große Tranchiermesser nur locker in der Hand, sonst wäre vielleicht ein Unglück geschehen. Auch berichtete ich ihr, wie ich einmal nach einem großen Verdruss mit der Mutter am Brunnen gestanden, um ein Kalbshirn zu häuten. Da hatte mich mit einem Male ein kurzer, heftiger Husten gepackt und ein schöner Faden hellen Blutes lief den Brunnen hinab, während ich mit heißem Kopf und müden Beinen dort lehnte und Schmerz und Übelkeit bekämpfte. Die Mutter hatte mich am anderen Tag zum Arzt geschickt, der an eine Magenkrankheit glaubte, da ich vor dem nur selten gehustet hatte. Doch sei dies alles längst wieder gut und ich hätte nicht Sorge, dass ich eine Krankheit in mir habe. Nach einigem Nachdenken meinte die Frau Hasler, du bist halt über Arbeit. Wenn's jetzt deine Ruhe hast, wirst du schon wieder. Das Heiraten ist das Best für die und der Benno ist der gescheitste Doktor. Aber jetzt müssen wir wieder zu den anderen, sonst wären's uns grant die. Und sie nahm mich bei der Hand und führte mich wieder in den Bereich des Lichts, wo die zwei Männer inzwischen ernste Dinge verhandelt haben mussten, denn der Vater sah den Benno fest an und sagte noch kurz »Hasch mi verstande?« worauf der Benno ihm die Hand drückte und sagte »Ja, Vater, ich werd mir's merken.« Wir machten uns nun auf den Weg zu meinen Eltern. Schon aus etlicher Entfernung tönte uns lustiges Klarinetten- und Geigenspiel entgegen und als wir eintraten, brachen die Musikanten das eben begonnene Stück ab und empfingen uns mit einem feierlichen Marsch. Wir gingen erst an die Schenke, dann in die Küche, die Eltern zu begrüßen. Da sah ich, dass die Mutter geweint hatte und ich fragte sie sogleich, ob ich in der Küche helfen könne. Sie sagte aber »Na, na, bleib nur drin.« »Das war nur das, nettere, ein Polterabend ohne Braut.« Da setzte ich mich an den Tisch, wo schon die ganze Verwandtschaft und Freundschaft Platz genommen hatte und ein lustiges Treiben begann und es wehrte nicht lange, da forderte mich mein Verlobter zum Tanz. Und heiter ging der Abend dahin und um Mitternacht ertönten Hochrufe und knatterten Schüsse und begann ein Glückwünschen und eine Lust, das ich mir wie verzaubert vorkam. Bald stimmte auch ich in die Lustbarkeit ein und sang noch manches Trutzliedlein in dieser Nacht. Endlich um drei Uhr morgens gingen wir auseinander, denn da der Benno und ich seit Mitternacht weder essen noch trinken durften wegen der morgendlichen Kommunion, so freute uns schließlich der ganze Spaß nicht mehr. Ich lag noch nicht lange im Bett und war kaum eingeschlafen, als mich ein heftiges Weinen aufweckte. Ich setzte mich erschreckt auf und horchte. Davon nahm ich, dass dasselbe aus dem Schlafzimmer der Eltern, welches unmittelbar an meines stieß, rang. Deutlich hörte ich jetzt die Mutter klagen. Hätt ich meine Leute gefolgt, hätt ich auf meinen Vatern gehört, so erschand, jetzt bin ich noch so jung und muss das erleben. Vergebens tröstete der Vater, mach dir doch nichts draus, Mutter, da denkt kein Mensch weiter drüber nach, dass du noch so jung bist. Sie wurde immer erregter. Jetzt kann ich mich auch zu den alten Hihocker im Kaffeehaus und ich will noch nicht so alt sein, ich will noch leben. Kein Mensch acht als schwieriger Mutter, hätte ich tot im Lumpen nicht klappt damals, oh mei. Und sie weinte und klagte und der Vater redete begütigend mit ihr und seine Stimme wurde immer liebevoller und leiser und endlich vernahm ich nichts mehr, als ein Flüstern, dessen Zärtlichkeit mir anzeigte, dass die Mutter wieder gut sei. Da legte ich mich wieder hin und versuchte zu schlafen. Doch ob schon ich mich bald auf die eine, bald auf die andere Seite drehte, gelang es mir nach dem eben Gehörten nicht mehr. Am End stand ich auf, wusch mich mit kaltem Wasser und begann mich dann für die Frühmesse und Kommunion anzukleiden. Kurz nach fünf Uhr verließ ich das Haus und begab mich in die matt erhellte Kirche, wo nur etliche Beterinnen und vier Klosterfrauen knieten. Ich setzte mich in eine der vordersten Bänke und erwartete meinen Bräutigam. Ohne Teilnahme, ohne Andacht und ohne Bewegung saß ich da und blickte stumpf auf den riesigen Kronleuchter vor dem Tabernakel. Die rote Ampel ließ kaum das kleine Lichtlein durchscheinen und der weite Schmiede eiserne Reif darum bewegte sich leise hin und her. Wenige Augenblicke vor Beginn der Messe, als eben der Kirchendiener die Kerzen des Altars entzündete, kam der Benno. Leise trat er in meinen Stuhl und begrüßte mich flüsternd. Dann kniete er sich nieder, zog ein Andachtsbüchlein aus der Tasche und schien recht gesammelt und ehrfurchtsvoll zu beten. Ich aber versuchte vergebens, ein Vaterunser zu vollenden. Schon bei der dritten oder vierten Bitte war ich mit meinen Gedanken wieder in der Welt und in der Zukunft. Erst als der Ministrant bei der Wandlung mit seinem silbernen Glöcklein zur Anbetung des menschgewordenen Gottes mahnte, konnte ich der frommen Handlung folgen und empfing andachtsvoll das Sakrament des Lebens. Nach der Kirche gingen wir zusammen bis zu unserem Haus und trennten uns mit gemessenem Gruß. Unsere Fanny, meines Vaters jüngste Stiefschwester, die seit einem halben Jahr im Hause war und schon etliche Wochen hindurch hatte lernen müssen, all die Arbeiten zu tun, welche sonst ich zu verrichten hatte, war inzwischen schon mit dem Kaffee kochen fertig und ich trank schnell meine Tasse. Dann ging ich ins Bad und begann danach in meinem Zimmer, mich mit der feinen Wäsche zu bekleiden, die mir die Hasler Mutter zur Brautgabe gesandt hatte. Denn es war bei uns der Brauch, dass die Braut für den Bräutigam und wiederum er für die Braut jenes Hemd anschaffte, das den Körper am Tag der Vermählung bekleidet. Nach der Hochzeit wird es dann gewaschen und aufgehoben bis zum Tod, wo es noch einmal die Glieder kleiden soll. Es waren recht ernste Gedanken, die mich dabei bewegten und ich besah mich nachdenklich im Spiegel, nachdem ich das kostbare Linnenhemd angetan hatte. Doch gewann bald meine muntere Natur die Oberhand und als ich meine Füße in die weißen seidenen Strümpfe hüllte und in die feinen Stiefelchen aus weißem Leder schlüpfte, kam es mir plötzlich in den Sinn, zu versuchen, ob ich in diesem Schuhwerk auch gut tanzen könne. Und ich stand auf und begann erst allerhand Schritte zu machen. Und dann tanzte ich auf dem weichen Teppich und summte dazu die Donauwellen. Da ging die Tür auf und die Mutter und der Vater kamen herein. Erstaunt sahen sie mich an und der Vater meinte, schau schau, wie's Bräutel schon munter ist, denkst leicht, wenn man in Ehestand einig tanzt, na hat man mehrer Glück. Da pass noch auf, dass dir keinen Fuß verdrast, sonst ist vorbei mit der Freude. Nach diesen Worten ging er hinab ins Geschäft. Die Mutter aber befahl mir kurz, zirg den Schlafrock an, den ich auf mein Bett gelegt hab. Na gehst rüber zum Teuerl und lass die frisieren. Ich ging, nachdem ich den feinen dunkelroten Schlafrock angezogen und der Mutter dafür gedankt hatte. Das Frisieren dauerte über eine Stunde, da der Fritzl, der kleine Sohn des Friseurs, das Brenneisen erwischt und verräumt hatte, so dass über dem Suchen beinahe eine halbe Stunde voran. Endlich trat ich fein gelockt und gescheitelt aus dem Laden und lief geschwind heim, denn es schlug eben neun Uhr und um halb zehn Uhr war schon das Frühstück angesagt. Als ich wieder in mein Zimmer kam, fragte die Mutter, ob ich das Brautgewand gleich mitgebracht hätte. Da fiel mir erst ein, dass die Schneiderin versprochen hatte, um sieben Uhr schon da zu sein. Ich lief daher schnell ins Nachbarhaus zu ihr und fragte, warum sie denn nicht käme. Sie war recht krank geworden und konnte sich kaum aufrechthalten. Ihre Gehilfin aber war nicht gekommen. Inständig bat ich sie, sie möge doch versuchen mitzukommen, da ich ja sonst nicht heiraten könne. Da zog sie sich doch an, packte das Kleid und die Nadelbüchse zusammen und ging mit. Nun sperrte die Mutter ihren Salon auf und ich wurde vor dem großen Spiegel angekleidet und mit Kranz und Schleier geschmückt. Als sie fertig war, ging die Nähterin wieder nach Hause und bat, man möge ihr das herkömmliche Mal hinaufschicken. Nun stand ich also bräutlich angetan da und ein feierliches Gefühl überkam ich. Da trat die Mutter zu mir, besah mich lange und es kam wieder etwas Böses in ihren Blick, das ich schon kannte und fürchtete. Eine große Angst befiel mich und ich war unfähig mich zu rühren, noch zu reden, als sie begann. Also heut bist erlöst von mir, werd dir nicht gar wieder seid es. Jetzt kannst dein Mann ärgern, wie es bis heut mich ärgert hast. Ich konnte kein Wort erwidern und sie fuhr fort. Ich wollte zuerst 100 Mark Taschengeld geben, aber ich tue es nicht. Leicht kann es gar nicht recht sein, an Hasler. Aber den Frauntaler gebe dir, den kannst dir aufheben, bis du mal nichts zu fressen mehr hast. Und mein Wunsch will dir auch sagen, du sollst kor glückliche Stund haben, solange du dem Menschen kürst. Und jede gute Stunde sollst mit zehn bittere bösen müssen. Und froh sollst sein, wann du wieder heim kannst. Aber rei kimmst mir nimmer. Jetzt warst das. Ich war während dieser Ein unsagbar elendes Gefühl überkam mich und dann fiel ich ohne Besinnung zu Boden. Als ich wieder zu mir kam, fand ich mich auf einem der bequemen Polsterstühle und um mich standen zitternd die alte Haslerin und ihre Schwester Hanne, der alte Hasler, die zwei Beiständer oder Trauzeugen und die Kranzeljungfern. Meine Mutter bemühte sich schluchzend und jammernd um mich und reichte mir mit den Worten ein Gläschen Wein. Willenlos ließ ich es geschehen, dass man es mir eingab, obschon ich das Gefühl hatte, jetzt vergiftet sie dich. Doch war es nicht so und ich bekam in den nächsten Minuten immer mehr die Empfindung, dass ich das Furchtbare zuvor nur geträumt, denn die Mutter war so voll Schmerz über mein Scheiden und schien in Tränen aufgelöst. Sie zog mich an sich und rief viel Glück mein liebs Kind jaz gehst halt und lasst mi alor bleib mir gesund und vergiss mi net. Dann schritt sie gerührt von einem zum anderen, gratulierte, klagte und weinte, wie es gerade passte, bis die Kellnerin meldete, dass der Bräutigam warte. Da stand ich auf und die Hasler-Mutter trat zu mir, küßte mich und sagte, ich wünsch dir Glück, sei mein kurz Döchterl. Und ganz langsam rollte eine Träne über das runzlige Gesicht. Dann beglückwünschte mich eins nach dem anderen. Die Kranzeljungfern fassten fassten die Schleppe meines Kleides, die Mutter legte mir eine kostbare alte Goldkette um den Hals, die Haslerin steckte mir einen feinen Opalring an die Hand und große Opale in die Ohren. Der Haslervater gab mir seinen Arm und nun ging's mit großer Feierlichkeit hinab in die festlich geschmückte Gaststube. Mein Hochzeiter stand schon mit dem prächtigen Braut Bouquet da und begrüßte mich mit einem Handkuss. Er gefiel mir in dem festlichen Gewand recht wohl und ich empfand ganz plötzlich ein großes Verlangen ihm um den Hals zu fallen und ihn zu küssen. Doch die vielen Menschen, die uns von allen Seiten umgaben, ließen mich davon abstehen. Nun setzten wir uns zum Frühstück. Es wurden Bratwürste auf großen Porzellanplatten herumgereicht und man trank Merzenbier dazu. Während des Essens trat auch mein Vater herzu und gratulierte uns und übergab mir einen schönen Ring, dass ich ihn meinem Bräutigam anstecke. Und indes derselbe von allen Seiten beschaut und bewundert wurde, kam die Mutter und sagte, Lieber Benno und Leni, ich kann leider nicht mitfahren in Kirch, denn ihr habt kein Aushilf gekriegt zum Kochen und Hauptsache ist ihr da ein gutes Mal nach dem Schrecken und mit freundlichem Lächeln ging sie wieder hinaus in die Küche. Die Haslerischen waren über diese Mitteilung gar nicht erfreut und konnten es nicht begreifen, dass wir nicht mehr darauf gedrungen hatten, die Mutter solle mitkommen. Denn meinte die Frau Hasler, wann die eigene Mutter nicht mitgeht in Kirch und für ihre Kind bett, na ist mit den Eheglück nicht weit her. Und sie ging hinaus und bat die Mutter dringend, doch mitzukommen. Ich ließ sie gewähren, obwohl ich schon wusste, dass all ihr Bemühen vergeblich sei. So war es auch. Die Haslerin kam bald mit hochrotem Kopf wieder herein, nickte etliche Male für sich wie zur Bestätigung und murmelte unverständliche Worte. Da kam der Brettelhupfer, jener dienstbeflissene Mann, der den Wagenschlag öffnet, an jedes aus der Gesellschaft in den bestimmten Wagen bringt, Acht hat, dass kein Zylinderhut verdrückt, kein Kleid beschädigt und keine Schleppe in die Wagentür eingezwickt wird. Der mit viel Grazie und wohl gesetzten Worten die Braut leitet und einem jeglichen sein Amt weist und sowohl am Standesamt als in der Kirche für gute Ordnung sorgt. Er war in schwarzer Wichs, seine Lackschuhe und sein Zylinder glänzten und Handschuhe und Halsbinde schimmerten in reinstem Weiß. Mit der Haltung eines Kavaliers stand er an der geöffneten Tür und sagte Und er nahm zuerst die Kanzeljungfern vor und geleitete sie zu einem Wagen. Dann kamen die Beiständer und mein ältester Bruder. Hierauf die Schwester der alten Haslerin und meine Firmpatin die Nanni sowie die beiden Stiefschwestern meines Vaters. In dem vierten Wagen saß der Bräutigam und sein Vater und im fünften endlich nahmen ich und die Hasler Mutter Platz. Während der kurzen Fahrt zum Standesamt redeten wir nichts. Als wir vorfuhren hatte sich eine kleine Menge Neugierige sowie eine Horde Kinder angesammelt und während der Brettelhupfer sich eifrig umtat uns die bei einer solchen Gelegenheit übliche Ordnung zu geben konnte man aus dem Spalier der Gaffenden allerlei Bemerkungen hören. Ah der breitiger Missauber rief eine junge Köchin die mit aufgestülpten Ärmeln dastand wie nur der De Mollen mag der Arschblonde De werd schon Geld gehabt haben erwiderte eine ältere Frau an deren schmutzigem Kittel zwei noch schmutzigere Kinder hingen In dem Augenblick humpelte ein altes Weiblein auf seinem Krückstock daher und hielt seine verkrüppelte Hand hin Gott gsehng an Ehestand schöne Braut derf die bitten um er freundliche Gab Ich hatte nichts was ich ergeben konnte da ich ja kein Geld besaß Die alte Haslerin schimpfte über die Frechheit des alten Mütterleins und prophezeite mir großes Unglück durch diese Begegnung Mein Hochzeiter aber griff in die Tasche und langte ein neues Markstück heraus das er der alten mit den Worten gab Aber nix Schlechts derfens uns wünschen Mütterl verstanden Ich wie wer ich denn so Gott vergessen sei schmunzelte das Weiblein und humpelte davon Und während sich die Umstehenden über den Zwischenfall unterhielten begaben wir uns in den im ersten Stockwerk gelegenen Vorsaal des Standesamts Der Brettelhupfer flüsterte aufgeregt mit den Trauzeugen gab den Verwandten Weisung wo sie sich hinzustellen hatten und ermahnte dann die Kranzeljungfer noch beim Aus und Eingehen Recht Acht zu geben dass sie nicht zu stark an der Schleppe zögen Net dass uns Brautz Letzt Hefalt Mit einem Male taten sich vor uns zwei Flügeltüren auf und wir gingen in schöner Ordnung in den Trauungssaal Voran der Bräutigam und ich an seinem Arm Dahinter die trippelnden Kranzeljungfern dann die Trauzeugen die mit langen Schritten rechts und links von uns Platz nahmen und darauf kamen die anderen Doch sah ich sie nicht mehr da mich nun die Handlung ganz in Anspruch nahm Hühner des Standesbeamten das Schächtlichen mit den Trauringen übergeben und der legte diese nun auf eine schöne silberne Platte worauf der Standesbeamte unsere Namen verlas und eine sehr weihevolle Ansprache über die soziale Wichtigkeit der Ehe über ihre Wirksamkeit sowie über die Pflichten und Verantwortungen der Eheleute hielt Danach kamen die Trauzeugen daran und es wurde ihnen auch eine kleine Rede gehalten worauf die eigentliche Trauung vor sich ging Wir erhielten die Ringe steckten sie uns gegenseitig an die Rechte und beantworteten die feierlichen Fragen des Beamten mit kräftigem Ja Dann wurde noch etliches gesprochen was mir aber nicht mehr erinnerlich ist da ich mit einem Male so erregt war dass ich weder hörte noch sah und Wagen ging diesmal war die Ordnung eine andere denn ich saß neben dem Benno und wir fuhren nun zum Fotografen die anderen wegen hatten uns zwar begleitet doch stieg niemand aus und fuhren sie indes wir uns da aufhielten spazieren der Brettelhupfer aber war bei uns geblieben und half mir nun mit viel Anmut aus dem Wagen hielt mir die schleppe und trug sie mir bis zum Empfangssalon des Fotografen wir waren schon gemeldet und kamen daher sofort daran obwohl noch mehrere Leute warteten während des Fotografierens hatte der Benno eine kleine Auseinandersetzung mit dem Meister denn als er seinen Arm um meine Schulter legte sich fest an mich schmiegte und mit seligem Gesicht meinte jetzt standen wir ganz schön etwa da zog ihm der Fotograf wortlos den Arm wieder herab schob uns auseinander und sagte nicht so stürmisch Herr Hasler nicht so stürmisch das kommt später der Benno war darüber so gekränkt dass er ein ganz rotes Gesicht bekam und so ernst und geknickt dreinsah dass die Verwandten als sie nach etlichen Wochen die Bilder sahen sich darüber lustig machten und meinten aber Benno du schaukst ja auf dem Bildl aus als ob zum uns hinaus doch zu meinem staunen kam ich nun wieder in den wagen meiner schwiegermutter während der Benno zu seinem Vater hineinstieg auf meine Frage warum dies geschehen sei sagte mir die Frau Hasler dass ich vor Gott noch nicht Bennos Frau sei deshalb dürfe ich auch noch nicht mit ihm zusammen fahren ich war es zufrieden und blieb während der übrigen Fahrt wieder schweigend das hohe portal unserer Pfarrkirche stand weit offen und feierliches Orgelspiel empfing uns beim Eintritt in das Gotteshaus voran gingen die Verwandten dann die Trauzeugen und zuletzt wir und die Brautjungfern nur wenige Leute waren anwesend und ich sah mich ein wenig um ob nicht ein bekanntes darunter wäre da sehe ich plötzlich hinter einem der mächtigen Pfeiler das verzerrte Gesicht meiner Mutter auftauchen sie stand da ohne Hut im Wirtschaftsgewand und in der weißen Schürze nur ein leichtes Tuch um die Schultern gelegt und starrte mit glühenden Augen auf den Zug und wie sie mich erblickte da streckte sie den Kopf weit vor ich konnte nicht mehr hinsehen und hing mich fest an den Arm meines Bräutigams und es bemächtigte sich meiner eine solche Bewegung dass ich ohne alle Fassung zu schluchzen begann und nicht aufhörte während der Trauung und der feierlichen Messe die Verwandten hatten in den Chorstühlen neben dem Hochaltar Platz genommen mein Bräutigam und ich knieten uns auf einen rot sammetenen Beetstuhl der vor dem Altar stand während die Trauzeugen sich rechts und links von uns aufstellten da trat der Pfarrer im reichen Chorhemd angetan mit der weißen Stola aus der Sakristei und es begann die heilige Handlung nach einer ernsten Ansprache legte er dem Bräutigam die Frage vor Herr Benno Hasler wollen sie sich mit der Jungfrau Magdalena Christ in den heiligen Stand der Ehe begeben und darin verbleiben bis der Tod sie scheidet so sprechen sie ja mit lautem bestimmtem ja antwortete mein Verlobter und nun kam die Frage an mich kaum vernehmlich und in schluchzen fast erstickt war meine Antwort nach dieser Ablegung des Ehegelübdes fasste der Priester unsere Hände legte sie zusammen wickelte seine Stola darum und machte unter weihevollen Gebetsformeln das Zeichen des heiligen Kreuzes darüber danach besprengte er uns mit Weihwasser und betete mit lauter Stimme worauf er die Trauringe weihte unter abermaligen feierlichen Gebeten reichte er uns sodann dieselben und wir steckten uns diese Symbole der unverbrüchlichen Treue und unwandelbaren Freundschaftsliebe an worauf wir mit dem Priester das Pater Noster beteten damit war die eigentliche Trauung beendet und der Pfarrer trat wieder in die Sakristei um sich zur Messe zu bereiten während derselben versuchte ich immer wieder meiner Bewegung Herr zu werden doch gelang es mir nicht und als unter der Kommunion des Priesters das Schubertsche Ave Maria ertönte konnte ich mich nicht mehr fassen und weinte laut auf da flüsterte mir mein Bräutigam zornig zu hör du auf mit dem getrennt hättest ja grad Nashang brauchen wenn's die so reut das brachte mich plötzlich wieder zu mir und ich wurde still und das Gefühl einer kühlen Gleichgültigkeit kam über mich und verließ mich den ganzen Tag nicht mehr nach dem Messopfer sang der Chor das Tedeum und der Priester erteilte uns mit aller Feierlichkeit den Brautzegen dies war eine große Ehre denn derselbe wird sonst nur bei ganz großen festlichen Hochzeiten gespendet als wir uns zum Gehen ordneten und über die Stufen des Hochaltars hinab schritten sah ich dass inzwischen eine große Menge Bekannter und auch andere Neugierige gekommen waren meine Mutter aber konnte ich nicht mehr erblicken sie war wohl schon früher nach Hause geeilt um für das Mahl zu sorgen beim Wegfahren von der Kirche durfte ich und mein Bräutigam in der eigentlichen Brautschees Platz nehmen und half er mir mit großer Ritterlichkeit beim Einsteigen er schlang auch gleich seinen Arm um mich und küßte mich wiederholt und fragte mit zärtlicher Stimme ich antwortete mechanisch na da drückte er mich ganz fest an sich und bat mich ihn doch anzusehen geh schau mir halt ein kleines bisser an und gib mir halt a bus auch das tat ich doch ohne wärme ohne leben so dass dem benno ganz angst wurde und er fragte bist leicht krank dass du starrt und wunderli bist warum redst denn nix ich blickte durch das wagenfenster und sagte nur ich bin net aufgelegt da meinte er ich hätte vielleicht Hunger und schmeichelte hast halt nur nix gescheites zessen gehabt aber jatz werden mal gleich holfen haben wart nur weiberl jatz du hast da mal zerscht was essen da trinkst ein paar glas wei und na wärst sing wir dir da fröhlichkeit und lieb kind ich gab ihm nur ein halblautes zur antwort und lehnte mich mit geschlossenen augen in meinen sitz zurück der benno aber glaubte ich wolle mich an ihn schmiegen und drückte mich stürmisch an sich da hielt der wagen wir waren bei den eltern und der brettelhupfer stand schon mit den kranzeljungfern am wagenschlag beim aussteigen sah ich neugierigen die spalier standen zu dem ausruf veranlasste so viel schnee und regen so viel glück und segen natürlich die großkopferten haben all weinos meiste glück an goldhaufen haben sie auch so die kinder der nachbarschaft drängten sich um mich und schrien schenken uns was frau lene bitte schenken uns was da schickte ich eine der kanzeljungfern hinein zum Vater und ließ mir für drei mark zehn erlen geben die ich dann unter die kleinen verteilte inzwischen war die festmusik für die der alte knoflinger seines zeichens ein schuhmacher mit noch sieben genossen sorgte vor die tür getreten und empfing uns mit dreimaligem tusch und unter den festlichen klängen des pariser einzugsmarsches zogen wir in die gaststube ein voran ging meister knoflinger mit der Geige und hinter ihm sein 15 jähriger Sohn Eusebius der die zweite spielte ihnen folgten zwei flöten und zwei klarinetten darauf der weissköpfige hundshändler schnipp mit weithin schallendem bandonionspiel und den schluss bildete der alte bucklige bassgeigen michel ein gewesener kaminkehrer so zogen wir hinein und nahmen an der schön gezierten tafel Platz mit allen geladenen waren unser siebenundzwanzig an derselben zum mal auch andere gäste waren so viel erschienen dass die stube sie kaum fassen konnte und immer kamen noch neue hinzu und wollten Platz haben während des essens spielte die musik lauter feierliche vaterländische weisen doch als der letzte gang verzehrt war und nur noch einzelne tellerchen mit kuchen auf dem tische standen da vertauschten die beiden flötisten ihre zart tönenden Instrumente holte einen blanken Bombardon aus dem schwarzen Ledersack und nicht lange darauf ertönte ein zünftiger Landler das war das zeichen zum beginn des tanzes und als gleich darauf ein zierischer walzer erklang stand der hochzeiser auf und tanzte mit mir ein paar mal auf dem winzigen Flecklein das ausgeräumt und mit geschabten kerzen bestreut worden war wir tanzten nicht gut zusammen da wie er zu seiner entschuldigung sagte ihm die Landler besser ins geblüt gingen wie die schleifenden walzer indessen kamen immer noch mehr leute herbei und schon füllte sich die schenke und die küche mit gästen worüber die eltern nicht gar erfreut waren da sie sich so kaum umdrehen konnten vor arbeit und als am abend die handwerks und geschäftsleute feierabend hatten kamen sie auch noch und wollten dabei sein da bat ich den vater er möge auf den tanzplatz etliche kleine tische stellen dass sich die gäste setzen könnten wir hätten nun genug getanzt er war sehr froh darüber und bald waren auch die drei tische die er nebst 15 stühlen herbeischaffen ließ voll besetzt als es nun mit dem tanzen aus war begannen alle die welche Geschenke gebracht hatten ihre reden widmungen und glückwünsche da kam zuerst der vorstand der tisch gesellschaft eichenlaub er sagte viele schöne worte und überreichte uns einen großen gerahmten stahlstich andreas hofers letzter gang darauf folgte eine launige ansprache des vorstandes der arbeitsscheuen und er ließ eine reiche wasch garnitur hereinbringen ich nahm sie dankend in empfang und wollte sie zu dem bild auf das breite fensterbrett stellen da sah ich dass überall in der waschschüssel sowohl als auch im krug und nachtgeschirr spiegel angebracht waren was mich in nicht geringe verlegenheit setzte ein kleines mägklein als rotkäppchen gekleidet entriss mich daraus und sagte sein verslein mit viel pathos und lebhafter bewegung der arme und zum schluss reichte es mir sein körblein dem der neugierige hochzeiter zur großen belustigung der anwesenden eine säuglingsflasche und allerlei wickelzeug mit blauen bändlein verziert entnahm ganz unten lag ein silbernes schepperl mit einem zettelchen daran für unseren liebling rasch entriss sich ihm die dinge und warf sie wieder in das körblein während es ringsum launige und anzügliche bemerkungen regnete da erhob sich ein bräumeister der löwenbrauerei von der die eltern das bier hatten beglückwünschte uns in einer kurzen stotternden ansprache und überreichte uns im auftrage der brauerei einen großen lederkasten mit feinem silberzeug ihm folgten noch viele und es war schon zehn uhr als das schenken ein ende nahm und die musiker waren froh endlich mit ihrem tusch und hochblasen fertig zu sein und mit viel behagen verzehrten sie das freimal das ihnen gespendet worden mein schwiegervater hatte ein schwein und ein kalb gestiftet das als braten suppe und ragout an die arbeiter unserer fabriken sowie an die musiker verteilt wurde mein vater schenkte ihnen dazu einen hektoliter bier und so gab es an diesem tag viel lust und freud und manchen dank und warmen glückwunsch gegen halb elf uhr wurde ich in die küche gerufen und als ich hinaus kam stand ein bruder meines schwiegervaters der jörg hasler welcher eigens zur hochzeit von augsburg her gefahren war da und bedeutete mir es sei nun zeit dass ich entführt werde die Mutter meinte er solle mich zu meinem onkel der etliche straßen weiter eine gute wirtschaft habe führen sie lasse gleich einen wagen holen fast auf allen bürgerlichen altbayerischen hochzeiten herrscht noch die sitte des braut ausführens der hochzeiter soll gut acht haben auf seine braut wird sie ihm dennoch von ihren freunden entführt so muss er mit seinen freunden sie suchen gehen und zur strafe für seine unachtsamkeit alles bezahlen was die anderen mit der braut inzwischen verzehrt haben also fuhren wir fort der fette hasler bestellte sofort champagner und wir waren sehr lustig denn die frau bas spielte recht gut auf der zitter während der onkel sie auf der gitarre begleitete da nur wenige gäste in der wirtsstube waren gab es viel platz und die dienstboten räumten stühle und tische beiseite damit wir wenn man sich gefunden hätte gut tanzen könnten auch streuten sie federweiss mit einem male ertönte draussen auf der straße lautes juchzen und musik und herein kam der bräutigam die beiständer die kranzeljungfern und viele der gäste und es begann nun ein ausgelassenes treiben während der bräutigam mich mit hellem juchschrei begrüßte und mit mir tanzte wir blieben noch etwa eine stunde dort und machten uns dann wieder auf den weg zu den eltern der onkel sperrte seine wirtschaft zu und begleitete uns mit allen seinen leuten und blieb bis zum morgen auf der hochzeit inzwischen waren immer noch mehr gäste gekommen und der andrang so groß geworden dass die leute in dem großen hausgang tische und stühle aufstellten und etliche sogar auf der stiege sich niederließen es war fürchterlich heiß und ein solcher lärm im lokal das ich es kaum mehr aushielt ich trank in die hitze viel champagner und nickte nur mechanisch denen zu die kamen mich zu begrüßen und zu beglückwünschen dabei ward mir immer elender zumut und mit einem male drehte sich alles vor meinen augen und ich fiel unter den stuhl man brachte mich hinaus in den Hof wo ich alles was man mir zu Hilfe reichen zuckzucker mit Hofmannstropfen dann entledigte ich mich noch alles dessen was meinem magen zu viel schien und verlangte schliesslich unter furchtbarem weinen ins Bett also führte meine schwiegermutter mich wieder in die Gaststube und sagte meinem Gatten der mit großem Rausch und starker Rührung dasaß und tränenden Auges auf das horchte was sein Vater ihm eben mit viel Eifer erzählte dass ich nach hause möchte ja Herrgott ich bin ja verheirat rief der Benno da aus was heim möcht mein Weiberl geh Mutter führst derweil raus in Küch dass ihr Zirn gebe Mutter was warms Ort zirkt ich las derweil einen Wagen holen ich packte nun meine Hochzeitsgeschenke alle auf einen Haufen zusammen und deckte etliche Tischtücher darüber dann nahm ich alle Blumen die man mir am Morgen gegeben hatte und sagte den Verwandten und Bekannten Dank für ihr Kommen und verabschiedete mich von allen als ich nun gehen wollte erhob sich ein furchtbarer Lärm und man wollte mich mit Gewalt zurück halten doch machte ich ein so jämmerliches Gesicht dass die Gäste glaubten ich sah ernstlich krank und sie ließen mich ziehen mein Gatte Gemeinschaft pflegten immer etliche Fiaker zu stehen meine Mutter war den ganzen Tag keinen Augenblick zur Ruhe gekommen doch schien sie heiter und guter Laune zu sein und als ich nun gute Nacht und pführt Gott sagte erwiderte sie lachend so gehst scho ich wünschte halt einen guten Eistand und eine grusame Nacht feier deinen goldenen Tag recht schön und lass die bald wieder Seng ich dankte ihr nochmals und auf einmal überkam mich eine große Sehnsucht nach ihrer Liebe ich fiel ihr um den Hals drückte meinen Kopf an ihre Brust und weinte da zog sie langsam meine Arme von ihrem Hals schob mich sanft von sich und sagte geh sei doch gescheit Leni du mochst ja der ganz Gewand voll fetten jetzt brauchst du nimmer nach mir als sie aber sah dass meine Mutter mich weggeschoben mit dem Wagen und nach nochmaligem umständlichen Abschied von meinen Eltern besonders von meinem Stiefvater der mir noch ein Goldstück zusteckte und mir viel Glück wünschte fuhren wir drei fort in unserer Wohnung angekommen gab es sogleich eine kleine Auseinandersetzung der Frau Hasler mit ihrem Sohn denn während er alle Lichter anzündete die er fand schürte sie rasch den Ofen des Wohnzimmers an und begann dann mir den Schleier und Kranz abzunehmen sie war fast damit fertig und ich mittlerweile auf dem Stuhl beinahe eingeschlafen während sie mit halblauter Stimme mir allerhand freundliche gütige Worte sagte als mein Mann dazu kam und rief was falte denn ein Mutter das ist meine Arbeit meine Frau ausziehen schreie nicht so grob du Würster der alte Mutter wird wohl so viel eher wert sein Na sag ich das leid nicht schrie da der Benno und entriss ihr den Brautkranz den sie mir eben vom Kopf genommen hatte ich ziehe meine Frau schon selber aus und überhaupt hast du jetzt nix mehr zu tun da heroben ich brauch die nimmer da begann die alte Frau bitter zu weinen über die grobheit ihres Sohnes und sank fassungslos auf einen Sessel ich empfand tiefes Mitleid mit ihr und nahm ihren Kopf in meine Hände und sagte sei du Staat Mutterl der Benno mornt netter so der hat halt heut an Rausch aber sie war nicht zu trösten wie wert dir geh arms Kind bei dem Röpel rief sie aus und sprang dann plötzlich auf und stellte sich mit funkelnden Augen vor meinen Gatten das sag ich dir das mas Mitten im Satz brach sie ab und trat zur Seite doch hatte das Ganze einen tiefen Eindruck auf mich gemacht und ich ging nochmals zu ihr hin und sagte Mutterl reg die net auf mach mir mein Rock auf und nachher tust schlafen geh ich komm morgen früher schon unter zu dir gell dann gab ich ihr noch einen Kuss und nachdem sie mir das Kleid geöffnet hatte ging sie ohne dem Benno noch eine gute Nacht zu wünschen ich zog mich schnell voll ins aus und schlüpfte während mein Mann überall herumlief und sich an unserem Eigentum erfreute ins Bett und ich war schon eingeschlafen als er kam und am anderen morgen als ich aufstand war ich nicht mehr das frische sorglose Mädchen und der Spiegel zeigte mir ein übel geraten sollte den Tag nach der Hochzeit nennt man bei uns gemeiniglich den Goldenen wie überhaupt die erste Zeit der Ehe gar viel belobt und besungen wird an jedes Mädchen kennt die Flitterwochen und manche Braut träumt von der Zeit des Honigmonds so lebte auch ich in der Erwartung einer goldenen Zeit und hoffte von einem Tag zum anderen auf den Beginn derselben und als es inzwischen Weihnachten geworden war da begann ich mich zu bedenken warum nicht auch in meiner Ehe Flitterwochen gewesen waren und ich ging zu einer alten Frau die für Geld den Leuten ihre Zukunft und ihr Schicksal aus Karten und Planeten prophezeite doch als die mir weiter keine Erklärung gab als dass ich immer noch im Honigmonde lebe da wusste ich dass auch diese Zeit erhofft ich konnte nicht begreifen warum man diese Wochen als Flitterwochen besingt ich sah nichts herrliches und kein Glück darin der nimmersatten Willkür und den schrankenlosen Wünschen des Gatten zu dienen jeden Morgen mit umrenderten Augen meinen müden Leib zu erheben und nicht einmal wenigstens die eine Befriedigung zu haben sich Mutter zu fühlen so erkrankte denn mein Gemüt und es wehrte nicht lange da empfand ich tiefe Angst vor der Fortsetzung dieser Ehe und die Zärtlichkeiten meines Mannes verursachten mir körperlichen Schmerz dazu litt ich an quälendem Herzweh und hatte nur noch den einen brennenden Wunsch ein Kind dieses Verlangen allein bewog mich immer wieder zu gehorchen mich hinzugeben zu leiden und zu schweigen nun erst erkannte ich dass es nicht die rechte Liebe Wohl aber war ich ihm dankbar für das was mir die erste Zeit hindurch als Leidenschaft und Liebe schien dazu kam die Hoffnung dass bald Stille auf den Sturm eintrete und mit der angenehmen Ruhe der Gemüter auch das Glück zu mir käme auch hatte ich viel religiöses empfinden und hielt es mit den Gattenpflichten im Gefühl meiner erhabenen Berufung zur Mutterschaft genau nun aber drang Zweifel um Zweifel an dieser Berufung auf mich ein und ich begann mir einzureden dass meine Heirat nicht von Gott gewollt und gesegnet sei und ich suchte durch ein frommes Leben den Himmel zu versöhnen und hielt neuntägige Andachten zur Mutter Gottes und verlobte mich zu unserer lieben Frau von Birkenstein wenn sie mir die Gnade erwirke dass ich Mutter würde besonders am feste Marie Lichtmess betete ich mit großer Andacht und empfing auch die Sakramente in der Meinung dass Gott mir meinen Herzenswunsch erfülle mein Vertrauen auf die Hilfe Gottes war umso größer als ich schon etliche Tage vor Lichtmess in Folge eines eingetretenen natürlichen Zustandes nach langem Bitten bei meinem Gatten erreicht hatte dass er mir für kurze Zeit die Ruhe und Schonung gewährte deren ich mich weder vor dem noch nachher jemals erfreuen konnte etliche Wochen später fühlte ich denn auch wirklich allerlei Anzeichen die mir Gewissheit darüber boten dass Gott mir meinen Wunsch erfüllt habe von diesem Augenblick an begann ich meinen Gatten zu liebkosen und ihm alles zu gewähren ich kochte ihm seine Leibgerichte fertigte ihm allerlei Dinge von denen ich meinte dass sie ihn freuen würden und suchte auf alle weise ihm unser Heim lieb und wert zu machen er aber hatte es anders im Kopf und wollte nun alle Welt das zu erwartende Glück sehen und bereden lassen und empfand stets die größte Freude wenn in Wirtshäusern und Bräukellern irgendein Geschäftsfreund oder Zechkumpan mit schamloser Deutlichkeit auf meinen Zustand hinwies herausfordernd stellte er mich mitten in den Kreis solcher Gesellen und hatte kein Ohr für meine lauten Bitten und Klagen Schon zu Zeiten meiner Kindheit und Jugend war mir das Wirtshauswesen oft zu einer schier unerträglichen Last geworden Darum war es nicht verwunderlich dass ich jetzt zumal in diesem mir wunderbar und fast heilig vorkommenden Zustande viel lieber daheim in der gemütlichen Stube geblieben wäre um in Stille und ruhiger Beschaulichkeit die Ankunft des Kindes vorzubereiten Nun kam es aber fast täglich zu den gröbsten Auseinandersetzungen denn der Benno fand seine größte Freude und liebste Unterhaltung bei Bier und Wein und wurde darin auch von seinen Eltern ehrlich unterstützt die meinten ein Ehemann müsse unter allen Umständen der Herr im Haus bleiben was auch komme so war es Pfingsten geworden und ich begann seit etlichen Tagen auf ein geheimnisvolles Etwas in mir zu horchen oft saß ich ganz still und hielt den Atem an um es zu spüren und in innerster Seele zu hören und eines Tages es war um Johanni vertraute ich es meinem Gatten an in dem Tränen der Freude mir in die Augen traten da sprang er auf riss mich in der Stube herum und rief was sagst Weibi rühren tut sie der Bursche ja herrgott das muss aber gefeiert werden zieh die an na fühe die in Löwenbräukeller ja herrgott während der Schauung am Stammtisch Geh bleib da da hohem Benno meinte ich und fuhr fort Schau da hohem ist sowas viel schöner und gemütlicher zu feiern Ich hätte die so gern für mir aloh gehabt und geh gar nicht gern fort Geh bleib da hohem Aber wie immer so kam es auch dieses Mal erst ging es ans bitten dann ans streiten und am end musste ich wenn ich nicht einer Misshandlung gewärtig sein wollte zu allem Ja sagen mich ankleiden und mitgehen Am Stammtisch saßen schon die Freunde etliche Sergenten des Regiments bei dem der Benno gedient hatte und die er sich durch manchen bezahlten Rausch wohl gewogen gemacht hatte ferner ein paar Buchhalter seines Geschäfts und etliche Leute von denen man nicht recht wusste wovon sie lebten und wessen Geld sie verjubelten In diese Gemeinde nun schleppte mich mein Gatte und rief als wir an den Tisch getreten waren Servus meine Freund heut leid's an Rausch heut hat der Buur seinen ersten Hupfer gemacht Einer der Sergenten hatte sich bei unserem Kommen erhoben und war zu uns getreten und während die anderen nun in ihrer gewöhnlichen Art die Anrede meines Mannes belachten fasste er mich mit der linken an der Schulter mit der rechten aber fuhr er über meinen Leib und meinte schau 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 wird's schon Haslerin hat's eng denn schon gar so pressiert dass im ersten Jahr not Kind darf sein muss ich stand wie mit Blut übergossen und die Stimme versagte mir dem frechen Schwätzer zu antworten Tränen rannen mir über die Wangen und ich bat den Benno um die Hausschlüssel dass ich heimkönne da ich krank sei so so krank ist Mike schmerzte Frau Gemahlin bleib nur schön da das wird schon wieder vergehen bei der Musi und fest drückte er mich auf einen Stuhl und begann dann eifrig zu schwatzen und zu trinken und ob schon etliche gemeint hatten sie wollten mich nach Hause bringen ließ er dies nicht geschehen sondern sagte die sollt da bleiben so viel muss man aushalten könne was daten denn andere weiber die wo arbeiten müssen ums Taglo erst lange nach Mitternacht kamen wir heim nachdem mein Mann mich noch in ein Kaffeehaus und danach zum Wein geführt und auch die anderen dazu eingeladen hatte von da ab unterwarf ich mich seinem Willen ohne zu bitten und hoffte dass alles ein Ende hätte wenn erst das Kind geboren wäre so kam der Herbst und meine Zeit rückte immer näher meine Schwiegereltern waren zwar längst nicht mehr lieb zu mir doch ließen sie es mir an nichts fehlen und fragten oft nach meinen Wünschen oder Gelüsten denn sie hofften auf einen Buben der dem Geschlecht der Haslerischen einmal Ehre machen würde während die Mutter eine alte Truhe mit buntem Kinderzeug durchwühlte und allerlei Jöpplein und Windeln daraus hervorzog und vor mich hin legte ich aber blickte sehnsüchtig und verlangend nach dem Schreibtisch wo eine Anzahl frischer Äpfel in eine Reihe geordnet lagen doch getraute ich mich nicht von der Schwiegermutter einen zu erbitten da sie schon dem Benno als er einen nehmen wollte mit strengen Worten sein Tun verwiesen hatte denn sie war nicht freigiebig je länger ich nun hinsah desto mehr gelüstete es mich nach einem der Äpfel und endlich kam mir ein guter Gedanke ich stand auf und ging hinaus in das Holzlager zum Schwiegervater der eben einen uralten Wiegekorb mit himmelblauer Farbe strich Vater rief ich was ist denn antwortete er ohne aufzusehen ich möchte was was willst denn was rund ja was epigant aller und gespannt blickte er von seiner Arbeit auf mich na Vater a Kugel is a Kugel a Kugel Mädler sel kai mi den du musst mir schon helfen rater lachend nahm ich ihn bei der Hand und führte ihn hinein und vor den Schreibtisch ja da schau her rief der alte jetzt und nahm einen der Äpfel das isch also die Kugel na die soll schaber schon wollte er mir den Apfel geben da fiel ihm die Mutter in den Arm was grad von die schönsten einen aber ungeachtet dieses Widerspruchs gab er mir ihn doch und meinte lass dir nur gut schmecken sie ist viel gescheiter geschenkter grosser da gab sich die alte Frau zufrieden und ich verzehrte den Apfel mit großem Behagen etliche Tage später kaufte der Hasler Vater einen Korb voll Trauben und schenkte sie mir indem er sagte dir musst alle esse dass das sauber Kindle kriegst der Oktober ging seinem Ende zu und ich richtete alles her dessen man zum Empfang eines Kindleins bedarf und stellte die gemalte und von der Hasler Mutter mit geblumten Vorhängen geschmückte Wiege in die Schlafstube und rückte die Ehebetten auseinander am allerheiligen Tag schon in allerfrüh ziehen die Soldaten unter klingendem Spiel in die Kirche das Namensfest unseres Regenten zu feiern und aus allen Fenstern fahren die Köpfe und an jedes freut sich der Musik als damals in der Früh die Böller krachten und die Soldaten sich rüsteten zum Fest da rief ich dem Benno der noch schlief aus meinem Bette zu Benno geholt mit Frau Notacker ich glaub es wird was erschreckt fuhr mein Gatte aus dem Bett und in die Hosen in der Eile aber brachte er das vordere Teil nach hinten und ich musste über den komischen Anblick trotz meiner Rat im Haus der Hebamme hatte stehen lassen brachte er endlich die schon sehnlich erwartete geschäftig packte sie ihre große Tasche aus bei welcher Arbeit ich ihr ängstlich zusah denn ich konnte es immer noch nicht glauben dass das Kind ohne jede Beihilfe von Messer oder Schere ohne Leib aufschneiden hervorkommen könne nachdem sie ihre Sachen geordnet und mein Bett zurecht gemacht hatte Bratwürst holen und eine Flasche Rotweih Frau Hasler braucht Kraft eilig lief der Benno das Befohlene zu holen und inzwischen kamen die Haslerischen und fragten wie weit es noch wäre aber stunden erwiderte die Hebamme und fügte lachend hinzu was leid's denn wenn ich einen Burm hol selkring man nascho frauli antwortete der Vater und die Mutter meinte Hauptsach ist dass alles gut geht etwas wird es schon sei um Mittag bemächtigte sich meiner eine große Unruhe sodass ich aufstand und mich etwas ankleidete dann ging ich ans Fenster und sah hinab auf die vielen Menschen die zur Parade gingen deutlich hörte ich das Wirbeln der Trommeln und hoffte das Militär bei uns vorbeiziehen zu sehen weshalb ich das Fenster öffnete während mein Gatte sich lebhaft mit der Frau Notacker unterhielt da fühlte ich plötzlich ein starkes anstemmendes Kindes und zugleich hatte ich das Gefühl als müsse ich zerspringen Frau Notacker Imon Iatz mehr brachte ich nicht mehr heraus drunten zog die Regimentsmusik vorbei mit Pauken und Tompeten und Kinder jubelten und pfiffen da mischte sich ein kreischendes Stimmlein in die Klänge des Militärmarsches ich hatte einen Buben nun herrschte Lust und Freude im Hause und ward die Taufe mit großem Pomp gefeiert und gab man dem Buben nach seinem Großvater die Namen Johannes Magnus ich eile nun zum Ende zu kommen denn die letzten meiner Erinnerungen sind so traurig und peinlich dass es der Leser mir nicht übel vermerken möge wenn ich gewisse Zeitpunkte überspringe und in gedrängter Form die letzten Schicksale erzähle diese Ehe war so unglücklich dass ich noch jetzt mich bedenke ob nicht wirklich der Fluch den meine Mutter mir am Hochzeitsmorgen zum Geleit mitgab mit also furchtbarer Macht seine Wirkung während meiner ganzen Ehe übte und ob nicht doch jene Klosterfrau als sie mich warnte wieder in die Welt zurückzukehren herauszusehen welches mich heraußen erwartete und seltsam gerade einige Tage nach der Geburt meines ersten Kindes traf ein Brief von ihr ein in dem sie mir die Versicherung gab meiner niemals im Gebete zu vergessen und mich ermahnte auch im tiefsten Leid und Unglück nicht zu verzagen denn Gottes Hand möchte vielleicht mich strafen dass ich damals nicht mein Leben ihm geopfert Später einmal als ich ihr die Geburt eines Mädchens berichtete bat sie mich es recht gut zu erziehen denn meinte sie vielleicht bringt es einmal dem Herrn das Opfer das ich ihm ehemals verweigert ich war in den letzten Wochen vor der Niederkunft im Gesicht recht alt und fleckig geworden und musste daher manches bittere Wort von Benno hören nun aber blühte ich sichtbar auf und schon nach drei Wochen war ich wieder so verjüngt dass mein Gatte aufs Neue in heftiger Leidenschaft entbrannte und allen Vorstellungen zum Trotz mit Gewalt jene Schranke niedertrat die eine weise Natur einer jeglichen Mutter sogar den Tieren aufrichtet vergeblich wies ich ihm den Kleinen wenn er sich an meiner Brust sättigte und flehte genimm du dein Burmnet sein Nahrung lass mich in Fried schau ich bin noch krank aber seine Sinne begehrten und da musste der Verstand schweigen so kam es dass ich nach wenig Monaten aufs Neue Mutter Hoffnungen fühlte bald begann ich zu kränkeln und mit der Gesundheit schwand mein guter Humor und ich wurde zur gealterten Frau die vom Leben nichts mehr hofft unsere Häuslichkeit bot weder Frieden noch Behagen der Benno sah wohl was er getan hatte aber doch kein Einsehen am Tage gab es Streit und am Abend suchte er alles Trübe und Missliche in Leidenschaft zu ersticken meine Schwiegereltern beklagten sich bitter über diese Zustände und schoben die Schuld auf meine Nachgiebigkeit und meinen Leichtsinn Darob ward ich recht erbittert und miet sie von nun an meine Eltern hatten schon bald nach meiner Heirat sich mit den Haslerischen verfeindet und ich durfte deshalb längst nicht mehr zu ihnen gehen wenn ich nicht eines Auftritts mit Benno gewirtig sein wollte nun aber war das Verlangen nach der Mutter so stark in mir dass ich alles vergaß und mich aufmachte und zu ihr ging als ich sie in der Küche begrüßte fragte sie nach kurzem scott was ich wolle da berichtete ich ihr schluchtsind mein Unglück und bat sie um Trost so war jetzt gut genug zum trösten das geschieht dir grad recht wenn es dir schlecht geht du hättest es aushalten können daheim was geht mit der Elend an geh zu den Haslerischen das sind deine Leute mach nur dass du weiter kommst da sagte ich nichts mehr und ging zu klagen wie wohl taten mir da die Worte des Beileids und des Trostes obgleich ich wusste dass sie nicht von Herzen kamen und ich nachher in allen Milch und Kamerläden durchgehechelt und ausgerichtet wurde mein Gatte hatte sich in der letzten Zeit immer mehr dem Trunk ergeben und kam oft nächtelang nicht nach Hause um dann bei dem geringsten Anlass zu wüten und ging daher zu meiner Schwiegermutter und bat sie den Buben der schon seit Wochen an schwerem Keuchhusten krank lag etliche Tage in Pflege zu nehmen sie versprach es gerne und war auch sonst freundlich wofür ich ihr von Herzen dankte am ersten Weihnachtstag kam ein junger verlebt aussehender Mensch und begehrte den Benno ich rief ihn hinaus und er erkannte in dem Fremden einen Schulkameraden und Freund der inzwischen in Hamburg Kaffeehändler und ein reicher Mann geworden war hocherfreut lud er ihn ein und nachdem er mir noch befohlen ein festliches Essen zu bereiten ging er mit dem Besuch zum Frühschoppen ich hatte zum Glück allerlei Vorrat und richtete ein gutes Mal schon während des Kochens hatten leichte Wehen mir das Nahen meiner Stunde angezeigt nun aber wurden sie schon zwei Uhr war und mein Mann mit dem Besuch noch immer nicht kam ich lief zu einer Nachbarin und bat sie möge mir die Frau Notacker holen bis diese kam richtete ich die Schlafstube und wollte den Buben zu seiner Großmutter tragen doch schlief er und ich ließ ihn liegen gegen 5 Uhr erschien die Hebamme und meinte es sei noch zu früh vor dem nächsten Tag könne man nicht auf das Kind rechnen sie ging also wieder mit dem bemerken sie sähe gegen 9 Uhr abends noch einmal vorbei kurz nach 6 Uhr kam der Benno allein heim und verlangte sogleich mit groben Worten zu essen ich machte ihm Vorwürfe dass er mich umsonst mit dem Kochen noch so geplagt hätte und dass meine Zeit da sei und ich niemand hätte der mir beistehe mit rohen Schimpfworten verbat er sich mein Gejammer und verlangte Wein obschon er stark betrunken war ich gab ihm eine Flasche denn ich fürchtete ihn sehr in solchen Rausch Zuständen dann ging ich in die Schlafstube wo der Kleine eben wieder zu husten begann ich hob ihn auf und wickelte ihn frisch ein wobei mein Körper von heftigen Wehen erschüttert wurde da bekam der arme Bub einen der furchtbaren Anfälle und ich glaubte er müsse ersticken doch ging es vorüber und ermattet lag er nun in meinem Arm ich bettete ihn wieder in die Wiege und ging hinaus zum Benno ihm über das Kind zu berichten er hörte teilnahmslos zu und sagte dann kurz ich erwiderte nichts und wollte den Tisch abräumen während er ein Päcklein unzüchtiger Fotografien aus der Tasche zog und betrachtete plötzlich suchte er mich in erwachendem Begehren zu sich auf das Sofa zu ziehen unsanft stieß ich ihn von mir weg und verwies ihm seine Unvernunft in dem Augenblick hörte ich den Buben weinen und ging zu ihm an die Wiege und beugte mich über das Bettlein ihn mit leisen Worten zu beruhigen da fühlte ich plötzlich von rückwärts wie eine eiserne Klammer einen Arm um meinen Leib und fühle wie der Benno mich fest in das Bettlein drückt und sein Eherecht ausübt verzweifelt suche ich mich seiner zu erwehren und es gelingt mir wirklich für den Augenblick da packt ihn eine rasende Wut und unter den gröbsten Schmähungen zerrt er mich an den Haaren Hilfegeschrei stürzen Leute aus den Nachbars Wohnungen herbei man sprengt die Tür und alle fallen über den sich wie besessen Gebärdenden her auch sein Vater kam und es geschah nun etwas was mich noch heute erstaunt der alte Hasler fasste seinen Sohn vor all den Nachbarn am Genick setzte ihn auf einen Stuhl gab ihm ein paar tüchtige Ohrfeigen und stieß ihn so dann mit großer Gewalt zur Tür hinaus dies alles tat er ohne ein Wort dann aber kehrte er sich an die Anwesenden und fragte grollend hat nur wer was verloren da herinnen worauf sie alle verschwanden nun trat er zu mir ich lehnte erschöpft an meinem Bett und bat um die Hebamme ohne ein Wort ging er und schon nach einer halben Stunde brachte er sie mit in derselben Nacht gebar ich ein Mädchen und lag danach an die sechs Wochen im Kindbett Fieber seit diesem Vorfall musste sich mein Mann sein eheliches Recht stets erzwingen denn ich hatte alle Zuneigung zu ihm verloren und fürchtete ihn sehr trotzdem wurde ich noch viermal Mutter während dieser Ehe bald nach dem dritten Kinde begannen auch Wohlstand und Glück von uns zu weichen mein Mann hatte durch seine Trunksucht alles das eingebüßt was man sonst an ihm schätzte auch ließ er sich in seiner Stellung allerlei zu Schulden kommen und wurde schließlich entlassen seine Eltern waren darüber so erbittert dass sie uns aus dem Haus jagten wir zogen also um und der Benno übernahm selber ein Geschäft es ging uns auch etliche Zeit wieder gut und ich hatte Hoffnung dass alles wieder recht würde obschon ich nun dauernd kränkelte da die Geburten meines vierten und fünften Kindes tot geburten und sehr schwer gewesen waren nun war das sechste Kind auf dem Wege und kurz vor Weihnachten kam ich in die Wochen mein Mann hatte um diese Zeit aufs Neue ein wüstes Leben begonnen und saß oft Tag und Nacht im Weinhaus kam er dann nach Hause prügelte er mich und die Kinder und zerschlug alles was ihm gerade in die Hände kam am Tage nach der Geburt dieses Kindes kam gegen Abend ein Freund meines Gatten und hatte mit ihm eine Unterredung die sehr erregt schien denn der Besuch ging nach kurzem Wortwechsel ohne Gruß und der Benno schlug krachend hinter ihm die Türe zu ich rief ihn ohne sich von mir zu verabschieden zwei Tage und eine Nacht blieb er weg und kam erst am heiligen Abend gegen neun Uhr heim ich erschrak heftig bei seinem Anblick seine Kleider waren zerrissen und beschmutzt sein Gesicht aufgedunsen und verzerrt die Haare hingen ihm wirr um den Kopf und die stieren blut unter laufenden Augen blickten gierig und lüstern nach mir in meinem Bett als er mit dem zärtlichen Gruß zu mir trat servus weibi du bist aber sauber gelass mir eine zu dir bittend hob ich die Hände und sagte was hast denn Benno wirst denn nicht dass wir kloren sterndl gekriegt haben jetzt kannst du nicht zu mir aber er verstand mich nicht mehr rasch riss er seine Kleider ab und wollte zu mir indem er mir alle erdenklichen Genüsse versprach flehend setzte ich ihm nochmals die Unvernunft seines Begehrens auseinander doch vergebens er fiel über mich her und ich musste alle Kraft daran setzen mich seiner zu erwehren endlich gelang es mir aus dem Bett zu entkommen und eilig schlüpfte ich in meinen Unterrock und lief aus dem Zimmer da höre ich plötzlich meine Kinder aufkreischen ich Stilett drinnen herumtanzt und nach der Melodie des Schäffler Tanzes vor sich hinsingt er sieht mich gar nicht wie ich die Kinder aus ihren Bettlern reiße und das kleinste aus der Wiege tanzend zertrümmert er alles was im Zimmer ist und singt dazu also flüchteten wir uns barfuß und fast unbekleidet hinaus in den Schnee und weinend hingen sich die Kinder an mich zitternd wankte ich vorwärts und das Blut rann mir gleich einem Bächlein über die Füße und zeigte die Spur meiner Schritte freundliche Nachbarn nahmen uns auf und veranlassten auf der Polizei Wache dass man den wütenden bändigte und nach der psychiatrischen Klinik verbrachte ein schweres Fieber folgte auf diese Nacht und ich kämpfte lange mit dem Tod als ich mich wieder besser fühlte nahm ich mit vielem Dank Abschied von den guten Leuten und begab mich wieder in meine Wohnung hier erwartete mich ein neuer Schreck die Möbel waren alle mit dem Siegel des Gerichtes versehen und gepfändet etliche Briefe die ich im Kasten fand klärten mich auf der Benno hatte ohne dass ich es wusste sein volles Vermögen und dazu mein ganzes Heiratsgut einem Freund der Baumeister war geliehen und dieser war Banker Rott geworden er hatte anscheinend schon davon gewusst und war vielleicht auch durch den Verlust dieser 50.000 Mark um seinen Verstand gekommen nun hatten unsere Lieferanten und auch der Hausherr zu Neujahr keine Bezahlung mehr erlangt weshalb sie da sie auch keine Antwort auf ihre Mahnungen erhielten endlich zur Pfändung Wohnung an jenem Abend von einem Schutzmann erhalten und öffnete als der Gerichtsvollzieher kam nur weniges verblieb mir zum Glück hatte man mir einen kleinen Schrank mit Kinderwäsche gelassen in dem auch meine Schmucksachen verwahrt lagen nun konnte ich wenigstens so viel Geld dafür bekommen dass ich die Kinder bei fremden Leuten in Pflege zu geben und mir ein Stüblein zu halten vermochte Gottes dies war die Zeit des Faschings auch der Schäffler Tanz traf auf dieses Jahr und füllte die Taschen der Tänzer um diese Zeit ging ich zu meiner Mutter und klagte ihr meine große Not und bat sie um einiges Geld damit ich mir etliche Möbelstücke wieder auslösen könnte denn der Hausherr hatte sich Verschiedenes behalten indem er mir versprach er wolle mir das gegen Bezahlung meiner Zinsschuld von 60 Mark wiedergeben wortlos hörte die Mutter mir zu als ich geendet sagte sie ich kann dir nicht helfen ich habe selber nur Schulden beim Bräu geht zu die Haslerischen die sind reicher wie ich übrigens freut es mich dass sie mein Wunsch erfüllt hat recht schlecht soll es dir geh weißt du es nicht aushalten hast keiner daheim dann rief sie den Vater aus der Schenkel und sagte gell Josef wir können ihr nix geben weil wir selber nix haben wir schulden worauf der Vater sich erst räusperte dann halblaut wiederholte na nix können wir haben selber Schulden traurig ging ich nun zu meinen Schwiegereltern diese versprachen mir für den Buben zu sorgen Benno während des letzten Jahres etliche tausend Mark gegeben hatten die er ohne mir davon zu sagen vertan hatte also begann ich am anderen Tag mir Arbeit zu suchen ich las auch die Zeitung da fiel mein Blick auf eine Notiz über den Schäffler Tanz und ich entnahm ihr dass derselbe am 20. Februar auch vor dem Hause des Gastwirts Zirngiebel aufgeführt würde trotz der die Kosten eines solchen Tanzes die zum mindesten an die 100 Mark betragen dachte konnte ich es doch nicht unterlassen mich andern tags unter die Menge der Zuschauer zu mischen da sah ich wie sie alle der Vater die Mutter die Stiefbrüder und auch das Gesinde an den Fenstern standen und mit vergnügten Mienen und strahlendem Lächeln für die Hochrufe dankten und die Mutter eine Handvoll Silberstücke in die Mütze des Meisters warf während sie den Tag vorher ihr Kind hungern sah ohne zu helfen ich suchte also Arbeit und fand auch solche doch nicht lange dauerte es da konnte mein geschwächter Körper dieselbe nicht mehr leisten da ich um den Kindern das ihre geben zu können oft hungern musste am End war ich erschöpft und musste meine Stellung aufgeben nach kurzer Zeit war auch der Rest meines Geldes verbraucht und da ich das Kostgeld für meine Kinder nicht mehr aufbringen konnte setzte man sie mir eines Tages im Winter vor die Tür da fand sich ein Baumeister der mir in seinem Neubau umsonst Wohnung bot ich band meine habe samt den Kindern auf einen Karren und zog dahin ein alter brotloser Mann dem ich früher Gutes getan hatte half mir an den Wänden herab wir schliefen auf dem Boden und bedeckten uns mit alten Tüchern und kochen zusammen damit wir nicht gar zu sehr froren einige leichtere Schreibarbeiten schützten uns vor dem Verhungern wenn gleich unser tägliches Mahl im Nichts weiter bestand als in einem Liter abgerahmter Milch und einem Suppenwürfel aus dem ich nebst einem Ei und etwas Brot eine Suppe für die Kinder war so elend und krank dass ich mehr koch als ging eines Tages erfuhren wir dass mein Gatte in der Kreis Ehrenanstalt untergebracht worden sei da eine Geisteskrankheit ihm dauernd das Licht des Verstandes genommen hatte nach einem Monate solch jammervollen Lebens war auch die Gesundheit meiner Kinder dahin hustend und weinend hingen sie an mir während Fieberschauer mich schüttelten oft war die Versuchung in mir aufgestiegen dem Leben ein Ende zu machen oft hatte ich am Abend den Hahn der Gasleitung zwischen den Fingern doch die Hoffnung auf eine bessere Zukunft ließ mich das nicht vollbringen was die Verzweiflung mir eingab mitleidige Menschen machten endlich den armen Rat des Bezirks auf mein Elend aufmerksam worauf die Gemeinde für uns sorgte indem sie die Kinder einer Anstalt aller Trübsal erhoffte doch das Leben hielt mich fest und suchte mir zu zeigen dass ich nicht das sei wofür ich mich so oft gehalten eine überflüssige